Das zweite Chance in, Serie, Blue Moon Bay, Buch erster Von Susan Hatler Kapitel 1 Als ich den malerischen Highway 1 an der Küste Kaliforniens entlang fuhr, sagte mir ein Schild, dass ich in zwei Meilen auf meine Heimatstadt Blue Moon Bay treffen würde, und ich musste gegen den Drang ankämpfen, in die Bremsen zu steigen, eine Kehrtwendung zu machen und zurück nach Hause, nach Sacramento zu fahren. Auch wenn Blue Moon Bay früher mein Zuhause gewesen war, war ich seit jenem Tag, kurz nach meinem Schulabschluss, an dem ich weggegangen war, nicht mehr dort gewesen, und ich hatte auch jetzt nicht geplant gehabt, zurückzukommen. Dieser Teil meines Lebens war gut verstaut gewesen, und ich mochte es nicht, daran zu denken, niemals. Aber der Anwalt meiner Großmutter hatte mich gestern angerufen, um mich darüber zu informieren, dass sie verstorben war und mir erhebliche Anteile an ihrem gemütlichen und etwas verschrobenen in den Blue Moon Bay hinterlassen hatte. Als ich die schockierende Nachricht über ihren Tod erfuhr, nahm es mir den Atem, und ich musste mich an der Küchentheke festhalten, um nicht umzukippen, so zittrig und schwach hatte ich mich gefühlt. Wie konnte es sein, dass meine Großmutter nicht mehr da war? Ich hatte sie erst letzten Monat in Napa gesehen, als wir ihren 72. Geburtstag gefeiert hatten, und da hatte sie noch völlig gesund gewirkt. Es war nicht ein Anzeichen zu erkennen gewesen, dass sie bald bei ihrem wöchentlichen Binokelspiel wegen eines Herzinfarkts tot umfallen würde. Ich war noch benommen vor Trauer, als der Anwalt mir erzählte, dass aus dem Testament hervorging, dass mein Bruder Brian und ich das in nicht behalten konnten. Großmutter hatte anscheinend eine seltsame Bedingung in ihren letzten Villen eingebaut. Ich musste das Hotel persönlich verkaufen, nachdem ich es einen letzten Monat lang mit meinem Bruder zusammengeführt hatte. Falls ich den Bedingungen nicht Folge leisten würde, sollte das Hotel zu einem wohltätigen Zweck gespendet werden, und Brian und ich würden leer ausgehen. Selbst wenn ich bereit gewesen wäre, mein Erbe aufzugeben, ich war keine Millionärin oder sowas in der Art, auch wenn mein Immobiliengeschäft boomte, doch ich würde die Sache für meinen Bruder sicher nicht vergeigen, und meine Großmutter wusste das. Sie hatte offensichtlich einen Plan in der Hinterhand, indem sie mich zur Rückkehr zwang. Nicht fair, Oma. Nicht fair. Sie hätte das Hotel einfach Brian vermachen sollen, da er derjenige war, der bei ihr geblieben war, nachdem ich vor neun Jahren gegangen war. Gestern Abend hatte ich mit meinem Bruder telefoniert, dessen Stimme vor lauter Leid heiser klang. Er klang auch verärgert über Großmutters Entscheidung, aber hauptsächlich ärgerte ihn die Erklärung, die sie ihm in einem Brief hinterlassen hatte. Sie wollte, dass wir das Hotel verkaufen, weil ich keinerlei Interesse daran hätte, es zu führen. Das war allerdings wahr, und auch wenn Brian es wollte, fand sie, dass es an der Zeit für ihn war, seinen eigenen Weg zu finden, er war jedoch anderer Meinung. Großmutter schien von ihrem Grab aus genauso penetrant zu sein, wie sie es zu Lebzeiten gewesen war. Ich umgriff das Lenkrad fester, und meine Augen füllten sich mit Tränen. Das war das letzte Mal, dass unsere Großmutter uns herumkommandieren würde. Sie hatte an harte Arbeit und Pflichterfüllung geglaubt und war nicht im geringsten emotional gewesen. Doch ich hatte immer gewusst, dass sie uns geliebt hatte, auch wenn sie es nach außen hin nicht gezeigt hatte. Es war schwer zu begreifen, dass ich sie nie wieder sehen würde. Als ich weiter in Richtung des Hotels und meines Bruders fuhr, liefen heiße Tränen über meine Wangen und ich wischte sie weg. Um meine Gefühle zu sortieren, öffnete ich das Fenster meiner weißen Mercedes-Gelände-Limousine einen Spalt und atmete die salzige Meeresluft ein, mit der ein Hauch von blühendem Blumenduft hereinwehte. Schmerzhafte Erinnerungen aus meiner Vergangenheit überkamen mich zusammen mit dem vertrauten Geruch, und ich erschauderte. Ich genoss das Stadtleben in Sacramento und blickte bewusst nicht zurück auf die Zeit in Blue Moon Bay. Großmutter hatte keine Gedenkfeier gewollt, und sie hatte gewusst, dass ich nicht hierher zurückkommen wollte. Dennoch hatte sie bestimmt, dass ich das Hotel persönlich verkaufen sollte. Die köpfige Frau. Mein Mund zuckte, als ich mir vorstellte, wie sich ihre Stirn runzeln und sie mich streng mustern würde, wenn sie jetzt hier wäre. Sie würde mir sagen, ich sollte aufhören zu jammern und tun, was zu tun war. Ende der Geschichte Dann würde ich aber trotzdem machen, was ich wollte. Wie die Großmutter, so die Enkeltachter. Ich hatte anscheinend ihr Sturheitsgen geerbt. Wow, ich vermisste sie wirklich. Ich fuhr das graue Band des Highways an der Küste entlang und entdeckte das fröhliche Schild, das mich in Blue Moon Bay willkommen hieß. Mein Hals schnürte sich zu. Neun Jahre War es wirklich schon so lange her? Ich war gerade 18 Jahre alt gewesen, als ich weggegangen war, um ein neues Leben in Sacramento zu beginnen, indem ich als Empfangsdame in einem Immobilienbüro arbeitete, um mein Studentenleben zu finanzieren. Ich hatte hart gearbeitet, genau wie meine Großmutter es mir beigebracht hatte, und mich in Rekordzeit die Karriereleiter hinaufgearbeitet. Ich hatte alles andere beiseite geschoben und mich nur auf die Arbeit konzentriert, was sich enorm für mich ausgezahlt hatte. Jetzt, mit 27, war ich in ganz Sacramento bekannt als Wendy Watts, die Königin der Immobilienmakler. Mein Gehalt war großartig, und mein Foto war auf Reklameplakaten in der ganzen Stadt zu sehen. Auf dem Foto hatte ich ein Lächeln aufgesetzt und mich bemüht, Selbstvertrauen und Intelligenz mit meinen smaragdgrünen Augen auszustrahlen, ein Selbstvertrauen, das ich nicht immer selbst fühlte. Doch ich musste die Leute davon überzeugen, dass es mir ernst damit war, ihnen zu ihren Traumhäusern zu verhelfen, was ich auch tat, wieder und wieder. Und das würde ich auch weiterhin tun. Sobald ich wieder aus Brümünbay zurück war. Das Hotel lag an der südlichsten Spitze der Bucht, ich musste also durch den gesamten Ort fahren, um dorthin zu gelangen. Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, durch meine Vergangenheit zu fahren, doch genau dorthin führte mich mein Weg. Ich fuhr um eine Kurve herum, und die vereinzelt stehenden Bäume verschwanden und gaben den Blick frei auf die glitzernden blauen Wellen, die auf das sandige Ufer zurollten, das sich weit ausdehnte, weg von Grasbüscheln und Wildblumen, deren bunte Köpfe sich zur Sonne drehten. Mir stockte der Atem, als ich den Ozean sah. Kleine Glitzerpallieten aus Sonnenlicht tanzten auf dem Wasser in münzenförmigen goldenen Blitzen. Der Sand schimmerte. Aus Erfahrung wusste ich, dass sich der Sand kühl und krümelig unter meinen nackten Füßen anfühlen würde. Als ich dem Nordrand des Ortes näher kam, rückte der weiße Leuchtturm in mein Blickfeld, der sich in den leicht nebligen, blauen Himmel erhob. Schwarze Granitblöcke lagen verstreut um seinen breiten Sockel herum. Ein Lächeln umspielte meine Lippen, als ich an meinen ersten Kuss dachte, den ich hier am Leuchtturm an einem kühlen Sommerabend bekommen hatte, als ich in der siebten Klasse war. Benny Lee, ein Junge des Ortes, in den ich die ganze Woche lang verknallt gewesen war. Ich fragte mich, wie sich sein Leben wohl entwickelt hatte. Er hatte damals jede Menge Sommersprossen und riesige Zähne gehabt, doch er hatte sein hausgemachtes Popcorn mit mir geteilt, bevor er den ersten Schritt gewagt hatte. Ich musste lächeln, als ich an den Kuss dachte, er hatte seinen Mund gegen meinen gepresst und ein Erwachsenes, Stöhnen von sich gegeben, das es mir jetzt schwer machte, mein Lachen zurückzuhalten. Ich bin die erste aus meinem Freundeskreis gewesen, die von einem Jungen geküsst worden war, und meine besten Freundinnen hatten heftig gekichert, als ich ihnen jedes noch so kleine Detail erzählt hatte. Wo waren Olivia, Megan und Charlie jetzt? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe den Kontakt zu allen außer meiner Großmutter und meinem Bruder verloren. Mit einem Seufzer riss ich meine Augen vom Anblick des Leuchtturms los, als ich mit dem Auto über die Ortsgrenze und in Richtung des Hotels und meines Bruders fuhr. Ich kam am Over-the-Moon vorbei, dem alten örtlichen Diener, das Gebäude stand noch, und ein Haufen Bilder flutete mein Gehirn und brach durch die Mauer, die ich mein ganzes Leben lang so sorgfältig aufgebaut hatte. Als ich das Diener sah, drehte sich mir der Magen um, und meine Hände wurden zitterig, darum hielt ich am Straßenrand an und starrte auf die abblätternde Farbe des Gebäudes. Genau in diesem Diener hatten meine Eltern und ich ein letztes Mal zusammen gefrühstückt, bevor sie weggegangen waren, für immer. Ich war acht Jahre alt gewesen und Brian zehn. Wir, Brian und ich, waren so aufgeregt darüber gewesen, dass wir auswärts essen gingen, bis unsere Mutter und unser Vater uns ihre Entscheidung mitteilten. Sie zogen fort, und wir würden bei Großmutter bleiben. Als Brian und ich aufgewachsen waren, waren meine Eltern immer nomadisch gewesen. Kein Ort konnte lange ihr Interesse fesseln. Sie gingen dorthin, wo der Wind sie hintrieb. Guatemala, Peru, wir haben sogar ein Jahr lang in einer Hütte in Bolivien gelebt. Wir sind viel umgezogen, doch als Brian und ich ins schulfähige Alter kamen, wir wurden zu Hause unterrichtet, fingen wir an, uns zu beschweren, dass wir unsere Freunde ständig verlassen mussten. Daher zogen meine Eltern nach Blue Moon Bay, um für die Kinder sesshaft zu werden. Wir lebten mit der Mutter meines Vaters im ersten Stock des Hotels. Unser Leben schien einige Monate lang perfekt zu sein. Brian und ich wurden in der öffentlichen Grundschule angemeldet, wo wir Freunde fanden, von denen wir wussten, dass wir sie nicht wieder würden verlassen müssen, und spielten jeden Tag am Strand des Hotels bis es dunkel wurde. Dann entschlossen sich meine Eltern dazu, weiterzuziehen und uns zurückzulassen, und zerstörten damit das kurze Gefühl der Stabilität. Während ich hier jetzt saß, konnte ich mich nur zu gut daran erinnern, wie meine Eltern mir mit der Nachricht das Herz gebrochen hatten. Ich hatte sie innig geliebt und war erschüttert, völlig am Boden zerstört, dass sie uns im Stich lassen würden. Ich brach zusammen und flehte sie mit tränenüberströmtem Gesicht an, nicht zu gehen. Aber meine Mutter und mein Vater trösteten mich nicht. Sie versuchten nur mir einzureden, dass wir glücklicher wären mit dem beständigen Leben, das wir bei unserer Großmutter führen würden. Da mein Bruder und ich immer ein enges Verhältnis zueinander gehabt hatten, hatte ich mich auf der Suche nach Trost an ihn gewandt und versucht, unter seinen Arm zu schlüpfen. Doch von diesem Moment hielt er eine gewisse Distanz. Als unsere Eltern anfingen, darüber zu reden, wo sie als nächstes hingehen würden, flüsterte er mir zu, man kann sich auf niemanden außer sich selbst verlassen. Das musst du jetzt lernen. Das waren die Worte, mit denen ich versuchte zu leben. Ich atmete tief durch, verdrängte die Erinnerungen an diesen grässlichen Morgen und fädelte mich gerade wieder in den Verkehr auf dem Highway ein, als meine Gedanken zu meiner Großmutter zurückkehrten. Nachdem unsere Eltern abgereist waren, war sie zu meinem Vorbild geworden. Brian und ich liebten einander mit derselben distanzierten, rauen Liebe, die auch sie uns spüren ließ. Ich fuhr in den Ort. Zu beiden Seiten des Highways standen Häuser. Viele davon waren Ferienhäuser, in die die Leute kamen, um während der Saison zu bleiben und danach wieder in ihr geregeltes Leben zurückzukehren. Einst hatte ich davon geträumt, solch ein Haus zu besitzen und Sommer für Sommer mit meinen eigenen Kindern hierher zurückzukommen, doch jetzt? Jetzt betrachtete ich sie als Immobilienmaklerin und sah in ihnen nur die wertvolle Küstennähe. Auf der Meeresseite waren die meisten Häuser zweistöckig, manchmal auch dreistöckig, mit großen Verranten und ausladenden Balkonen. Jedes Fenster hatte einen Blick aufs Wasser, den Leuchtturm oder die kleinen Landzungen, die im Norden und Süden ins Meer ragten und Blue Moon Bay, Einwohnerzahl, 20.000, seine halbrunde Form verliehen. Die Aussicht allein war viel Geld wert auf dem heiß umkämpften kalifornischen Immobilienmarkt. In der Innenstadt hielt ich an einer roten Ampel an und bewunderte die vertrauten kleinen Straßen, die vom Highway abgingen und liebevoll mit Pflastersteinen befestigt waren. In Blue Moon Bay war fast alles unverändert, die vertrauten Fischrestaurants, die hübsche Architektur und die übliche Dekoration im Küstenstil. Ich habe diese bunte Mischung aus Farben, die man hier überall im Ort findet, immer geliebt, blau, grün, gelb und viele mehr, und alle leuchtend, fröhlich und im spanischen Kolonialstil. Als die Ampel auf grün schaltete, ließ ich die gepflasterten Straßen hinter mir und fuhr in Richtung der Geschäfte und Schulen. Dann machte der Highway eine scharfe Kurve, bevor er rau auf die südlichste Landzunge führte. Während der ganzen Fahrt hatte ich bewusst nicht in diese Richtung geschaut. Das Hotel lag dort auf der Klippe mit Blick über den Ozean, und als ich nach Süden abbog, konnte ich nicht länger vermeiden, es zu sehen. Das in den Blue Moon Bay Mein Herz machte einen Sprung, und widersprüchliche Gefühle überkamen mich, als ich das beeindruckende Gebäude des idyllisch gelegenen Hotels anstarrte, dessen weiße Fassade von der untergehenden Sonne, die das Meer reflektierte, bunt gefärbt wurde. Ich hatte die besten und die schlimmsten Zeiten meines Lebens dort verbracht. Ich brauste durch das Tor, das in all der Zeit, die ich dort gelebt hatte, nicht einmal geschlossen worden war, und die beeindruckende gepflasterte Einfahrt hinauf zu dem großen runden Vorplatz. Ich parkte neben einigen anderen Luxusautos und stellte den Motor ab. Als ich das Hotel betrachtete, sah es so aus, als hätte sich nichts verändert, als ob Großmutter auf der anderen Seite dieser Türen warten, die Lobby kehren oder den Gästen frisch gebackene Kekse bringen würde. Doch all das würde sie nie wieder tun. Meine Augen brannten. Ich fühlte mich wieder wie die Achtjährige von damals und wollte mich auf der Suche nach Trost an meinen Bruder klammern. Er hatte sich am Telefon jedoch ziemlich barsch angehört. Vielleicht gab er mir die gleiche Schuld wie Großmutter, dass wir das Hotel verkaufen mussten. Wenn dem so war, dann würde das ein wenig angenehmer Monat werden. So oder so, ich war zurück. Ich stieg aus dem SUV aus, und die kühle Meeresbrise fuhr mir unter die Kleider und fegte mir die Haare aus dem Gesicht. Ich musste in mein altes Zuhause gehen und meinem Bruder gegenüber treten. Nicht gerade leicht, wenn man bedenkt, dass unsere Großmutter gestorben war und mir die Aufgabe übertragen hatte, das Hotel zu verkaufen, auch wenn ich diejenige gewesen war, die vor neun Jahren gegangen war. Ja, das war überhaupt keine angenehme Aufgabe. Ich atmete tief durch, trat durch die Vordertür und hielt plötzlich an, als ich meinen Bruder hinter dem Empfangstresen stehen sah. Er trug ein kurzärmliches Hemd, das zu seinen dunklen Haaren passte, die ihm über die Stirn bis in seine smaragdgrönen Augen fielen. Ich musste gegen den instinktiven Drang ankämpfen, ihm zu sagen, er solle sich die Haare schneiden. Aber so war mein Bruder. Seine Haare sahen immer unordentlich aus, so als käme er gerade vom Joggen am Strand. Vielleicht war er das sogar. Er war offensichtlich tief in Gedanken versunken, da er scheinbar nicht einmal bemerkte, dass ich hereingekommen war. Er wischte über das dunkle Holz ein nachdenkliches Stirnrunzeln auf seinem hübschen Gesicht, und ich fragte mich, ob er gerade an Großmutter dachte. Neben ihm stand ein Karton, der mit amtlich aussehenden Papieren gefüllt war. Vielleicht hatte es etwas mit dem Nachlass zu tun? Mein Magen zog sich zusammen. Ryan und ich, wir hatten beide unsere Großmutter verloren. Wir waren die einzigen Menschen auf dieser Welt, die wussten, was der andere durchmachte. Wir hatten beide die Frau verloren, die uns praktisch aufgezogen hatte. Vielleicht war der Schmerz dieses gemeinsamen Verlustes groß genug, um die Nähe zwischen uns wieder herzustellen. Seitdem ich gestern Abend den Anruf erhalten hatte, war das alles, was ich wollte. Wir hatten jetzt nur noch uns. Als ob Brian meine Anwesenheit gespürt hätte, hob er plötzlich den Kopf und begegnete meinem Blick. Seine Augen blitzten auf, dann verschwanden die Emotionen genauso schnell wieder aus seinem Gesicht, wie sie gekommen waren. Er räusperte sich. Hi, Schwesterherz. Er schob ein paar Papiere auf dem Tresen herum, als ob er den Eindruck erwecken wollte, beschäftigt zu sein. Dann runzelte er die Stirn. Oder sollte ich sagen, Wendy Watts, Star-Immobilienmaklerin der Reichen, die gekommen ist, um mein Zuhause unter meinem Hintern wegzuverkaufen? Sein barscher Ton ließ mich zusammenzucken. Ich war im Begriff gewesen, ihn zu umarmen, doch so viel zu dem Thema, dass wir uns gegenseitig Geborgenheit und Trost schenken könnten. Brian, ich bin hier, um dich zu sehen. Nein, er schüttelte ablehnend den Kopf, dann tätschelte er den kleinen Stapel von Dokumenten. Du bist nur hier, weil dich Großmutters letzter Wille dazu gezwungen hat. Das ist der Nachlass unserer Vorfahren, aber dir macht es wahrscheinlich nicht einmal etwas aus, dass wir ihn verkaufen müssen, oder? Es war Großmutters Entscheidung, das Hotel zu verkaufen. Nicht meine, laffte ich sofort zurück. Ich wusste, er war verletzt, aber dennoch war es nicht fair, mir die Schuld daran zu geben, wo ich doch nichts falsch gemacht hatte. Wo wir gerade von unangebrachter Wut reden. Ich lehnte mich an den Tresen und atmete hörbar aus. Großmutters Anwalt hat mir gesagt, dass sie keine Gedenkfeier wollte. Hat er dir das auch so gesagt? Ja, seine Stimme klang belegt, und er senkte den Kopf, um meinem Blick auszuweichen. Auf eine kindliche Art trat er mit dem Fuß gegen den Tresen. Hat mich nicht überrascht. Genau wie Großmutter immer gesagt hat, nicht wahr? Lass das Getu und mach weiter. Ich hielt meinen gespielt schroffen Ton für eine gute Imitation ihrer Stimme, doch meine Brust verengte sich, und meine Augen brannten. Ich schluckte und blinzelte schnell. Oh, Brian. Was sollen wir nur ohne Sie machen? Ich weiß nicht, er warf mir einen kurzen Blick zu, dann wandte er sich ab und verschwand im Hinterzimmer. Hatte ich ihn verletzt? Das hatte ich nicht gewollt. Seufz. Ich fürchtete, einander wieder näher zu kommen würde schwieriger werden, als ich angenommen hatte. Als ich meine Tasche hinter der Rezeption abstellte, hörte ich, wie eine Tür im anderen Raum geschlossen wurde. Einen Moment später kam Brian mit zwei kalten Flaschenbier zurück und gab mir eine. War das etwa ein Friedensangebot? Er hob seine Flasche in meine Richtung. Auf Oma. Es würde ihr sicher gefallen, dass wir auf sie trinken, Sarkasmus schwang in meiner Stimme mit, als ich mit ihm anstieß, dann nahm ich einen langen, erfrischenden Schluck von dem hopfigen Getränk. Brian lehnte sich neben mir an den Tresen, und seine Schulter streifte meine, als er mich von der Seite ansah. Warum bist du nie hierher zurückgekommen? Ganz ehrlich? Mein Magen zog sich zusammen. Anstatt mich daran zu erinnern, wie meine Eltern uns verlassen hatten, dachte ich diesmal daran, warum ich nach dem Schulabschluss so schnell abgehauen war, mein Freund aus der Highschool, Ian McBride. Er war der eine Mensch gewesen, dem ich mich geöffnet hatte, und zwei Jahre lange hatte ich mich bei ihm sicher gefühlt. Ich hätte nie geglaubt, dass er mir wehtun würde. Er machte seinen Abschluss ein Jahr vor mir und ging ans College. Man sagt, durch die Ferne wächst die Liebe. Bei ihm jedoch ließ die Ferne seine Liebe für eine andere wachsen, und er verließ mich. Ich war am Boden zerstört, um es milder auszudrücken. Ich hatte ihn zu nahe kommen lassen. Diesen Fehler habe ich danach nie wieder mit einem Mann begangen. Ich hatte jedoch nicht vor, das meinem Bruder auf die Nase zu binden, darum versetzte ich ihm einen Knuff gegen den Ellbogen. Ich habe eine erfolgreiche Karriere in der Stadt, und es ist schwierig, mal rauszukommen. Mein Leben spielt sich in Sacramento ab. Da gibt es sogar ein Reihenhaus, das bald auf den Markt kommt und das ich kaufen möchte. Seine Mine verhärtete sich. Ich verstehe. Du hattest immer schon deine Prioritäten. Autsch. Volltreffer. Schau, du musst nicht in Blue Moon Bay bleiben, wenn das Hotel verkauft ist. Großmutter war der Meinung, dass du deinen eigenen Weg finden müsstest, und vielleicht hatte sie Recht. Wir teilen den Verkaufserlös unter uns auf, dann hast du genug Geld, um mit deinem Leben anzufangen, was immer du willst. Ich hielt einen Moment lang inne. Vielleicht kannst du ja mit mir in die Stadt kommen. Er trank einen Schluck Bier. Nein. Ich bin kein Stadtmensch. Blue Moon Bay ist mein Zuhause. Die Tatsache, dass er mich ohne eine Sekunde zu zögern zurückwies, tat weh. Ich nippte an meinem Bier und seufzte. Für mich war das genug Schmerz für einen Tag. Ich gehe schnell zum Auto, meine Taschen holen. Morgen können wir abschätzen, was in dem Hotel gemacht werden muss, damit wir es auf den Markt bringen können. Seine Augen wurden dunkel und undurchdringlich. Was gemacht werden muss. Ja, ich schauderte unter dem Gewicht seines Blicks. Ich trank mein Bier aus und stellte die Flasche mit einem klirrenden Geräusch auf die MV-Sticke. Angesichts der Einstellung meines Bruders brauchte ich definitiv noch ein Bier. Wahrscheinlich mehr als eins. Wir müssen einen Rundgang machen, feststellen, in welchem Zustand das Hotel ist und ob Reparaturen notwendig sind. Außerdem sollten wir sehen, ob es irgendwelche kurzfristigen Projekte gibt, die wir erledigen können, mit denen wir den Verkaufspreis steigern können. Hier muss gar nichts verändert werden. Er griff nach meiner leeren Flasche, verließ kurz den Raum und kam mit neuem Bier zurück. Aber wenn du unbedingt von Zimmer zu Zimmer gehen willst, warum nicht gleich? Ich war hundemüde von den letzten 24 Stunden, doch ich sah die Herausforderung in den Augen meines Bruders. Er würde das hier nicht auf sich beruhen lassen. Die köpfig, genau wie Großmutter. Und so gesehen genau wie ich. Also nahm ich die Herausforderung an. Okay. Auf geht's. Ich ging von Zimmer zu Zimmer, um mir alles anzusehen, immer gefolgt von meinem Bruder. Die Gerüche und Geräusche gaben mir das Gefühl, wieder acht Jahre alt zu sein. Ich kämpfte darum, die Erinnerung an meine Eltern im Zaum zu halten, doch sie mit Gedanken an meine Großmutter zu ersetzen, machte mich auf eine andere Art traurig, wie ein harter Schlag in die Magengrube. Wir gingen durch die Küche, die Lounge und den Fitnessraum. Die Parkettböden müssen herausgerissen und neu gemacht werden. Die Fenster müssen geputzt werden. Die Wände brauchen einen neuen Anstrich, sagte ich und stellte im Kopf eine Checkliste zusammen. Wir müssen auch etwas wegen des geschlossenen Restaurants auf dem Anwesen unternehmen. Ich weiß, dass Großmutter vorhatte, es irgendwann wieder zu eröffnen, doch im Moment ist es nur ein leeres Gebäude. Also müssen wir es irgendwie in Szene setzen. Anscheinend bist du der Boss, da Großmutter dir die für den Verkauf maßgebenden Anteile vermacht hat, sagte er in scharfem Ton. Das habe ich mir nicht ausgesucht, erinnerte ich ihn. Tränen traten mir in die Augen, doch ich blinzelte sie weg. Reiß dich zusammen, Mädchen. Ich hatte nicht vor, jetzt zusammenzubrechen. Ich räusperte mich und sagte mir, dass ich das Ganze so behandeln würde, wie ich es mit jedem anderen zickigen Klienten tun würde, einfach die Immobilie für den Verkauf bewerten. Da ist nichts Emotionales dran. Warum schauen wir uns nicht als nächstes die Bibliothek an? Er stieß ein verhaltenes Geräusch aus, doch zumindest hatte er aufgehört, mir böse Blicke zuzuwerfen. Dann trat er vor mir ein und machte eine ausladende Geste in der Bibliothek. Wie du sehen kannst, haben wir auch diesen Raum in ein Business Center verwandelt. Ich sah mich in dem großen Raum um und nahm alles in mich auf. Die Bibliothek war ein Gemeinschaftsraum mit drei langen Sofas und einem Zweisitzer, die um einen großen Kamin angeordnet standen. Über dem Kamin hing ein großer Flachbildfernseher, der war neu, und ein paar kleine Tische mit je einem Computer standen an der Wand am Ende des Raumes. Neben der Tür stand ein ausziehbarer Tisch mit einem Stapel Puzzles und Brettspielen darauf. An der gegenüberliegenden Wand befanden sich riesige raumhohe Bücherregale mit Unmengen von Büchern, alten wie auch neuen. Die kunstvollen Schnitzereien im Holz waren von erlesener Qualität. Die Bücherregale sind atemberaubend schön, ich betrachtete sie und ließ die einzigartig detaillierte Schönheit auf mich wirken. Die sind offensichtlich maßgefertigt. Wen hat Großmutter damit beauftragt? Ich habe sie gemacht, sagte er beiläufig und tat bescheiden die Zeit und Mühe ab, die er in die aufwendigen Schnitzereien investiert haben musste, gerade so, als wäre es keine große Sache gewesen. Seit wann interessierst du dich für Holzarbeiten? Ich drehte mich zu ihm um, doch er zuckte nur mit den Schultern. HMM Ich fragte mich, ob Großmutter sich geweigert hatte, Brian das Hotel zu vermachen, weil sie sein Talent für Holzarbeiten erkannt hatte. Vielleicht war sie der Meinung gewesen, dass er genau das tun sollte. Ich musste Großmutter zu dem großen Bildschirm überreden, sagte er und unterbrach meine Gedanken. Er zeigte mit seinem Bier auf den riesigen Flachbildschirm. Ich habe ihr gesagt, dass es Zeit war, den Schritt ins 21. Jahrhundert zu machen. Wir haben ein paar wirklich unterhaltsame Serien darauf angesehen. Apropos, gehst du immer noch mit diesem Typen aus, diesem Chase? Du hast die Show gesehen, ich legte eine Hand auf mein Herz, gerührt, dass er sogar den Namen des Junggesellen wusste, mit dem ich im Sacramento Special der Reality-TV-Show Romance Revealed ausgegangen war. Ich hatte bei einer Wohltätigkeitsauktion eine Hauptrolle im Special der Reality-TV-Serie erst eigert, doch ein anderes Paar hatte den großen Preis gewonnen. Ich musste zugeben, dass sie gut zur Sammenge passt haben. Besser als Chase und ich. Er schmunzelte. Wir haben jede Folge gesehen. Großmutter und ich haben dir die Daumen gedrückt, damit du den großen Geldpreis gewinnst, auch wenn wir uns sicher waren, dass dein Interesse an dem armen Trottel nur gespielt war. Mein Interesse an Chase war nicht gespielt, ich verdrehte die Augen und trank einen Schluck von meinem Bier, das langsam anfing, mir in den Kopf zu steigen. Chase war ein anständiger Kerl, und wir waren noch ein paar Mal miteinander ausgegangen, nachdem die Show vor ein paar Wochen zu Ende gegangen war. Aber es hatte zwischen uns nicht gefunkt. Nicht mal ein halber Funke. Er war nett, aber es hat nicht funktioniert. Das ist schade, sagte er und klang tatsächlich, als meinte er es auch so. Danke, ich schleppte mich die Prunktreppe hinauf und fragte mich, ob mein Bruder mir gegenüber etwas weicher wurde. Oder vielleicht fing ich nur an, mich vom Alkohol etwas benebelt zu fühlen. Gehst du gerade mit jemandem aus? Er schüttelte den Kopf. Nee. Aber Megan und ich treffen uns manchmal noch. Ich warf ihm einen Blick zu, und es lief mir kalt den Rücken hinunter. Meinte er meine Megan? Meine alte Freundin aus meiner Schulzeit? Wie, ähm, geht es ihr? Er grinste mich schief an. Ich weiß, was du denkst. Zwischen uns läuft nichts. Sie geht mit so, nehm Idioten aus dem Yachtclub aus. Du solltest dich mit ihr treffen, solange du hier bist, sonst darf ich mir später das Genüle anhören. Er lachte, ein sanfter, musikalischer Klang, der mir fast das Gefühl gab, wieder in alten Zeiten zu sein. Wir werden sehen, sagte ich und musterte ihn. Er war so wankemütig, dass ich mir nicht sicher war, wie ich mit ihm umgehen sollte. Es wäre schön, Megan wiederzusehen, doch abgesehen davon, dass ich das Hotel auf den Markt bringen musste, musste ich auch noch in meinem Büro den Überblick behalten, was bedeutete, dass ich ständig mit meinem Assistenten, der die Stellung für mich hielt, in Kontakt bleiben musste. Ich blickte zur Decke hinauf und blieb ruckartig stehen. Ist das ein Wasserschaden? Nichts Großes, sein Ton war locker, doch seine Miene spannte sich an, was mir verriet, dass es ihn mehr beunruhigte, als er zugeben wollte. Ich habe eine Plane über die Stelle gespannt, bis das Budget genug, Geld, hergibt, um das Dach zu reparieren. Wir müssen das reparieren, ich presste eine Hand gegen meine Stirn und hoffte, dass es sich wirklich um ein geringfügiges Problem handelte. Mit Wasserschäden war nicht zu spaßen. Ich öffnete jede der Türen im oberen Stockwerk. Jedes der vier Zimmer hatte sein eigenes winziges Badezimmer und Blick auf den Strand. Bis jetzt müssen wir das Dach reparieren, die Böden neu lackieren, streichen und gründlich sauber machen. Wir werden diesen Monat recht beschäftigt sein. Er runzelte die Stirn, als er sich zur Treppe umdrehte. Klar, und dann bist du weg hier und verschwindest wieder in dein schickes Leben in der Stadt, er atmete hörbar aus. Genau wie nach deinem Abschluss. Ich wette, dass du so schnell verschwinden wirst, als hätten hier alle die Pest. Das machen Leute so nach ihrem Abschluss, Brian. Sie werden erwachsen, gehen und finden ihren eigenen Weg. Unten an der Treppe angekommen, eilte ich den Flur entlang zum Empfangstresen, wo ich meine Tasche gelassen hatte. Das nennt man unabhängig werden. Ja, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass irgendjemand für dich sorgt, schleuderte er mir genau jene Worte ins Gesicht, die er vor langer Zeit schon einmal gesagt hatte, gerade so, als ob sie giftig wären. Ich drehte mich um und starrte ihn an. Bist du nicht derjenige, der mir das beigebracht hat? Er antwortete nicht, doch seine Augen wurden dunkler, als er vor der Rezeption stehen blieb. Mann o Mann. Was war los mit Brian? Wir standen uns nicht super nahe, doch er war ein netter Typ und hatte sich noch nie so benommen wie gerade. Ich blickte zu ihm auf, doch er wandte sich von mir ab und leerte sein Bier mit einem langen Schluck. Meine Augen brannten während ich wartete, unsicher, ob ich mein Gepäck aus meinem Auto holen sollte oder abwarten, ob er mir noch etwas Verletzendes zu sagen hatte. Dann begriff ich, worauf ich schon früher hätte kommen sollen. Er trauerte um unsere Großmutter. Unsere Eltern waren nicht oft zu Besuch gekommen, nachdem sie weitergezogen waren, und seit ich nach Sacramento gezogen war, hatte ich nur einmal gehört, dass sie nach Blue Moon Bay gekommen waren. Jetzt, wo Großmutter tot war, war ich alles, was er noch hatte, und ich würde bald wieder gehen. Ich schluckte meinen Stolz herunter und machte einen kleinen Schritt auf ihn zu. Es tut mir leid, Brian. Er hob seinen Kopf und sah mich irritiert an. Was tut dir leid? Das mit Großmutter, sagte ich sanft. Ich beobachtete ihn, wie er sich von mir abwandte und seine Hände gegen den Tresen presste, dann senkte er das Kinn auf seine Brust. Ich hätte ihn so gerne in den Arm genommen, doch ich hatte Angst, er würde mich abschütteln. Ich blieb stehen, und dieses beklemmende Gefühl in meiner Brust zog sich zurück. Es tut mir wirklich leid. Eine Minute verstrich in völliger Stille. Mir auch, sagte er endlich. Dann hob er seinen Kopf und sah mich an. Und jetzt verkaufen wir mein Zuhause, sagte er, die Stimme rauf vor Emotionen. Er klang so verletzlich, dass es mir das Herz zerriss. Konnte er denn nicht sehen, wie sehr wir einander brauchten? Das Hotel zu verkaufen war Großmutters Plan, nicht meiner. Ich würde es dir geben, wenn ich könnte, doch das kann ich nicht, Tränen stiegen mir in die Augen, und ich trat auf ihn zu. Aber die Familie ist am wichtigsten. Du und ich. Wir haben jetzt nur noch uns. Ich. Ich brauche dich. Plötzlich blieb die Zeit stehen, und ich fühlte mich zurückversetzt in das grauenvolle Diener, wo ich bei meinem Bruder Trost gesucht hatte. Ich hielt den Atem an und sehnte mich danach, dass er seine Arme um mich legte, genauso, wie ich es mir gewünscht hatte, als ich klein gewesen war. Er richtete sich auf, und alle Emotionen verschwanden aus seinem Gesicht. Du brauchst mich nicht, Wendy. Sonst würdest du Beziehungen nicht allein nach deinen Bedingungen diktieren. Urlaube in Sacramento Geburtstagsfeiern in Napa oder San Francisco Was ist mit deinem Zuhause in Blue Moon Bay? Ich wette, Großmutter wollte das Hotel nur verkaufen, weil du nie vorbeigekommen bist. Das hat ihr gezeigt, dass dich das Hotel überhaupt nicht interessiert hat. Mein Magen rebellierte, und ich fühlte mich, als ob ich mich übergeben müsste. Ich, jetzt bin ich hier. Ja, um mir mein Zuhause unter meinem Hintern wegzuverkaufen, und in 30 Tagen bist du wieder verschwunden, in seinen grünen Augen blitzten die Gefühle auf, dann wurden sie leicht glasig. Vielen Dank, Schwester. Danke für nichts. Meine Sicht wurde unscharf. Brian Ich versuche nicht, ein Arschloch zu sein, aber ich bin fertig, und ich will nur noch, dass dieser Tag endlich endet. Er wischte sich mit den Händen über das Gesicht und ging dann auf den Eingang zu. Wir können uns wann anders weiter unterhalten. Jetzt brauche ich Zeit für mich allein. Ich hole deine Taschen aus dem Auto und bringe sie in dein altes Zimmer. Okay, meine Stimme versagte, während ich ihm nachstarrte, als er durch die große zweiflügelige Tür eilte. Ich schloss meine Augen und konnte fast meine Großmutter vor mir sehen. Sie hätte die Dinge zwischen mir und Brian in Ordnung gebracht. Doch als ich meine Augen öffnete, sah ich nur die beiden Türen schwingen, durch die Brian gerade das Gebäude verlassen hatte. In meinem Hals bildete sich ein dicker Kloss, und meine Augen brannten. Plötzlich schnappte ich nach Luft und kämpfte darum, den Schmerz in meiner Brust zu halten, der sich trotz aller Mühen weiter ausbreitete. Luft Ich brauche frische Luft. Ich rannte durch die Lounge und kickte vor den französischen Türen, die nach draußen führten, meine High Heels von meinen Füßen. Dann rannte ich über die Veranda und das weiche Gras, das sich bis zum Steilufer erstreckte. Es war jetzt dunkel. Das letzte bisschen Sonne war untergegangen, doch ich rannte weiter, versuchte, Brians wütenden Worten zu entfliehen. Hatte er gemeint, was er gesagt hatte? Dass ich Familie nur zu meinen Bedingungen wollte? Verstand er denn nicht, warum ich weggeblieben war? Nein, natürlich tat er das nicht. Ich hatte ihm nie alles erzählt, was mir hier in Blue Moon Bay passiert war. Die von Kieseln bedeckten Stufen waren auf beiden Seiten beleuchtet, doch ich rannte so schnell hinunter, dass ich stolperte und das Gleichgewicht verlor. Ich stolperte mit dem Gesicht voran auf den Boden zu und bekam das Geländer gerade noch zufassen, um nicht auf einen der Holzliegestühle am Fuß der Treppe zu stürzen. Das war knapp. Als ich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, rannte ich weiter auf das Wasser zu. Das Meer rief nach mir, forderte mich auf, mich hineinzustürzen. Ich fühlte mich bereits, als würde ich ertrinken. Warum es also nicht tun? Doch als meine nackten Füße auf das Wasser trafen, schoss die Eiseskälte in jede Pore meines Körpers. Uff! Verflixte kalter Pazifik! Brr! Ich sprang allerdings zu schnell zurück und fiel direkt auf meinen Hintern. Ich blickte dem Wasser nach, das von meinen Selbst nach so kurzer Zeit Taubenfüßen wegfloss, dann rollte jedoch die nächste Welle herein, spülte über meine Beine und ließ mich bis zur Hüfte nass zurück. Als das Eiswasser über meine Beine floss, nahm es mir den Atem. Da konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Meine Brust verkrampfte sich in einem letzten Versuch, alles unter Kontrolle zu behalten. Doch dann brach der erste Schluchzer heraus, dicht gefolgt von einem weiteren und noch einem. Tränen strömten über mein Gesicht, und mein Kinn fiel auf meine Brust. Jetzt, wo ich angefangen hatte, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich wollte meine Oma. Der Schmerz ihres Verlustes überwältigte mich, und ich weinte laut auf eine Weise, die an die Seelöwen erinnerte, die in diesem Küstenort lebten. Irgendwann wurde mein Weinen schließlich zu einem Wimmern. Mein Hals war rau geworden. Ich fühlte mich ausgelaugt, leer, als ob keine Substanz mehr in mir wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich zu einem Ball zusammengerollt, hätte ich nicht plötzlich so stark gezittert. Mit wackeligen Beinen stand ich auf und versuchte, mir den nassen Sand vom Po abzuklopfen, doch er klebte an meiner Hose. Langsam fiel die intensive Qual, die ich angesichts des Verlusts meiner Großmutter empfand, von mir ab, ganz so wie der Sand, den ich von meinem Po abgeklopft hatte. Großartig, ich sah aus, wie ich mich fühlte, wie ein Häuflein Elend. Zumindest heulte ich mir nicht mehr die Augen aus. Doch ich musste mich sauber machen, bevor Brian mich sah. Nein, bevor irgendwer mich sah. Seit dem Tag, an dem ich Brewmoon Bay verlassen hatte, hatte ich nie mehr so sehr die Fassung verloren gehabt. Uff! Ich fühlte mich, als ob ein D-Zug mich überfahren hätte. Als ich auf die Stufen am Fuße der Klippe zuging, blieb mein Blick an den Liegestühlen hängen. Mein Herz setzte aus. Ein Mann saß in einem der Holzstühle. Jegliche Hoffnung, dass er mich nicht gesehen hatte, war dahin, als er aufstand. Das gelbe Licht der Natriumdampflampen entlang der Grundstücksgrenze des Hotels ließ mich nur die Umrisse des Körpers des Mannes erkennen, der wie eine lebende, atmende griechische Statue aussah. Er war groß, etwa einen Meter neunzig, wenn ich hätte schätzen sollen. Er hatte eine breite Brust, muskulöse Arme, und sein dunkles Haar glänzte im Mondlicht. Er sah nicht gefährlich aus, wahrscheinlich ein Gast, der in dem Hotel wohnte, da er auf einem unserer Stühle saß. Er sah heiß aus, gefährlich heiß, und er steuerte auf mich zu. Ich überlegte, ob ich mich in die Wellen stürzen sollte, um mich zu verstecken. Doch es war zu spät. Ich hob mein Kinn und versuchte, die letzten Reste meiner Würde zusammenzukratzen. Neun Jahre lang hatte ich die Haltung bewahrt und mich zusammengerissen, und das eine Mal, an dem ich mich hatte gehen lassen wie eine rasende Irre, musste ausgerechnet der heißeste Mann der Welt hier auftauchen. Ja, das setzte meinem Tag die Krone auf. Kapitel 2 Vor mir stand der heißeste Mann, den ich jemals gesehen hatte, und ich musste wie ein absolutes Wrack ausgesehen haben, mit sandigem Hintern, einer nassen Hose, die an meinen Beinen klebte, und Streifen schwarzer Wimperntusche, die wahrscheinlich auf meinen Wangen verschmiert waren. Nicht gerade sonderlich attraktiv. Er hingegen sah aus wie ein Model, das dem Titelbild einer Modezeitschrift entsprungen war. Seine blauen Augen, die von dunklen Wimpern umrahmt waren, waren, ja, himmlisch. Der Wind wehte seine schokoladenbraunen Haare aus seinem Gesicht und gab den Blick frei auf seine hohen Wangenknochen und seine vollen Lippen. Er hatte seine Ärmel hochgerollt, und sein Hemd war weit genug aufgeknöpft, dass ich seine breite Brust und die Andeutung eines sehr flachen Bauches erspähen konnte. Seine Jacke hatte er derart lässig über seine Schulter geworfen, dass mein Magen Purzelbäume schlug, eine recht unangebrachte Reaktion, wenn man bedachte, dass ich eben noch Rotz und Wasser geheult hatte. Klar, dass ich mich ausgerechnet in dem Moment, als der heißeste Typ der Welt hier auftauchte, hatte aufführen müssen, als hätte ich den Verstand verloren. Auch wenn die Chance gering war, dass er meinen Zusammenbruch nicht mit angesehen hatte, musste ich die Kuhle spielen. Er kam einen Schritt auf mich zu. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass sie bestürzt sind. Gibt es irgendetwas, das ich für sie tun kann? So viel zur Theorie, dass er nichts gehört oder gesehen hatte. Seufz. Mir geht's gut. Wirklich, ich zuckte mit den Schultern und gestikulierte in Richtung des Meeres. Meine hysterische Zwillingsschwester ist nur etwas ausgerastet, aber ich habe ihr gesagt, sie soll schwimmen gehen. Anders, als ich gehofft hatte, lachte er nicht. Stattdessen ruhte sein besorgter Blick weiter auf mir. Sind Sie sicher? Wuss-Wuff. Wuss-Wuff. Von irgendwoher kam plötzlich lautes Gebell. Mein Blick schoss an der Schulter des hinreißenden Mannes vorbei, und ich sah einen riesigen Golden Retriever, der mit Vollgas auf mich zugerannt kam. Adrenalin schoss durch meinen Körper, und meine Augen traten ein Stück aus den Höhlen, Sekundenbruchteile bevor die massiven Pfoten des Hundes mit meiner Brust kollidierten und mich auf den nassen Sand warfen. Während ich benommen auf dem Rücken lag, schlägte eine nasse Zunge wieder und wieder über meine Wange. Als ob es nicht schon schlimm genug war, von einem riesigen Hund zu Boden gerissen zu werden, kam auch noch die Flut und eine Welle spülte direkt über mich hinweg. Ich keuchte, schnappte nach Luft und schlug wild um mich, als das schwere, pelzige Etwas auf mir stand und eiskaltes Wasser über meinen Körper strömte. Plötzlich ließ der Hund von mir ab und starke Arme hoben mich aus dem Wasser. Ich war gerettet. Ich hätte mich zu gerne in diese warmen, muskulösen Armen geschmiegt, hätte ich nicht heftig husten und spucken müssen. Mein muskulöser Retter brachte mich sicher ein Stück weiter den Strand hinauf und weg von dem verrückten Hund und setzte mich auf eine der Holzliegen. Es tut mir so leid, Mr. Traumaugen legte seine Jacke um mich und rieb meine Arme. Seine Hände waren genauso stark, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein Schauer lief mir über den Rücken, und der kam nicht von der kalten Wassertemperatur. Sind Sie okay? fragte er. Ich sah wahrscheinlich aus wie ein begossener Pudel, doch ich schaffte es, schwach zu lächeln. Ja, mir geht's gut, sagte ich mit klappernden Zähnen. Das war Lucky. Normalerweise mag sie keine Fremden. Ich hatte keine Ahnung, dass sie sie anspringen würde. Ich hoffe, sie vergeben ihr und mir. Als ich begriff, wie komisch das Ganze ausgesehen haben musste, musste ich kichern. Gerade, als ich meine Haare von meinen Wangen strich und er seine Jacke enger um mich wickelte. Ich vergebe ihnen beiden, wenn sie mir versprechen, darüber hinwegzusehen, dass ich aussehe wie eine nasse Ratte. Sein Blick wanderte über mein Gesicht, als wollte er es sich genau einprägen, dann lächelte er und entblößte dabei seine perfekt geraden weißen Zähne. Sie sehen wunderschön aus, als ob die Bucht sie geküsst hat. Oh, wow! Attraktiv, ein Held und ein Charmeur? Dieser Typ könnte der Lichtblick meines sonst so grauenvollen Tages sein. Er hatte von der Bucht geküsst, gesagt, was mich an die einheimische Legende erinnerte, an die ich als Kind geglaubt hatte. Ich lächelte heimlich bei dem Gedanken und blickte zu ihm auf. Hunde springen nun mal. Das liegt in ihren Genen. Meine Großmutter hatte früher einen irischen Wolfshund. Sie hat von allen Gästen verlangt, dass sie ein Formular unterschrieben, in dem stand, dass sie vor der Anreise gewusst hatten, dass der Hund auf dem Gelände war. Sie bestand darauf, dass keine Hundehasser im Hotel willkommen waren. Warum hatte ich ihm diese blöde Geschichte erzählt? Sie war wahr, doch normalerweise redete ich mit niemandem über Großmutter oder andere persönliche Dinge. Vielleicht hatte ich mir den Kopf auf einem besonders harten Fleck Sand oder einem Stein angeschlagen. Er nickte gerade so, als ob ihm die verrückte Bedingung meiner Großmutter gefiel. Ein irischer Wolfshund? Das sind großartige Hunde, wenn man sie dazu bringen kann, einen zu mögen. Sie sind extrem loyal, anders als die meisten Menschen. Ich schätze, das ist der Grund, warum ich Lucky so sehr liebe. Sie ist über allemaßen loyal. Ich stimme vollkommen zu, dass Menschen nicht loyal sind. Selbst wenn sie behaupten, sie wären es, sind sie es nicht, sprudelte es aus mir heraus. Mein Gesicht wurde heiß. Warum hatte ich das zu ihm gesagt? Er neigte seinen Kopf, als dachte er nach. Dann fragte er, sind Sie hier im Urlaub? Ich schüttelte den Kopf. Nein, und Sie? Wuss Wuff Wuss Wuff Er wandte seinen Blick dorthin, wo Lucky mit einem Affenzahn den Strand hinunterrannte. Er lachte, als sie im Wasser herumtäute. Vielleicht sollte ich ihr nachgehen, damit sie niemand anderen begrüßt, der vielleicht noch so spät in der Nacht hier draußen ist. Haben Sie Lust, spazieren zu gehen? Eine Welle der Aufregung durchströmte mich angesichts der Einladung, die mich überraschte. Es war ja nicht typisch für mich, alleine mit einem Fremden am Strand spazieren zu gehen. Doch ich konnte nicht widerstehen, etwas mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Schließlich hatte er mich vor den Küssen eines gewissen Hundes gerettet. Ja, das klingt großartig, ich zog die Jacke fester um mich, als mir eine Böe ins Gesicht wehte. Ich war barfuß, und der Sand unter meinen Füßen war weich und doch fest. Kleine Stücke von Meeresalgen blieben an meinen Knöcheln kleben, als wir am Strand entlang gingen und seinem wild herumtollenden Hund folgten. Ich muss furchtbar ausgesehen haben, doch ich genoss jede Minute. Haben Sie gesagt, Sie sind hier im Urlaub? Nein, ich bin nur für eine Nacht hier. Geschäftlich, er sah mich von der Seite an, während er neben mir herlief, und streckte mir seine Hand entgegen. Ich bin übrigens Max. Mein Retter, als ich seine Hand ergriff, prickelte mein ganzer Arm. Wow. Das war mehr als nur ein Fünkchen. Ich bin Wendy. Schön, dich kennenzulernen, Wendy, er lächelte, und in seinen Augenwinkeln wurden kleine Lachfältchen sichtbar, die ihn noch umwerfender aussehen ließen. Ja, Max könnte auf jeden Fall ein Covermodel sein. Wenn du nicht im Urlaub bist, dann lebst du sicher hier, fragte er. Normalerweise gebe ich nur vage Antworten auf persönliche Fragen, doch als ich in seine Augen aufblickte, wollte die Wahrheit ausgesprochen werden. Meine Gesichtsmuskeln spannten sich an. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich lebe nicht mehr hier. Er deutete auf den Vollmond, der über dem Meer hing, groß und strahlend zwischen den dicken Wolken. Ein charmanter Ort mit wundervoller Aussicht. Ich wette, es muss unglaublich gewesen sein, hier aufzuwachsen. Ich seufzte leise, während ich den Kopf schüttelte, und eine feuchte Haarsträhne fiel mir ins Gesicht. Ich schätze, für manche Leute schon. Aber für dich nicht, er strich meine feuchten Haare zur Seite und hinterließ eine Spur von Gänsehaut an den Stellen, an denen seine Haut meine berührt hatte. Ich schloss meine Augen und genoss das Prickeln. Lass es mich einfach so ausdrücken, der Charme des Ortes war nicht genug. Ich verstehe. Die Tatsache, dass er mich nicht gedrängt hatte, weckte in mir den Wunsch, ihm mehr zu erzählen. Oder vielleicht war es die einfühlsame Tiefe in diesen blauen Augen. Wie dem auch war, anstatt das Thema zu wechseln, was ich üblicherweise getan hätte, zögerte ich. Ich hatte eine hohe Mauer um mein Herz gebaut, um mich zu schützen. Doch Max kannte mich nicht, und wir würden einander wahrscheinlich nie wieder sehen. Was wäre also so schlimm daran, mich ihm zu öffnen? Ich war beschwipst und ein klein wenig verletzlich, und bevor ich mich selbst davon abhalten konnte, brach alles aus mir heraus. Wir sind hierher gezogen, als ich ein Kind war. Meine Eltern sind allerdings ein bisschen ungewöhnlich, ich wedelte mit meiner Hand, und die Jacke rutschte von meiner Schulter, doch ich bemerkte es kaum. Es tat so gut, sich jemandem anzuvertrauen, der an dem interessiert zu sein schien, was ich zu sagen hatte. Anders als Brian. Es war so, als konnten sie nicht sesshaft werden. Das sind sie immer noch nicht. Das letzte, was ich von ihnen gehört habe, war, dass sie entweder in Malaysia sind oder Kaffee auf Hawaii anbauen, aber ich habe den Überblick verloren. Er legte mir seine Jacke wieder um, und diesmal verweilte sein Arm auf meiner Schulter. Sie haben mich einfach hier gelassen, als ich ein Kind war, ich blickte zu ihm auf und bemerkte, wie er mich ansah und meinen Blick nicht losließ. Uns beide, meinen Bruder Brian und mich. Er ist der Ältere. Unserer Großmutter hat dieses Hotel gehört, und sie haben uns bei ihr gelassen. Also habe ich in dem Hotel gelebt, bis ich die Schule abgeschlossen hatte. Dann bin ich weggezogen. Mein Bruder versteht nicht, warum ich hier weg wollte. Genau genommen ist er deswegen immer noch ziemlich wütend auf mich. Er zog die Augenbrauen hoch. Wütend auf dich? Ich bin nach meinem Abschluss gegangen und nicht zurückgekommen, weil, nun ja, hier bin ich bloß Wendy, das Mädchen, das von seinen eigenen Eltern verlassen wurde, dessen Freund zur Uni gegangen ist und es zuerst betrogen und dann verlassen hat. In Sacramento bin ich eine erfolgreiche Immobilienmaklerin. Mein Maklerfoto ist auf Reklameplakaten in der ganzen Stadt verteilt. Dort bin ich jemand. Hier bin ich nur mitleiderregend. Ich kann nicht glauben, dass ich dir das alles erzähle. Das erzähle ich sonst nie jemandem. Ich muss ein paar Bier zu viel gehabt oder einen halluzinogenen Seestern geschnupft haben, als ich unter Wasser war. Tut mir leid, dass ich das alles bei dir ablade. Er presste seine Faust an seine Brust. Halluzinogene Seesterne? Die gibt es hier? Dann hole ich besser Lucky aus dem Wasser. Ich musste lachen. Okay, das mit den Seesternen war etwas weit hergeholt. Doch genug über mich. Reden wir stattdessen über dich. Du hast gesagt, du bist geschäftlich hier? Ah, ja. Ich sollte, nun ja, ich habe von einem möglichen Projekt gehört. Ich bin hier, um es mir anzusehen. Danach geht's nach Japan. Ich war schon immer sehr auf meine Karriere konzentriert. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich mir das letzte Mal Urlaub genommen habe. Vielleicht hat mich Blue Moon Bay deshalb so verzaubert. Seine Hüfte stieß gegen meine, eine kleine beiläufige Berührung, die mein Herz rasen ließ. Ich lächelte. Ah, auch ein Workaholic. Was machst du genau? Ich habe meine eigene Firma mit meinem Vater zusammen. Den größten Teil der Arbeit erledige ich vom Computer aus, das passt zu mir. Ich reise auch viel, was seine Vorteile hat. Ich fürchte, ich bin ein ziemlicher Einzelgänger, sein Blick traf meinen, und wir blieben für einen kurzen Moment stehen. Das Wasser umspülte meine nackten Füße und Knöchel. Du hast wirklich hübsche Augen, Wendy. Du auch, mir stockte der Atem angesichts der Art, wie er mich anschaute. Würde er mich küssen? Falls ja, ich würde sicher nicht protestieren. Während wir einander in die Augen starrten, kam Lucky angestürmt und spritzte ein paar Ladungen Sand in unsere Richtung. Dann rannte sie zurück in die Richtung, aus der wir gerade gekommen waren. Ich blickte hinunter auf meine sandige Hose, und Max grinste. Ist das eine Leinenhose? Ja. Du musst mir die Rechnung aus der Reinigung schicken. Und es scheint, als hättest du einen Ohrring verloren, er strich meine Haare hinter mein Ohr. Ein köstlicher Schauer schoss durch meinen Körper. Sein Atem war warm auf meiner Wange, und er lehnte sich etwas weiter vor. Ja, der ist definitiv weg. Diese Ohrringe hatten über 1000 Dollar gekostet. Ich hatte sie mir von der Kommission aus einem richtig guten Verkauf geleistet. Ich hätte mich darüber ärgern sollen, dass einer fehlte, doch ich war zu sehr davon abgelenkt, dass Max' Brust mich fast berührte und seine Hand immer noch leicht auf meiner Schulter lag. Vielleicht würde er mich jetzt küssen? Oh, das mit dem Ohrring ist schade, wisperte ich und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Peridot ist mein Geburtsstein. Ich fürchte, dass er raus ins Meer gespült worden ist. Ich lehnte mich etwas vor. Wenn er mich nicht bald küssen würde, müsste ich vielleicht ihn küssen. Das tut mir leid, er strich mit seinen Fingerknöcheln über die sensible Haut hinter meinem Ohr. Du hast deinen Ohrring sicher verloren, als Lucky dich begrüßt hat. Wer weiß? Vielleicht habe ich ihn schon vorher verloren, du weißt schon, als mein hysterischer Zwilling aufgetaucht ist, ich lachte leise auf. Heute Abend Zeit mit Max zu verbringen, hieß alles in einem etwas helleren Licht erscheinen, was mir selbst viel zu kitschig vorkam. Doch es war auch wahr. Seine Hand streifte meine ein weiteres Mal und jagte eine Hitzewelle durch mich hindurch, dann zog er sie weg. Ich sollte Lucky besser nachgehen, damit sie keinen Ärger bekommt. Mein Herz sank vor Enttäuschung, was einfach verrückt war. Ich kannte diesen Typen nicht, und ich würde sicher niemals einen Fremden an einem Strand küssen. Was stimmte da nicht bei mir? Und warum hatte ich meinen Mund nicht einfach auf seinen gedrückt, als ich die Gelegenheit dazu hatte? Ich schluckte und versuchte, gegen die Anziehung anzukämpfen, die ich von ihm spürte, bevor die Sache außer Kontrolle geriet. Wir gingen weiter. Was hast du eigentlich vorhin auf den Holz liegen gemacht, so ganz alleine? Sein Mundwinkel hob sich. Ich habe an die Legende vom Kuss in der Bucht gedacht. Ich habe auf einem Schild auf der anderen Seite der Treppen darüber gelesen. Als Kind hatte ich diese Geschichte geliebt. Ich hatte das Schild über tausendmal gelesen und kannte die Geschichte auswendig. Mir gefiel, dass er über die Geschichte nachgedacht hatte, was ich seit sehr langer Zeit nicht mehr bei einem Typen gesehen hatte. Es ist eine alte Legende, ich blickte ins Mondlicht, das über der Bucht schimmerte. Alle Einheimischen hier kennen sie. Ist sie wahr? fragte er mit rauer Stimme. Seine Frage stimmte mich nachdenklich. Ich blickte hinauf zum Vollmond und erinnerte mich daran, als ich zwölf war und diesen Jungen bemerkt hatte, der mit seinen Eltern zusammen in dem Hotel zu Gast war. Er war süß, abenteuerlustig und wild. Er ist sogar über die Balkonbrüstung im zweiten Stock geklettert und in den Pool gesprungen. Oh, wie ich in diesen Jungen verknallt gewesen war. Damals bin ich oft mit dem Gedanken eingeschlafen, ihn unter dem Vollmond zu küssen, damit wir uns immer lieben würden. Doch natürlich habe ich ihn nie geküsst. Er wusste wahrscheinlich nicht einmal, dass ich existierte. Diese Fantasien stammten jedoch aus einer Zeit, bevor ich herausgefunden hatte, was wirklich passierte, wenn man jemandem sein Herz schenkte. Wendy! Sorry, ich schüttelte meine Gedanken ab und zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht, woher die Legende kommt oder ob die Geschichte wahr ist. Aber eines weiß ich, das Hotel ist seit Generationen im Besitz meiner Familie und die Regel war immer, sich von den Sommerurlaubern fernzuhalten. Weißt du, dass ich dich ein wenig beneide? Meine Familie hat keine Geschichten wie diese. Ich neigte meinen Kopf. Tragische Geschichten führen zu Leid. Ich wäre lieber weniger vertraut damit. Sein Gesicht wurde ernst, und er nickte. Du hast gesagt, dass deiner Großmutter das Hotel gehört? Es hat ihr gehört, meine Brust schnürte sich zu. Sie ist kürzlich verstorben und hat es meinem Bruder und mir vererbt. Genau genommen hat sie mir die Verantwortung übertragen. Mein Bruder ist nicht glücklich darüber, dass wir das Hotel verkaufen. Max drehte sich um und betrachtete das Hotel. Es ist ein schönes Anwesen. Ja, aber mein Leben findet in Sacramento statt, der Ton meiner Stimme war scharf und überaus defensiv. Sobald ich die Worte ausgesprochen hatte, wollte ich sie zurücknehmen. Ich seufzte. Mein Bruder und ich haben uns vorhin über den Verkauf des Hotels gestritten und das hat mich traurig gemacht. Deswegen ist mein hysterischer Zwilling aufgetaucht. Wegen Brian und meiner Großmutter und weil ich wieder hier bin. Wieder hier zu sein beschwört alle diese weniger guten Erinnerungen herauf. Großartig. Jetzt dachte Max wahrscheinlich, dass ich mehr als seltsam war. Ich konnte nicht glauben, dass ich ihm so viel erzählt hatte. Er hätte ein Serienkiller oder sonst was sein können, doch hier stand ich und schüttete ihm mein Herz aus, als ob ich ihn schon ewig kannte. Ich fühle mich gerade richtig dämlich, ich presste meine Lippen zusammen und biss mir auf die Zunge. Warum? Er berührte meinen Arm, als wir an der Treppe vorbeigingen, die ich vor einer Stunde hinunter gerannt war. Ich hob meine Schulter. Dafür, dass ich einem vollkommen Fremden meine Lebensgeschichte erzähle. Sei nicht so hart zu dir, Wendy. Du hast deine Großmutter verloren und du bist zum ersten Mal seit sehr langer Zeit nach Hause zurückgekommen. Ich gehe jede Wette ein, dass du verwirrt, müde und vielleicht sogar ein wenig überfordert bist. Das passiert. Sei etwas nachsichtiger mit dir selbst. Konnten Serienmörder hinreißend und nett sein? Ich denke nicht. Die meisten, von denen ich gehört hatte, waren es nicht. Süß von dir, mir zuzuhören. Wir gingen schweigend weiter. Lucky heulte den Vollmond an und brachte uns beide zum Lachen. Sie ist eine wunderschöne Hündin, sagte ich und bewunderte ihr rot-goldenes Fell. Eine ganz Süße noch dazu, er sah sie liebevoll an. Sie wurde hinter einem Restaurant ausgesetzt, einfach wie Müll weggeworfen. Sie war vollkommen abgemagert, fast am Verhungern, und ich konnte sie nicht einfach dort lassen. Unlucky. Auch wenn ich niemals hatte hungern müssen, wusste ich, wie es sich anfühlte, zurückgelassen zu werden. Überhaupt nicht gut. Um alles noch komplizierter zu machen, fing ich an, Max als einen wandelnden Retter zu sehen, den Typ Mann, der verwaiste Hunde rettete und ich schob den Gedanken weit von mir weg. Vielleicht war er ja trotz allem doch ein Psycho. Viele Durchgeknallte hatten Hunde. Oder? Dazu kam, dass er gerne reiste, was mich an meine Eltern erinnerte. Was ist das da? Ferienhäuser, Max deutete auf die Lichter, die hinter den Fenstern der Villen leuchteten, die auf den Klippen standen. Hauptsächlich Ferienhäuser. Einige der Eigentümer vermieten sie online. Andere leben das ganze Jahr über dort, örtliche Berühmtheiten, habe ich gehört. Seine Hüfte stieß wieder gegen meine. Ich erschauerte, und Schmetterlinge flatterten in meinem Bauch herum. Ich konnte die Reaktion meines Körpers jedoch verstehen. Max war der Typ Mann, der eine praktisch denkende Frau wie mich dazu brachte, über romantische Segeltouren entlang sandiger Küsten, ausgiebiges Schwimmen im kalten Wasser und Küsse am Strand im Mondlicht nachzudenken. Der kalte Sand ran durch meine Zehen, und es schien passend, dass ich das kleine Denkmal an der Klippe entdeckte, das den Ort der Legende markierte, die schon seit Jahrzehnten die Spaziergänger am Strand von Blue Moon Bay mit ihrer Geschichte ewiger Liebe unterhielt. Der rationale Teil meines Gehirns wusste, dass es ein Volksmärchen war, das einer meiner Vorfahren geschrieben hatte, doch jeder liebte die Geschichte, und sie hatte mich als Kind verzaubert, besonders, wenn ich an den Jungen denken musste, der im Sommer vom Balkon gesprungen war. Max und ich gingen am Strand entlang und hielten an den verwitterten Säulen des Denkmals an. Lucky legte sich davor in den Sand und winselte ahnungsvoll, was mir einen Schauer die Arme hinauf jagte. Küsse in der Bucht Max' Stimme war tief, rau und romantisch, als er die erste Zeile der bronzenen Lettern auf dem Schild lass. Die übrigen Worte im Metall waren bereits ein wenig verblasst. Sie waren trotzdem noch lesbar, auch wenn ich sie nicht brauchte, da ich sie auswendig wusste. Mit seiner wohltönten Stimme fuhr er fort. Ein Kuss, genau hier, unter dem blauen Mond, besiegelt eine Liebe, die ewig wehrt. Erfahren Sie die Geschichte zweier junger Leute, einer Tochter von Einheimischen und einem Sohn von Sommergästen, die sich an diesem Strand unsterblich ineinander verliebten. Als ihre Eltern die Beziehung entdeckten, verboten sie ihnen, einander zu sehen. Seine Eltern hielten das Arbeitermädchen für unter der Würde ihres Sohnes, und ihre Eltern befürchteten, dass der Skandal ihr Geschäft ruinieren könnte. Doch in der Nacht, bevor die Familie nach Hause zurückkehren sollte, ließ der Sohn seiner Liebsten eine Nachricht zukommen, und sie trafen sich hier unter den Sternen. Er flehte sie an, ein Jahr zu warten, bis er 18 Jahre alt und zum Mann wurde, bis dahin könnten sie sich heimlich schreiben, und er wollte einen Weg finden, damit sie zusammen sein konnten. Das junge Mädchen wusste jedoch, dass ihre Eltern das niemals zulassen würden. Sie hatte ihren Eltern immer gehorcht und war nicht stark genug, sich deren Wünschen zu widersetzen, nicht einmal für die perfekte Liebe, die sie mit ihm teilte. Mit gebrochenen Herzen verabschiedeten sich die beiden genau an diesem Ort voneinander. Der blaue Mond hing groß und rund am Nachthimmel und schien über ihren letzten Kuss, als sie einander versprachen, sich immer zu lieben. Dann gelobten sie, dass sich alle, die sich genau an diesem Ort in der Bucht unter dem blauen Mond küßten, für immer lieben und niemals trennen würden, wie sie es tragischerweise tun mussten. Mein Blick klebte an dem Schild, als eine kalte Brise meine Schultern streifte. Wie würde es sich anfühlen, jemanden so zu lieben, wie diese beiden einander geliebt hatten? Ich drehte mich zu Max um, der sich im selben Moment mir zuwandte. Es war dunkel und seine attraktiven Züge lagen im Schatten des Mondlichtes. Das Wasser spülte ans Ufer hinter uns in einem beruhigenden, rhythmischen Rauschen. Seine blauen Augen blickten zu mir hinab. Glaubst du an Legenden? Ich hob den Blick. Früher ja. Sein Blick wanderte gen Himmel. Heute ist Vollmond. Weißt du, ob es ein blauer Mond ist? Das ist der zweite Vollmond diesen Monat. Das bedeutet, dass es tatsächlich ein blauer Mond ist, mein Hals wurde trocken. Ich wollte, dass er mich küsste, doch das war verrückt. Ich kannte ihn kaum. Aber ich glaube nicht mehr an die Legende. Er streichelte meine Wange. Bist du bereit, es trotzdem zu riskieren? Einen Kuss, genau hier, unter dem blauen Mond? Jeder Zentimeter meines Körpers wusste, dass ich zurück ins Hotel rennen sollte und mich in Sicherheit bringen. Nicht, weil ich mich fürchtete, dass er mir etwas antun könnte, sondern vor der Gefahr, mein Herz zu öffnen. Doch anstatt zu rennen, ertappte ich mich dabei, wie ich ihm ein Ja zuflüsterte. Ich stellte mich auf meine Zehenspitzen, als er sich mir näherte, und dann legten sich seine Lippen auf meine. Einen Moment lang stieg Panik in mir auf, doch dann unterdrückte ich sie. Mein Herz war nicht in Gefahr, weil es unmöglich war, dass wir uns ineinander verliebten. Max würde morgen früh Brew Moon Bay verlassen, meine Gefühle waren also vollkommen sicher. Da das geklärt war, konnte ich mich in seinem Kuss verlieren. Seine Lippen waren warm und weich und bestimmt. Ich schmiegte mich an ihn und inhalierte die letzten Spuren seines frischen, offensichtlich teuren, Parfums, an seinem Hals. Sein Shirt war trocken, während meines noch feucht war, und unsere Körper pressten sich aneinander, als er seinen Kopf neigte und mich noch inniger küßte. Ein leises, gehauchtes Geräusch entwich meinem Mund, als seine Zunge über meine Unterlippe strich. Ich sollte das nicht tun. Trotz meiner geistigen Vorbehalte öffnete ich meinen Mund, um ihn zu kosten. Oh, köstlich! So köstlich! All der Schmerz und die Herzschmerzen dieses Tages fielen von mir ab, als ich mich auf Max' zärtlichen Kuss konzentrierte, der meine Beine butterweich und zittrig werden ließ. Seine Finger strichen sanft an meinem Hals hinunter und ließen mich erschauern. Unsere Zungen trafen sich, trennten sich und trafen sich erneut. Ich konnte nicht fassen, dass ich einen Wildfremden am Strand küßte, doch eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, ich sollte aufhören, mir darüber Sorgen zu machen. Ich gehorchte ihr nur zu gerne. Der Ansturm der Wärme, die durch meinen Körper floss, fühlte sich viel zu gut an, als dass ich mir über irgendetwas anderes Gedanken machen konnte. Die Tatsache, dass ich Max vielleicht nie wieder sehen würde, ließ mein Verlangen wachsen, und wir küßten uns noch hungriger, während seine Zunge meine erkundete. So standen wir lange Zeit da, küßten uns und endeten schließlich in einer innigen Umarmung, die mich endgültig aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte. Ich wollte diesen Mann mit jeder Faser meines Seins, dabei wusste ich kaum etwas über ihn. Plötzlich wollte ich, dass die Legende wahr war, dass unser Kuss hier an diesem Ort, unter dem blauen Mond, ihn zudem meinen machen würde, selbst, wenn es nur für diese Nacht war. Kapitel 3 Als ich aufwachte, drang das Rauschen der Wellen durch mein Fenster, und meine Gedanken wanderten zu Max. Sein wahnsinnig gutes Aussehen machte mich immer noch nervös, und ich schaffte es nicht, sein warmes Lächeln oder das Bild seiner huskyblauen Augen aus meinem Kopf zu bekommen. Er war eine reizende Abwechslung gewesen mit seinen süßen Küssen, seiner fürsorglichen Art, ja sogar seinem verrückten Hund. Doch es gab andere Dinge, auf die ich mich jetzt konzentrieren musste. Ich hatte ein florierendes Immobiliengeschäft, das ich am Laufen halten musste, und ein Hotel, das ich aufpolieren und verkaufen sollte, während mein Bruder der Meinung war, dass allein ich daran schuld war, dass wir den Nachlass unserer Vorfahren verloren. Da Max heute wegfuhr und ich kein Interesse an einer Fernbeziehung hatte, musste ich mir die letzte Nacht aus dem Kopf schlagen und der Realität ins Auge blicken. Zuerst brauchte ich ein paar Farbproben, damit mein Bruder und ich entscheiden konnten, in welcher Farbe wir die Räume des Hotels streichen würden. Vielleicht könnten Salbei oder Taubenblau dem ganzen etwas Flair verleihen. Um den Farbladen überstehen zu können, brauchte ich aber Energie, sprich Kaffee und ein Stück Plundergebäck. Ryan war nicht an der Rezeption, doch ich hoffte, dass er nach einer Nacht mit einer guten Portion Schlaf begriffen hatte, dass ich nicht die Böse war. Vielleicht konnte ich ihm später als Friedensangebot einen Kaffee mitbringen. Ich ging durch den Haupteingang des Hotels nach draußen und drehte mich um, um die Fassade zu betrachten. Ich versuchte wirklich, es mit dem Blick eines Maklers zu sehen, doch stattdessen sah ich es mit den Augen des Mädchens, dass ich einmal gewesen war. Bei dem Gedanken daran, dass es jemand anderem gehören würde, spürte ich einen unerwarteten Stich in meinen Eingeweiden. Ich ließ meinen Mercedes-Geländewagen an, stellte einen Hard-Rock-Sender im Radio ein und fuhr in Richtung Hauptstraße. Als ich das Ortszentrum erreicht hatte, sah ich das vertraute Schild des Bayside Café und bob auf die gepflasterte Straße ab. Die Läden, die pastellfarbenem Zuckergebäck glichen, lagen alle ordentlich in einer Reihe, und nur einen Block weiter fand ich einen Parkplatz am Straßenrand. Als ich aus dem Auto stieg, bemerkte ich, dass mein Lieblingstakoladen verschwunden war, er war einem Surfsharp gewichen. Doch die Bäckerei gab es noch mit ihren Schaufenstern, in denen verführerische Leckereien auslagen. Im Fenster des kleinen Kleiderladens waren Hüte dekoriert. Früher hatten mein Bruder und ich meiner Großmutter zu jedem Geburtstag einen neuen Hut gekauft. Sie hatte gerne große Hüte getragen, damit ihr die Sonne nicht ins Gesicht schien. Blue Moon Burger lag direkt daneben. Als ich ein Teenager gewesen war, haben meine besten Freunde und ich jeden Tag nach der Schule und an den Wochenenden in diesem Bürgerladen rumgehangen. Einmal musste Olivia sich direkt in die Hortensien an der Vordertür übergeben, nachdem sie zwei Grillkäsesandwichs und eine große Portion Pommes mit viel zu vielen Schokoladenmilchsackes hinuntergespült hatte. Ich hatte genau in diesem Restaurant gesessen und mit Ketchup eingeweichte Pommes gegessen, als Megan mir erzählte, dass sie eine berühmte Künstlerin werden wollte, ein weiblicher Picasso. Es war auch das Restaurant, in dem Charlie geweint hatte, nachdem eine Highschool-Cheerleaderin ihr den Jungen, der ihr gefiel, vor der Nase weggeschnappt hatte. Ein nostalgisches Gefühl überkam mich. Es waren gute Zeiten gewesen und gute Freunde, doch es kam mir vor, als wäre es eine Ewigkeit hier. Ich war so beschäftigt mit meiner Karriere, dass ich kaum Zeit für Freunde hatte. Manchmal ging ich auf ein paar Drinks mit einem Kollegen oder Klienten aus oder zum Mittagessen mit meiner Assistentin. Doch seit meiner Schulzeit hatte ich keine engen Freundschaften mehr geschlossen, und meine alten Freundschaften waren schnell eingeschlafen, nachdem ich die Stadt verlassen und mein altes Leben hinter mir gelassen hatte. Ich war überrascht, im Bayside Café eine lange Schlange am Tresen zu sehen. Ich sah das als Zeichen dafür, dass der Kaffee gut sein musste. Zwei sehr effizient wirkende Frauen schmissen den Laden, indem sie Namen auf Becher schrieben und sich gegenseitig unverständliche Dinge zuriefen. Der Geruch von frisch gemahlenen Bohnen und aufgeschäumter Milch erfüllte die Luft, und ich genoss den Duft. Als ich schließlich an der Reihe war, bestellte ich zwei große Latte mit je einem Extra-Espresso und zwei Stücke Gebäck, dann schob ich mich zum Ende des Tresens durch, um dort auf meinen Kaffee zu warten. Während ich wartete, zog ich mein Handy heraus, um nachzusehen, ob mich irgendwelche Klienten angerufen hatten, während ich in meinem Auto zu einem alten Van Halen Song abgerockt hatte. Keine verpassten Anrufe, doch auch wenn es erst sieben Uhr am Morgen war, hatte ich schon vier Nachrichten von meiner Assistentin Janine. Wendy Watts? Bist das wirklich du? kreischte eine weibliche Stimme. Als ich meinen Namen hörte, blinzelte ich und drehte mich um. Vor mir stand eine zierliche Blondine mit federnden Locken. Sie trug ein enges, schwarzes Tanktop und weite Jeans, und ihre bernsteinfarbenen Augen blickten voller Freude zu mir auf. Meine Kinnlade klappte herunter. Megan Wallace? Sie sprang auf mich zu und umarmte mich fest. Du bist es. Ich kann's nicht glauben. Eine Welle von Emotionen überwältigte mich. Megan und ich hatten uns am ersten Tag unseres ersten Jahres an der Higgs-Schul kennengelernt, als der Lehrer uns unsere Plätze in alphabetischer Reihenfolge zugeteilt hatte. Ich war in der Grund- und Mittelschule sehr schüchtern gewesen, Probleme mit dem Verlassenwerden und so weiter, und hatte keine wirklichen Freunde gefunden. Daher war ich nervös gewesen, in die neue Schule zu kommen, doch Meganes lebhafte Persönlichkeit hatte mich sofort beruhigt, und wir wurden beste Freunde. Es ist so lange her, lachte ich, als ich sie umarmte. Für eine so kleine Person hielt sie mich außergewöhnlich fest. Wie geht es dir? Mir geht's super. Einfach wunderbar, Meganes Gesicht strahlte. Sie schien immer noch das lebhafte, peppige Mädchen zu sein, das sie immer gewesen war. Sie hielt mich am Arm fest, als sie sich umdrehte, um über ihre Schulter zu schauen. Schau, wer hier ist, Olivia. Ich sehe sie, sagte eine weibliche Stimme in unbeteiligtem Ton. Megan hielt mich immer noch fest in ihren Armen, doch ich schaffte es, mich umzudrehen und Blickkontakt mit Olivia herzustellen, die aus der winzigen Nische, in der sie gesessen hatte, aufstand. Megan, Olivia, Charlie und ich waren in der Schule eng befreundet gewesen. Als wir Kinder waren, war Olivias größte Sorge ihr rotes Haar gewesen. Jetzt waren sie das Beste an ihr. Die Krausenlocken waren verschwunden und langen geschmeidigen Wellen gewichen, die über ihren Rücken flossen, wie geschmolzene Lava. Goldene Strähnen durchzogen die Wellen, und ihre blauen Augen, die früher immer hinter einer Brille versteckt gewesen waren, blickten mich jetzt unter vollen Wimpernextensions hervor an. Du siehst umwerfend aus, Olivia, ich zog sie in unsere Gruppenumarmung hinein, doch sie schien nicht halb so erfreut zu sein, mich zu sehen wie Megan. Du siehst auch großartig aus, schwärmte Megan und ergriff meine Hand. So erwachsen und schick. Ja, das ist das richtige Wort. Brian hat mir erzählt, dass du Maklerin bist und Werbeplakate in ganz Sacramento hast. Er ist so stolz auf dich. Ich blinzelte. Brian? Stolz auf mich? Offensichtlich hatte sie noch nicht gehört, dass ich der einzige Grund dafür war, dass er sein Zuhause verlieren würde. Ähm, abgesehen von der Tatsache, dass ich damit nichts zu tun hatte. Also, was machst du hier? fragte Megan, dann wurde sie schlagartig ernst. Ach stimmt. Das mit deiner Großmutter tut mir so leid. Mir auch, sagte Olivia und schob uns in Richtung Wand, damit ein Pärchen an uns vorbei konnte, um eine Bestellung aufzugeben. Danke, sagte ich mit einem Kloss im Hals. Ich hätte mich über die strenge, sachliche Art meiner Großmutter beschwert, doch die beiden hatten sie auch geliebt, besonders, wenn sie uns spätabends Snacks gemacht hatte, wenn wir für einen Test lernen mussten. All diese Erinnerungen waren zu viel für mich. Ich bekam Platzangst und mir wurde schwindlig. Ich bin hier, um das Hotel zu verkaufen, doch es braucht einen neuen Anstrich, bevor wir es auf den Markt bringen können. Ich sollte sehen, ob mein Kaffee fertig ist und mich auf den Weg machen. Ich habe nur ein bisschen Koffein gebraucht, bevor ich mir die Farbmuster ansehe. Meghans Augen weiteten sich. Du verkaufst das Hotel? Natürlich macht sie das, Olivias Ton war sachlich. Warum sollte sie hier herumhängen? Du hast doch gerade gehört, wie gut es ihr in Sacramento geht. Ich wette, dass sie bis Ende dieser Woche wieder von hier verschwunden ist. Ich zog eine Braue hoch. Entweder bekam sie ihre Tage, oder sie war aus irgendeinem Grund wütend auf mich und ich fürchte, dass ich ihr das nicht einmal übernehmen konnte. Ich werde einen Monat lang hier sein, und es war nicht unsere Entscheidung, das Hotel zu verkaufen. Wir müssen verkaufen. Es ist eine lange Geschichte. Eine, über die ich sicherlich nicht in einer Kleinstadt-Cafébar reden wollte. In kleinen Städten hatten die Leute große Ohren, und wenn ich eines nicht gebrauchen konnte, dann das unser Hotel zum heißen Tratsch der Woche wurde. Darum wollte ich schnell von hier verschwinden, doch da war etwas, das ich zuerst fragen musste. Ich biss mir auf die Lippe. Hat einer von euch beiden mit Charlie gesprochen? Meghan schüttelte den Kopf. Nicht seit sie Ronnie Clement geheiratet hat. Du weißt schon, Rex Rockwell? Er hat seinen Namen geändert, als sein erster Song ein Erfolg wurde. Dachte sich, dass das mehr nach Rockstar klingt. Ja, ich habe darüber gelesen, sagte ich. Sie sind geschieden, fügte Olivia hinzu, während sie ihre Hand an den Mund hob, damit es nicht jeder hörte, soweit das in einem vollen Kaffee möglich war. Es stand in allen Boulevardzeitschriften, dass er sie betrogen hat. Der Schmutzpresse nach hat sie ihn auf der Terrasse ihres Hauses hier in Blue Moon Bay erwischt, als er in einer Hängematte mit irgendeinem Groopy zugange war. Meine Augen verengten sich. Oh nein! Ja, Meghan schlug sich die Hände vors Gesicht, was ihre Empörung noch unterstrich. Er hat ihr hier ein riesiges Sommerhaus gekauft, und dann hat sie ihn dort erwischt. Im Sommerhaus erwischt? Mir war bewusst, dass ich gerade ihre Worte wiederholt hatte, doch ich konnte nicht verstehen, dass Ronnie sie auf diese Art betrügen würde. Er war halt über Kopf in Charlie verliebt gewesen. Über ein Jahr lang hatte er ihr den Hof gemacht, bevor sie sich entschlossen hatte, mit ihm auszugehen. Wie konnte er ihr das antun? Meghan schüttelte den Kopf. Ich bin mir sicher, dass sie am Boden zerstört war, doch wir haben den Kontakt zu ihr verloren, als sie reich und berühmt geworden ist. Ich habe gehört, dass sie Rex bei der Scheidung wie eine Weihnachtsgans ausgenommen hat. Geschieht ihm recht. Sie hatten keinen Ehevertrag, da er ja ein Niemand gewesen ist, als sie geheiratet hatten. In den Zeitschriften stand, dass er ihr gegenüber bei der Scheidungsvereinbarung besonders großzügig gewesen ist, damit sie kein Enthüllungsbuch über ihn schreibt. Sie soll im Moment in der Villa auf der Klippe leben. Allerdings habe ich gehört, dass sie die Veranda abgerissen und neu gebaut hat. Wow, ich biss mir auf die Lippe und fragte mich, wie es ihr wohl ging. Eine Scheidung war schlimm genug, doch alle schmutzigen Details in den Zeitschriften lesen zu müssen? Schrecklich. Olivia rief die Barista aus. Endlich, maulte Olivia und ließ uns stehen. Ich hoffte, dass der Kaffee ihre Stimmung heben würde, aber sie blieb an der Theke stehen und trank ihren Kaffee, ohne mich anzusehen. Stimmt was nicht mit Olivia? fragte ich. Sie arbeitet immer noch im Market. Sie verpackt Meeresfrüchte, das versetzt sie nie in eine besonders gute Stimmung. Doch sie hat sich gerade als Eventplanerin selbstständig gemacht, das Geschäft heißt Olivia's Occasions. Ich habe das Gefühl, dass sie damit groß rauskommen wird. Wenn sie erst mal eine Stammkundschaft aufgebaut hat, kann sie endlich im Market kündigen. Mein Mundwinkel hob sich. Du warst immer diejenige, die uns am meisten Mut gemacht hat. Sie zuckte mit den Schultern. Ich nenne die Dinge beim Namen. Megan Wendy, die Barista stellte mehrere Becher auf den Tresen und winkte uns heran, ein klares Zeichen, dass sie zu beschäftigt war, als dass wir tratschten und sie warten ließen. Automatisch tauschten wir einen Blick aus, der ohne Worte sagte, dass die Barista ihren Espressokonsum vielleicht ein bisschen runterschrauben sollte. War schön dich zu sehen, Wendy. Olivia warf ihr feuerrotes Haar über ihre Schulter, dann sah sie Megan an. Wir sollten besser los. Ich muss zur Arbeit. Ich fahre Olivia, nachdem Chutney wieder mal eine Panne hatte, Megan warf mir einen Blick zu, der mir verriet, dass das öfter passierte. Du hast den Wagen immer noch? Ich schmunzelte, da Olivias Eltern ihr den kleinen blauen Viertürer zu ihrem 16. Geburtstag gekauft hatten. Kurz darauf hatte sie Chutney auf dem Rücksitz ausgekippt, während sie besonders heftig mit ihrem Freund aus der Schule herumgeknutscht hatte. Sie hatte mit ihm indisch aus einem Mitnahmerestaurant essen wollen, doch dann waren sie abgelenkt worden. Wir hatten alle darüber gelacht und Charlie hatte ihr Auto im Anschluss daran Chutney getauft. Seufzend folgte ich ihnen nach draußen. Wir tauschten unsere Handynummern aus und gelobten, dass wir uns zum Mittagessen verabreden würden. Sie sprachen mir nochmal ihr Beileid zum Tod meiner Großmutter aus, dann umarmten wir uns, und die beiden gingen in Richtung von Meganes Auto davon. Als sie um die Ecke bogen und aus meinem Sichtfeld verschwunden waren, war ich überrascht, dass nicht alle meine Erinnerungen an Blue Moon Bay schrecklich waren. Ich schätze, ich hatte mir das in meinen Gedanken so zusammengereimt, nachdem ich weggegangen war. Vielleicht war das einer der Gründe, warum meine Großmutter der Meinung gewesen war, dass ich wieder zurückkommen sollte. Wenn dem so war, dann musste ich zugeben, dass sie Recht gehabt hatte. Der Tod meiner Großmutter hatte mir gezeigt, dass ich an den Menschen festhalten sollte, die ich liebte, und mich nicht in meiner Arbeit verlieren dürfte. Ich hatte meine Freunde vermisst und nicht einmal realisiert, wie sehr, bis ich sie wiedergesehen hatte. Mit Megan dort anzuknüpfen, wo wir aufgehört hatten, sollte kein Problem darstellen. Doch meine Beziehung zu Olivia wieder aufleben zu lassen, könnte sich als etwas schwieriger herausstellen. Ich musste meine alten Unsicherheiten loswerden und auf sie zu gehen. Ich wusste nur noch nicht wie. Als ich mit meinen Fahrproben die lange Auffahrt zum Hotel hinauffuhr, dachte ich darüber nach, wie viel es im Hotel zu tun gab, und Panik stieg in mir auf. Ich war stressgewohnt. Doch das Hotel, das mir meine geliebte Großmutter vererbt hatte, in nur einem Monat auf Vordermann zu bringen? Diese Art Druck fühlte sich viel schlimmer als mein üblicher Stress an, für mich war das der blanke Terror. Das Anwesen umfasste fünf Gebäude, und jedes der Gebäude hatte zehn Räume, fünf im Erdgeschoss und fünf im ersten Stock. Das Hauptgebäude mit seinem großen Foyer und der Doppeltür lag in der Mitte. Im Erdgeschoss befanden sich das Foyer, die Küche, der Speisesaal, die Lounge, die Bibliothek, zwei Büros und die vier Räume im ersten Stock, in denen wir gelebt hatten. Das waren eine Menge Räume, und die meisten mussten auf die eine oder andere Weise aufgehübscht werden. Wir mussten auch irgendetwas mit dem verlassenen Restaurant auf dem Grundstück anfangen, das geschlossen worden war, nachdem Mr. Duffy, der Besitzer und Koch, gestorben war. Und noch dazu würde Brian mir sicherlich ständig über die Schulter schauen, alles, was ich tat, genau kontrollieren und mich für alles verantwortlich machen, was schieflaufen würde. Das war natürlich überhaupt kein Extradruck. Uff. Ich fuhr auf einen Parkplatz direkt neben einem luxuriösen Cabrio und stellte den Motor ab, dann schaute ich auf meine Handyuhr. Kurz vor zwölf. Natürlich war es feige von mir, doch Checkout war um elf, darum war ich länger als nötig im Farbenladen geblieben, um sicher zu sein, dass ich nicht auf Max treffen würde, wenn er abreiste. Der Gedanke daran, dass ich ihn nie wieder sehen würde, hinterließ eine kleine Leere in meiner Brust, doch es war besser, das Pflaster schnell abzureißen, als den Abschied hinaus zu zögern. Nicht, dass ich etwas gegen ein paar Abschiedsküsse gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Doch er war auf dem Weg nach Japan oder sonst wohin, und ich würde in einem Monat wieder in Sacramento sein, also gab es keinen Grund, das Ende hinaus zu zögern. Das war auch der Grund, warum ich sein Angebot, in Kontakt zu bleiben, abgelehnt hatte. Selbst wenn wir mehr daraus hätten machen wollen, Fernbeziehungen funktionierten nicht. Ich wusste das aus eigener Erfahrung. Ich sammelte die Farbmuster und die Kostenvoranschläge ein und ging zurück in das Hotel. Brian stand hinter dem Tresen und trug ein grauenvoll zerknittertes Hemd. Es war offensichtlich, dass er sich noch nicht rasiert hatte. Es war gut möglich, dass er noch nicht mal seine Haare gebürstet hatte. Der Eindruck, den Gäste vom Hotel bekamen, fing beim Rasen vor der Tür an und wurde von allem weiteren geprägt. Das war eine der Lektionen meiner Großmutter, die mich mein Leben lang begleitet hatten. Da Brian das auch wusste, fürchtete ich, dass es ihm nicht besonders gut ging. Ein älteres Paar trat aus dem Flur, und ich wartete, bis das Foyer leer war, bevor ich zu meinem Bruder ging und mit bewusst ruhiger Stimme fragte, wie geht's dir? Er runzelte die Stirn. Gut. Warum? Ich starte ihn an, als ob ihm ein zweiter Kopf gewachsen wäre. Nun ja, Großmutter hat uns immer gesagt, dass wir erst runterkommen sollen, wenn wir ordentlich zurechtgemacht sind. Soll ich dein Hemd bügeln? Oder dir zumindest eins holen, das nicht aussieht, als ob du darin geschlafen hättest? Er kniff die Augen zusammen. Warum bist du so mies gelaunt? Ich versuche nur, dir zu helfen, doch wenn du meine Hilfe nicht willst, dann vergiss es, knurrte ich. Er würde die Gäste vergraulen, wenn er derart schludrig aussah, doch es schien ihn nicht zu interessieren. Ich legte die Tasche mit den Farbproben und Mustern zusammen mit der Tüte vom Bayside Café auf dem Tresen ab. Seinen Kaffee-Latte hatte ich allerdings nach zwei Stunden in dem Farbladen selbst getrunken. Ich hab dir Gebäck mitgebracht. Es ist ein wunderschöner Tag in Blue Moon Bay, trotz allem. Großmutter würde dir einen Klaps verpassen, wenn sie hören könnte, was für einen sarkastischen Ton du an den Tag legst, er spähte in die kleine braune Tüte, dann nickte er anerkennend. Ein Schweinsohr. Mein Lieblingsgebäck. Das weiß ich, sagte ich, verletzt darüber, dass er so erstaunt klang. Ich lehnte mich an den Tresen und ließ den Kopf in meine Hände sinken. Es ist, als ob ich gerade nichts richtig machen kann. Was ist los, sein Ton war bestimmt, wie immer, wenn er es ernst meinte. Ich würde sagen, dass du wütend bist auf mich, doch du bist schon so reingekommen. Hab es an deinem Gesichtsausdruck gesehen. Was los war? Wo sollte ich anfangen? Ich hob meinen Kopf und versuchte, alles, was mich belastete, zu unterdrücken, dann entschied ich mich jedoch, ein wenig preiszugeben. Er war ohnehin schon böse auf mich. Was war das Schlimmste, das noch passieren konnte? Dass er noch wütender auf mich wurde? Ich bin Megan und Olivia im Bayside Café begegnet, sagte ich. Er schob sich ein Stück von dem Blätterteiggebäck in den Mund. Und warum ist das ein Problem? Weil ich bemerkt habe, wie sehr ich sie vermisse. Megan war großartig, sie hat mich fest umarmt und wie ein Wasserfall geredet. Doch Olivia war sehr distanziert, so als ob sie sich nicht mal darüber freuen würde, mich zu sehen. Er sah mich an, als wäre ich vollkommen planlos. Olivia war eine deiner besten Freundinnen. Als du gegangen bist, hast du Menschen dadurch verletzt, ob du es wolltest oder nicht. Es ist eine Sache aufs College zu gehen, doch du bist nie zurückgekommen, um uns zu besuchen, und versucht, den Kontakt zu halten, hast du auch nicht. Dann warst du immer zu beschäftigt mit deiner Arbeit, um sich mit ihnen zu treffen, und das ist Blödsinn. Du kannst ihr nicht vorwerfen, dass sie dich nicht gerade mit offenen Armen empfängt. Moment, seit wann war mein Bruder so verständnisvoll? Ich kniff meine Augen zusammen. Hast du mit Megan gesprochen? Er grinste. Sie hat angerufen, nachdem sie dir begegnet ist. Dann war ich, was Olivia anging, also nicht paranoid gewesen. Sie war wirklich böse auf mich. Anstatt mit Brian darüber zu diskutieren, dass ich den Kontakt zu meinen Freunden verloren hatte, entschied ich mich, das andere Problem anzusprechen, das mein Stressniveau in den roten Bereich trieb. Ich atmete tief ein. Wie sollen wir für die Renovierung des Hotels aufkommen, Brian? Es braucht eine ordentliche Renovierung, sonst wird es sich nicht gut verkaufen lassen. Zu all den Dingen, die wir gestern Abend besprochen haben, habe ich auch noch bemerkt, dass die Geländer am Eingang richtig übel aussehen. Die kann ich reparieren. Die brauchen nur ein paar strategisch gesetzte Nägel und einen frischen Anstrich, sagte er in einem derart entspannten Ton, als ob es keine große Sache wäre. Wann war er zu Mr. Super entspannt geworden? Gestern Abend war er vollkommen freudlos und niedergeschlagen gewesen. Jetzt war er optimistisch? Anstatt meine Sorgen zu lindern, erhöhte sein plötzlicher Stimmungswandel den Druck in meiner Brust nur. Ich ballte meine Hände zu fäusten. Wie kannst du nur so dastehen und so tun, als ob das alles nichts wäre? Die Fassade des Hotels muss gestrichen und die Fensterläden müssen neu befestigt werden, und im Speisezimmer brauchen wir neue Tischdecken und neue Tischdeko. Wendy, du drehst völlig durch. Beruhige dich. Verstand er nicht, wie aufwendig es war, ein Hotel dieser Größe in einem Monat für den Verkauf vorzubereiten? Ich griff nach seinem Hemd. Weißt du, was passieren kann, wenn wir es nicht schaffen, die Immobilie einem privaten Hotelier schmackhaft zu machen? Ich schluckte und schaffte es kaum, die Worte auszusprechen, die meiner Erfahrung als Immobilienmaklerin entstammten. Ein Projektentwickler könnte das Grundstück der Lage wegen kaufen, das Hotel abreißen und ein riesiges Fünf-Sterne-Resort oder sowas in der Art hier hochziehen. Brian wurde blass. Bist du verrückt? Wir können das Hotel nicht an irgendeinen Projektentwickler verkaufen. Das Hotel war schon immer hier, und so soll es auch bleiben, es gehört einfach zu Blue Moon Bay. Jetzt klang er genauso hysterisch wie ich. War es falsch, dass ich ihn lieber genauso nervös sah, wie ich es war? Elend sucht Elend und so weiter? Ich bin ganz deiner Meinung, ich ließ sein verknittertes Hemd los und stützte mich auf den Tresen. Doch selbst, wenn wir alles in dieser kurzen Zeit schaffen könnten, ist das größte Problem, wie wir die Renovierung finanzieren sollen. Den Großteil meines Einkommens habe ich in den Aufbau meines Geschäfts gesteckt. Ich habe etwas gespart, doch das brauche ich für das Reihenhaus, das ich kaufen will, und das dürfte jeden Moment auf den Markt kommen. Ich habe ein paar Ersparnisse, er stützte sich auf seine Ellbogen, um auf Augenhöhe mit mir zu sein. Es ist nicht viel, doch ich kenne ein paar Typen, die die Fassade vielleicht günstiger für mich streichen. Und was ist mit dem Rest? Ich habe mir heute Morgen die Buchführung angesehen, er zeigte auf den Stapel neben sich. Großmutter hatte eine kleine Versicherungspolize, die für die Beerdigungskosten aufkommt, doch nicht für viel mehr. Auf der Bank ist auch noch etwas Geld, allerdings nicht genug für den Rest der Maßnahmen, er schob sein Kinn vor. Trotzdem können wir nicht an einen Projektentwickler verkaufen. Was sollen wir sonst tun? Ich kreischte fast. Eine Familie kam mit ihren Koffern in die Empfangshalle, und ich trat zurück und lächelte so strahlend, wie ich gerade konnte. Ich hoffe, sie hatten einen schönen Aufenthalt, zwitscherte ich. Der Typ warf mir einen seltsamen Blick zu, dann fragte er Brian nach Touren durch Weingüter in der Gegend, während seine Frau versuchte, ihre zwei kleinen Kinder im Zaum zu halten, die wie wilde Hunde in der Lobby herumsprangen. Großmutter hätte die Kinder beruhigt, indem sie beiden einen Keks gegeben und ihnen gesagt hätte, dass sie auf der Bank sitzen bleiben mussten, während sie sie aßen. Ich hatte nicht mal einen Kaugummi. Als Gastwirtin war ich eine totale Niete. Der Mann dankte Brian, nahm seinen Koffer und verließ mit seiner Familie die Lobby. Ich warf einen Blick auf die Uhr auf meinem Handy und erstarrte. Es ist schon weit nach zwölf. Warum checken die Gäste jetzt erst aus und haben das nicht schon vor einer Stunde getan? Nun, Schwesterherz, das ist etwas, das man Spätencheckout nennt. Guter Service hält die Gäste bei Laune, und sie kommen jedes Jahr gerne wieder, sagte er und sprach jedes Wort so aus, als ob ich kein Englisch verstehen würde. Später Checkout, wiederholte ich, als sich jeder Muskel meines Körpers anspannte. Du, ähm, es hat nicht zufällig noch jemand anderes einen späteren Checkout gebucht? Oder? Er seufzte und blickte zur Decke. Nein, doch wen kümmert es schon, wenn es so wäre? Ist ja nicht so, dass wir ausgebucht sind. Hast du vor, mich den ganzen Monat lang zu micromanagen? Falls ja, sag's mir jetzt, damit ich mir ein paar Ohrstipsel zulegen kann. Ich ignorierte seine neunmal kluge Bemerkung und atmete hörbar den Atem aus, den ich angehalten hatte. Wenn alle anderen schon ausgecheckt hatten, hieß das, dass Max schon weg war. Doch anstatt Erleichterung zu fühlen, wuchs die kleine Leere in meiner Brust weiter. Das würde jedoch bestimmt vorbeigehen. Hoffte ich zumindest. Alles okay mit dir, fragte Brian. Nein, gab ich zu. Ich war es leid, meine Gefühle ständig für mich zu behalten. Das hatte ich viel zu lange getan. Es war an der Zeit, meine Unsicherheit gehen zu lassen und einfach zuzugeben, wie ich mich fühlte. Ich holte Tiefluft, um Mut zu schöpfen. Es würde schon schief gehen. Du hast vielleicht ein Problem mit mir, weil ich weggezogen bin, doch es steht zu viel auf dem Spiel für uns, um jetzt nicht zusammenzuarbeiten. Er hob seine Hände. Schau, Wendy. Nein, ich bin emotional in den Verkauf dieses Hotels involviert, und genau davon rate ich meinen Klienten immer ab, unterbrach ich ihn und redete weiter, weil ich das loswerden musste. Doch wie kann ich nicht emotional involviert sein? Das ist das Hotel unserer Familie, und jetzt verkaufen wir es an den Meistbietenden. Das ist so falsch, und es ist schwer zu begreifen, dass dieser Albtraum wirklich passiert. Ich weiß, dass du mich verantwortlich machst für das, was Großmutter in ihrem Testament geschrieben hat. Ich will, dass du weißt, dass ich die Zeit zurückdrehen und mit ihr darüber reden würde, wenn ich könnte. Die Vene an seiner Stirn pochte, doch er starrte mich weiter an. Er hörte mir tatsächlich zu. Ich würde Großmutter erzählen, wie viel dir das Hotel bedeutet, uns bedeutet. Ich sah seine grünen Augen schimmern, und er presste seine Fingerspitzen gegen seine Schläfen. Der Kloss in meinem Hals wuchs, doch ich schaffte es, weiterzureden. Doch ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, Brian. Ich habe meine Chance verpasst. Du hast recht, dass ich es versaut habe, weil ich weggeblieben bin. Ich habe die wichtigsten Menschen aus meinem Leben ausgeschlossen, weil ich Angst hatte, noch einmal verletzt zu werden. Mein Leben in Sacramento musste wie ein riesiger Erfolg wirken für jeden, der es von außen betrachtete. Ich war stolz auf das, was ich erreicht hatte, doch jetzt begriff ich, dass ich das Wichtigste im Leben verdrängt hatte, Beziehungen. Ich stellte mir das elegante Reihenhaus vor, das ich so sehr wollte. Ich hatte jahrelang dafür gespart, und es würde bald auf den Markt kommen. Doch wie konnte ich dort glücklich werden, wenn der Preis dafür war, dass ich das geliebte Hotel unserer Familie opfern musste? Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Es tut mir leid, dass ich dich aus meinem Leben ausgeschlossen habe, doch du hast mich zuerst ausgeschlossen, meine Stimme brach, als ich diese Worte aussprach. Als ich acht war, habe ich den Trost meines großen Bruders gebraucht, und du hast mich weggestoßen. Ich habe diesen Ort wie die Pest gemieden, weil ich versucht habe, mich selbst zu schützen. Ich hatte nie vor, irgendjemanden zu verletzen, ich wischte über meine Wangen, bemühte mich um Fassung und hob mein Kinn. Ich habe eine hohe Anzahlung für mein Reihenhaus gespart, das Geld will ich für die Renovierung des Hotels verwenden. Nach dem Verkauf können wir mein Konto mit dem Erlös wieder ausgleichen. Das Pulsieren auf Brians Stirn wurde plötzlich rasend schnell. Was, wenn das Haus in der Zwischenzeit zum Verkauf ausgeschrieben wird? Was machst du dann? Ich schloss meine Augen. Mir wurde schwindelig bei dem Gedanken daran, mein Reihenhaus zu verlieren. Ich hatte mein ganzes Erwachsenenleben darauf hingearbeitet, für ein eigenes Zuhause zu sparen, das stabil und auf Dauer ausgelegt war. Das Reihenhaus war wunderschön, in der Nähe meines Büros und genau in der Gegend, in der ich leben wollte. Hoffen wir einfach, dass es noch nicht auf den Markt kommt. Wir arbeiten so schnell wir können, um das Hotel für einen Käufer fertig zu bekommen, der seinen einzigartigen Charme erkennt und unser Hotel über Generationen weiterführen will. Das sind wir Großmutter schuldig. Er verzog das Gesicht und blinzelte schnell. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, Wendy. Gerne, sagte ich, und in mir kam ein wenig Hoffnung auf, dass unsere Beziehung sich in die richtige Richtung entwickelte. Ich hob meine Arme, um meinen Bruder zu umarmen, als ein goldbrauner Blitz am Rand meines Sichtfelds auftauchte und ein großer Golden Retriever mit heraushängender Zunge in die Lobby stürmte und auf mich zur Rante. Zwei Pfoten trafen genau in dem Moment auf meine Brust, als ich einen Fuß nach hinten setzte, um stabil zu stehen. So schaffte ich es diesmal, nicht zu Boden zu gehen, als Lucky mich mit ihren feuchten Küssen begrüßte. Runter, Mädchen, eine vertraute männliche Stimme schallte durch den Raum, Max. Seine Präsenz erfüllte den Raum. Jeder Nerv in meinem Körper nahm Habachtstellung ein und bewirkte einen Druck auf meiner Brust, der mir das Atmen schwer machte. Lucky gehorchte ihrem Herrchen einigermaßen, indem sie sich auf ihre vier Pfoten sinken ließ, bevor sie ihre Schnauze an meine Hüfte drückte und schnurrte, beinahe so, als wäre sie eine Katze und kein Hund. Hallo, Wendy, sagte Max. Diese zwei Worte ließen die Bilder von letzter Nacht in meinem Kopf aufblitzen. Sanfte Küsse. Süße, geflüsterte Worte. Sein Atem in meinem Nacken. Ein Kribbeln wanderte meine Wirbelsäule hinauf. Irgendwie gelang es mir, ihn anzusehen. Seine Mundwinkel hoben sich, und seine Lippen waren so vertraut, dass ich sie fast auf meiner Haut spürte. Ich erschauerte. Hallo, Max, meine Stimme klang erstaunlich ruhig und verbarg die Gefühle, die durch meinen Körper hindurch jagten. Was machte er noch hier? Brian hatte keine weiteren späten Checkouts erwähnt, er hätte also schon längst weg sein müssen. Hi, Max. Brian griff nach dem alten Schlüsselbrett hinter dem Empfang, an dem die Zimmerschlüssel ordentlich in einer Reihe aufgehängt waren. Großmutter hatte nie an diese raffinierten kleinen Plastikkarten mit Magnetstreifen geglaubt, die jetzt so beliebt waren. Dein Zimmer ist sauber und bereit. Schön, dass du den nächsten Monat über bei uns bleibst. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Was zum? Max würde den ganzen Monat hier bleiben? Was war mit seinem Unternehmen? Was war mit der Reise nach Japan? So viele Fragen schossen mir durch den Kopf, eine jedoch mehr als alle anderen, was hatte ich mir da nur gerade eingebrockt? Kapitel 4 Es gab viele Gründe, warum es keine gute Idee war, mit einem heißen Fremden am Strand herumzumachen, doch ich hätte nie gedacht, dass ihn danach in meiner Nähe zu haben einer davon war. Wenn ich auch nur geahnt hätte, dass ich Max wiedersehen würde, dann hätte ich ihm meine Lebensgeschichte bestimmt nicht erzählt. Er wusste, dass meine Eltern mich im Stich gelassen hatten, dass ihn mich im College betrogen hatte, das zweite Trauma, von dem ich nicht einmal meinen besten Freunden erzählt hatte. Es war viel zu jämmerlich. Unser Gespräch am Strand und die Küsse im Mondlicht waren eine himmlische Atempause gewesen, die ich dringend nötig gehabt hatte. Doch dass Max die nächsten 30 Tage in unserem Hotel wohnen würde? Das war unmöglich, nachdem er über all meinen Ballast Bescheid wusste. Er musste in ein anderes Hotel gehen. Ganz einfach. Ich ergriff Max am Arm und schob ihn durch das Foyer, um ihn außer Brians Hörweite zu bringen. Dummerweise folgte mein Bruder uns und blieb direkt neben uns stehen, um das Gästebuch durchzublettern. Es war überhaupt nicht offensichtlich, dass er lauschte. Ich setzte ein strahlendes Lächeln auf. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel, Max. Aber hattest du nicht gesagt, dass du heute Morgen auschecken wolltest? Planänderung, ein verschmitztes Glitzern blitzte in seinen wunderschönen, huskyblauen Augen auf. Oh, wow. Max sah bei Tageslicht sogar noch heißer aus. Er trug eine Jeans, die wie angegossen passte, und sein T-Shirt spannte sich über seiner breiten Brust. Lässig-Sexy war genau der richtige Look für ihn. Dieser charmante kleine Ort ist mir ans Herz gewachsen, und ich möchte ihn gerne etwas besser kennenlernen, fügte er hinzu. In meinem Bauch kribbelte es. War das eine süße Art zu sagen, dass er mich besser kennenlernen wollte? Auch wenn ich mich geschmeichelt fühlte und ein wenig schwindelig, wusste ich auch, dass es sinnlos war, etwas mit ihm anzufangen, da wir in 30 Tagen getrennte Wege gehen würden. Freut mich, dass dir der Ort gefällt, doch ich bin mir nicht sicher, ob du dich hier so wohl fühlen wirst. Vielleicht wäre es besser für dich, in ein anderes Hotel zu ziehen. Wir müssen diesen Monat eine Menge Renovierungsarbeiten hier durchführen, die eine Menge Schmutz verursachen werden. Ich fürchte, es wäre zu kompliziert, wenn du hier bleiben würdest. Tut mir leid, ich fummelte an der Farbe herum, die von den Fensterbänken abblätterte. Es hatte mich all meine Kraft gekostet, diese Worte auszusprechen, doch ich wusste, dass es so am besten war. Sein Mundwinkel hob sich. Sehe ich aus wie ein Typ, der sich von ein paar Renovierungsarbeiten abschrecken ließe? Mein Blick begegnete seinem, und Schmetterlinge begannen, in meinem Bauch zu flattern. Hitze durchflutete meinen Körper. Plötzlich war es viel zu heiß in der Lobby, und das Atmen fiel mir schwer. Ich drehte mich zum Fenster um und riss es abrupt auf. Das Fenster schoss zu schnell nach oben und schlug gegen den oberen Rahmen. Wie in Zeitlupe fiel die Scheibe heraus und krachte auf die Veranda. Ups. Du hast das Fenster kaputt gemacht, Brian kam zu Max und mir und starrte auf die Glasscherben. Das wird teuer. Ach echt, meine Stimme triefte vor Sarkasmus, doch das war in dieser Situation kaum hilfreich. Mein Blutdruck schoss so weit in die Höhe, dass es ein Wunder war, dass mein Kopf nicht explodierte. Auf Max' Gesicht lag ein sündiges Lächeln. Hast du schon Pläne fürs Abendessen heute? fragte er, scheinbar unbeeindruckt von der Tatsache, dass ich ihn gebeten hatte umzuziehen und ein Fenster zerbrochen hatte, weil er mich nervös gemacht hatte. Das Restaurant ist geschlossen, sagte ich bestimmt. Ich wandte meinen Blick von seinen Lippen ab und wünschte, ich wüsste nicht, wie gut sich dieser sexy Mund auf meinem anfühlte. Dann wich ich von dem Fensterrahmen zurück, durch den jetzt der Wind hereinwehte. Wir mussten das Restaurant wirklich schließen, mischte sich Brian ein, als wäre er ein willkommener Teilnehmer unserer Unterhaltung. Unser Koch ist gestorben. Er ist eines Tages einfach über seinem Heilboot-Special zusammengeklappt. Er war gleichzeitig auch der Besitzer des Restaurants gewesen. Großartiger Kerl. Tut mir leid, das zu hören, Max trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen und hatte dabei einen seltsamen Gesichtsausdruck, bei dem ich mich fragte, was er wohl gerade dachte. Nicht, dass ich ihn tatsächlich fragen würde. Eine Falte bildete sich zwischen seinen Brauen und er folgte mir zum Empfangstresen. Ich möchte mit dir ausgehen, Wendy. Du weißt schon, ein Date? Irgendwohin ohne halluzinogene Seesterne. Ein winziges Kichern entfuhr mir, dann räusperte ich mich. Nein, danke. Hey, Schwesterherz, Brian deutete mit dem Finger auf mich. Ich konnte nicht umhin, es zufällig mitzuhören. Falls du überlegst, deine Meinung zu ändern, vergiss die Grundregel nicht. Großmutter hat immer gesagt, dass wir uns nicht mit Gästen einlassen sollen. Er drehte sich zu Max, nichts für ungut. Schon gut, Max ließ seine Hände erstaunt in seine Taschen gleiten und wippte zurück auf seine Fersen. Ich warf meinem Bruder einen scharfen Blick zu, und er verließ dankenswerterweise den Raum. Ich wandte mich wieder Max zu. Tut mir leid. Ich dachte, du würdest heute abreisen. Was muss ich anstellen, dass du das tust? Sein Blick wanderte meinen Körper hinab, bis ganz hinunter zu meinen Zehen, dann wieder hinauf und blieb an meinem Mund hängen. Die Aussicht war einfach zu schön, darum habe ich mich entschieden, einen Monat hier zu bleiben. Du meine Güte. Funken knisterten zwischen uns, und es war schon wieder viel zu heiß hier drin. Ich griff nach der leeren Tüte vom Bayside Café und wedelte damit wie mit einem Fächer vor meinem Gesicht. Leider war die Tüte offen, und Krümel flogen in alle Richtungen, natürlich auch in mein Gesicht. Typisch für mich. Während ich versuchte, mein Gesicht hinter der Tüte zu verstecken, zupfte ich Blätterteigkrümel aus meinen Wimpern. Wie wahrscheinlich war es, dass Max nicht gesehen hatte, wie ich mich gerade selbst mit Gebäckkrümeln überschüttet hatte. Ich blickte zu ihm auf. Er grinste mich an. Du verdeckst mir die Sicht. Wendy versteckt sich gerne, Brian rauschte durch den Raum, eine Plastikplane und Klebeband in der Hand. Sobald wir das Hotel für den Verkauf vorbereitet haben, wird sie ganz schnell wieder nach Sacramento verschwinden, wo sie sich nicht mit Dingen wie Familie, alten Freunden oder lästigen Erinnerungen auseinandersetzen muss. Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Brian. Hey, warte mal, Max hob seine Augenbrauen, dann folgte er Brian zu den Fenstern. Was für Renovierungsarbeiten habt ihr denn geplant? Ich habe früher renovierungsbedürftige Häuser aufgemöbelt und verkauft und die meiste Arbeit an ihnen selbst gemacht. Die beiden fingen an, über alles Mögliche zu diskutieren, angefangen beim Abschleifen der Böden bis zum Streichen der Wände. Brian benahm sich plötzlich wie Mr. Gute Laune persönlich und demonstrierte damit eindeutig, dass er Max' Gesellschaft meiner offensichtlich vorzog. Meinetwegen. Mit schwarzem Tee und ein wenig Öl kann man das Holz wieder zum Glänzen bringen. Max deutete auf den Boden der Lobby, stieß mit Brian freundschaftlich die Fäuste zusammen und schlenderte dann wieder zu mir an den Tresen. Die Fahrproben verschwammen vor meinen Augen. Warum willst du unbedingt bleiben, Max? Ist das nicht offensichtlich? Er grinste, stützte seine Unterarme auf den Tresen und lehnte sich zu mir vor. Er griff nach meiner Hand. Eine wunderschöne Frau, die ich am Strand getroffen habe, hat meine Meinung darüber, wann ich fahren sollte, geändert. Ich nehme mir endlich den Urlaub, den ich schon viel zu lange aufgeschoben habe. Meine Haut vibrierte unter seiner Berührung und ich wollte mich in seine Arme schmiegen. Doch ich widerstand der Versuchung. Hör zu, du scheinst ein echt netter Typ zu sein. Doch es ist nicht typisch für mich, einen Fremden am Strand zu küssen oder über das Zeug zu sprechen, über das wir uns unterhalten haben. Ich bin hier, um das Hotel zu verkaufen, was sehr viel mehr Arbeit machen wird, als ich gedacht hatte. Darauf muss ich mich konzentrieren, nicht auf eine Liebelei mit einem Mann, der in 30 Tagen aus meinem Leben verschwunden sein wird. Ich hoffe, du verstehst das. Genau in dem Moment, in dem er den Mund öffnete, um zu antworten, klingelte mein Handy. Wendy. Entschuldige, auf dem Display blinkte Megan Wallace, und ich war in meinem ganzen Leben noch nie so froh über eine Unterbrechung gewesen. Hi, Megan, sagte ich, mit so viel Enthusiasmus in meiner Stimme, wie ich aufbringen konnte, was schwierig war bei diesem unangenehmen Gefühl in meiner Magengrube. Max abzuweisen war nicht einfach gewesen. Was gibt's? Nichts, ihre gut gelaunte Stimme schallte durch den Hörer. Ich rufe nur an, um zu fragen, ob du heute Abend was mit mir unternehmen willst. Wir könnten mexikanisch essen, Pool spielen und uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Ich drehte mich zur Wand, um etwas Privatsphäre zu bekommen. Ich treffe mich gern zum Abendessen mit dir. Ich muss ein paar Dinge im Hotel erledigen, und dann muss ich noch ein bisschen Arbeit nachholen. Wie wär's so um acht? Acht ist super. Ich schau mal, ob Olivia auch kommen kann. Treffen wir uns dann bei Frankys Fiesta? Ich lachte. Den Laden gibt's noch? Okay, ich sehe dich dann dort, als ich auflegte und mich umdrehte, stand Max direkt vor mir. Er war auf meine Seite des Tresens gekommen und stand jetzt nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Er legte die Hand unter mein Kinn und kam näher. Du hast gerade unsere gemeinsamen Pläne fürs Abendessen versaut. Mir nahm es den Atem. Wir, ähm, hatten keine gemeinsamen Pläne. Wir haben noch verhandelt, er strich mit seinen Fingern über meine Wange, dann fuhr sein Daumen hinter mein Ohrläppchen, und Gänsehaut breitete sich über meinem Nacken aus. Du trägst heute keine Ohrringe. Ich habe keine anderen dabei, außer dem Paar, von dem ich einen verloren habe, ich sprach als wäre ich in Trance, als stünde ich in seinem Bann. Ich konnte seinen Atem an meiner Wange spüren, und ich musste jedes bisschen Willenskraft zusammenkratzen, um mich nicht in seine Arme sinken zu lassen. Ich befeuchtete meine Unterlippe und atmete tief ein. Schau, du bist wirklich süß und ein unglaublich guter Küsser, doch ich hänge gerade emotional an einem seidenen Faden. Ich muss einfach das Hotel in Ordnung bringen. Für mehr habe ich im Moment nicht die Kraft. Also, lass uns einfach vergessen, das gestern Nacht je stattgefunden hat. Okay? Etwas flackerte in seinen blauen Augen auf. Als er dann seinen Kopf senkte und sich zu mir vorbeugte, kitzelte sein Atem meine Wange. Es ist unmöglich, eine Frau wie dich zu vergessen, Wendy. Schauer schossen durch mich hindurch, und ich vergaß zu atmen. Er war so nah, dass ich bereit war, alles zu vergessen, was ich gerade gesagt hatte, und meinen Mund auf seinen zu pressen. Gerade, als ich genau das tun wollte, richtete er sich wieder auf und lächelte mich an. Ich wollte protestieren. Doch er rief nach Lucky, die sofort zu ihm kam, und dann verschwanden beide im Durchgang zum Gebäude nebenan. Meine Beine waren schwach, und ich fühlte mich immer noch benommen, als ein Auto in die kreisförmige Auffahrt einfuhr und wie wild zu hupen begann. Ich wusste nicht, ob es Gäste waren, die heute ankamen, oder sonst wer, doch die Hupe plärte wie eine Tsunami-Warnung. Die Smithfields O'Brien strich die Ecke der Plastikplane glatt, die er an den Fensterrahmen geklebt hatte, dann kam er herüber und legte das übrige Klebeband auf dem Tresen ab. Jedes Mal, wenn sie fürs Wochenende herkommen, beklagen sie sich darüber, dass wir draußen einen Portier haben sollten. Ich hole schnell ihre Koffer und halte ihnen die Tür auf, weil ihnen das anscheinend mehr Mühe bereitet, als sie verkraften können, erhielt inne, als er zur Eingangstür lief. Bist du okay? Ja, ja, ich fing an, die Farbvorschläge durchzugehen, und hoffte, dass Brian nicht bemerkte, wie sehr Max mich aus dem Konzept gebracht hatte. Schließlich musste ich nicht meine Gefühle ausleben, nur, weil ich mich heftig zu einem umwerfenden Mann hingezogen fühlte. Andererseits, es würde sich so gut anfühlen. Das Telefon schrillte auf dem Tresen und riss mich aus meinem Delirium. Ich blickte durch die Glasscheiben in der Doppeltür am Eingang und sah, wie Brian ein älteres Ehepaar vor dessen luxuriösem Geländewagen begrüßte. Das Telefon klingelte erneut, also nahm ich den Hörer ab. Das in den Blue Moon Bay. Rezeption, wie kann ich ihnen helfen? Wendy, hörte ich eine vertraute weibliche Stimme aus dem Hörer. Mein Gesicht wurde taub, und all mein Blut schoss in meinen Kopf. Ich hatte diese Stimme seit Jahren nicht mehr gehört, doch ich kannte sie nur zu gut. Wendy. Bist du es wirklich? kreischte sie. Ja, ich bin's, ich schluckte, schwankte und griff nach dem Rand des Tresens, um mich festzuhalten. Wenn ich mich nicht festgehalten hätte, wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Am anderen Ende der Leitung sprach meine Mutter. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht ein einziges Mal bereut, ans Telefon gegangen zu sein, bis jetzt. Ich hatte seit drei Jahren nicht mit meinen Eltern gesprochen, nicht, seit Großmutter mich nach einem Weihnachtsessen gezwungen hatte, ans Telefon zu gehen. Die Unterhaltung war kurz und schroff gewesen. Warum rief mich meine Mutter jetzt an? Ach, halt, sie hatte nicht mich angerufen. Sie hatte im Hotel angerufen, wahrscheinlich, um ihr Beileid wegen Großmutter auszudrücken. Doch das änderte immer noch nichts daran, dass ich jetzt mit ihr reden musste. Trauer überflutete mich, und schnell machte sich Wut in mir breit. Ich erinnerte mich daran, dass ich eine erwachsene Frau war und sie mich nicht mehr verletzten konnte. Warum tat es dann so weh, nur ihre Stimme zu hören? Ich hörte Lucky draußen auf der Veranda bellen. Mein Blick wanderte rechtzeitig zu ihr, um Max mit einem Frisbee in der Hand in Richtung Strand gehen zu sehen. Als sie die Treppen hinuntergingen, wurde seine große Silhouette kleiner und kleiner, bis er schließlich ganz aus meinem Sichtfeld verschwand. Ich wollte ihm hinterher schreien, dass er zurückkommen sollte. Wendy, Schatz, wie geht es dir? fragte meine Mutter. Ich runzelte die Stirn. War das ihr Ernst? nannte sie mich ernsthaft, Schatz? Ich griff nach einem Staubtuch, das jemand, wahrscheinlich Brian, vergessen hatte, genauso wie die Frau am Telefon mich vergessen hatte. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, zu putzen und zwar sofort. Wendy, bist du da? Ja, ich bin hier. Was willst du? Meine Finger schlossen sich fester um den Hörer, und ich wischte mit einem Eiferstaub, mit dem noch nie zuvor jemand Staub gewischt hatte. Mit dem Lappen fest in meiner Hand, wischte ich aggressiv über die halbhohe Wandtefelung hinter dem Tresen. Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie ist es dir ergangen? Wie es mir ergangen ist, ich warf den Lappen auf den Tresen, was eine Wolke Staub aufwirbelte, die mir direkt in die Nase stieg. Ich musste so stark niesen, dass ich fürchtete, einen Teil meines Gehirns herausgenießt zu haben. In meinen Gedanken konnte ich Großmutter hören, die mich ermahnte, höflich zu sein. Mir geht's gut. Danke, sagte ich, anstatt aufzulegen. Gut. Das ist gut, sagte sie, und eine unbehagliche Stille folgte. Dann gab sie ein summendes Geräusch von sich, als ob sie darüber nachdachte, was sie als nächstes sagen sollte. Ich denke, dass du wahrscheinlich sehr beschäftigt bist, jetzt wo du wieder in der Stadt bist, also will ich dich nicht aufhalten. Eines nur, bist du immer noch mit dem Mann zusammen bist, den du in dieser Fernsehshow kennengelernt hast? Der, der auch ein Makler ist? Oh, großartig. Sie hatte die Sendung gesehen? Offensichtlich hatte sie ausgerechnet das Demütigendste, das ich jemals in der Öffentlichkeit getan hatte, mitbekommen. Also abgesehen davon, dass ich vor Max auf meinen Hintern gefallen war und mir die Augen ausgeheult hatte. Doch zumindest hatte mir letzteres unglaubliche Küsse eingebracht. Nein, ich bin nicht mehr mit Chase zusammen, ich staubte gereizt ein kleines Regal voller Muscheln verschiedener Größen und Formen ab. Ich ballte und streckte meine Hand und war mir nicht sicher, ob das Putzen meinen Ärger minderte oder nur schlimmer machte. Oh, das ist aber schade. Deine Großmutter und ich waren uns auch nicht ganz sicher, ob er so gut zu dir gepasst hat. Er schien zu sehr auf seine Arbeit fokussiert gewesen zu sein. Sie hatte mit Großmutter über die Show geredet? Ich wusste, dass die beiden in der Regel einmal im Monat miteinander telefonierten, doch ich hatte nicht gewusst, dass sie dabei über mich sprachen. Das passte mir ganz und gar nicht. Ich räusperte mich. Dieser Anruf musste ich ein Vermögen kosten. Ich sollte dich gehen lassen. Nein, wir haben so einen Tarif, mit dem man überall billig telefonieren kann, sagte sie energisch. Erzähl, hast du je dieses eine Haus verkaufen können? Das große Becksteinhaus mit den Säulen? Woher wusste sie von diesem Verkauf? Ich war so aufgeregt über die Kommission gewesen und hatte Brian und Großmutter davon erzählt. Natürlich. Einer von den beiden musste es ihr erzählt haben. Ja, das habe ich. Ich ging auf ein großes Bild zu, ein charmanter Kunstdruck von einem Mädchen, das am Strand dem Sonnenuntergang entgegen rannte und dessen Schatten über den Sand fiel. Ich hatte mich in das Bild verliebt, als wir zum ersten Mal in das in gekommen waren, und ich weiß noch, wie ich den Strand entlang gerannt bin und mich nach meinem Schatten umgedreht hatte. Kurz darauf waren meine Eltern weggezogen. Es tut mir leid, doch ich muss Schluss machen, ich presste meine Finger an meine Schläfe. Meine dunklen Erinnerungen kamen viel zu nahe an die Oberfläche, und ich bevorzugte, sie tief zu vergraben, wo ich mich nicht mit ihnen auseinandersetzen musste. Ich verstehe, ihre Stimme war sanft und von Traurigkeit erfüllt. Sie wartete einen Moment. Also gut, weißt du, warum Brian mich angerufen hat? Wir sind gerade erst vom Zelten am Strand unter einer Palme zurückgekommen. Hawaii ist reizend, die Kultur ist einfach, genauso wie das Leben sein sollte. Jedenfalls hat Brian mir eine Nachricht hinterlassen, dass wir direkt zurückrufen sollen. Er hat gesagt, es sei wichtig. Oh, nein. Das hieß, dass sie noch nicht über Großmutter Bescheid wussten. Wie konnte ich diejenige sein, die es ihr beibringen musste? Doch ich konnte Brian nicht holen, da er noch mit den Gästen beschäftigt war, und ich konnte sie auch nicht warten lassen, bis er Zeit hatte, sie zurückzurufen. Ich atmete tief ein. Ja, ich weiß, warum Brian dich angerufen hat. Wir haben schlechte Nachrichten. Die schlimmsten. Was ist passiert? Ich hob das Bild an meine Stirn. Das Glas fühlte sich kühl auf meiner Haut an. Es geht um Großmutter. Sie ist gestorben. Barbara, ihre Stimme bebte. Sie, sie ist gestorben? Sie ist tot? Ich schloss meine Augen, um in der Dunkelheit Ruhe zu finden. Ja, sie ist gestorben. Darum bin ich hier. Oh, nein. Das kann nicht sein. Ich habe erst eine Woche vor unserem Trip mit ihr gesprochen, und da ging es ihr gut. Sie hatte sich einen neuen Hut gekauft. Einen braunen, glaube ich. Sie wollte ihn bei den Gartenarbeiten tragen. Sie wollte keine Gedenkfeier, sagte ich, während ich mir im Kopf eine Notiz machte, nach diesem Hut zu suchen. Sie hatte Hüte geliebt, und dieser war der letzte, den sie je ausgesucht hatte. Ich würde ihn für immer behalten. Was ist passiert? Fragte meine Mutter. Herzinfarkt. Ausgerechnet bei ihrem wöchentlichen Binockelspiel. Meine Mutter schniefte. Weißt du, ob sie am Gewinnen war? Sie hat es geliebt, zu gewinnen. Ich wischte noch angestrengter Staub. Kann man bei Binockel überhaupt gewinnen? Natürlich kann man das, Wendy. Oh, ich hoffe, dass sie am Gewinnen war. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Sie war streng, doch ich bin ihr so viel schuldig. Sie hat mir einen riesigen Gefallen getan. Bitte nicht. Ich kann jetzt nicht mit dir darüber reden, ich stellte das Bild wieder ab und erinnerte mich an den Tag, an dem wir hier im Inn angekommen waren. Meine Mutter hatte sich mit rosigen Wangen und einem Lächeln im Gesicht umgesehen. Sie hatte gesagt, das ist es. Hier könnte ich für immer bleiben. Was für eine dicke, fette Lüge. Doch ich hatte ihr geglaubt. Wie dumm ich doch gewesen bin. Meine Anspannung wuchs, und ich streckte mich, in dem Versuch, die Spannung abzuschütteln. Mein Ellbogen stieß gegen eine Vase, die mit einem scharfen Krachen zu Boden fiel und zerschmetterte. Noch ein Missgeschick. Uff. In dieser Zeit der Trauer müssen wir uns gegenseitig Halt geben, Wendy. Mir war sie genauso wichtig wie dir. Sie war eine fantastische Frau und sie, ich stand tief in ihrer Schuld. Du standest in ihrer Schuld, weil sie sich um deine Kinder gekümmert hat, als du keine Lust dazu hattest, laffte ich, während meine innere Anspannung derart weiter wuchs, dass ich dachte, ich müsste gleich explodieren. Natürlich hatten wir Lust dazu, Wendy. Doch ihr beide hattet die Nase voll vom Reisen, also haben wir getan, was wir für das Beste gehalten haben. Ich habe versucht, mit dir in Kontakt zu bleiben, unser enges Verhältnis zu bewahren. Doch du warst diejenige, die jeglichen Kontakt abgebrochen hat, als du aufs College gegangen bist. Na ja, du bist zuerst gegangen. Oder nicht, schnappte ich. Sie hatten uns vor zwei Jahrzehnten verlassen, und ich sollte so langsam darüber hinweg sein. Nur war ich es nicht. Nicht einmal annähernd. Es tut mir leid, dass du aufgewühlt bist. Dein Vater und ich fanden es vernünftig, euch ein sicheres und stabiles Zuhause zu bieten, so wie ihr es wolltet. Doch, bitte. Es ist an der Zeit, den Gräuel zu vergessen. Vergessen, dass du mich verlassen hast, ich knallte das Telefon ein paar Mal gegen den Tisch. Ich fühlte mich dadurch nicht besser. Hör zu, Mom, ruf später nochmal an und rede mit Brian. Vielleicht hat er ja Lust, mit dir in Erinnerungen zu schwelgen. Ich hörte ein Geräusch hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich Max im Türrahmen stehen mit einer Mine, als hätte ich ihn gerade bei etwas Verbotenem erwischt. Er deutete auf die Frisbeescheibe, die durch die Tür hereingeflogen war, und sah mich entschuldigend an. Hatte er die Unterhaltung mit angehört? Oh, hoffentlich nicht. Trotz meinem Versuch, das Telefonat zu beenden, sprach meine Mutter weiter über die guten Zeiten mit Großmutter. Ich hielt den Hörer mit gefühllosen Fingern umklammert, als er, gefolgt von Lucky im Schlepptau, auf den Frisbee zuging. Sie wedelte mit dem Schwanz und blieb lange genug neben mir stehen, um sich gegen mein Knie zu lehnen. Ich tätschelte ihren Kopf mit dem staubigen Lappen, und sie musste niesen. Ja, hier war dringend eine Grundreinigung nötig. Ich wollte auflegen, doch im Hinterkopf hörte ich Großmutters strenge Stimme, reiß dich zusammen und benimm dich. Sprich mit deiner Mutter, junge Dame. Weißt du, ich bin nicht allzu erstaunt darüber, dass du in die Immobilienbranche gegangen bist, sagte meine Mutter, dann schwieg sie. Deine Großmutter wusste immer den Wert von Land zu schätzen. Vielleicht hast du das von ihr geerbt. Vielleicht, es berührte mich, dass ich auf diese Art vielleicht wie Großmutter war. Doch warum würde sie dann die Wahl nicht mehr überlassen, ob ich das in behalten wollte oder nicht? Oder es Brian geben? Das war etwas, das ich nicht begreifen konnte. Max bückte sich nach dem Frisbee, dann richtete er sich auf und sah mich nochmal entschuldigend an. Er ging wieder in Richtung Ausgang, und als er an mir vorbeiging, drückte er zärtlich meine Schulter. Wärme erfüllte mich von innen, und plötzlich fühlte sich die Last, die mir aufgebördet worden war, ein wenig leichter an. Ich starrte ihm überrascht hinterher. Er hatte kein Wort gesagt, allein durch seine kleine Geste fühlte ich mich besser. Unglaublich. Ich wünschte, ich könnte rüberfliegen und bei euch beiden sein. Doch du weißt, dass das Geld für mich nie auf den Bäumen gewachsen ist, und in letzter Zeit ist es noch knapper als sonst. Sie war pleite, was mich nicht überraschte. Schon bevor wir zu Großmutter gekommen waren, hatten wir kaum Geld. Es hatte viel zu viele Abendessen gegeben mit nichts als Reis oder Nudeln auf dem Tisch, doch sie und unser Vater hatten immer gesagt, dass die Lebenserfahrung uns auf eine Art nähren würde, wie es Essen niemals konnte. Ich seufzte. Das ist zu schade. Ich kann deinen Flug nicht bezahlen, weil ich meine Ersparnisse für die Renovierung des Hotels verwenden muss. Sonst können wir keinen guten Verkaufspreis erzielen. Ihr verkauft das in, sagte sie entsetzt. Warum? Ja, Mom. Das ist eine lange Geschichte. Deine Großmutter hat es geliebt, euch beide bei sich im Hotel zu haben, ihre Stimme klang steif, so als ob sie versuchte, ihre Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Ihr beide habt ihr Leben so sehr bereichert und erfüllt. Ich werde es deinem Vater erzählen, und wir schauen mal, was wir tun können, um zu euch zu kommen. Ich erwartete mir nicht zu viel. Sie waren auch sonst nie für uns da gewesen. Gut, viel Glück dabei, Geld für die Flugtickets aufzutreiben. Es tut mir leid, dass ich euch schlechte Nachrichten überbringen musste. Ich werde Brian wissen lassen, dass ihr angerufen habt. Bis dann. Bis dann, Wendy. Wir sind in Gedanken bei euch. Was nutzten mir ihre Gedanken, wenn sie unendlich weit weg waren? Wie immer fühlte ich mich im Stich gelassen. Nachdem ich aufgelegt hatte, starrte ich das Telefon weiter an, und mein Kopf dröhnte vor Erschöpfung und Stress. Durch die offene Tür hindurch sah ich, dass Max mich beobachtete, und fragte mich, ob er mehr von meiner Unterhaltung mit angehört hatte. Er zog fragend seine Augenbrauen hoch. Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte alleine sein. Er nickte verständnisvoll, dann warf er das Frisbee, und Lucky sprang hinterher. Max lächelte mir kurz zu, dann folgte er ihr. Ich fühlte mich schrecklich, grauenvoll. Aus irgendeinem seltsamen Grund war alles, was ich mir wünschte, dass Max zurückkam, damit ich ihm alles erzählen konnte. Kapitel 5 Ich ließ den Lappen fallen, mit dem ich Staub gewischt hatte, und lehnte mich an den Tresen, um Halt zu finden. Dann rieb ich mir mit den Handballen die Augen. Mit meiner Mutter zu sprechen, hatte mir das Gefühl gegeben, wieder eine Achtjährige zu sein. Wie damals, als unsere Eltern uns gerade verlassen hatten. Ich wollte das Ganze einfach hinter mir lassen. Doch wann immer ich die Stimme meiner Mutter hörte oder hier im Hotel war, kamen alle diese Gefühle wieder hoch. Willst du wissen, warum sie so gehupt haben, Brian kam wieder in die Lobby und schob einen Gepäckwagen vor sich her, auf dem sich die Designerkoffer stapelten. Die Smithfields wollten nur ihr Gepäck abladen, bevor sie sich mit Freunden im Golfclub treffen. Die haben es echt schwer. Ich stellte mich vor den Wagen und hob meine Hände. Langsam, Bruderherz. Du hast gerade einen Anruf unserer Mutter verpasst. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen, doch jetzt musste ich diejenige sein, die ihr von Großmutter erzählte. Hört sich daran irgendetwas vielleicht nicht ganz fair an, fragte ich wild gestikulierend. Er runzelte die Stirn. Woher sollte ich wissen, dass du ans Telefon gehen würdest? Du hättest mich vielleicht vorwarnen können, dass sie anrufen würde, blaffte ich ihn an. Er zuckte zusammen, dann rieb er mit der Hand über sein Gesicht. Vielleicht hätte ich dich warnen sollen. Aber du hast seit Jahren nicht mit ihr geredet. Warum ist das eine so große Sache? Wie kannst du mich das nur fragen? Ich griff unter den Tresen nach einem Block und einem Stift. Es ist schwer genug für mich, hier zu sein und mit Großmutters Tod klarzukommen. Dazu brauche ich nicht auch noch, dass meine Mutter mir erzählt, dass sie und Vater uns in unserem besten Interesse hier zurückgelassen haben. Du kannst ihnen nicht für immer aus dem Weg gehen. Irgendwann musst du dich mit ihnen auseinandersetzen. Ich konzentriere mich lieber auf Dinge, die man reparieren kann. Ich zeigte mit dem Stift auf die Hintertür. Falls du mich brauchst, ich werde mich draußen umsehen, um mir ein Bild vom Zustand der Außenanlage zu machen. Und zu deiner Information, du hast den Rest des Monats Telefondienst. Ich drehte mich um und ging durch die Tür hinaus auf die hintere Veranda. Als ich nach draußen trat, kam Lucky auf mich zugesprungen, und ihre goldbraunen Ohren flatterten wild auf und ab. Sie hielt das Frisbee fest in ihrem Maul und neigte ihren Kopf auf eine Art und Weise, der ich nicht widerstehen konnte. Aus! Lass ihn los, Süße, sagte ich, und sie öffnete das Maul, um die mit Sabber verschmierte Scheibe in meiner Hand fallen zu lassen. Ich lächelte, nahm die Scheibe und warf sie soweit ich konnte. Das Frisbee stieg einen Moment lang auf, machte dann einen scharfen Bogen und schoss schließlich mit hoher Geschwindigkeit dem Boden entgegen. Ehm, ja. Frisbees werfen? Nicht gerade meine Stärke. Lucky schien mit meiner Unfähigkeit jedoch kein Problem zu haben. Sie flitzte einfach mit heraushängender Zunge dem Frisbee hinterher. Wo war Max? Ich sah mich um. Dann entdeckte ich ihn, an das Geländer gelehnt blickte er auf das Meer hinaus. Mein Blick wanderte in südliche Richtung, und ich bemerkte, dass seine Rückansicht auch ziemlich spektakulär war. Ich starrte ihn länger an, als es sich gehörte, doch war es meine Schuld, dass seine Shorts wie angegossen saßen? Definitiv nicht. Max richtete sich auf, schob Daumen und Zeigefinger zwischen seine Lippen und stieß einen Pfiff aus. Lucky rannte zu ihm und stupste ihn mit dem Frisbee an. Als er ihn mühelos warf, segelte die Scheibe elegant auf Hüfthöhe über die Veranda. Und wenn schon. Er hatte mehr Übung als ich. Als Max sich umdrehte, begegneten sich unsere Blicke, und er ertappte mich dabei, wie ich ihn anstarrte. Warum konnte sich in diesem Moment kein Loch vor mir auftun und mich verschlingen? Er sah mich forschend an. Na, meine Schöne. Was machst du gerade? Ich inspiziere die Fassade des Gebäudes, ich wies auf den Block in meiner Hand und lächelte. Allein in Max' Nähe zu sein, half mir, mich besser zu fühlen. Doch was konnte schon daraus werden? Seufz. Zeit zu gehen. Du hast vorhin am Telefon ziemlich bestürzt ausgesehen, Max holte mich ein, als ich gerade um die Ecke biegen wollte. War das Gespräch so schlimm? Ich meine, du musst nicht darüber reden, aber wenn du möchtest. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, dass es eine 40 war, ich warf ihm einen Seitenblick zu, bevor ich am Geländer stehen blieb und auf die ans Ufer rollenden Wellen hinunterblickte. Der Wind erfasste meine Haare und wehte dunkle Strähnen in mein Gesicht. Ich habe seit Jahren nicht mit meiner Mutter gesprochen, und jetzt sagt sie, dass es meine Schuld war, dass sie uns hier bei meiner Großmutter gelassen hatte. Kannst du dir das vorstellen? Das ist heftig, er atmete hörbar aus und schüttelte den Kopf. Dann drehte er sich zu mir um und schob eine Strähne hinter mein Ohr. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun kann? Sanft strich er mit seinen Fingern über meine Wange. Ich seufzte und genoss seine zärtliche Geste. Wenn du nicht zufälligerweise Beziehungen zu den hawaiianischen Göttern hast und dafür sorgen kannst, dass es Kokosnüsse auf die Tiki-Hütte meiner Eltern regnet, dann eher nicht. Er lachte leise, und der Klang seiner Stimme beruhigte meine angespannten Nerven. Ich blinzelte mit einem Auge, während ich mit dem anderen zu ihm aufblickte. Ich wette, dass deine Eltern nett und normal sind und du meine Probleme nicht verstehen kannst. Er legte seine Finger aneinander, sodass seine Hände ein Zelt bildeten. Definiere normal. Das Gegenteil von meinen, ich lachte. Lucky fiel wild bellend mit ein. Dann drehte sie sich im Kreis und jaulte, bevor sie den Weg neben dem Geländer entlang rannte. Naja, meine Eltern sind keine Nomaden wie deine. Doch als ganz normal würde ich sie auch nicht bezeichnen. Meine Eltern haben ihre Firma, die Huntington Group in San Francisco, aus dem Nichts aufgebaut. Sie investieren in Immobilien, manchmal kaufen sie Land und bauen dort, manchmal renovieren sie. Doch anstatt aufzuhören, um ihren Erfolg zu genießen, fangen sie nach dem Abschluss eines Projekts immer gleich das nächste an. Mein Vater drängt mich, an einem bestimmten Projekt mit ihm zu arbeiten, doch ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige für mich ist. Mein Widerstand gefällt ihm natürlich nicht sonderlich. Huntington? Warum kam mir der Name so bekannt vor? Ich zerbrach mir den Kopf, dann traf es mich wie ein D-Zug, und ich schnipste mit den Fingern. Weißt du, was witzig ist? Ich habe gerade eine Reality-Show gesehen, in der es um das Imperium des Baulöwen Maxwell Huntington 3 ging? Moment. Maxwell? Max? Nein, das war unmöglich. Mein Blick schnellte zu seinem Gesicht, und ich sah die Antwort in seinen blauen Augen. Du bist nicht etwa? Maxwell Huntington 4? Doch, der bin ich. Ich starrte ihn sprachlos an. Deinen Eltern gehört die Huntington Villa in San Francisco? Er schob seine Hände in seine Hosentaschen. Dort bin ich aufgewachsen. Oh, war mir das peinlich. Da stand ich und jammerte darüber, dass ich das in für den Verkauf renovieren musste, während seine Eltern auch nur ohne mit der Wimper zu zucken Gebäude renovierten und weiterverkauften, die zehnmal so groß waren. Die Villa ist in ganz San Francisco bekannt. Und das ist deine Familie? Am 4. Juli veranstaltet ihr die Party des Jahres mit dem unglaublichen Blick auf die Golden Gate Bridge und das Feuerwerk. Lass dich von der glänzenden Fassade nicht täuschen, seine Augen verfinsterten sich etwas, und er blickte den Weg hinunter, wo Lucky an ein paar Pflanzkübeln schnüffelte. Ich liebe meine Eltern, doch sie haben mich dazu erzogen, zu sein, wie sie mich haben wollten. Sie sind extrem erfolgreich, doch auch sehr ehrgeizige Menschen, die diese Dinge so ernst nehmen, dass sie an nichts anderes mehr denken. Es ist schwierig. MMH, ich neigte meinen Kopf und fragte mich, was falsch daran war, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Das war meine Spezialität. Um ehrlich zu sein, habe ich mich neben meiner Arbeit auch nie mit viel anderem beschäftigt. Ich war bereit, mit meinem Vater zusammen den Vertrag für das neue Projekt zu unterschreiben, doch seit ich hier im Hotel angekommen bin, hat mich etwas davon abgehalten. Ich habe hier so ein Gefühl. Was meinst du, fragte ich, erstaunt von der Leidenschaft in seinen Augen. Es ist schwer zu beschreiben, er sah mich einen Moment lang an, dann legte er den Arm um mich, und wir gingen weiter den Weg entlang. Wenn ich am Morgen hier aufwache und das Meerriechen und dem Rauschen der Wellen lauschen kann, fühle ich mich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes, sagte ich und dachte, dass die Person, die neben mir lief, auch etwas ganz Besonderes war. Wahrscheinlich hätte ich mich von ihm losmachen sollen, doch es fühlte sich so gut an, ihm so nah zu sein. Ich konnte nicht glauben, dass er sich mir gegenüber so geöffnet hatte. Seinem ernsten Ton nach zu urteilen, tat er das nicht oft. Du bist mit beiden Eltern aufgewachsen. Das ist immer mein größter Wunsch gewesen. Doch dabei war dein Leben bisher auch nicht immer perfekt. Da frage ich mich wirklich, ob meine Kindheit besser oder schlechter gewesen wäre, wenn meine Eltern hier geblieben wären. Wir gingen schweigend weiter, und als wir um die Ecke bogen, kam der wettkampfgroße Pool des Hotels in Sicht. In den Laungesesseln saß ein Pärchen, und mehrere Kinder schwammen im Becken. Als Max meine Flanke streichelte, schoss ein Gefühl wie ein elektrischer Schlag durch mich hindurch. Um die Gefühle, die immer stärker in mir wurden, zu unterdrücken, blickte ich die Fassade hinauf zum Balkon und erinnerte mich an den süßen Jungen, der von dort aus in den Pool gesprungen war. Damals war ich bis über beide Ohren in ihn verliebt gewesen, auch wenn ich viel zu schüchtern gewesen war, überhaupt mit ihm zu reden. Er war aber ohnehin nur ein Sommergast gewesen, der bald danach wieder abgereist war. Bei Max war ich nicht so schüchtern gewesen, doch auch er war nur auf der Durchreise. Einen Moment überlegte ich, ob wir nicht einfach einen wunderschönen Monat miteinander verbringen sollten, mit Spaziergängen am Strand und Segeltouren in der Bucht. Doch was sollte das bringen? Wir kamen aus verschiedenen Welten. Außerdem war ich in Sacramento zu Hause, und er reiste geschäftlich in der Weltgeschichte herum. Aus uns konnte niemals etwas werden, darum war es besser, gar nicht erst etwas anzufangen, das nur schmerzlich enden konnte. Lucky rannte zum Rand des Pools und schnupperte am Wasser. Max lachte, und ich nutzte den Augenblick, um einen Schritt von ihm zurückzuweichen. Seine Miene wurde ernst, und er sah mich fragend an. Ich mag dich, Max, ich wich noch einen Schritt zurück, sah ihm dabei jedoch weiter in die Augen, damit er wusste, wie ernst ich es meinte und wie sehr ich bereute, was ich gleich zu ihm sagen würde. Ich will nicht lügen oder so tun, als hätte ich keine Gefühle für dich. Doch das ändert nichts. Mein Leben ist im Moment schon kompliziert genug, darum sollten wir uns nicht mehr sehen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich auch, er schob eine weitere Haarsträhne hinter mein Ohr, dann lächelte er. Viel Spaß beim Abendessen mit deiner Freundin, meine Schöne. Ich sehe dich dann morgen. Als er ging, starrte ich ihm mit offenem Mund hinterher. Er rief nach Lucky, die ihm mit ihrem Frisbee im Maul folgte. Dann lächelte er mich nochmal an und ging weiter mit ihr den Weg entlang, während ich ihm hinterher blickte. Hatte er nicht gehört, was ich gesagt hatte? Dass wir uns nicht mehr sehen sollten? Und ganz sicher nicht morgen? Max war ein guter Kerl, und ich wusste das. Doch war es eine so gute Idee, ein lukratives Geschäft in den Wind zu schreiben, nur, weil das Rauschen der Wellen ihn glücklich machte? War Glück wichtiger als Erfolg? Nachdem ich kurz darüber nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass dem nicht so war. Meine Eltern waren der Überzeugung gewesen, dass ihr Glück an erster Stelle kam, und man konnte ja sehen, was sie ihren Kindern damit angetan hatten. Ich musste mich auf meine Arbeit konzentrieren, genau wie Großmutter es mir beigebracht hatte, damit ich mir das stabile Zuhause leisten konnte, das ich mir immer gewünscht hatte. Falls Max es tatsächlich nochmal versuchen würde, musste ich stark sein und emotional auf Distanz bleiben, ungeachtet dessen, was mein Herz wollte. Kapitel 6 Am selben Abend kam ich um 8 Uhr in die Innenstadt, um mich mit Megan und Olivia zu treffen. Ich hatte mir vorgenommen, unser Treffen so kurz wie möglich zu gestalten, damit ich morgen fit war, um mich auf die Renovierung des Hotels zu konzentrieren. Es machte mich traurig, dass ich nicht viel Zeit für die beiden hatte, doch ich musste mich auf das konzentrieren, weswegen ich nach Blue Moon Bay gekommen war, das in zu verkaufen und nach Hause zurückzukehren, um mein Reihenhaus zu kaufen, das ich haben wollte. Ich parkte mein Auto, und als ich ausstieg, bemerkte ich, dass das Nachtleben seit meinem Umzug nach Sacramento wieder aufgelebt war. Viele Straßencafés, die heute Morgen noch geschlossen gewesen waren, waren jetzt geöffnet. Jetzt, wo gusseiserne Bistrotischeen und Stühle auf dem Gehsteig standen und Livemusik spielte, hatte die Straße etwas Malerisches mit einem gewissen eklektischen Charme an sich. Die Musik war leicht und melodisch, Instrumentalversionen aktueller Pop-Hits. Auf den Straßen tummelten sich Touristen und Einheimische. Einige betrachteten die Auslagen in den Schaufenstern der Antiquitäten oder Souffläden, andere interessierten sich mehr für die Menüs, die an den Eingängen der Restaurants ausgehängt waren. Die Herbstsaison war in vollem Gange, und die Blumen auf dem Mittelstreifen, der die beiden Straßenseiten voneinander trennte, blühten in bunter Farbenpracht. Die Äste und Blätter der Bäume wiegten sich im Wind, während es langsam kühler wurde. Ich musste etwa einen halben Block zu Fuß gehen und fühlte mich totmüde nach diesem emotional anstrengenden Tag. Ich hatte Megan sogar angerufen, um abzusagen, doch sie hatte sich so auf unser Treffen gefreut, dass ich es nicht übers Herz gebracht hatte, sie zu enttäuschen. Doch nachdem ich mich Max gegenüber geöffnet hatte, fühlte ich mich angespannt und wollte mich in die Sicherheit der Einsamkeit zurückziehen, die ich so gut kannte. Die leuchtend rote Tür von Frankies Fiesta öffnete sich, als ich mich näherte, und ein Kellner hieß mich sofort willkommen. Meine Augen gewöhnten sich schnell an das Dämmerlicht, und ich fand Megan, die auf einem Hocker direkt an der Bar saß. Als sie mich sah, sprang sie auf, lief zu mir herüber und fiel mir um den Hals. Hi! Ich umarmte sie und war überrascht, als sich die Anspannung, die sich über den Tag hinweg in mir aufgebaut hatte, ein wenig löste. Sie studierte mein Gesicht. Oh, oh! Du siehst müde aus. Alles in Ordnung? Ich öffnete den Mund, um ihr etwas vorzulügen, doch das war Megan, meine Freundin, und sie sah mich so besorgt an. Nein, es ist einfach schrecklich, platzte ich heraus. Es gibt so viel zu tun im Hotel. Wir haben vor, es für den Verkauf aufzuübschen, doch es bricht mir das Herz, dass wir verkaufen müssen. Das Testament meiner Großmutter zwingt uns zum Verkauf, und es ist so hart, dass sie nicht mehr da ist, verstehst du? Ich legte meine Hand über meinen Mund, weil ich mich schämte, dass alles so aus mir herausgesprudelt war. Tut mir leid. Ich will nicht jammern. Schon okay, als sie ihre Hand auf meine Schulter legte, bekam ich einen Kloss im Hals, so vertraut war mir die Geste. Ich kann mir vorstellen, wie traurig du wegen deiner Großmutter sein musst. Ich weiß, wie sehr du sie geliebt hast. Danke, ich presste eine Hand auf meine Brust. Bitte sag mir, dass die hier Margaritas machen. Sie kicherte. Die Besten. Paco, der Barkeeper, kann jede Art zubereiten, die du dir nur vorstellen kannst. Ich trinke am liebsten seine roten Kaktus-Margaritas. Wir setzten uns an die Bar und bestellten zwei rote Kaktus-Margaritas und eine Portion Nachos. Megan fing an zu quasseln, und ich ließ mich einlullen vom gedämpften Licht, der leisen Musik und der beachtlichen Menge Tequila in dem Glas, das der Barkeeper vor mir abgestellt hatte. Weißt du noch, wie wir Limonade in die Champagnergläser meiner Mutter gegossen und so getan haben, als wären wir Erwachsene in einer Bar? fragte Megan. Ich lachte, und meine Stimmung hältte sich beim Gedanken daran auf. Wir waren ziemlich albern. Ich schätze, manche Dinge werden irgendwann doch wahr, sie streckte mir ihr Glas entgegen, und wir stießen an. Hattest du nicht gesagt, dass du Olivia einladen wolltest? fragte ich. Ihre Mine veränderte sich. Ich habe sie eingeladen. Aber sie ist beschäftigt. Sie arbeitet am Kürbisfestival. Ich seufzte. Olivia wollte mich scheinbar nicht sehen. Das hatte ich schon heute Morgen an ihrer Reaktion ablesen können. Sie ist wütend, nicht wahr? Sei ehrlich. Sie ist nicht wütend, sie verzog ihren Mund. Doch sie ist verletzt. Aber kannst du ihr das verdenken? Ihre Stimme wurde sanfter. Du bist einfach spurlos verschwunden. Wir hatten nie gedacht, dass das passieren würde. Immerhin wollten wir doch für immer beste Freunde bleiben. Oder? Ihre Worte brannten. Natürlich hatte ich bemerkt, dass sie Wirt gesagt hatte. Auch Megan war verletzt. Ich fühlte mich schuldig. Es tut mir leid. Ich hatte nie vor, einfach zu verschwinden, doch irgendwie ist es dann doch so gekommen. Ich habe so hart daran gearbeitet, mein Geschäft aufzubauen, und das war dann alles, worauf ich mich konzentriert habe. Ich habe niemanden verletzen wollen. Sie fummelte am Stil ihres Glases herum. Ich denke, unbewusst wollte ich Blue Moon Bay vergessen und den Teil meines Lebens hinter mir lassen. Du weißt, was ich empfunden habe, als unsere Eltern uns verlassen haben, und dann war da auch noch was anderes, wovon ich dir nie erzählt habe, ich nahm einen großen Schluck von meiner Margarita, um mir Mut anzutrinken. Ihn und ich haben uns nicht einfach auseinandergelebt und gemeinsam entschieden, Schluss zu machen, wie ich damals behauptet habe. Er ist fremdgegangen und hat mich abserviert. Sie kniff ihre Augen zusammen. Ich habe immer gewusst, dass der Typ irgendwie schmierig war. Meine Laune war so tief gesunken wie der Füllstand meines fast leeren Glases. Ich hätte dir das mit ihnen erzählen sollen, doch es war mir peinlich. Er wollte mich offensichtlich nicht. Ungewollt. Die Geschichte meines Lebens. Er war ein Idiot, sie legte ihre Hand auf meine und drückte sie. Deine Eltern haben Probleme, die nichts mit dir oder Brian zu tun haben. Ihr seid beide großartig. Ich weiß, dass es den Schmerz nicht lindert, doch sie sind diejenigen, die etwas verpassen, weil ihr beide nicht Teil ihres Lebens seid, sagte sie einfühlsam. Du bist eine fantastische Person, Wendy. Vergiss das nicht. Ich lächelte sie durch einen Tränenschleier an und atmete tief durch. Selbst heute feuerst du mich noch an. Immer, sagte sie. Ich tupfte meine Augenwinkel trocken. Also gibt es immer noch das Kürbisfestival in Blue Moon Bay, fragte ich, um die Unterhaltung wieder auf ein angenehmeres Thema zu lenken. Oh, ja, Megan lachte. Das ist immer noch das Highlight der Saison. Die Saison. Es gab jede Menge Anlässe, zu denen die Touristen das ganze Jahr über nach Blue Moon Bay strömten. Die beste Zeit für das Hotel war immer der Sommer gewesen. Doch selbst wenn die anderen Jahreszeiten ruhiger waren, war es immer noch gut gebucht. Erinnerst du dich an all die Kürbisfestivals, auf die wir früher gegangen sind? Ich hob mein Glas und trank es aus. Als der Kellner erschien und unsere Nachos brachte, bestellte ich ein Glas Wasser. Wir sind herumgerannt, aufgeputscht von all dem zuckersüßen Kram, und haben mit Jungs geflirtet, noch während ich die Worte aussprach, musste ich an Max denken. Seine blauen Augen, das warme Lächeln, die süßen Zärtlichkeiten. Megan kicherte. Sie wusste nicht, dass meine Gedanken abgeschweift waren. Ich weiß noch, wie wir in dem einen Jahr all diese Corndogs und Unmengen an Zuckerwatte gegessen haben. Wir hatten Angst, es unseren Eltern zu erzählen, weil wir eine Woche lang unser Geld fürs Mittagessen gespart hatten, um uns all die verbotenen Süßigkeiten kaufen zu können. Ich lächelte meine Freundin an und versuchte, Max aus meinen Gedanken zu verdrängen. Warst du es oder Olivia, die sich in dem Jahr auf dem Karussell übergeben musste? Ich war das, sie hielt ihre Daumen hoch. Ein Zeichen von Klasse. Wenigstens gingen die Einnahmen der Essensstände an eine gute Sache. Spenden sie den Gewinn immer noch für einen guten Zweck, fragte ich. Ja, doch jetzt suchen sie sich jedes Jahr was anderes aus. Dieses Jahr spenden sie an eine Organisation, die Kindern lesen und schreiben beibringt. Sie ändern jetzt auch die Themen der Spiele, was die Planung sehr viel aufwendiger macht. Als wir Kinder waren, haben sie jedes Jahr dieselben Spiele benutzt. Stimmt, doch ich fand's nie langweilig. Am liebsten hab ich das Spiel gespielt, bei dem man die Balance mit Dartpfeilen abschießen musste. Ich habe allerdings nie gut genug zielen können, um zu gewinnen. Ich habe immer noch diesen Wal aus Glas, der mit einer durchsichtigen blauen Flüssigkeit gefüllt ist. Den haben sie damals als Siegerpreis ausgegeben. Ich stützte mein Kinn in meine Hand und dachte zurück an meine Teenagerzeit. Ich habe immer einen dieser Glaswale gewinnen wollen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das eine Jahr heftig geweint habe, weil jeder einen gewonnen hatte außer mir. Du bist deswegen traurig deswegen? Das wusste ich gar nicht. Ich zuckte mit den Schultern und dachte daran, dass ich meinen Freunden so einiges nicht erzählt hatte, weil es mir unangenehm gewesen war. Als meine Großmutter gesehen hat, wie traurig ich war, hat sie einen bei der Manufaktur bestellt und ihn mir geschenkt. Ich habe dann noch heftiger geweint und ihr gesagt, dass es nicht dasselbe wäre, wie einen zu gewinnen, ich spielte an dem dünnen Trinkhalm in meinem Getränk herum. Du weißt, dass sie nie unnötig Geld ausgegeben hat. Jetzt sehe ich erst, was für eine große Geste das war. Ich hätte ihr mehr danken sollen. Sie schüttelte den Kopf. Du warst nur ein Kind. Wir machen alle dummes Zeug, wenn wir jung sind. Deine Großmutter wusste, wie sehr du sie geliebt hast. Und sie hat dich auch geliebt. Ich presste meine Lippen aufeinander. Danke, Megan. Das habe ich gerade gebraucht. Sie schob sich einen Tortillerchip mit Käse in den Mund. Sag, warum bist du eigentlich in die Immobilienbranche gegangen? Ich habe im College in einem Immobilienbüro gejobbt und da hat es mich irgendwie gepackt. Ich liebe es, die Häuser zu besichtigen, sie auf den Markt zu bringen und Leuten dabei zu helfen, ihr perfektes Zuhause zu finden. Vielleicht, weil ich mir selbst immer ein stabiles Zuhause gewünscht habe. Ich weiß nicht. Ich liebe meine Arbeit und kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Sie aß noch einen Chip und leckte dann einen Klacksauerrahmen von ihrem Finger. Okay, raus mit der Sprache. Ist der Job wirklich so schwer, wie es im Fernsehen aussieht? Ich wusste nicht, dass es im Fernsehen schwierig wirkt. Ich schob eine Haarsträhne hinter mein Ohr und dachte sofort an Max und daran, wie gern er mir meine Haare hinter die Ohren strich. Seufz. Vielleicht sollte ich einfach mit ihm ausgehen. Oder war das die Margarita, die da aus mir sprach? Gut, dass ich nur eine bestellt hatte. Ihre Augen blitzten auf. Es sieht nach so viel Arbeit aus, doch ich liebe es, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie ihre Traumhäuser finden. Es ist auch ziemlich unterhaltsam, wie sie die Makler in die Mangel nehmen. Allerdings wirkt das meiste ziemlich gestellt, wenn du mich fragst. Mir blieb der Mund offen stehen. Wie kannst du eine Sendung mögen, in der die Makler in die Mangel genommen werden? Mir gefällt sie einfach, sie lachte gut gelaunt. Olivia mag sie auch. Es stimmte mich traurig, Olivias Namen zu hören, darum schob ich den Gedanken weg. Was machst du eigentlich beruflich? Wir waren so sehr damit beschäftigt, über mich zu sprechen, dass ich ganz vergessen habe zu fragen. Ich arbeite als Webdesignerin. Ich habe gerade erst meine eigene Firma gegründet, darum wird es noch eine Weile brauchen, bis ich mich etabliert habe, doch ich hatte schon ein paar Kunden. Ich arbeite immer noch Vollzeit im Kleiderladen, um die Miete zu bezahlen, und mein Küchentisch ist mein Büro. Als Webdesignerin zu arbeiten ist mein kreatives Ventil, und es ist eine wachsende Branche. Also, ich denke, dass da schon was draus werden wird. Webdesign. Eine sprichwörtliche Glühbirne ging über meinem Kopf an. Das in könnte eine Webseite gebrauchen. Genau genommen hatte ich schon früher daran gedacht. Meine Großmutter war von der alten Schule und hat nie eine Webseite erstellen lassen. Es würde das Reservieren deutlich erleichtern, und es wäre ein super Verkaufsargument für einen möglichen Interessenten. Weißt du, wie man das alles macht? Natürlich, sagte sie entrüstet. Willst du mich engagieren? Wenn du den Job willst, sagte ich und war davon überzeugt, dass es eine fantastische Idee war. Irgendetwas Einfaches, mit klaren Linien, und man sollte online buchen und bezahlen können. Das mache ich, sie rieb sich die Hände. Wann willst du dir eine grobe Skizze der Seite ansehen? So schnell wie möglich. Und danke für deine Hilfe. Kein Problem, als ihr Blick über meine Schulter wanderte, erstarrte sie. Oh, nein. Derek ist hier, der Typ, mit dem ich eine Weile ausgegangen bin. Er ist mit einer anderen hier. Ja, sieht definitiv nach einem Day aus. Ich lehnte mich zurück, um den dunkelhaarigen Mann sehen zu können, der seinen Arm um eine große Blondine gelegt hatte. Wart ihr beide fest zusammen? Nein, aber ich dachte, es könnte vielleicht noch was draus werden. Das tut mir leid, sagte ich, als ich bemerkte, wie deprimiert sie aussah. Sie zuckte mit den Schultern. Wie auch immer. Er war sowieso ein bisschen arg eingebildet. Ryan hat es nicht leiden können, wenn ich von ihm erzählt habe. Bist du eigentlich gerade mit jemandem zusammen? Nein, sagte ich, doch vor meinem inneren Auge lief die Kussszene mit Max am Strand ab. Naja, ich habe da so einen Typen kennengelernt. Er heißt Max und wohnt im Inn. Wir sind nicht wirklich zusammen, doch er hat mich nach einem Day gefragt, ich rieb mir die Stirn. Wir haben uns irgendwie gestern am Strand geküsst. Ziemlich heftig. Ich habe mir den Spaß nur gegönnt, weil ich dachte, dass er am Morgen abreisen würde. Doch jetzt hat er sich entschlossen, den ganzen Monat zu bleiben. Was für ein Desaster. Ihre Augen glühten praktisch. Du hast ihn gestern Nacht am Strand geküsst? Unter dem blauen Mond, sie hob warnend den Finger. Du forderst das Schicksal heraus, Wendy. Er muss ziemlich heiß sein, oder? Ach, hör auf, sagte ich peinlich berührt. Er ist ein echt netter Typ und, ja, schon ziemlich heiß. Doch an ihm ist mehr dran als nur das. Er ist aufmerksam und ein Gentleman. Er hat diesen Hund adoptiert. Sie ist so süß, und er geht so gut mit ihr um. Was ist? Ich wischte mir über die Wangen, weil ich dachte, dass ich vielleicht Sause im Gesicht hatte. Was schaust du mich so komisch an? Dich hat's ordentlich erwischt, sie lachte, dann warf sie einen Blick auf ihre Uhr und verzog das Gesicht. Ich habe gar nicht bemerkt, wie spät es ist. Tut mir leid, doch ich muss morgen früh raus und den Laden aufmachen. Ich sollte auch los, sagte ich. Witzig, dass ich diejenige gewesen war, die nicht allzu lang hatte bleiben wollen, und dann hatte ich doch die Zeit vergessen. Es fühlte sich so natürlich und einfach an, Zeit mit Megan zu verbringen. Ich hatte sie wirklich vermisst. Wir mussten einen Weg finden, in Kontakt zu bleiben, wenn ich nach Sacramento zurückgezogen war. Danke, dass du mich heute Abend herausgeholt hast, sagte ich, während ich dem Kellner meine Kreditkarte gab. Megan wollte protestieren, doch ich winkte ab. Kann ich von der Steuer absetzen? War doch ein Meeting, oder? Fragte ich augenzwinkernd. Danke, Wendy. Es war schön, mal wieder mit dir zu plaudern. Danke nochmal für das Projekt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Lass mich ein paar Ideen sammeln, und dann können wir die Idee für deine Webseite zusammen durchsprechen. Das klingt super, ich unterschrieb den Kreditkartenbeleg, und wir gingen nach draußen. Dort umarmten wir uns, bevor sie nach links und ich nach rechts ging. Als ich schon einen halben Block gegangen war, drehte ich mich nochmal um. Megan hatte sich ebenfalls umgedreht. Sie winkte mir zu, und ich winkte zurück. Mit einem breiten Lächeln hob sie ihre Hand und machte die Geste für Ruf mich an. Einen Moment lang fühlte ich mich hier wieder zu Hause. Dann spürte ich einen Stich und Begriff, dass das Einzige, was fehlte, Olivia war. Kapitel 7 Ich ging davon aus, dass die Kaffeemaschine im Hotel funktionierte, doch ich war ein wenig argwöhnisch gegenüber dem antiquierten Ding, und der riesigen Blechdose mit dem Kaffeepulver, die daneben stand, wollte ich auch nicht zu nahe kommen. Instantkaffee war überhaupt nicht mein Ding. Doch ich brauchte meine morgendliche Dosis Kaffee. Glücklicherweise war die Fahrt in den Ort nicht weit und der Weg zudem wunderschön. Da ich gestern Abend vergessen hatte, mir einen Wecker zu stellen, hatte ich versehentlich bis 9 Uhr geschlafen, was absolut untypisch für mich war. Normalerweise stand ich früh auf, um so viel Arbeit wie möglich erledigen zu können. Blue Moon Bay hatte scheinbar eine besondere Wirkung auf mich. Das Bayside Café war geöffnet, jedoch nicht so voll wie gestern, was ein angenehmer Nebeneffekt des Verschlafens war. Eine der gestressten Baristas winkte mir von der anderen Seite des Tresens zu. Das gleiche wie gestern, Liebes, fragte sie. Ja, bitte, ich blinzelte, überrascht darüber, dass sie sich an mich erinnerte, nachdem es gestern so chaotisch zugegangen war. Wendy, nicht wahr? Ja, ich nickte, diesmal absolut beeindruckt. So war es wohl, wenn man in einer Kleinstadt lebte. Wahrscheinlich kannte sie die Namen aller anderen Kunden sowieso schon, und meiner war nur noch einer mehr auf der Liste. Trotzdem bewunderte ich, wie gut diese Frau multitasken konnte. Die Barista schrieb meinen Namen auf zwei Becher. Erst jetzt erinnerte ich mich daran, dass ich gestern einen Latte für Brian mitbestellt hatte. Vielleicht würde er ihn dieses Mal tatsächlich bekommen. Nachdem Max den gesamten Monat bei uns verbringen würde, war es sinnlos zu versuchen, das ihn zu meiden. Ich konnte immer noch nicht fassen, dass er meinetwegen seine Pläne geändert hatte. Das war unglaublich romantisch. Zu schade, dass wir nicht in derselben Stadt lebten, denn allein bei dem Gedanken an eine Fernbeziehung wurde mir schon schlecht. Ich zahlte und ging zum Ende des Tresens, um dort auf meine Cafes zu warten. Ich klemmte mir die Papiertüte mit dem Gebäck unter den Arm und holte meinen Notizblock aus meiner Tasche. Ich überflog die stetig wachsende Liste an Dingen, um die wir uns kümmern mussten, bevor wir das Hotel verkaufen konnten. Als ich meine Bestellung bekam, wurde die Schlange am Tresen länger. Ich lächelte die zweite Barista an, dann wandte ich mich zu schnell vom Tresen ab und wäre fast mit einer Frau mit einer roten Lockenmähne zusammengestoßen. Olivia. Ich erschrak. Nur die Deckel auf den Kaffeebechern hatten verhindert, dass ich meine Freundin von damals mit Kaffee überschüttete. Oh, du bist es, sie presste ihre Lippen aufeinander und sah mich mit einem Blick an, der ziemlich deutlich machte, dass sie immer noch böse auf mich war. Zeit, das zu ändern. Ich breitete meine Arme aus, einen Becher Kaffee in jeder Hand. Tut mir leid, Olivia. Ich hatte dich nicht gesehen. Sie hob eine Augenbraue und verzog ihre Lippen. Du hast mich schon so lange nicht gesehen, da ist das keine große Überraschung mehr. Wow. Der erste Tiefschlag schon so früh am Morgen, dabei hatte sie noch nicht mal ihren Kaffee getrunken. Ähm. Ich verstummte, während ich mir den Kopf darüber zerbrach, was ich Nettes zu ihr sagen könnte. Wie geht es deinen Eltern? Sie stieß einen lauten Seufzer aus. Die haben sich kürzlich getrennt. Was, fragte ich, sicher, dass ich mich verhört hatte. Wie kann das sein? Sie sind doch immer das perfekte Paar gewesen. Scheinbar eben nicht Olivia war als Nächste an der Reihe und sah die Barista eindringlich an. Ich brauche den größten Kaffee, den ihr habt. Mit einem Extra-Espresso drin. Die Barista warf mir einen seltsamen Blick zu und nickte, dann wandte sie sich ab. Nachdem ich ganz tief ins Fettnäpfchen getreten war, versuchte ich, es wieder gut zu machen, indem ich mich interessiert zeigte, was ist eigentlich aus dem Typ geworden, mit dem du nach dem College zusammen warst. Ich hab seinen Namen vergessen, doch Brian hat erzählt, dass er Motorrad fährt. Oh, der. Ja, der ist fremdgegangen. Herzlichen Dank, dass du diese schmerzliche Erinnerung wieder hochholst. 2 zu 0. Ausch! Mein Gesicht glühte. Wenn ich noch tiefer ins Fettnäpfchen treten würde, riskierte ich, darin zu ertrinken. Olivia beugte sich in Richtung des Tresens vor, an dem ich lehnte, und nagelte mich damit quasi fest. Der Kaffee in meinen Händen war etwas zu heiß, doch Olivia würde sich sicher aus irgendeinem Grund auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich jetzt nach einer Fingerschutzbanderole fragen würde. Das konnte ich nicht riskieren, denn schließlich wollte ich sie dazu bringen, mich wieder zu mögen. Sie winkte der Barista zu, und ihr Ellbogen kam meiner Nase dabei gefährlich nahe. Ist mein Kaffee fertig? fragte sie, obwohl sie gerade erst bestellt hatte. Die Barista stellte ein Kännchen unter die Maschine und ließ die Milch aufschäumen. Ist gleich soweit, Liebes. Danke. Ich bin spät dran für mein Meeting. Ich hab gehört, Du arbeitest auf dem Kürbisfestival, platzte ich heraus, bevor ich darüber nachdenken konnte, ob sich auch das als Fettnäpfchen herausstellen könnte. Olivia warf mir einen Blick zu, der bestätigte, dass ich schon wieder etwas Falsches gesagt hatte. Ich mach das Beste aus dem, was ich kriegen kann. Wir sind unterbesetzt und haben auch noch keinen Veranstaltungsort, also finden unsere Meetings statt, wo auch immer es gerade geht. Heute treffen wir uns im Park, das wird sicher nett und voller Ablenkung. Weißt du was? Ich würde euch gerne unter die Arme greifen, wenn ihr noch Hilfe braucht, sagte ich, was zeigte, dass ich alles zu tun bereit war, um mir Olivias Achtung zurückzuverdienen. Es war nicht so, dass ich bei allem, was ich ohnehin schon zu erledigen hatte, noch Zeit für irgendetwas anderes gehabt hätte. Ich bin den ganzen Monat über hier und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne im Hotel treffen. Der bittere Ausdruck verschwand aus ihrem Gesicht. Wirklich? Meinst du das ernst? Absolut, ich stellte den Kaffee ab und rieb mir die Hände. Viel zu heiß. Jetzt lächelte sie. Ich bin gerührt, Wendy. Das wäre fantastisch. Hier ist ein Kaffee, die Barista gab ihr den Becher über meine Schulter hinweg. Ich hielt den Atem an und wartete nur darauf, dass sich der heiße Kaffee über mich ergoss und ich Olivia Karma kreischen hörte, doch sie ergriff den Becher und nahm ihn sicher an sich. Puh. Wir traten vom Tresen weg und ich blies in die Öffnung des Deckels, in der Hoffnung, die Flüssigkeit etwas abkühlen zu können, da meine Hände immer noch unangenehm heiß waren. Sie stellte ihren eigenen Becher ab, öffnete den Deckel und dann kippte sie einen gefühlten Liter Sahne hinein. Sie rührte um, nahm einen langen Schluck und seufzte glücklich. Ich weiß dein Angebot, beim Kürbisfestival zu helfen, wirklich zu schätzen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem. Das mit deinen Eltern tut mir wirklich leid. Tut mir auch leid, dass ich dich darauf angesprochen habe und, du weißt schon, das andere auch, ich riskierte einen Schluck von meinem Kaffee und verbrühte mir glücklicherweise nicht die Zunge. Ah, Koffein. Genau das, was ich jetzt gerade brauchte. Oh, schon okay, winkte sie ab und wir gingen in Richtung Ausgang. Das mit dem Typen ist schon lange her. Ich habe gerade jemanden kennengelernt und hab ein richtig gutes Gefühl dabei. Aber wir sind noch in dieser seltsamen Phase, in der man sich noch nicht richtig gut kennt. Das klingt jetzt vielleicht langweilig, doch ich wünschte, ein anderes Paar käme mit uns auf ein Doppeldiet. Du weißt schon, um den Druck rauszunehmen, die Konversation am Laufen halten zu müssen? Oh. Ich hatte noch nie ein Problem damit gehabt, mich mit Max zu unterhalten. Das Problem lag eher darin, die Unterhaltung zu beenden. Es ging mir ans Herz, Olivia gleichzeitig so glücklich und so traurig zu sehen. Ich habe auch gerade jemanden kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass er kein Problem mit einem Doppeldate hätte, wenn du wirklich willst. Olivia strahlte. Oh. Du bist die Beste. Ich bin wirklich froh, dass wir uns gerade über den Weg gelaufen sind. Ich gebe dir meine Nummer, dann können wir später eine Zeit ausmachen. Draußen vor dem Café balancierte sie ihren Becher und ihr großes Smartphone in den Händen und schaffte es, meine Nummer einzuspeichern, bevor wir getrennte Wege gingen. Als ich mit ihrer Nummer an meine Brust gedrückt zu meinem Auto ging, hatte ich das Gefühl, wirklich eine Chance zu haben, unsere Freundschaft wieder zu kitten. Auf halbem Weg drehte ich mich um und platzte fast vor Freude. Auch Olivia hatte sich umgedreht. Sie machte mit einer Hand die Telefongeste, dann winkte sie mir zu. Als ich in mein Auto einstieg, durchströmte mich ein Hochgefühl, da es den Anschein hatte, dass Olivia nicht mehr wütend auf mich war. Doch das Glück wich schnell der Anspannung. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, ein Doppeldate vorzuschlagen. Ich hatte Max gestern Abend erst gesagt, dass ich unter keinen Umständen mit ihm ausgehen würde, und hatte es auch so gemeint. Jetzt musste ich ihn fragen, ob er mit mir ausgehen wollte, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, dass ich eine Beziehung wollte. Gar kein Problem. Als ich zurück ins Hotel kam, kämpfte ich in meinen Gedanken noch mit dem Problem, Max fragen zu müssen, ob er mit mir auf ein Doppeldate gehen wollte. Natürlich würde er dann annehmen, dass ich Interesse an ihm hatte, was natürlich tatsächlich so war. Doch selbst wenn die Dinge zwischen uns gut laufen würden, blieb da immer noch das Problem, dass unsere jeweiligen Lebensmittelpunkte einfach zu weit voneinander entfernt waren. Ich hatte auf die harte Weise lernen müssen, dass Fernbeziehungen nicht funktionierten. Diesen Weg wollte ich nicht nochmal gehen, egal wie verführerisch er auch war. Ich betrat die Lobby und blieb wie angewurzelt stehen, als ich das Chaos sah. Der Parkettboden war mit Abdeckplanen ausgelegt, und alles war mit blauem Malerkrepp abgeklebt. Ich blinzelte und fragte mich, ob die Barista etwas anderes als nur einen Extra-Espresso in meinen Kaffee gemischt hatte. Ryan konnte all das nicht alleine in der kurzen Zeit geschafft haben, in der ich Kaffee holen gewesen war. Mein Blick wanderte in die Ecke des Raumes, wo Max stand und eine Abdeckplane auslegte. Sein Hemd war am Rücken etwas nach oben gerutscht und entblößte die Haut oberhalb seiner Jeans. Ich stellte mir vor, wie meine Hand über seinen nackten Rücken streichelte und erschauerte. Die Erinnerungen an den Abend, an dem wir uns am Strand geküsst hatten, kamen zurück. Seine süßen Worte, seine Berührungen, seine Küsse. Ich schüttelte den Kopf, um die Gedanken wieder loszuwerden, was allerdings nicht so einfach war. Er sah heute mehr als heiß aus, weil die abgetragenen Jeans, die er trug, an genau den richtigen Stellen ausgewaschen waren. Doch anstatt meinem Drang zu folgen, auf Max zu zustürmen, reichte ich meinem Bruder seinen Kaffee. Was macht Max damit den Abdeckplanen? Er nahm mir das Getränk mit einem dankbaren Blick ab. Er hilft mir dabei, den Raum fürs Streichen vorzubereiten. Ach nee. Das sehe ich selbst. Warum hilft er dir dabei? Er trank einen Schluck Kaffee. Das tut gut. Wo ist mein Schweinsohr? Ich reichte ihm das Gebäck und runzelte die Stirn. Max Huntington ist ein Gast in unserem Inn. Er hat in seinem Urlaub Besseres zu tun, als uns beim Streichen zu helfen. Scheinbar nicht, sagte er kauend. Er ist ein Gast, Brian, wiederholte ich und wies ihn auf das Offensichtliche hin. Er zuckte mit den Schultern. Er hat mich heute Morgen mit dem ganzen Kram gesehen und seine Hilfe angeboten. Großmutter hat immer gesagt, dass es dumm ist, kostenlose Hilfe abzulehnen. Ich seufzte. Damit hatte er recht. Doch warum half Max uns, wenn er stattdessen einen Segeltrieb in der Bucht unternehmen könnte? Das ergab keinen Sinn. Brian ging mit dem Kaffee in der Hand wieder an die Arbeit. Ich trank meinen Becher aus und beobachtete die beiden dabei, wie sie die Wandherfüllung abklebten. Max ging in die Hocke, um an den Sockelleisten zu arbeiten, und mein Blick wanderte automatisch zu seiner Kehrseite. Es sollte verboten sein, dass ein Mann in alten Jeans so heiß aussah. Ich zwang mich, den Blick abzuwenden und atmete scharf ein. Ich musste Max um einen Gefallen bitten, und das war mir furchtbar unangenehm. Ich wartete, bis Brian sich auf der anderen Seite der Lobby zu schaffen machte, bevor ich zu Max ging. Ich schenkte ihm mein verführerischstes Lächeln, doch es fühlte sich erzwungen an. Es war noch nie meine Stärke gewesen, jemanden um einen Gefallen zu bitten. Guten Morgen, Max, sagte ich. Er neigte den Kopf und grinste mich an, guten Morgen, meine Schöne. Ein wohliges Gefühl durchströmte mich. Ich hüstelte und ermahnte mich, nicht mit diesem süßen, hinreißenden Typen zu flirten. Du musst Brian nicht helfen, die Pension zu streichen, das weißt du, oder? Ja, aber ich will dir helfen. Ich runzelte die Stirn. Du meinst, du willst Brian helfen. Er schüttelte den Kopf. Du hast dich überfordert gefühlt, darum dachte ich, du könntest ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wirklich? Das ist wirklich süß von dir, mir wurde warm ums Herz bei so viel Aufmerksamkeit, doch ich erinnerte mich daran, dass er in einem Monat auf seine Geschäftsreise nach Japan gehen würde, darum musste ich es auf rein freundschaftlicher Ebene belassen. Was hältst du davon, wenn ich dich zum Dank für deine Hilfe zum Essen einlade? Ich lade noch ein befreundetes Pärchen ein. Das wird sicher lustig. Er blickte zu mir auf, dann erhob er sich. Lädst du mich gerade auf ein Doppeldate ein? Nein, das war noch unbehaglicher, als ich erwartet hatte, dabei hatte ich schon damit gerechnet, dass es ziemlich peinlich werden würde. Ich seufzte. Also gut. In gewisser Weise schon, doch du und ich, wir gehen nur als Freunde dahin. Als Freunde, wiederholte er. Ja, ich nickte und zerquetschte den leeren Kaffeebecher in meiner Hand. Ich habe gerade zufällig eine meiner ältesten Freundinnen im Kaffee getroffen. Sie hat gesagt, dass es schön wäre, wenn ein anderes Paar dabei wäre, wenn sie mit diesem Typen zum Essen geht, und ich habe irgendwie zugestimmt. Hast du Lust mitzukommen? Aber ich will nicht, dass du es als Date betrachtest. Eher als Einladung zum Essen mit einer Freundin und deren Freunden. Er legte einen Finger unter mein Kinn und hob es an. Es ist ein Doppeldate, Wendy. Gib's zu. Meine Haut prickelte von seiner Berührung. Kein richtiges. Wir gehen nur aus Spaß und um meiner Freundin einen Gefallen zu tun, weil sie nicht allein mit dem Typen ausgehen will. Geht es um Megan, mischte Brian sich ein und runzelte die Stirn. Nein, um Olivia. Musst du so neugierig sein? Ich warf ihm einen finsteren Blick zu, und er klebte ein Stück Klebeband auf meine Nase. Ich schlug nach seiner Hand, doch es gelang ihm, mir auszuweichen. Also versuchst du, dich mit Olivia gut zustellen, er warf Max einen vielsagenden Blick zu. Olivia ist ziemlich wütend auf Wendy. Wie kann man denn wütend auf Wendy sein, fragte Max, während er mit meinen Haaren spielte. Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Sie ist nicht mehr wütend auf mich. Nicht, seit ich ihr angeboten habe, beim Kürbisfestival mitzuhelfen und mit ihr auf ein Doppeldate zu gehen. Brian schüttelte den Kopf. Sieht so aus, als ob sie ziemlich verzweifelt deine Hilfe braucht. Wenn ich du wäre, würde ich als Gegenleistung auf einen selbstgebackenen Käsekuchen bestehen. Sie backt unglaubliche Käsekuchen. Meine Kinnlade klappte herunter. Du kannst mich nicht dazu erpressen, einen Käsekuchen zu backen. Ich vielleicht nicht, er schon, Brian zeigte auf Max. Max grinste. Klingt spannend. Aber ich werde dir den Gefallen nicht für einen Käsekuchen tun. Mein Magen zog sich bei dem Gedanken daran, dass ich Olivia vielleicht enttäuschen müsste, zusammen. Und aus einem weiteren Grund, der mir plötzlich bewusst wurde, weil ich keine Zeit mit Max verbringen würde. Er schob eine Haarsträhne hinter mein Ohr. Doch ich will dir den Gefallen tun. Wenn du mir dazu noch einen Käsekuchen backen willst, wäre es ein schöner Bonus. Doch das musst du nicht. Du gehst wirklich mit mir zu dem Doppeldate? Ich trat einen Schritt vor, und ein riesiger Stein fiel mir vom Herzen. Ich war so aufgeregt, ich hätte ihn küssen können. Genauer gesagt wollte ich ihn küssen. Doch stattdessen zog ich mich einen Schritt zurück. Ich bin mir nicht sicher, doch ich bezweifle, dass du den ganzen Tag so rumlaufen willst, lachte er und zupfte das blaue Klebeband von meiner Nase, das mein nerviger Bruder dorthin geklebt hatte. Ich bedeckte meine Nase mit meiner Hand. Oh, wie peinlich. Sag mir Bescheid, wann und wo wir essen gehen, er tippte spielerisch auf meine Nase, dann drehte er sich um und machte sich wieder daran, einen Lichtschalter mit Klebeband abzukleben. Unter seinem Hemd spannten sich seine geschmeidigen Muskeln an und bewegten sich auf eine so ästhetische Art und Weise, dass mein Herz anfing, schneller zu schlagen. Das Telefon klingelte, und ich riss die Augen auf. Ich hob abwehrend die Hände. Ich gehe nicht ans Telefon, Brian. Ich habe gemeint, was ich gesagt habe. Er zuckte mit den Schultern und schlenderte zum Telefon, um ranzugehen. Max kletterte eine Trittleiter hinauf, und seine Jeans spannte dabei ein wenig über seinen Oberschenkeln. Dieser Mann war in Topform. Mein Herz begann zu rasen, und mir stockte der Atem, wenn ich ihn nur ansah. Nicht gut. Zeit für mich, an die Arbeit zu gehen. Ich musste noch die Maler anrufen, die einen Kostenvoranschlag für das Streichen der Fassade abgegeben hatten. Danke nochmal, dass du mir den Gefallen tust, Max. Es wird schön werden. Ich verspreche es. Ich drehte mich um, und meine Absätze klapperten auf dem Holzboden, als ich zur Treppe ging. Hey, Wendy, rief er mir über seine Schulter hinweg zu, und sein Blick begegnete meinem. Bekomme ich nach unserem Date einen Gute-Nacht-Kuss? Ich schluckte. Oh, das hörte sich verführerisch an, viel zu verführerisch. Das ist nur ein Abendessen unter Freunden, Max, Freunde küssen sich nicht. Oh, zu schade, er zwinkerte mir zu, dann drehte er sich um und wandte sich wieder dem Abkleben der Stuckleisten zu. Die Jeans umschmeichelte seinen Hintern, und seine Armmuskeln tanzten. Ich biss mir auf die Lippe. Es war absolut nicht fair, dass er bei dieser Arbeit so gut aussah. Arbeitskleidung zum Streichen sollte lumpig, formlos und hässlich aussehen und nicht ansehnlich und knackig seinen sexy Körper betonen. Mein Handy piepste in meiner Tasche. Ich zog es heraus, um die Nachricht zu lesen, die ich eben bekommen hatte. Olivia will wissen, ob Samstagabend um acht für uns okay ist. Er nickte. Ich habe sonst nichts vor. Ich habe diese schlaue, einfühlsame, wunderschöne Frau, die ich am Strand getroffen habe, um ein D gebeten, doch sie hat mir einen Korb gegeben. Ich ging auf ihn zu. Max, willst du mich trösten? Er beeilte sich, von der Leiter herunter zu steigen, und zog mich an sich, dann lehnte er seinen Kopf an meine Schulter. Denn ich könnte ein wenig Trost von einer Freundin gut gebrauchen. Max, ich lachte und genoss es, ihn an mir zu spüren. Ich lade dich zum Essen ein. Vielleicht backe ich dir noch einen Käsekuchen. Aber das ist alles. MMM, er vergrub seinen Kopf an meinem Nacken und atmete tief ein, bevor er seine Lippen auf die Stelle genau unter meinem Ohr drückte. Dann sah er mich mit einem Lächeln auf den Lippen an. Für den Anfang reicht mir das. Von diesem einen, leichten Kuss fühlte ich mich ganz benommen. Ich schwankte ein wenig, als ich ihm dabei zusah, wie er die Leiter wieder hinaufstieg. Ich sehe dich dann morgen Abend um halb acht in der Lobby, sagte ich. Bis dahin musste ich mich in meine Arbeit vergraben und mich von ihm fernhalten. Sonst würde ich sehr wahrscheinlich seinem Wunsch nachkommen und ihn trösten, denn das war alles, woran ich im Augenblick denken konnte. Kapitel 8 Am nächsten Morgen hielt ich in der einen Hand meinen Latte aus dem Bayside Café, während ich mit der anderen Hand zwei Farbmuster an die Wand der Lobby klebte und anstarrte. Das eine war arktisblau und kam der derzeitigen Wandfarbe sehr nahe. Das arktisblau war wunderschön, doch es ließ einen Kloss in meinem Hals entstehen. Großmutter hatte diese Farbe geliebt, und als ich hier aufgewachsen bin, hatte sie die Räume zweimal in dieser Farbe neu streichen lassen. Ich konnte sie beinahe noch vor mir sehen, wie sie die Maler mit ihrem scharfen Blick bei der Arbeit beaufsichtigt hatte, um sicher zu gehen, dass die Farbe nicht tropfte und keine Nasen entstanden. Die andere Farbe, die ich aus den Vorschlägen ausgewählt hatte, war ein angenehmes, helles Beige. Eine helle Farbe zu verwenden ist ein alter Maklertrick, um den Raum größer und offener erscheinen zu lassen, als er eigentlich ist. Nachdem Brian und Max die Pizza verschlungen hatten, die ich für sie bestellt hatte, waren sie gestern Abend noch mit den Vorbereitungen fertig geworden. Max hatte sich mit einem leichten Kuss auf die Lippen für die Pizza bedankt. Natürlich hatte er mir versichert, dass es sich nur um einen freundschaftlichen Kuss gehandelt hatte. Das Problem war allerdings, dass ich mehr wollte. Irgendwie war es mir gelungen, ihm zu widerstehen, doch als ich zu Bett gegangen war, hatte ich von diesem einen süßen, simpeln Kuss geträumt. Jeder noch so kleine Kuss, den er mir gab, war magisch. Ich trank meinen Kaffee und seufzte, als ich versuchte, mich als Maklerin auf die Entscheidung zu konzentrieren, Arktisblau oder hellbisch. Für welche Farbe sich Max wohl entscheiden würde? Nicht, dass ich vorgehabt hätte, ihn zu fragen. Er war vor einer Weile mit Lucky zum Joggen an den Strand gegangen, und seitdem hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Konzentration, Wendy. Bandfarben. Ich hielt mein Handy in der Hand und mein Zeigefinger strich über den Bildschirm. Ich tippte auf das Adressbuch und suchte die Nummer des Farbladens. Ich hoffte, dass mir das helfen würde, eine Entscheidung zu treffen, doch bevor ich mich entschließen konnte, war der Bildschirm wieder schwarz. So viel zu dem Thema, dass Technologie einem das Leben erleichterte. Was machst du, Schwesterherz? Brian kam zu mir und starrte die Farbproben an. Er hatte das in mit Großmutter zusammengeführt, doch er war handwerklich begabt. Er wusste also, wie Farbproben aussahen, und er wusste genau, was ich machte. Ich antwortete trotzdem. Ich versuche, mich zwischen dem Hellbisch und dem Blau zu entscheiden. Er trank einen Schluck Kaffee. Auf jeden Fall Blau. Großmutter würde dich zur Strafe tagelang Unkraut jäten lassen, wenn sie dieses langweilige und hässliche Weiß sehen könnte. Ich rollte mit den Augen. Es ist hellbisch, nicht weiß. Es ist hässlich, sagte er ohne zu zögern. Nein, ist es nicht, ich neigte meinen Kopf und fragte mich plötzlich, ob das hellbisch nicht doch hässlich war. Großartig. Dank meines Bruders stellte ich nun meine Fähigkeiten als Maklerin in Frage, etwas, wofür mir meine Kunden fette Provisionen zahlten, da ich genau wusste, was ich tat. Wir sollten das Hellbisch nehmen. Es ist klassisch. Er machte einen Schritt auf die Proben zu, bis er nur noch wenige Zentimeter von ihnen entfernt stand. Okay, es ist nicht so hässlich, dass man schreiend davonrennen will, weil einem die Augen wehtun, aber es ist auch nicht die Farbe, in der das Hotel schon immer gestrichen war. Ich mag es nicht. Ich sah ihn an. Er hielt eine Rolle Klebeband in der Hand und tippte mit dem Fuß nervös auf den Boden. Ich runzelte die Stirn. Veränderung kann etwas Gutes sein. Nicht, wenn sie hellbisch ist, er riss die hellbeigefarbene Probe von der Wand. Ich nahm sie ihm wieder ab und klebte sie entschlossen zurück an die Wand. Höher auf, alles kaputt zu machen. Es kommt hier nicht darauf an, was du oder ich oder Großmutter gerne hätten. Wir müssen uns für das entscheiden, was sich gut verkaufen lässt. Er schüttelte den Kopf. Schau, wie hübsch das blau ist. Es sieht fast wie die jetzige Farbe aus, nur nicht verblast. Ich schloss die Hand um mein Handy und sah mir den Raum genauer an. Denk einfach, wie dieser Raum in hellbisch aussehen würde. Die Bilder würden besser zur Geltung kommen. Alles würde heller wirken und langweilig aussehen. Er prostete mir mit seinem Kaffeebecher zu und trank dann den Rest in einem Zug aus. Es war sinnlos, darauf zu antworten. Ich musste nur einen klaren Kopf bekommen und mir rational überlegen, welche Farbe sich besser für den Verkauf eignete. Ich ging einen Schritt zurück, dann noch ein Stückchen weiter. Ich schloss ein Auge und öffnete es wieder. Hellbisch war offensichtlich die richtige Wahl. Die kleine Probe strahlte sauber und perfekt. In meinem Kopf tauchte meine Großmutter auf, die mir mit dem Finger drohte, und ich zuckte zusammen. Nein, ich musste meine Emotionen aus der Gleichung heraushalten und die hellbisch-Farbe bestellen. Entscheidung getroffen. Ich drückte erneut auf mein Handy-Display, traf die Anruftaste jedoch nicht. Das hellbisch war perfekt, doch ich liebte das Blau. Seufz. Brian trat zurück, bis er wieder neben mir stand. Er stieß mich mit seiner Schulter an. Gib's zu, Schwesterchen. Dein hellbisch sieht in unserem in einfach nicht richtig aus. Es ist sauber, neutral und die bessere Wahl. Nicht jeder will ein Haus kaufen, das blau gestrichen ist. Das kann einem Verkauf sogar den Todesstoß versetzen. Da war dieses Haus in Sacramento, es war einfach großartig. Es war riesig, und das Grundstück war beeindruckend. Doch weil die Eigentümer die Innenräume bunt gestrichen hatten, habe ich es trotzdem nicht verkauft bekommen. Nicht jeder mag leuchtende Farben. Es sah aus, als ob der Osterhase darin amok gelaufen wäre. Die Eigentümer wollten auch auf niemanden hören. Sie haben sich geweigert, das Haus neu zu streichen, weil sie die Farben liebten. Zwei Jahre lang war es auf dem Markt. Doch dann wurde es verkauft, nicht wahr, er wandte den Kopf, und sein Blick traf auf meinen. Ja. Doch erst, nachdem sie nachgegeben und die Räume neu gestrichen hatten. Rate mal in welcher Farbe? Er hob seine braun. Arktisbe? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich ging wieder zur Wand und betrachtete die Farben aus verschiedenen Blickwinkeln. Brian warf mir einen seltsamen Blick zu. Was machst du da? Ich atmete hörbar aus. Ich versuche, die Farben aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Das dämliche Hellbisch sieht hier aus irgendeinem Grund einfach nicht richtig aus. Mein Handy klingelte in meiner Tasche, die auf dem Empfangstresen lag. Ich sah Brian entschuldigend an und ging hinüber, um es herauszuholen. Ich erkannte an der Nummer, dass es meine Assistentin Janine war. Ich hatte vor 20 Minuten erst mit ihr gesprochen und sie gebeten, mich heute Nachmittag nicht weiter zu stören, es sei denn es war dringend. Es musste also etwas schiefgelaufen sein, dabei konnte ich im Moment wirklich keine weiteren Probleme gebrauchen. Ganz sicher nicht jetzt, wo mich der drohende Finger meiner Großmutter immer noch verfolgte. Ich ging ein Stück von Brian weg, der damit beschäftigt war, gerade die Hellbisch-Fahrprobe von der Wand abzunehmen und sie sich auf die Stirn zu kleben. Ich hatte keine Ahnung, was er mir mit dieser Geste beweisen wollte. Ich nahm den Anruf an. Hallo. Hi, Wendy. Tut mir leid, dass ich dich störe, Janine klang gehetzt. Was gibt's, fragte ich und betete, dass es kein Problem gab. Wir haben ein Problem. Ein großes. Na ja, genau genommen drei große. Ich presste das Handy an mein Ohr und senkte mein Kinn. Erzähl. Was ist los? Du hattest doch Elizabeth gebeten, für dich einzuspringen. Na ja, das funktioniert nicht so gut. Was? Warum nicht? Sie kann unglaublich gut verkaufen und kennt sich mit Häusern aus. Ihr Vater war Architekt und ihre Mutter ist Designerin. Sie kann den Wert einer Immobilie gut einschätzen, okay, ich schweifte vom Thema ab. Ich wollte nicht hören, was Janine mir zu sagen hatte. Sie macht gerade eine ziemlich unappetitliche Scheidung durch, und ich glaube, sie ist zur dunklen Seite übergelaufen, Janine schwieg kurz, dann stöhnte sie, bevor sie weitersprach. Sie hat diese Woche mit dreien unserer Kunden zusammengearbeitet. Der erste, Mr. Reader, meinte, er würde sich eher eine Stricknadel ins Ohr stechen, als nochmal mit ihr zu einer Hausbesichtigung zu gehen. Du erinnerst dich sicher daran, dass sein Budget 1,5 Millionen beträgt? Ja, ich straffte meine Schultern und konnte nur hoffen, dass Elizabeth mir dieses Geschäft nicht wegen privater Probleme vermasselt hatte. Ich werde ihn anrufen und schauen, ob ich die Wogen wieder glätten kann. Was sonst noch? Die Obersts. Sie haben angerufen, weil sie wollen, dass wir ihr Haus aus der Nationalen Datenbank nehmen, weil Elizabeth es als neugotisch beschrieben hat. Es ist neugotisch. Hast du ihnen gesagt, dass Elizabeth mit einem hoch angesehenen Architekten und einem Designer gesprochen hat, bevor sie es so beschrieben hat? Ja, doch sie wollten mir nicht zuhören. Mrs. Oberst wollte, dass ihr Haus als traditionell beschrieben wird, doch Elizabeth hat ihr gesagt, dass das nicht geht, weil, naja, du weißt schon, es eben neugotisch ist. Ich ging auf und ab, während ich meine freie Hand abwechselnd zur Faust ballte und wieder streckte. Elizabeth hat recht, Janine, sagte ich. Allein der Gedanke daran, was mit meinem Ruf geschehen würde, wenn ich ein Haus als traditionell beschrieb, wenn es ganz klar neugotisch war, ließ mich erschaudern. Zu guter Letzt ist da noch Mr. O'Malley. Er hat das ganze Haus in Babyrosa gestrichen, um es für den Verkauf vorzubereiten. Elizabeth hat ihn gewarnt, dass er das Haus wahrscheinlich nicht verkaufen kann, solange er die Farbe nicht ändert, doch er will nicht auf sie hören. Kennst du irgendjemanden, der ein 1,4 Millionen Dollar teures Haus kaufen würde, das innen Babyrosa gestrichen ist? Mr. O'Malley hat nicht mal eine Hypothek auf dem Haus, doch er meint, er kann nicht umziehen, solange das Haus nicht verkauft wurde. Als er mich gefragt hat, in welcher Farbe er die Innenräume streichen soll, hab ich ihm gesagt, dass er hellbäsch nehmen soll, dieser Satz brachte mich dazu, mich umzudrehen, um mir die Farbproben nochmal anzusehen, von denen eine gerade an Brians Stirn klebte. Ich ging zu ihm hinüber, zog sie von seiner Stirn und klebte sie wieder an die Wand. Elizabeth hat einfach nicht dasselbe Feingefühl im Umgang mit den Kunden wie du, Wendy. Alle drei drohen damit, ihre Verträge mit dir aufzulösen. Was, ich neigte meinen Kopf und fragte mich, ob Mr. O'Malley sein Haus wegen seiner verstorbenen Großmutter Rosa gestrichen hatte. Vielleicht wirkte sie aus dem Grab immer noch genauso streng, wie sie zu Lebzeiten gewesen war? Ich presste meine Finger an die Schläfe. Ich bin mir sicher, dass Elizabeth damit umgehen kann, Janine. Erinnerst du dich nicht mehr an den einen Klienten, der für sein Haus dreimal mehr verlangen wollte, als es eigentlich wert war? Sie hat ihn davon überzeugt, den Preis zu senken, und innerhalb einer Woche war es verkauft. Ich weiß, doch das war, bevor sie die Scheidung eingereicht hat. Sie ist jetzt ein ganz anderer Mensch. Du musst zurückkommen, Wendy. Wir können es uns nicht leisten, diese Kunden zu verlieren. Janine hatte recht. Es waren wichtige Kunden. Noch dazu waren meine Ersparnisse wegen der Summen, die ich in die Renovierung des Hotels steckte, ziemlich aufgebraucht. Das in konnte ich verkaufen, sicher, doch ich musste bis nach der Beurkundung warten, bis ich meine Kosten erstattet bekommen würde. Panik begann in mir aufzusteigen, und ich blieb stehen. Ich kann nicht zurückkommen, Janine. Ich muss einen Monat lang hier bleiben und bin noch nicht mal eine ganze Woche weg. Meine Familie verlässt sich auf mich, und die steht an erster Stelle, sagte ich, während ich an Brian und meine Großmutter dachte. Ich würde die beiden nicht enttäuschen. Siehst dies ein Geräusch aus, das ziemlich verzweifelt klang. Kannst du zumindest für ein oder zwei Tage zurückkommen, dich um die Probleme kümmern und dann wieder zurückfahren? Nein, ich muss den ganzen Monat hier bleiben. Da komme ich nicht drum herum. Ich werde mein Bestes geben, sie am Telefon davon zu überzeugen, Elizabeth noch eine Chance zu geben. Dazu möchte ich auch noch, dass du sie persönlich betreust, sozusagen als Puffer zwischen ihnen und Elizabeth. Ich weiß, dass du das kannst. Sie atmete tief ein. Okay, ich gebe mein Bestes. Plötzlich hatte ich eine Idee. Sag Elizabeth, dass sie Mr. Reader Mr. O'Malley's rosa Haus zeigen soll. Mr. Reader will ein gutes Geschäft machen, und Mr. O'Malley will umziehen. Das könnte funktionieren. Aber es ist rosa, es klang, als ob Janine im Begriff war, zu hyperventilieren. Ja, und genau deswegen sollte sie ihm raten, weit weniger als den geforderten Preis zu bieten. Sie soll Mr. Reader klar machen, dass es nur auf den Grundriss ankommt und dass man den Anstrich leicht ändern kann. Mr. O'Malley verlangt sowieso einiges mehr, als das Haus auf dem Marktwert ist. Wenn Reader das Haus kauft, könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Janine seufzte. Okay. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Danke, ich legte auf und während ich zur Wand mit den Farbmustern zurückging, dachte ich an Mr. O'Malley. Warum hatte er die Innenräume nicht einfach in Hellbäsch streichen können, wie ich es ihm geraten hatte? Finanziell gesehen wäre das die sinnvollere Entscheidung gewesen. Die Terrassentür öffnete sich, und Max kam herein, um seine Lippen kurz darauf auf meine Wange zu pressen. Was machst du gerade, schöne Frau? Ich blickte in seine huskyblauen Augen und fühlte, wie all die Spannung von mir abfiel. Seine Haare waren nass, und ich fragte mich, ob er gerade ein Eisbad im Meer genommen hatte. Sein Arm stieß gegen meinen, und etwas Sand rieselte auf den Boden nahe unserer Füße. Ich versuche mich zu entscheiden, in welcher der beiden Farben wir die Innenräume des Hotels streichen sollten, sagte ich und bemerkte, dass ich mich an ihn gelehnt hatte. Er legte seinen Arm um meine Taille und drückte mich näher an sich. Welche gefällt dir am besten? fragte er. Ich liebe das Arktisblau, ich deutete auf die Wände um uns herum. Die Wände, in denen ich aufgewachsen war und die bald jemand anderem gehören würden. Allerdings ist es so ziemlich dieselbe Farbe, in der die Wände jetzt schon gestrichen sind. Doch das Hellbisch gefällt mir auch, weil das ganze Hotel so sauber und frisch wirken und für potenzielle Käufer einfach besser aussehen würde. Ich bin hin und her gerissen. Er ergriff meine Hand, und seine warmen Finger schoben sich zwischen meine. Blitze schossen durch meinen Bauch. Ich ließ mich gegen seinen durchtrainierten, schlanken Körper sinken, bis seine Wärme mich durchströmte. Er hob meine Hand, sodass unsere Finger nur wenige Zentimeter von den Farbproben entfernt waren. Mach die Augen zu, sagte er sanft. Höhe auf zu denken. Höhe einfach auf dein Herz. Ich holte Tiefluft. Er war zu atemberaubend, zu sexy und viel zu wunderbar. Ich hielt meine Hände hoch und atmete langsam. Ich fühlte die Hitze und die Kraft, die er ausstrahlte. Ich berührte eine der Proben, und meine Fingerspitzen waren elektrisiert. Ich öffnete die Augen. Das Arktisblä. Okay, dann eben blau, sagte ich, und irgendwie fühlte sich die Entscheidung richtig an. Max hielt mich immer noch in seinen Armen, als ich auf das Display meines Handys drückte und den Farbladen anrief, um das Arktisblau zu bestellen. Ich wartete darauf, dass die Maklerin in mir versuchte, mich davon abzuhalten, doch stattdessen dachte ich an meine Großmutter. Ihre smaragdgrünen Augen wirkten so ernst wie immer, doch ihre Mundwinkel hoben sich ein wenig, und sie lächelte mich an. Kapitel 9 Als ich am Samstagmorgen ins Hotel kam, steckten in dem Träger in meiner Hand vier Kaffeebecher. Ich war soeben von meinem morgendlichen Ritual aus dem Bayside Café zurückgekommen. Nachdem Sandy, eine der Baristas, mich wieder mit Namen gegrüßt hatte, hatte sie mich gefragt, ab wann das in den offiziell zum Verkauf stehen sollte. Ich war es nicht mehr gewohnt, dass in so einem kleinen Ort jeder über jeden Bescheid wusste, darum hatte ich sie zunächst nur verblüfft angeblinzelt. Anstatt die Mund-zu-Mund-Propaganda auszunutzen, was jeder vernünftige Makler gemacht hätte, hatte ich schließlich nur gestammelt, wir werden sehen. Dann bestellte ich vier Kaffee statt der üblichen zwei. Max hatte unermüdlich mit Brian daran gearbeitet, die Innenräume für das Streichen vorzubereiten, also war das Mindeste, was ich tun konnte, ihn mit seiner morgendlichen Dosis Koffein zu versorgen. Da ich später einen Termin mit Megan hatte, um mir die ersten Entwürfe für die Webseite des ins Anzusehen, bestellte ich auch ihr einen Latte. Nachdem ich den Smalltalk im Bayside Café überstanden hatte, überlegte ich mir ernsthaft, eine ordentliche Espressomaschine zu kaufen, anstatt weiter jeden Morgen in den Ort zu fahren, um dort Kaffee zu holen. Der Knaller war für mich gewesen, als Sandy die Becher in den Träger gesteckt und dabei gesagt hatte, ich hoffe, ihr verkauft das Wunderschöne in nicht an eine dieser geschmacklosen Hotelketten, die versucht haben, hier Fuß zu fassen. Ich würde sterben, wenn ich mir jeden Tag so ein Gebäude ansehen müsste. Nach dem Gespräch fühlte ich mich ausgelaugt. Wollte ich wirklich die Verantwortung dafür tragen, dass eine wirklich gute Barista starb? Oder für eine Entscheidung, die für die Einwohner der Stadt von Nachteil war? Ähm, nein. Doch war es wirklich von so großer Bedeutung für die Einheimischen, dass wir das Hotel verkauften? Ich fürchtete, dass die Antwort ja war. Als ich die Hotellobby durchquerte, sah ich Brian und Max, die an gegenüberliegenden Ecken des Raumes die Wände abschliffen. Max' T-Shirt spannte über seine muskulösen Oberkörper, und ich musste Tiefluft holen, als ich mich daran erinnerte, wie sich diese Muskeln unter meinen Händen angefühlt hatten. Es wurde jeden Tag schwerer, meine Beziehung zu Max auf rein freundschaftlicher Ebene zu belassen. Außerdem war heute Abend unser Doppeldate mit Olivia und ihrem neuen Typen. Ich hatte Max und Brian eben erst ihre Kaffees gegeben, als Megan durch die Doppeltür in die Hotellobby geschlendert kam. Sie hatte ihre blonden Haare auf eine Seite gekämmt und hielt sie mit einer mit Glitzersteinen besetzten Haarspange zusammen. Ihre leuchtend pinkfarbene Tasche schwang im Takt ihrer Schritte neben ihren Hüften hin und her. Morgen, Megan, Brian winkte ihr zu. Ich würde ihr eine Pause machen, um mich mit dir zu unterhalten, doch ich wurde zur Zwangsarbeit verdonnert. Pass auf, dass dir das nicht auch passiert. Sie lachte. Keine Sorge. Ich habe meine Rechnung schon gestellt. Gut für dich, er lächelte sie an. Ich blickte zwischen den beiden hin und her und kam zu dem Schluss, dass ich mir nur eingebildet hatte, dass sie miteinander geflirtet hatten. Schließlich ging sie mit diesem Typen aus dem Dachtclub aus. Oder er nicht mehr. Ich schüttelte den Gedanken ab. Es war zu verstörend, dass Megan ein romantisches Interesse an meinem nervigen Bruder haben könnte. Hier ist dein Kaffee. Warum gehen wir zum Arbeiten nicht in die Bibliothek? Klingt gut, ihr Blick wanderte von Brian zu Max, und sie zog ihre Augenbrauen hoch. Mir war klar, dass sie sich wahrscheinlich gerade zusammengereimt hatte, dass das der Kerl sein musste, von dem ich ihr erzählt hatte. Ich gestikulierte zwischen den beiden hin und her, um sie einander vorzustellen. Megan, das ist Max. Er ist eigentlich ein Gast hier im Inn, greift uns allerdings bei den Renovierungsarbeiten etwas unter die Arme. Max streckte seine Hand aus. Freut mich dich kennenzulernen, Megan. Sie nahm seine Hand und schüttelte sie leicht. Ich habe schon viel von dir gehört. Mein Gesicht glühte. Ich konnte nur hoffen, dass er nicht annahm, ich hätte Megan von unserem Abend am Strand erzählt. Das hatte ich tatsächlich nicht getan. Noch nicht. Um Max' neugierigem Blick zu entgehen, drehte ich mich schnell zu Brian um. Hast du die Maler gesehen? Die wollten heute eigentlich mit der Fassade anfangen. Brian schüttelte den Kopf. Ich rufe sie gleich mal an. Gut. Die Besprechung wird etwas dauern, sagte ich, während ich Megan am Speisezimmer vorbei in Richtung Gang schob. Wir nahmen auf einem der Sofas in der Bibliothek Platz und stellten unsere Getränke vor uns auf dem Tisch ab. Megan zog ihren Laptop aus ihrer pinkfarbenen Tasche und trank dann einen großen Schluck Kaffee. Heute werden wir erstmal über Domains und solchen Kram reden. Ich habe mir gedacht, wir sollten etwas wirklich Abgefahrenes mit der Webseite machen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das Ganze hier ist schon ziemlich abgefahren und anreißerisch, witzelte ich, als ich mich nach vorne lehnte, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Ich starte den Bildschirm an. Ich habe noch nie eine Webseite gemacht. Die Immobilienfirma hat das für mich erledigt. Mach dir keine Sorgen. Deswegen bin ich ja hier. Ich habe dir eine Domain gesichert und das hier ist die Homepage, die ich für dich entworfen habe. Sie drückte auf eine Taste und ein Foto vom Hotel erschien auf ihrem Laptop mit dem Meer im Hintergrund. Es war ein wunderschönes Foto. Hey, das ist wunderschön. Ich liebe es. Sie hob einen Finger. Der beste Teil kommt erst noch. Ciao. Ich trank einen langen Schluck von meinem Kaffee, während ich mich auf den Bildschirm konzentrierte. Der Name des Hotels erschien oben auf der Seite, ein Buchstabe nach dem anderen. Dann, ein paar Sekunden später, sprang ein riesiger Wal aus dem Meer und verschluckte den Namen. Ich verschluckte mich fast an meinem Kaffee, als ich dem Wal dabei zusah, wie er mit einem Flossenschlag wieder im Wasser verschwand. Eine kitschige Welle schwappte über den Bildschirm und ließ den Hotelnamen wieder auftauchen. Megan klatschte begeistert in die Hände. Und? Was denkst du? Ich starte erst sie an, dann wieder den Bildschirm. Sie hatte die Seite aktualisiert, und der Wal verschlang gerade erneut den Namen des Hotels. Ähm, ich hatte sie um eine einfache Webseite gebeten mit klaren Linien und nicht um etwas, das aussah wie das Werbeplakat für einen Vergnügungspark, doch sie sah so begeistert aus. Ich überlegte, wie ich gleichzeitig ihre Arbeit loben und ihr erklären konnte, warum das nicht das Richtige für uns war. Ich meine, ganz ehrlich? Ein Wal? Also, mir gefällt, wie kreativ und originell du die Szene gestaltet hast. Ich mache mir nur Sorgen, dass sich jemand vielleicht fragen wird, ob er Gefahr läuft, von einem Wal gefressen zu werden, wenn er hier ein Zimmer bucht. Sie neigte den Kopf und betrachtete den Bildschirm. Der Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Ich habe allerdings noch ein paar andere Ideen, falls du sie dir ansehen willst. Ich war erleichtert. Das wäre schön. Okay, wie gefällt dir diese hier? Sie drückte auf eine Taste, und Delfine tanzten auf ihre Schwänze gestützt über den Bildschirm, während sie blaue Wasserbälle zwischen ihren Flossen hielten, die mit dem Hotelnamen beschriftet waren. Der blanke Horror. Mein Traum von einer professionellen Webseite zerfiel direkt vor meinen Augen. Warum hatte ich vergessen, wie besessen Megan von allem Meeresjet hier war? Als wir Kinder waren, hatte sie ihr ganzes Zimmer mit Bildern davon tapeziert. Ihre Lippen verzogen sich zu einem breiten Zahnpasta- Werbungslächeln. Ist das nicht fantastisch? Ich zog eine Grimasse. Es war nicht so, dass ich ihre Idee hasste. Doch es war auch sicherlich nicht die professionelle Webseite, von der ich mir erhofft hatte, dass sie mir beim Verkauf des Hotels helfen würde. Ich stellte meinen Kaffeebecher ab und verschränkte meine Finger. Die Idee ist witzig und originell, doch ich fürchte, dass es für unsere Gäste etwas verwirrend sein könnte. Ich riskiere ungern, dass die Leute denken, wir hätten Zirkusdelfine hier bei uns, die sie sich in einer Show ansehen können, sagte ich und hoffte, dass meine Kritik ihre Gefühle nicht verletzt hatte. Doch sie strahlte nach wie vor. Wenn dir die Idee nicht gefällt, habe ich noch mehr. Die nächste Muster-Webseite bestand aus einem dunklen Hintergrund und einem Vollmond, der aus einem glitzernden Meer aufstieg. Dann erschienen die Worte in In Blue Moon Bay auf dem Bildschirm und darunter stand Komm und erlebe die Legende. Megan zeigte auf den Mond. Das ist witzig, weil es auf die Legende vom Kuss in der Bucht anspielt. Die Leute kommen wegen der romantischen Spaziergänge nach Blue Moon Bay, um sich zu verlieben oder um ihre Romanzen wieder aufleben zu lassen. Oder nicht? Was denkst du? Meine Gedanken wanderten zurück zu dem Moment, als ich Max unten am Strand getroffen hatte und wir uns dann unter dem Vollmond geküsst hatten. Ich musste zugeben, die Seite war romantisch. Es ist clever, die Legende einzusetzen, sagte ich, auch wenn es nicht im geringsten dem entsprach, was ich ursprünglich wollte. Sie lächelte. Danke. Warum sollten wir eine langweilige Webseite erstellen, wie sie jedes andere Hotel auch hat? Wir sollten zeigen, was das in In Blue Moon Bay so besonders macht, sie zwinkerte mir zu. Außerdem weiß ich, dass dir persönlich die Legende viel bedeutet. Max scheint der absolute Traummann zu sein. Erzähl mir mehr über. Mein Telefon piepste plötzlich fünfmal hintereinander. Ich warf einen Blick auf den Bildschirm und sah die fünf Nachrichten von Janine auf dem Display, in denen immer das gleiche stand, Notfall. Das ist mein Büro. Tut mir leid, doch da muss ich rangehen. Ich komme gleich wieder, ich verließ den Raum und eilte den Gang hinunter, während ich Janines Nummer wählte. Ah, gut, dass du anrufst, keuchte sie ins Telefon. Mein Herz pochte. Was ist los? Es geht um dein Reihenhaus. Das Große in der feinen Gegend nur ein paar Minuten von hier, das dir so gefällt. Was ist damit? fragte ich, während mein Herz anfing, noch heftiger in meiner Brust zu schlagen. Der Eigentümer hatte sich letzten Monat mit mir in Verbindung gesetzt, um mir mitzuteilen, dass er das Haus bald auf den Markt bringen wollte. Doch er hatte mir versprochen, dass er es mich vorab wissen lassen würde, damit ich das erste Angebot abgeben konnte. Es ist gerade auf den Markt gekommen. Mein Blutdruck schoss auf ein bedenkliches Niveau. Das kann nicht dasselbe Anwesen sein. Mr. Wells hatte mir quasi ein Vorkaufsrecht zugesagt. Ja, aber sie haben sich getrennt. Mrs. Wells hat die Anzeige erstellt. Oh, nein. Dass das Reihenhaus jetzt offiziell zum Verkauf stand, hätte für mich die beste Nachricht überhaupt sein sollen. Es bedeutete, dass ich endlich das stabile Zuhause kaufen konnte, das ich mir immer erträumt hatte. Doch ich hatte meine Ersparnisse bereits für die Anzahlung der Dachreparatur, die Erneuerung der Böden, den Fassadenanstrich und alles andere ausgegeben. Ich würde niemals ein Darlehen bekommen, wenn ich nicht zumindest 20% Eigenkapital hatte. Wir mussten das in sofort verkaufen oder ich würde mein perfektes Reihenhaus verlieren. Bis die Übertragung auf den neuen Eigentümer stattgefunden hatte, wären auch die 30 Tage vergangen, für die ich laut Testament das Hotel führen musste. Doch ich hatte das in noch nicht auf den Markt gebracht, weil ich erst die Renovierung hatte durchführen wollen, um einen Interessenten anzulocken, der dann das Hotel über viele Jahrzehnte weiterführen würde. Doch sollte mich jetzt diese Entscheidung um das Heim bringen, das ich mir immer gewünscht hatte? Das war nicht fair. Ich wollte meine Großmutter um Rat fragen, doch sie konnte mir jetzt nicht mehr helfen. Niemand konnte das. Tut mir wirklich leid, Wendy, Janine hörte sich genauso niedergeschlagen an, wie ich mich fühlte. Ich dachte mir, dass du es wissen willst, falls du die Möglichkeit hast, es zu kaufen. Ich schluckte, um den Kloss in meinem Hals loszuwerden. Danke, Janine. Ich muss Schluss machen. Als ich aufgelegt hatte, zerquetschte ich fast das Telefon in meiner Hand. Ich konnte nicht fassen, dass Mr. Wells Klein beigegeben hatte. Das war mein Traumhaus. Ich hatte so hart dafür gearbeitet und alles andere dafür aufgegeben. Ich schloss die Augen und stellte mir die kühlen Granitarbeitsflächen in der Küche vor, die großen, vom Sonnenlicht durchfluteten Zimmer, den Ausblick auf die Bäume im Park, eine Seltenheit in der Innenstadt von Sacramento und den kurzen Weg zu meiner Arbeit. Ich konnte nicht zulassen, dass mir dieses Haus durch die Finger glitt. Doch was sollte ich tun? Schweren Herzens ging ich zurück in die Bibliothek. Als ich zurückkam, stand Megan an den hohen Fenstern. Sie blickte hinaus über die grüne Rasenfläche und den Strand, der direkt dahinter lag. Draußen auf dem Wasser tanzte ein Segelboot, dessen Segel vom Wind aufgebläht wurden. Es ist so schön hier. Ich wünschte, ich hätte so einen Ausblick von meiner Wohnung. Was würde ich dafür geben, jeden Morgen mit so einer Aussicht aufzuwachen? Du hast keine Ahnung, wie viel Glück du hast, sie drehte sich zu mir um und biss sich auf die Lippe, als sie meinen Gesichtsausdruck sah. Was ist los? Ich schüttelte den Kopf und sprudelte los, ich habe gerade herausgefunden, dass mein Traumhaus auf den Markt gekommen ist. Der Eigentümer hatte mir versprochen, es zuerst mehr anzubieten, doch jetzt haben sie es einfach zum Verkauf ausgeschrieben. Irgendjemand macht ihm gerade vielleicht ein Angebot. Sie runzelte die Stirn. Sacramento ist eine große Stadt. Gibt es da nicht noch andere Häuser, die dir gefallen könnten? Keines wie dieses, ich ging zurück zum Sofa und öffnete die Liste mit den zum Verkauf stehenden Häusern auf Megans Laptop. Mein Herz setzte einen Moment aus, als ich die Anzeige fand. Ich zeigte auf das wunderschöne Reihenhaus. Ist es nicht perfekt? Schau dir auch die Zimmer an. Siehst du die Badewanne und diese Arbeitsflächen? Es liegt auch ideal, wenn ich lange im Büro arbeiten muss. Ähm. Meine Augen traten ein Stück aus ihren Höhlen. Steht da etwa, dass es schon verkauft ist, ich starte auf den Bildschirm, doch alles, was ich sah, war ein Bild des großzügigen Wohnzimmers. Was ist, Megan? Naja, ist das nicht ein bisschen schlicht? Klare Linien sind schlicht, sagte ich defensiv. Ich wollte ihr weiter von den Vorteilen vorschwärmen, doch es war offensichtlich, dass es ihr nicht gefiel. Ihre Vorstellung eines coolen Hauses umfasste wahrscheinlich Bilder von Meeresjetier an jeder Wand, was auch in Ordnung war. Ihr gefiel das eine, und mir gefiel das andere. Tut mir leid wegen deines Reihenhauses, Wendy. Haben wir wenigsten einen Gewinner aus den Vorschlägen für deine Webseite? Großartig. Jetzt brauchte ich eine gute Webseite dringender denn je. Etwas Ordentliches und schlichtes, genau wie das Reihenhaus, das ich wollte. Wir mussten den Verkauf schnell abwickeln, damit mir nicht jemand das Haus vor der Nase wegschnappte. Sie hatten den Preis etwas zu hoch angesetzt, auch wenn ich sofort bereit wäre, den vollen Preis zu zahlen. Ich nehme die Version mit dem romantischen Mond. Megan streite. Ich wusste, dass dir die Legende am besten gefallen würde. Du hast die Geschichte geliebt, als wir Kinder waren. Du hast immer geglaubt, dass du genau so die wahre Liebe finden würdest. Das war, bevor ich betrogen und abserviert worden bin, bemerkte ich. Tief in meinem Herzen hatte die Legende immer noch ihren besonderen Platz, doch gerade konnte ich nur an mein Reihenhaus denken. Ich musste das Hotel offiziell zum Verkauf ausschreiben und ich brauchte eine Webseite. Ich trommelte mit meinen Fingern auf den Couchtisch. Wie schnell kannst du die Webseite fertig bekommen? Es sollte nicht mehr als ein paar Tage dauern, alles einzurichten. Ich habe den Vertrag dabei und sobald du ihn unterschrieben hast, kann ich sofort mit der Arbeit anfangen. Sie zog ein Formular aus ihrer Tasche und ich überflog kurz den Text, bevor ich an der markierten Stelle unterschrieb. Als sie das Papier zurück in ihre Tasche stopfte, fragte sie mich, Max ist der Typ, von dem mir Olivia erzählt hat, oder? Mit dem du auf das Doppeldate gehst? Ich strich mir mit einer Hand durch die Haare und fühlte mich unglaublich gestresst. Bei all dem Chaos hatte ich das Date mit Max heute Abend ganz vergessen. Wir sind nur Freunde. Wir können nichts miteinander anfangen, weil das wäre einfach zu kompliziert. Was ist kompliziert daran, sich in jemanden zu verlieben? Er wirkt nett und du bist ganz zittrig, wenn du in seiner Nähe bist. So habe ich dich noch nie gesehen. Außerdem ist es ziemlich offensichtlich, dass er auch verrückt nach dir ist. Er ist nett, und ich mag ihn, gab ich zu. Doch sobald ich das Hotel verkauft habe, gehe ich wieder zurück nach Sacramento, und er muss wegen irgendeines Projekts nach Japan. Die Distanz macht jegliche Form einer Beziehung unmöglich. Fernbeziehungen funktionieren auf Dauer einfach nicht. Ihre Augen wurden groß und traurig. Warum bleibst du dann nicht einfach in Blue Moon Bay, Wendy? Ist es wirklich so schlimm hier? Ich dachte über meine Gründe nach. Meine Eltern hatten mich hier zurückgelassen, und es tat immer noch weh. Wenn ich an Jans Verrat dachte, fühlte es sich an wie tausend Messerstiche direkt ins Herz. Auch nach all den Jahren erinnerte mich diese Stadt immer noch an das mitleiderregende Mädchen, das ich einst gewesen war. Mein Leben findet in Sacramento statt, Megan. Hier gibt es nichts für mich. Max schob seinen Kopf durch die Türöffnung. Tut mir leid, dass ich euch beide unterbreche, doch ich muss kurz mit dir reden, Wendy. Seine blauen Augen wirkten dunkler, und ich spürte, dass er schlechte Nachrichten brachte. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob ich heute noch mehr davon vertragen konnte. Mein Magen rebellierte. Gibt es ein Problem? Ich habe mit den Malern telefoniert, und sie haben sich im Datum vertan. Sie können nicht vor dem nächsten Wochenende anfangen. Mir blieb der Mund offen stehen. Aber wir stehen unter Zeitdruck. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Fragte er. Ich ließ mich zurück aufs Sofa sinken. Es muss eine Möglichkeit geben, dass Sie früher anfangen. Sie haben einen anderen Auftrag diese Woche. Vor nächster Woche wird es nichts. Tut mir wirklich leid, Wendy. Hey, Max, Megan winkte ihn zu sich. Schau dir mal die neue Webseite vom Hotel an. Er warf mir einen letzten besorgten Blick zu, dann beugte er sich über den Computer, um einen kurzen Blick auf den Bildschirm zu werfen. Er richtete sich auf und lächelte mich an. Das ist unglaublich. Mir gefällt, wie du die Legende mit dem ihn in Verbindung gebracht hast. Gehört ja auch irgendwie dazu und macht es ganz besonders verlockend. Wir sahen einander in die Augen, und in meinem Bauch tanzten die Schmetterlinge, was nicht gut war. Ich hatte versucht, eine emotionale Distanz zwischen Max und mir zu bewahren, doch jeder Tag brachte mich ihm ein Stückchen näher. Ausgerechnet jetzt war mein Reihenhaus auf dem Markt, und der Verkauf des Hotels würde sich wahrscheinlich noch länger hinziehen. Wenn es doch nur eine zweite Legende gäbe. Eine, die mir sagen würde, was ich tun sollte, jetzt, wo alles, was ich so sehr haben wollte, außerhalb meiner Reichweite zu driften schien. Kapitel 10 Max kam pünktlich um halb acht in die Lobby. Er trug Karkishorts, die seine gebräunten, muskulösen Beine zeigten, ein kurzärmliches Hemd und Segelschuhe. Als ich sah, dass er in der einen Hand einen leichten Pullover trug, war ich erleichtert, denn schließlich gingen wir segeln, und draußen auf dem Wasser konnte es ziemlich kühl werden. Er lächelte mich an. Du siehst wunderschön aus. Ich hatte meine Haare in einem Pferdeschwanz gebunden und trug ein hellblaues, langärmliches T-Shirt, eine Jeans-Kaprihose und Segelschuhe, ganz anders, als ich mich sonst kleidete, darum war sein Kompliment beilsam für meine Seele. Danke, du siehst auch prima aus. Wenn du soweit bist, können wir los. Wir treffen Olivia und ihr Del am Hafen. Mit dem Auto sind das nur ein paar Minuten von hier. Er nahm meine Hand und hakte mich in einer ritterlichen Geste unter. Ein kleiner elektrischer Schlag schoss durch meinen Arm. Ich hätte Abstand halten sollen, doch die Wärme seiner Haut, die ich auf meiner spürte, und sein verlockendes Parfüm hielten mich gefangen. Wir verließen das in und stiegen in das Cabrio, das er gemietet hatte. Dann fuhren wir zum Hafen, wo die Boote vor Anker lagen und sich langsam im Rhythmus der Wellen hoben und senkten. Danke nochmal, dass du mir den Gefallen tust, sagte ich. Meine Nerven lagen blank, und ich fühlte mich wie ein Teenager, der zum ersten Mal ein Date hatte. Es war verrückt. Ich kannte Max bereits, und wir hatten uns auch schon geküsst, und das ausgiebig. Außerdem war es kein wirkliches Date. Es gab also keinen Grund nervös zu sein. Vielleicht sollte ich das den Schmetterlingen sagen, die sich scheinbar entschieden hatten, auf Dauer in meinen Bauch einzuziehen. Er schenkte mir ein sexy Lächeln. Du musst mir nicht dafür danken, dass ich Zeit mit dir verbringe, Wendy. Darauf habe ich gewartet, seitdem ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Du bist süß, die Schmetterlinge flatterten noch heftiger. Er strich mit seinem Finger über meine Wange, und ich fragte mich, ob ich gerade den Verstand verlor, so sehr kribbelte meine Haut. Wie konnte ich nur mit ihm befreundet sein, wenn bei allem, was er tat, mein Wunsch danach wuchs, mehr als nur Freunde zu sein. Olivia winkte uns vom Hafen aus zu und kam dann zu uns herüber. Hi, ihr beiden! Freut mich, dass ihr es geschafft habt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass euch irgendwas dazwischen gekommen sein könnte. Ich würde dich nie im Stich lassen, Süße, ich umarmte sie und freute mich, als sie meine Geste mit derselben Begeisterung erwiderte. Olivia, das ist Max, Max, das ist Olivia. Wir sind zusammen aufgewachsen. Max reichte ihr seine Hand. Freut mich, dich kennenzulernen. Sie lächelte und schüttelte seine Hand. Freut mich auch. Olivia drehte sich zu dem Mann um, der auf uns zukam. Er hatte volles blondes Haar und hellgraue Augen, die ihm eine mysteriöse Aura verliehen. Olivia nahm seine Hand. Das ist Hunter. Wendy, du erinnerst dich sicher noch aus der Grundschule an ihn, oder? Ich runzelte die Stirn. Kannte ich diesen mysteriösen, hinreißenden Mann? Daran erinnerte ich mich. Hunter Cartwright. Er war ein kleiner, dürrer Junge gewesen, der unglaublich fasziniert von Ameisen gewesen war. Früher war er Olivia immer durch die Gänge der Schule gefolgt und hatte dabei eine ziemlich schiefe Version des Titelsongs des rosaroten Penters zum Besten gegeben, in der die Worte tote Ameisen seltsam oft vorgekommen waren. Kein Wunder, dass sie nervös war. Was, wenn er vorhatte, ihr wie zu alten Zeiten ein Ständchen zu singen? Ha! Schön, dich wiederzusehen, Hunter. Ich streckte ihm meine Hand entgegen, und er drückte sie sanft. Dann schüttelte er auch Max' Hand, nachdem ich die beiden einander vorgestellt hatte, und wir gingen an Bord von Hunters Segelboot. Als Max und Hunter anfingen, die Segel zu hissen, nahm ich Olivia zur Seite. Hunter hat sich ganz schön verändert. Doch so wie er dich ansieht, scheint er immer noch genauso verknallt in dich zu sein wie früher. Vielleicht bekommen wir heute wieder eine kartrich-hatsche Version des rosaroten Penters zu hören. Wahnsinnig witzig, sie knuffte mich in die Seite, dann kicherte sie. Ich bin ihm bei einem Fundreiser für mein neues Geschäft begegnet, da hätte ich ihn fast nicht erkannt. Er war gerade erst zurück in die Stadt gekommen, nachdem er einen anstrengenden Job an der Wall Street aufgegeben hatte. Wall Street? Das war beeindruckend. Und was macht er jetzt wieder hier in Blue Moon Bay? Er baut jetzt Segelbute, so wie dieses hier. Das ist schon immer sein Traum gewesen. Er ist nur nach New York gegangen, um genug Geld zu verdienen, damit er das Unternehmen finanzieren konnte, von dem er immer geträumt hat. Er hat ein Gebäude gemietet und zwischenzeitlich schon fünf Bestellungen für Boote in den Büchern. Wow, anscheinend hatte Olivia genau den Typmann getroffen, den ich brauchte. Ein bodenständiger Typ mit einem Langzeitplan, der in derselben Stadt lebte, und der mich nicht verlassen würde, um alle möglichen Länder zu bereisen. Das klingt, als ob das mit dir und Hunter etwas Ernsthaftes werden könnte. Das denke ich auch, sie nagte an ihrer Unterlippe. Megan hat mir erzählt, dass du Interesse an Max hast. Ihr seid aber nicht zusammen, oder? Ich schüttelte den Kopf. Mit seinem Job reist er auf der ganzen Welt herum. Er lebt nicht in Sacramento und wird wahrscheinlich auch niemals dorthin ziehen. Falls sich das zu einer Beziehung entwickeln würde, dann würde das heißen, dass ich mitreisen und meine Karriere aufgeben müsste. Doch ich habe zu hart gearbeitet, um das jetzt alles aufzugeben. Außerdem, was wäre, wenn wir Kinder wollten, auch wenn das natürlich weit in der Zukunft wäre? Das ganze Herumreisen wäre ihnen gegenüber nicht fair. Ich werde meinen Kindern niemals das antun, was meine Eltern Brian und mir angetan haben. Anstatt mir einen mitfühlenden Blick zuzuwerfen, lachte sie nur. Du willst keine Beziehung mit ihm, doch du denkst jetzt schon darüber nach, was potenziellen gemeinsamen Kindern gegenüber fair wäre. Fühl dich jetzt bitte nicht auf den Schlips getreten, Wendy, doch du hast dich ordentlich in ihn verknallt. Damit lag sie so dermaßen richtig. Ich sollte nicht über Kinder nachdenken, wenn Max offensichtlich nicht der richtige Mann für mich war. Um das Thema zu wechseln, gestikulierte ich in Max und Hunters Richtung, die schon das Fox-Segel gesetzt hatten. Wir sollten ihnen helfen. Ich hakte mich bei ihr unter und zog sie zu den Segeln. Als Teenager waren Olivia und ich oft zusammen segeln, und ich wusste, dass ihr dabei kaum jemand das Wasser reichen konnte. Doch die Kupplerin in mir wusste, dass Olivia sich nur so schüchtern gab, weil sie Hunter sehr mochte. Hunter? Warum lässt du dir nicht von Olivia mit dem Seil helfen? Olivia trat einen Schritt zurück. Nein, das ist schon okay. In der Annahme, sie würde es mir abnehmen, griff ich nach dem Seil, doch stattdessen stolperte Hunter darüber. Er fiel fast hin, doch wildrudernd gelang es ihm, die Balance wieder zur Langen. Ich ließ das Seil fallen, als wäre es eine Schlange, die mich gerade gebissen hatte. Olivia eilte zu ihm hinüber. Tut mir so leid, Hunter. Das war meine Schuld. Nichts passiert, er legte lächelnd eine Hand auf ihre Schulter. Ich stand wie angewurzelt da und fragte mich, was gerade passiert war. Max legte seinen Arm um mich. Willst du mir mit dem Vorsägel helfen? Warum überlassen wir das nicht Hunter und Olivia? Ich wich ein Stück zurück, da allein diese leichte Berührung, diese unglaublich süße Geste, das Verlangen in mir wachsen ließ, ihn zu packen und zu küssen. Das tat ich allerdings etwas zu schnell und stieß gegen den Großbaum, der dadurch nach vorne schwang. Entsetzt beobachtete ich, wie er mit einem dumpfen Schlag Max am Kopf traf. Ich schlug mir die Hände vor den Mund. Im Alleingang hatte ich gerade die halbe Besatzung in einen krankenhausreifen Zustand versetzt. Das war's dann wohl mit dem Doppeldate. Bist du in Ordnung? Es tut mir so leid. Er rieb sich den Kopf. Mach dir keine Sorgen, meine Schöne. Noch sehe ich dich nicht doppelt. Ich atmete tief durch, am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Olivia, kannst du mit Hunter die Leinen losmachen und den Anker einholen, während Max und ich das Vorsägel setzen? Sie warf mir einen Blick zu, als hätte sie es mit einer geistig Minderbemittelten zu tun. Ich mag mich lieber nicht über die Reling lehnen, um die Leinen loszumachen. Ich blinzelte. Ihre Shorts waren nicht zu eng, und ihr Ausschnitt sah nicht danach aus, als ob etwas herausfallen könnte, wenn sie sich bückte. Ich drehte mich zu Hunter um, doch der wich einen Schritt zurück, gerade so, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Wäre es nicht besser, wenn die Männer das Vorsägel hissen und Olivia und du die Leinen losmacht, wenn ihr so weit seid? Mir war ziemlich egal, ob sie die Segel setzten oder nicht. Ich wollte die Männer nur außer Hörweite bringen, damit ich herausfinden konnte, warum meine Freundin so nervös war. Olivia, was ist los? Warum willst du nicht mithelfen? Sie schlang die Arme um ihren Körper. Ich bin vor ein paar Jahren fast ertrunken und habe anscheinend immer noch ein bisschen Angst. Mir blieb der Mund offen stehen. Oh, Olivia. Ich wusste nicht, ich fühlte mich sofort schuldig. Natürlich hatte ich das nicht gewusst, ich war ja nicht hier gewesen. Ich hätte dich niemals drängen sollen. Ich wollte nur, dass du dich in Hunters Gegenwart gut fühlst. Ja, dieser Plan war offensichtlich nach hinten losgegangen. Ich trat neben sie. Warum lassen wir nicht die Männer das Segeln übernehmen? Sie rieb ihre Arme. Ja, lass die das machen. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass sie viel mehr von deiner Hilfe verkraften würden, flachste sie und zwinkerte mir zu. Weißt du, wie man Bloody Marys macht? Ja, das klingt nach etwas, das ich nicht vermasseln kann, ich folgte ihr in die kleine Kabine, wo wir einen Krug mit dem Getränk mixten. Ich goss ein wenig mehr Wodka hinein als sonst, da ich das Gefühl hatte, dass ich es noch gut gebrauchen könnte. Hat dich Hunter in der Grundschule nicht ständig genervt? Sie stellte je einen Selleriestängel in vier Gläser und gab etwas Eis und je eine Zitronenscheibe hinzu. Ja. Dieses rosa-roter Panther-Stalking hat mich irregemacht. Er scheint diese Phase jedoch hinter sich gelassen zu haben, sie lachte. Was ist mit dir und Max? Glaubst du immer noch, dass du es mit euren Kindern vergeigen wirst? Ich rührte entschlossen den Mix um. Ich kann nicht mit ihm zusammen sein, Olivia. Logisch betrachtet kann das niemals funktionieren. Doch wenn ich in seiner Nähe bin, zieht er mich magisch an, und ich kann nicht mal erklären warum. Das ist die Legende. Du hast ihn unter dem blauen Mond geküsst. In meinem Bauch rumorte es. Wir wissen beide, dass die Legende nicht real ist. Es ist nur eine Geschichte. Komm, jetzt lass uns die Drinks an Deck bringen. Ihr Grinsen sagte mir, dass sie genau wusste, dass ich das Thema wechseln wollte, doch sie beließ es dabei. Draußen an Deck hatten die Jungs uns vom Steg wegtreiben lassen, und Hunter hatte einen ruhigen Kurs gesetzt. Sie kamen zu uns herüber, und wir nahmen Platz, während der Wind durch die Segel blies und wir in den wunderschönen Abend segelten. Max trank einen Schluck von seinem Getränk und blickte dabei in die Sonne, die am Horizont unterging. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich war nicht mehr segeln, seit ich in Holland war. Hunter stieß einen anerkennenden Laut aus. Das muss ein großartiger Segeltrieb gewesen sein. Wo bist du sonst noch gesegelt? Max trank einen großen Schluck von seiner Bloody Mary. Letztes Jahr war ich in ein paar Fjorden in Schweden segeln. Ich muss geschäftlich viel reisen, doch ich versuche, segeln zu gehen, wann immer ich kann. Hunter drehte sich zu mir. Was ist mit dir, Wendy? Reist du viel? Als ich jünger war schon, sagte ich, und Erinnerungen an die Zeit, die ich mit meiner Familie in Brasilien verbracht hatte, stiegen in mir auf. Das war kurz bevor wir nach Blue Moon Bay gezogen waren gewesen. Meine Eltern kannten dort Freunde, die ein Boot hatten und uns alle auf einen Segelausflug mitgenommen hatten. Wir hatten so viel gelacht. Es war ein wundervoller Tag gewesen. Max legte seinen Arm um mich. Reisen macht Spaß, doch zu Hause ist nun mal zu Hause. Es gibt keinen besseren Ort. Olivia nahm sich einen Cracker mit Käse. Bist du zum ersten Mal hier in Blue Moon Bay, Max? Er schüttelte den Kopf. Nein, als ich klein war, bin ich einmal mit meinen Eltern hier gewesen. Ich war gerade dabei gewesen, nach einem Cracker zu greifen, einem köstlich aussehenden Vollkorncracker mit Chutney und Brie, doch ich erstarrte. Mein Blick wanderte zu ihm. Du warst schon einmal hier? Er nickte. Als ich zwölf war kamen meine Eltern hierher, um zu einer Party im Sommerhaus ihrer Freunde zu gehen. Wir haben zusammen mit einer anderen Familie, die wir gut kannten, im Hotel übernachtet. Ich bemerkte, dass meine Hand immer noch über dem Teller schwebte, darum zog ich sie zurück und ließ sie auf meinen Schoß sinken. Du hast im Hotel übernachtet? Ich kann mich nicht an dich erinnern. Er lachte. Naja, an dem Wochenende waren ziemlich viele Leute hier, daher hast du mich wahrscheinlich nicht bemerkt. Deine Großmutter allerdings schon. Sie hat mich ordentlich ausgeschimpft, nachdem sie gesehen hatte, wie ich von meinem Balkon im zweiten Stock in den Pool gesprungen bin. Eine Gänsehaut breitete sich über meinen Rücken aus. Nein, das konnte nicht sein. Max konnte nicht der Junge sein, von dem ich all diese Jahre geträumt hatte. Der Junge, an den ich jedes Mal denken musste, wenn ich von der Legende hörte. Ich berührte seine Hand, während ich immer noch nicht begreifen konnte, was ich gerade gehört hatte. Du warst das? Ja, er blinzelte, denn er konnte wahrscheinlich aus meinem Gesichtsausdruck schließen, dass er mir damals auch aufgefallen war. Seine Mundwinkel hoben sich, und es knisterte zwischen uns, während wir uns enger aneinander schmiegten. Ich starrte in seine wunderschönen blauen Augen, doch es hatte mir die Sprache verschlagen. Olivia war die Erste, die das Schweigen brach. Weißt du, dass es seit deinem Stund im ganzen Hotel Schilder gibt, die die Gäste darauf hinweisen, dass es strikt verboten ist, vom Balkon zu springen? Jeden Sommer wollte Wendy es versuchen, doch sie hatte große Angst vor der Reaktion ihrer Großmutter, wenn sie es tatsächlich gewagt hätte. Wir haben gehört, dass sie dir danach ordentlich die Leviten gelesen hat. Max nahm sich ein paar Trauben vom Teller. Und ob. Sie hat nur knapp drei Minuten gebraucht, um zu erkennen, dass meine Eltern zu beschäftigt gewesen waren, um sich mit mir zu befassen, darum hat sie mich unter ihre Fittiche genommen, wie man so schön sagt. Sie hat mich die Hecken schneiden lassen und erklärt, dass mir die Lektion guttun würde. Ich knabberte an einem Cracker. Warum hast du auf eine alte Frau im Hotel gehört, wenn deine Eltern ein Vermögen dafür ausgegeben haben, um dort zu übernachten? Er lächelte schief. Ich hatte versucht, dieses Mädchen zu beeindrucken, das im Hotel gelebt hat. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Großmutter sehr geliebt hat, daher habe ich versucht, die Strafe wie ein Großer zu meistern. Mir standen die Haare zu Berge. Der Junge im Inn, Max, hatte mich auch bemerkt? Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Das war unglaublich. Olivia drehte sich lächelnd zu mir um. Bist du jetzt beeindruckt, Wendy? Hunter lachte. Wow. Und ich dachte, es wäre romantisch gewesen, unter Olivias Fenster zu singen, bis die Nachbarn gedroht haben, die Polizei zu rufen. Wir mussten alle lachen, doch ich hatte immer noch nicht ganz verarbeitet, was Max eben erzählt hatte. Als er seine Finger mit meinen verflocht, zog ich meine Hand nicht weg. Ich sah Hunter an. Du hast unter Olivias Fenster gesungen? Im Ernst? Hunter trank seinen Cocktail aus und stellte das Glas ab. Nun ja, ich habe es versucht, doch sie hat im Erdgeschoss gewohnt und einer der Nachbarn über ihr hat einen Eimer Wasser über meinem Kopf ausgekippt. Er stand auf und streckte seine Hand aus. Olivia, willst du mir helfen? Ich möchte gern in Richtung Westen segeln. Sie biss sich auf die Lippe und holte Tiefluft. Ich wedelte hektisch mit meiner Hand und sie musste lachen. Ja klar, gerne, sagte sie, als Hunter ihr aufhalf und beide in Richtung Baum verschwanden. Ich drehte mich zu Max um. Er saß breitbeinig auf dem Stuhl neben mir und sein nacktes Knie berührte meines, was eine Welle der Hitze über meine Haut jagte. Ich kann nicht glauben, dass du das in unserem Hotel warst. Ich war beeindruckt, wie du damals vom Balkon gesprungen bist. Du hattest einen derartigen Lebenshunger, dass ich dich darum beneidet habe. Und du warst unglaublich süß, mein Blick wanderte über sein hinreißendes Gesicht. Er sah jetzt sogar noch besser aus. Deine Eltern haben vor Wut gekocht, als sie mitbekommen haben, wozu meine Großmutter dich gezwungen hatte. Ja, das stimmt. Doch sie war die Erste, die jemals mit mir über Verantwortungsbewusstsein gesprochen hatte. Meine Eltern hatten bei meiner Erziehung den Eindruck erweckt, dass wir über den Regeln standen, weil wir Geld hatten. Die meisten Leute hatten zu große Angst davor, es sich mit meinen Eltern zu verderben und dass ihnen ein Geschäft durch die Lappen gehen könnte, um mich wie ein normales Kind zu behandeln. Es war eine angenehme Abwechslung, und deine Großmutter hat mich eine Lektion gelehrt, die ich nie vergessen habe. Ich betrachtete meine Hände für eine Weile, bevor ich meinen Blick hob und mir dabei eine Haarsträhne ins Gesicht fiel. Hast du damals wirklich versucht, mich zu beeindrucken, Max? Er schob die Haarsträhne hinter mein Ohr. Ich versuche immer noch, dich zu beeindrucken. Ich denke, deine Großmutter wäre stolz, wenn sie meine Arbeit im Hotel sehen könnte. Was denkst du? Sie hätte dich geliebt, flüsterte ich ihm zu und beugte mich weiter zu ihm vor, bis unsere Lippen sich begegneten. Während wir weiter über das Wasser glitten, schloss ich meine Augen. Er öffnete seine warmen, weichen Lippen, und seine Zunge begann, in einem langen, langsamen Kuss, der alle meine Sinne betörte, mit meiner zu tanzen. Er schmeckte nach Käse und Bloody Mary, und jede Berührung seiner Zunge schickte Stromstöße durch meinen Bauch. Ich wünschte mir, dass dieser Moment nie enden würde. Der Junge, von dem ich immer geträumt hatte, war zu dem Mann geworden, von dem ich mich fernzuhalten versucht hatte, und ich war mir der Ironie des Ganzen durchaus bewusst. Doch jetzt konnte ich nicht weiter leugnen, dass ich mich in Max verliebt hatte. Bereits an jenem Tag, als wir beide erst zwölf Jahre alt gewesen waren, hatte er mein Herz gestohlen. Ich wusste nicht, was ich dagegen tun konnte, darum küßte ich ihn weiter, während der Wind um uns herum wehte. Kapitel 11 Ich erwachte am nächsten Morgen zum Rauschen der Wellen, die direkt vor meinem Fenster ans Ufer rollten. Als ich vorsichtig ein Auge öffnete und einen Blick auf meine Ohr warf, fielen mir fast die Augen aus dem Kopf. Es war schon nach zehn. Ich wollte mich wieder unter mein Kissen verkriechen und von Max träumen, doch stattdessen rollte ich mich aus dem Bett und stellte meine Füße auf den Boden. Ich stand auf und streckte mich, um meinen Kreislauf in Gang zu bringen. Wir waren gestern Nacht viel zu lange aus gewesen, doch der Abend war einfach absolut wunderbar gewesen, erst der lange, entspannte Segeltrieb entlang der Küste, bei dem ich Olivia wieder näher gekommen war und schließlich hatte ich noch Max geküsst, und das war wirklich wunderbar gewesen. So wunderbar, dass wir, als wir ins Hotel zurückgekommen waren, in den heißen Whirlpool gestiegen waren und uns dort weiter geküsst hatten. Meine Lippen waren vom Küssen geschwollen, doch als ich einmal angefangen hatte, hatte ich nicht mehr aufhören können. Seine Küsse machten süchtig und waren einfach köstlich, und dasselbe dachte ich von ihm. Ich duschte schnell und zog dann einen Hosenanzug an, bevor ich nach unten ging und mir dabei wünschte, ich hätte die neue Espressomaschine schon besorgt. Ich bereitete mich mental darauf vor, dass ich gleich in den Ort fahren musste. Doch als ich in die Lobby kam, traf ich dort auf Brian, der mir einen großen Becher reichte, der das wundervolle Aroma von frisch gerösteten Bohnen verströmte. Hach, du bist gerade mein absoluter Lieblingsmensch, sagte ich, bevor ich den Becher entgegennahm und einen Schluck von dem heißen, köstlichen Getränk zu mir nahm. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so müde gewesen. Oder so glücklich. Brian lachte. Ich dachte, ich erspare dir heute die Fahrt in den Ort, so spät, wie du gestern nach Hause gekommen bist. Das muss doch ein interessantes Date gewesen sein. M-M-H-M-M, ich nahm den Deckel ab und blies auf die dampfende schwarze Flüssigkeit, damit ich gleich genug davon trinken konnte, um richtig wach zu werden. Brian betrachtete mich interessiert. Also, wie ist es gelaufen? Wir sind an der Küste entlang gesegelt. Es war wunderbar. Er tippte ungeduldig mit seinem Fuß auf den Boden und verschränkte die Arme. Nicht die Bootstour. Ich meine, das verbotene Date mit unserem Hotelgast, du weißt schon, mit Max. Ich wusste genau, was er meinte, doch ich wollte nicht darüber reden. Der Abend war wundervoll gewesen, wie in einem Märchen oder einer gewissen Legende, doch das änderte nichts daran, dass aus uns nichts werden konnte. Doch darüber wollte ich jetzt nicht reden, darum ging ich zum Tisch, der im Foyer an der Wand stand, und fing an, das alte Gästebuch durchzublättern, auf der Suche nach den Einträgen aus der Zeit, als ich zwölf Jahre alt gewesen war. An den Ecken waren die Seiten schon vergilbt, und der Geruch des Buches holte ein paar Erinnerungen hervor, die ein Lächeln auf mein Gesicht zauberten. Brian knuffte mich in die Rippen. Wenn du nicht über das Date reden willst, dann muss es ja phänomenal gewesen sein. HMM, machte ich, da ich nichts preisgeben wollte. Ich bemühte mich, meinen Bruder zu ignorieren, doch das kam dem Versuch gleich, einen Tsunami zu ignorieren. Leider war dieses Gästebuch nur zehn Jahre alt. Weißt du, wo Großmutter die älteren Bücher aufbewahrt hat? Ich bin mir nicht sicher, Brian grinste mich an, als er sich gegen den Tisch lehnte. Komm schon, Schwesterherz. Spuck's aus. Erzähl mir endlich, wie es war. Als ich meinen Mund öffnete, um etwas zu erwidern, schwang die Eingangstür auf, und ein Paar kam herein. Ich drehte mich zu ihnen um, froh, den neugierigen Fragen meines Bruders entkommen zu können. Die große, blonde Frau hatte perfekt gepflegte Haare und Fingernägel und lächelte mich freundlich an, als sie mit ihrem Partner die Lobby durchquerte. Brian trat an den Empfangstresen. Möchten Sie einchecken? Sie schüttelte den Kopf. Wir möchten gerne den Eigentümer sprechen. Ich bin Wendy Watts, die Eigentümerin. Ich streckte ihr meine Hand entgegen und stellte ihr Brian bewusst nicht auch als Eigentümer vor, da sie sicher etwas verkaufen wollte und ich damit gut alleine fertig werden konnte. Sie ergriff meine Hand. Guten Tag, Miss Watts. Ich bin Luise Totzki, und das ist mein Mann Leon. Wir würden uns gerne ihr Hotel ansehen. Möchten Sie gerne ein Zimmer bei uns beziehen? fragte Brian. Nein, sie schüttelte den Kopf und griff in ihre Designertasche, um ihre Visitenkarte hervorzuholen und sie mir zu überreichen. Wir haben gehört, dass das Hotel verkauft werden soll, und wir spielen mit dem Gedanken, es zu kaufen. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Waren das wirklich seriöse Käufer? In Gedanken ging ich sofort die Möglichkeiten durch. Wenn Sie das Hotel sofort kaufen würden, könnte die Übertragung schnell erfolgen und ich womöglich mein Reihenhaus kaufen. Mir wurde ganz schwindelig, doch ich setzte mein Pokerface auf. Freut mich sehr, Sie beide kennenzulernen, ich straffte meine Haltung, hielt meinen Kopf aufrecht und war unglaublich froh darüber, dass ich mich heute für einen Anzug entschieden hatte. Wie Sie sehen, wird das ganze Hotel im Moment renoviert. Ein wenig Kosmetik hier und da, ein kleines Facelift, wenn man so will. Wunderbar, Ihr Lächeln wurde breiter. Das bedeutet weniger Arbeit für uns. Plötzlich hatte ich einen verrückten Tagtraum, indem ich das Gästebuch zuschlug, mit meinen Händen wedelte und dabei schrie, dass ihn ist nicht zu verkaufen. Verschwinden Sie. Ich blinzelte ein paar Mal und warf einen kurzen Blick auf das Buch. Zu meiner Erleichterung lag es immer noch offen da, und Luise lächelte mich immer noch an. Seltsam. Ich gab den Bloody Marys von gestern Abend die Schuld, doch das seltsame Gefühl wollte trotzdem nicht verschwinden. Irgendetwas in mir wollte nicht, dass ich das Hotel an die beiden verkaufte. Doch das ergab keinen Sinn. Ich wusste, wann ein Käufer es ernst meinte. Das war Teil meines Jobs als Maklerin, und diese beiden wirkten ernsthaft interessiert. Das könnte die Lösung all meiner Probleme bedeuten. Was stimmte bloß nicht mit mir. Ich ignorierte mein Bauchgefühl und sagte zu ihr, wenn sie möchten, kann ich sie gleich herum führen. Vielen Dank, Luise zog eine Kamera aus ihrer Tasche und gab sie Leon, der sofort anfing, Aufnahmen zu machen. Ich stellte meinen Becher auf den Tisch und breitete meine Arme aus. Wie Sie sehen, ist das hier die Lobby. Der Stuck ist original, und das Fenster hier wird gerade ausgetauscht. Der gesamte Boden ist natürlich Parkett, und nächste Woche wird es abgeschliffen und neu eingelassen. Die Aussicht vom Hotel ist so ziemlich die beste in ganz Blue Moon Bay. Im Obergeschoss befinden sich unsere privaten Räume. Haben Sie vor, hier im Hotel zu leben? fragte ich mit einem Knoten im Bauch. Ja, sie lächelte dünn und warf ihrem Mann einen Blick zu. Das scheint die perfekte Gelegenheit für uns zu sein. Wir kommen aus der Stadt, doch wir sind jetzt bereit für einen ruhigeren Lebensstil. Waren Sie schon einmal in Blue Moon Bay? fragte ich, als wir durch den Flur in Richtung der Nebengebäude gingen. Luise schüttelte den Kopf. Nein, wir sind erst vor ein paar Tagen hierher gekommen, um einen Freund zu besuchen, und haben uns einfach in diesen Ort verliebt. Wir verkaufen unser Geschäft in San Francisco, um dem Stadtleben zu entkommen, und suchen jetzt nach einem neuen Abenteuer. Wir näherten uns dem nächsten Gebäude, und mein Verstand raste. Vielleicht hatten Sie im Moment gar nicht das Geld, um das Hotel zu kaufen. Vielleicht hing der Kauf des Hotels für Sie davon ab, ob Sie Ihr Geschäft verkaufen konnten. Ich räusperte mich. Hängt ein mögliches Angebot zum Erwerb des Hotels von bestimmten Umständen ab? Ich meine in Bezug auf den Verkauf Ihres derzeitigen Unternehmens? Ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln. Nein, jedes Angebot, das wir Ihnen machen, wäre in bar. Mir rutschte das Herz in die Hose, und ich wusste nicht warum. Aus irgendeinem Grund hatte ein Teil von mir gehofft, dass sie etwas anderes sagen würde, was überhaupt keinen Sinn ergab. Ich hatte einen Schlüsselring vom Tresen mitgenommen und benutzte den Schlüsselbund vom Empfang, um eines der leeren Gästezimmer aufzuschließen. Luise brauste hinein. Sieh dir diese wunderbare Aussicht auf die Bucht an. Einfach bezaubernd. Unbeschreiblich, nickte Leon enthusiastisch. Mir gefällt die Idee, das Hotel zu führen, hier zu leben und jeden Morgen und jeden Abend diese Aussicht zu genießen. Ein Stück Himmel auf Erden. Ich biss mir auf die Lippe. Haben Sie schon eine Idee, wann Sie das Hotel würden übernehmen wollen, falls Sie sich zu einem Kauf entscheiden? Da sich unser Anwalt um den Verkauf unseres derzeitigen Unternehmens kümmert, können wir es übernehmen, sobald der Notarvertrag unterschrieben ist, sagte Luise, ohne ihren Blick vom Meer abzuwenden. Sie nickte ihrem Mann zu, der sofort begann, Fotos von der Bucht zu schießen. Ich biss mir erneut auf die Lippe, da mich ihre Faszination von der Aussicht irritierte und ich mich fühlte, als wären sie in meine Privatsphäre eingedrungen. Wir suchen nach einem Käufer, der das in langfristig weiterführen möchte. Das ist kein Problem für uns, Luise ließ den Blick an der Küste entlang schweifen, bevor sie sich mit einem Lächeln wieder zu mir drehte. Genau das möchten wir tun. Perfekt, sagte ich und wunderte mich über das klaffende Loch, das ich in meiner Brust spürte. Sie schienen die idealen Käufer zu sein, darum sollte ich eigentlich vor Freude in die Luft springen. Doch mehr war nicht danach. Nicht mal annähernd. Ich beendete den Rundgang über das Grundstück und brachte sie dann zurück in die Lobby, wo ich ihnen meine Visitenkarte überreichte. Sie versprachen, sich bald bei mir zu melden, und verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Ich lehnte mich an den Tresen und starrte ihnen hinterher. Der Verkauf schien plötzlich in greifbare Nähe gerückt zu sein. Diese Leute schienen unser Geliebtes in wirklich kaufen zu wollen. Wenn wir alles schnell über die Bühne bekommen könnten, könnte ich vielleicht die Anzahlung für mein Reihenhaus hinterlegen, das ich so sehr wollte. Ich schloss die Augen und sah die automatischen Jalousien, den großzügigen Balkon, die Arbeitsflächen aus Granit und die Parkettböden vor mir. Alles schien Gestalt anzunehmen. Was haben sie gesagt? fragte Brian in barschem Ton. Ich riss die Augen auf. Er stand neben dem Tresen, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und sah gereizt aus. Ich atmete tief durch. Sie sind daran interessiert, das Hotel zu kaufen. Ich denke, dass sie uns ein Angebot machen werden. Ich habe ihnen einen hohen Preis genannt, und sie haben nicht mal mit der Wimper gezuckt. Sie hat gesagt, dass sie Cash zahlen würden und dass sie eine schnelle Übertragung bevorzugen würden. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass der Notartermin nach der 30-Tagesfrist aus dem Testament stattfindet. Er sah mich finster an. Dann muss ich mein Zuhause verlassen. Ich seufzte und nahm meinen Kaffee in die Hand, um einen langen Schluck zu trinken, der den Kloss aus meinem Hals spülen und meine Nerven beruhigen sollte. Es funktionierte nicht, darum stellte ich den Becher wieder ab und sah meinen Bruder an. Das ist schon immer der Plan gewesen. Das Testament verlangt, dass wir das Hotel verkaufen. Und danach verschwindest du auch bald wieder. Meine Brust schnürte sich zu. Ich muss zurück an meine eigene Arbeit. Es ist schwierig, alles telefonisch im Griff zu behalten, und dann ist da auch noch das Reihenhaus. Ich will ein Angebot dafür abgeben. Dann war's das also, er warf seine Hände in die Höhe und stürmte hinaus. Mein Handy klingelte, und ich sah eine Vorwahl aus San Francisco. Wendy Watts, meldete ich mich. Hallo Wendy. Hier ist Louise Totskai. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass meinem Ehemann und mir das Hotel sehr gut gefällt. Wir werden Ihnen in Kürze ein Angebot unterbreiten, und ich hoffe, dass es akzeptabel für Sie sein wird. Ich versuchte, den riesigen Kloss in meiner Kehle hinunterzuschlucken. Danke für die Information. Ich freue mich auf Ihren Vorschlag. Ich legte auf und seufzte. Eigentlich hätte ich vor Freude platzen sollen. Das Hotel würde weit früher als geplant verkauft werden, und die Tod-SKYS interessierte nicht mal, ob die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren oder nicht, darum konnten wir vielleicht auch noch Geld sparen. Mein Traumhaus in Sacramento war jetzt zum Greifen nahe. Doch Bryans Gesichtsausdruck hatte mir das Herz gebrochen. Außerdem bedeutete der Verkauf des Hotels, dass ich nach Sacramento zurückgehen würde, weit weg von Max, keine Küsse im Mondlicht mehr und kein Prickeln mehr, wann immer er mich berührte. Das Meeting wegen des Kürbisfestivals war in einer halben Stunde, und ich musste mich beeilen, wenn ich noch alles vorbereiten wollte, doch ich konnte mich nicht aufraffen. Ich wollte unbedingt mit Max reden. Ich wollte ihm von den möglichen Käufern und dem Haus in Sacramento erzählen. Ich wollte ihm alles über meinen Tag erzählen, doch ich hatte ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen. Vor ein paar Stunden war er in sein Zimmer gegangen, darum war er vielleicht noch dort. Ich konnte hingehen und anklopfen. Oder ich konnte alles für das Meeting vorbereiten. Oder ich könnte zu ihm gehen, mit ihm reden und dann alles vorbereiten. Letzteres schien der beste Plan zu sein, daher ging ich in Richtung seines Zimmers. Bei dem Gedanken daran, dass ich ihn gleich sehen würde, musste ich lächeln. Ich klopfte und hörte Schritte, doch als er sich der Tür näherte, hörte ich ihn auch mit jemandem reden. Ein paar Worte konnte ich verstehen. Ich weiß, dass du mich am Montag dort brauchst, doch ich bin hier beschäftigt. Ja, ich weiß, wie wichtig das für dich ist. Tut mir leid, dass du das so siehst, er seufzte laut. Ich denke darüber nach und melde mich dann wieder bei dir. Mein Herz zog sich in meiner Brust zusammen und mir verging das Lächeln. Die Tür öffnete sich und plötzlich blickten mir Max blaue Augen entgegen. Er zog mich in sein Zimmer und nahm mich in den Arm. Als ich meine Arme um seinen Nacken schlang, fühlte es sich an, als wäre es schon immer so gewesen. Ich lehnte mich an seine Brust und mein Körper schmolz an seinen. Ich wollte mich nie wieder bewegen. Doch dann erinnerte ich mich an sein Telefonat. Ich lehnte mich zurück und er küßte mich, bis ich nach Luft rang, doch ich konnte trotzdem nicht vergessen, was ich gerade gehört hatte. Ist alles in Ordnung, fragte ich. Als Antwort gab er mir einen weiteren Kuss und ich schmiegte mich an ihn. Er drückte meine Taille, bevor seine Hände an meinen Flanken empor glitten, über meine Schultern und schließlich sanft mein Gesicht hielten, während sein Mund meinen in einem langen Kuss gefangen hielt. Als er ihn schließlich wieder freigab, lehnte er seine Stirn an meine. Alles in Ordnung. Mein Vater ist nur wütend wegen des Projekts, an dem ich mich nicht beteiligen wollte. Jetzt verlangt er, dass ich am Montag nach Tokio fliege, wegen eines Projekts, das wir schon unterschrieben haben. Mein Herz sank nicht nur. Es fühlte sich an, als wäre es direkt in meine Hose gerutscht. Ich hatte gewusst, dass es irgendwann passieren würde. Max' Familie führte eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, und natürlich würden sie ihm niemals erlauben, einen ganzen Monat freizunehmen. Tokio? Er nickte, und sein Lächeln brach mir das Herz. Bist du schon mal da gewesen? Es war offensichtlich, wie gerne er reiste. Ich wich ein Stück zurück, doch nicht weit genug, um seiner Umarmung zu entkommen. Ja, als ich klein war. Ich kann mich aber kaum noch an irgendwas erinnern, außer, dass ich Angst vor den Zügen hatte und Brian unbedingt auf eine Achterbahn wollte, doch er war noch zu klein. Max schmunzelte. Ich kenne kaum jemanden, der keine Angst vor den Zügen in Tokio hat. Die sind fürchterlich schnell. Mein Herz sank noch ein bisschen tiefer. Mir war immer klar gewesen, dass das mit Max nur vorübergehend war. Dennoch hatte ich ihn an mich herangelassen, und jetzt würde er gehen. Ich wollte nicht, dass er mich verließ, darum versuchte ich, das Thema zu wechseln. Rate mal, was heute passiert ist? Du bist durch den morschen Boden im Gang im ersten Stock in Gebäude 3 gefallen? Ich musste lachen. Max wäre gestern beinahe durch den Boden gefallen, und obwohl es furchterregend gewesen war, hatte er dabei gelacht. Max hatte ein Talent dafür, aus allem Spaß zu machen. Doch wer würde mich zum Lachen bringen, wenn er nicht mehr da war? Ich schüttelte den Kopf. Nein. Es waren zwei Kaufinteressenten da, und ich habe sie herumgeführt. Seine Augen verdunkelten sich. Wie kommt es, dass es schon Kaufinteressenten gibt? Das Hotel ist doch noch nicht einmal zum Verkauf ausgeschrieben. Vielleicht hat Ihnen jemand davon erzählt. Typisch Kleinstadt. Sie scheinen hier leben und das Hotel weiterführen zu wollen, was genau das ist, was Brian und ich wollen. Ich hatte Angst, dass vielleicht ein Projektentwickler das Anwesen kaufen und das Hotel abreißen will, doch sie scheinen es weiterführen zu wollen, sagte ich und nannte ihm den beachtlichen Preis, den ich auch Ihnen genannt hatte. Sie haben trotz des Preises nicht mit der Wimper gezuckt, und kurz nachdem sie gegangen waren, haben sie angerufen, um mir zu sagen, dass sie uns ein Cash-Angebot machen werden. Er ließ seine Hände sinken und runzelte die Stirn. Bist du dir da ganz sicher, Wendy? Ich meine, dass du verkaufen willst? Ich frage nur, weil ich das Gefühl habe, dass du gerne hier bist. Natürlich bin ich mir sicher, sobald ich die Worte ausgesprochen hatte, schossen mir die Tränen in die Augen, und ich wusste, dass ich mir ganz und gar nicht sicher war. Ich dachte, du würdest dich für mich freuen. Jetzt kann ich das Reihenhaus in Sacramento kaufen, das ich immer haben wollte, und zurück an meine Arbeit gehen. Er warf sein Handy aufs Kopfkissen und streichelte Lucky, die ruhig am Fußende des Bettes lag. Ich wusste, dass ich ihm sagen sollte, dass Hunde nichts im Bett zu suchen hatten, doch ich war mir sicher, dass das mehr oder weniger ihr Stammplatz war. Er zog mich neben sich auf den Bettrand und hob meine Hand. Ich weiß, wie sehr dir dieses Reihenhaus in Sacramento gefällt, doch ich glaube, dass du dieses Hotel hier mehr liebst. Ich habe nicht gedacht, dass du das wirklich durchziehen würdest. Ich seufzte und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Max, so einfach ist das nicht. Ich lebe in Sacramento. Und du lebst in San Francisco. Er schüttelte den Kopf. Ich habe eine Wohnung in San Francisco, doch davor hatte ich nirgendwo ein richtiges Zuhause. Ich habe nur irgendwo gewohnt. Dieser Unterschied ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, er drückte meine Hand. Diese Stadt ist ein Zuhause für mich. Ich erstarrte. Wovon redest du? Du reist am Montag ab. Du hast dasselbe Reisefieber wie meine Eltern. Das stimmt nicht. Ich reise unglaublich gern, doch das hier ist Zuhause für mich. Ich spüre es mit jeder Faser meines Körpers. Egal wohin ich gehe, es wird jetzt immer mein Zuhause bleiben. Ich werde immer hierher zurückkommen. Wenn du umziehen willst, warum kommst du dann nicht nach Sacramento, ich hielt den Atem an und fragte mich, ob ich mich nicht ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Trotz allem könnte das nur ein Urlaubsflirt für ihn sein. Nein, ich wusste, dass sich da gerade nur meine Unsicherheit zu Wort meldete. Er hatte immer ehrlich mit mir über seine Gefühle gesprochen. Ich könnte für dich nach Sacramento ziehen, doch es würde niemals mein Zuhause werden. Ich ging zum Fenster. Draußen fiel der gepflegte Rasen sanft zur Treppe hinab. Das Meer lag blau schimmernd darunter. Das Rauschen der Wellen drang durch das offene Fenster, und ich legte meine Hand ans Fliegengitter, um die Hitze der Sonne auf meiner Haut zu spüren. Erzähl mir nicht, dass du das nicht vermissen wirst. Ich spürte Max Atem auf meiner Schulter und die Wärme seines Körpers an meinem Rücken und lehnte mich an ihn, auch wenn ich eigentlich gehen wollte, bevor alles noch komplizierter wurde. Du verstehst das nicht, meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, da sich meine Kehle zuschnürte und mir eine heiße Träne über die Wange lief. Natürlich werde ich diesen Ort vermissen. Ich werde vermissen, wie es sich anhört, wenn die Wellen auf das Ufer zurollen, wie es ist, mit Brian Whitzer zu reißen, mit Megan und Olivia Zeit zu verbringen und die Erinnerungen an meine Großmutter, die mich durchs ganzen Hotel begleiten, ja sogar die Baristas aus dem Bayside Café. Aber am meisten werde ich dich vermissen, sagte ich, bevor meine Stimme endgültig versagte. Ich hatte ihn in mein Herz gelassen, und da hatte er sich nun breitgemacht, ob ich es wollte, oder nicht. Als ich mich umdrehte, war sein Gesicht direkt vor mir. Ich legte den Kopf in den Nacken, und er küßte mich sanft auf beide Wangen, bevor sein Mund zu einem süßen und wilden Kuss auf meinen traf, der meine Sinne in einen Taumel schickte. Seine Zunge verschmolz mit meiner, wieder und wieder, während seine Hände an meinem Rücken auf- und abglitten, bis er mich schließlich an sich zog. Schließlich lehnte ich mich zurück und rang nach Luft, während weiter heiße Tränen meine Wangen hinunterliefen. Zärtlich wischte er sie mit seinem Daumen weg. Was ist los, meine Schöne? Hast du deine Meinung geändert? Willst du das Hotel nicht mehr verkaufen? Ich schüttelte den Kopf. Du hast darüber gesprochen, wo dein Zuhause ist, und ich hatte gedacht, dass meins in Sacramento ist. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Doch ich muss jetzt los und das Meeting für das Kürbisfestival vorbereiten, sagte ich mit belegter Stimme. Ich erwarte ein paar Leute, ich küßte ihn schnell, bevor ich das Zimmer verließ und die Tür hinter mir zuzog. Das Kürbisfestival war in vier Wochen. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich plötzlich alles entwickelte, würde ich vielleicht schon weg sein, bevor das Festival stattfand. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich den Kakewog und die Kinder in den Hüpfburgen verpassen. Ich würde keine Dartpfeile auf Balance werfen können oder zu sehen bekommen, wie Max Ringe auf Bowlingkegel warf, um irgendeinen doofen Preis zu gewinnen. Alles lief endlich, wie ich es zu wollen geglaubt hatte. Es war mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass wir das in zu einem guten Preis verkaufen würden, und die Chancen standen gut, dass ich mein Reihenhaus bekam. Außerdem würde ich viel früher als geplant in mein Immobiliengeschäft zurückkehren können. Wenn alles so lief, wie ich wollte, warum brach mir das dann gerade das Herz? Kapitel 12 Ich ging von Max' Zimmer direkt in die Lobby. Ich kam gerade rechtzeitig, um Olivia und die vier anderen Frauen zu begrüßen, die ebenfalls an der Planung des Kürbisfestivals arbeiteten. Olivia stellte mich den anderen vor, Wren, einer liebenswürdigen, älteren Dame mit silbernen Haaren und einer schlanken Figur, Garen, einer energiegeladenen Frau in meinem Alter, Tritia, einer Frau mit einem warmherzigen Lächeln und gebräunter Haut, die mich ein wenig neidisch werden ließ, und Suzie, die aussah, als ob sie Ende 20 war, dabei jedoch eine Autorität ausstrahlte, die mir sofort sympathisch war. Nachdem ich allen die Hände geschüttelt hatte, führte ich sie in die Bibliothek, wo ich ein paar Flaschen Wasser und Snacks auf hübschen Tellern bereitgestellt hatte. Tritia ging sofort zum Fenster, sah hinaus und rief, schaut euch diese unglaubliche Aussicht an, Mädels. Alle gingen ans Fenster. Suzie benutzte ihre Hände, um ihre Augen vor der Sonne zu schützen und sagte, ich kann gar nicht fassen, wie schön das ist. Ich bin noch nie hier im Hotel gewesen. Einfach atemberaubend. Ich muss meinen Freund mal dazu bringen, dass er mich auf ein Wochenende hierher einlädt. Der Perfektort für einen Urlaub zu Hause, sagte Erin. Gibt es einen Nachlass für Einheimische? Ich trat von einem Bein aufs andere. Ich weiß nicht, ob die neuen Eigentümer einen Nachlass anbieten werden oder nicht. Alle sahen mich überrascht an, und Suzie fragte, du verkaufst das Hotel? Warum? Es ist so schön und quasi ein Wahrzeichen hier im Ort. Olivia schien meinen niedergeschlagenen Gesichtsausdruck bemerkt zu haben und räusperte sich. Genug Smalltalk, Mädels. An die Arbeit, sie setzte sich an den Tisch und klappte den Ordner auf, den sie in ihrer großen Handtasche mitgebracht hatte. Ich atmete vor Erleichterung laut aus. Ich hatte nicht das Bedürfnis, wildfremden Leuten zu erklären, dass ich mich jetzt, wo ich es verkaufen musste, wieder in das inverliebt hatte. Olivia trommelte mit ihrem Stift auf den Tisch. Ich weiß, dass uns allen die Eintauchbude gefällt. Alle anderen stöhnten kollektiv auf, und Suzie schüttelte den Kopf. Nicht allen? Dir nicht? fragte ich, unfähig, den Mund zu halten, auch wenn ich noch der Neuling in der Gruppe war. Ich setzte mich und nahm mir ein Stück Zitronentarte aus der Bäckerei von der Platte mit dem Gebäck und dem Kuchen. Warum nicht? Die Eintauchbude ist schon immer da gewesen. Sie ist ein Teil des Festivals und gehört einfach dazu. Aber sie ist so langweilig, protestierte Tritia, während sie die Tortencreme von ihrem Karottenkuchen schabte. Ich starte sie an. Die Eintauchbude ist langweilig? Nicht für denjenigen, der drin sitzt. Man weiß nie, wann jemand ins Schwarze trifft und man ins kalte Meereswasser fällt, ich drehte mich zu Olivia um. Erinnerst du dich noch daran, wie sie uns dazu überredet haben, in der Eintauchbude zu arbeiten? Das war doch das Jahr, in dem sich dieser Profibasebolspieler bereit erklärt hat, sich als Stargast ins Wasser werfen zu lassen. Ob ich mich erinnere, Olivia schüttelte den Kopf. Meine Hände haben eine ganze Woche lang wie Rosinen ausgesehen. Ich habe ungefähr tausendmal so getan, als müsste ich den Wasserstand überprüfen, nur um in die Nähe dieses heißen Typen zu kommen. Ich habe mich sogar freiwillig gemeldet, auf der Stange zu sitzen, nur um ihn zu beeindrucken. Ich auch, lachte ich. Trotzdem hatten wir einen Riesenspaß. Oder nicht? Ganz und gar nicht langweilig, ich konnte beinahe den unbequemen Sitz unter meinem Hintern spüren und sehen, wie die Leute Schlange standen, um mich ins Wasser zu befördern. Sogar das Eintauchen hatte Spaß gemacht. Auf ähnliche Art hatte ich mich in Max verliebt. Ich hatte gerade einmal Luft geholt und dann, platsch, war ich mittendrin. Als Tritia das Wort ergriff, riss sie mich aus meinen Gedanken. Ich denke, wir sollten den ganzen kitschigen Kram, den wir in den letzten Jahren immer gemacht haben, abschaffen und mal was Neues ausprobieren. Ich hasse den Kakewog und das Kuchenwettessen. Außerdem machen wir uns damit wahrscheinlich am Übergewicht der Kinder mitschuldig. Und niemand will mehr in die Eintauchbude. Die Verpflichtung ist einfach zu viel verlangt. Mann, das ist eine Eintauchbude, kein Heiratsantrag, witzelte Olivia. Erin hob ihre Hand. Tritia meint damit, dass wir jetzt die Anzahlung machen müssen, wenn wir die Bude weiterhin auf dem Festival haben wollen. Wir müssten dafür sorgen, dass wir damit genug Geld einnehmen, um die Miete zu bezahlen, und in den letzten Jahren war das einfach nicht der Fall. Wer bitte dachte an Geld, wenn es um die Eintauchbude ging? Sie war vielleicht ein bisschen schräg und altmodisch, doch in unserer Kindheit hatte sie eine feste Rolle in unserem Leben gespielt. Ich konnte mir das Kürbisfestival nicht ohne sie vorstellen. Konnte ich mir ein Leben ohne das in vorstellen? Ich war hier weggegangen, ja. Doch das Hotel war immer hier gewesen. Wenn ich dieses Mal gehen würde, wäre dem nicht mehr so. Es würde neue Eigentümer geben und nichts würde mehr wie früher sein. Ich würde nie wieder durch das Tor die Auffahrt hinauf auf den runden Vorplatz fahren und dabei ganz genau wissen, dass ich so gut wie zu Hause war. Moment, zu Hause? Hatte ich das in gerade als mein Zuhause bezeichnet? Ich musste zu viel Kuchen gegessen haben. All der Zucker musste mein Gehirn beeinträchtigt haben. Das wunderschöne Reihenhaus in der Stadt würde hoffentlich bald mein Zuhause sein. Blue Moon Bay war nicht mein Zuhause, nicht mehr. Olivia trommelte mit ihren Fingern auf den Tisch. Dann wollt ihr also weder Kuchen noch Pies und auch keine Eintauchbude? Nichts von dem alten Kram. Was wollt ihr denn dann? Trizia klatschte in die Hände. Ich denke, wir sollten diesmal auch den Streichel zu streichen und stattdessen mehr auf Musik setzen. Gute Idee, Suzie klang begeistert, während sie ein kleines Stück Zitronentarte von der Platte aufspießte und es sich in den Mund schob. Für jemanden, der gegen Kuchen und Pies war, schien sie die Tarte sehr zu genießen. Olivia starrte beide an. Geht's noch, Leute? Die Kinder lieben den Streichel zu. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, das Festival ganz umzuckerempeln. Trizia zuckte mit den Schultern. Doch genau darum geht es. Es ist an der Zeit, den alten Kram abzuschaffen und etwas Neues auszuprobieren. Ich nahm einen großen Schluck Wasser. Anstatt über das Festival hätten sie gerade genauso gut über mein Leben diskutieren können. Alt oder Neu? Was war besser? Mein Blick wanderte zu den Fenstern. Das Meer, das direkt darunter lag, erstreckte sich bis zum Horizont. Wie kam es, dass ich diese Aussicht nicht vermisst hatte, während ich in Sacramento lebte? Weil ich das Alte verdrängt hatte, um Platz für das Neue zu schaffen. Hm. Ein Musik-Act klingt nicht schlecht, sagte Olivia, während sie Notizen auf ein Blatt Papier kritzelte. Könnten wir nicht beides haben? Den Streichel zu und die Musik? Eine Kombination aus Alt und Neu? Suzie rieb sich das Kinn. Das müsste ich mal durchrechnen. Aaron streite. Wir könnten jemanden aus der Gegend einladen. Gute Idee, Olivia machte weiter Notizen. Das Sackhüpfen würde ich gerne weiterhin veranstalten. Wieder stöhnten die anderen. Das ist von vorgestern. Lass es uns dieses Jahr abschaffen, sagte Suzie. Von vorgestern? Sackhüpfen machte einen Riesenspaß. Olivia, Megan, Charlie und ich hatten jedes Jahr am Rennen teilgenommen, und meistens waren wir dabei auch noch aneinander gebunden gewesen. Max war schon gespannt auf das Sackhüpfen und hatte sogar vorgeschlagen, dass wir zusammen daran teilnahmen. Die Vorstellung, am Knöchel an ihn gebunden zu sein und zusammen mit ihm in einem Kartoffelsack herum zu hüpfen, war äußerst reizvoll. Olivia legte ihren Stift vor sich hin und lehnte sich über den Tisch. Das Sackhüpfen bleibt. Es ist nicht teuer, und alle lieben es, besonders die Touristen. Aaron stellte ihre Wasserflasche ab. Darüber können wir am Ende abstimmen. Olivia drückte immer wieder auf dem Ende ihres Kugelschreibers herum, was ein Geräusch verursachte, das leise von den Wänden widerhallte. Ich wusste, dass sie genervt war, und konnte es ihr nicht verübeln. Die anderen wollten unser Kürbisfestival vollkommen auf den Kopf stellen. Dann kam mir ein Gedanke. Es war nicht unser Kürbisfestival. Anders als ich gehörte es zu Blue Moon Bay. Ich gehörte nach Sacramento. Zumindest war ich immer dieser Meinung gewesen. Blue Moon Bay würde niemals so aufregend sein wie Sacramento, und hier boten sich mir auch nicht dieselben Möglichkeiten wie dort. Hier würde ich nie Maklerin des Monats sein. Und selbst wenn, wäre es kein so großer Erfolg gewesen, da es hier nur eine Handvoll Makler gab. Warum vergliche ich überhaupt Blue Moon Bay mit Sacramento? Dank des Testaments meiner Großmutter war es ja nicht so, als ob ich eine Wahl hätte. Bevor wir über die Aktivitäten abstimmen, möchte ich gerne noch etwas sagen, sagte Olivia. Nur weil die Eintauchbude in den letzten Jahren nicht so gut lief, heißt das nicht, dass das in Zukunft auch so sein wird. Dinge ändern sich. Vielleicht hat es nur nicht mehr funktioniert, weil die Leute vergessen haben, wie viel Spaß sie ihnen früher bereitet hat. Wir sollten ihnen die Chance geben, sie wieder lieb zu gewinnen. Ich wusste genau, wovon sie sprach. Blue Moon Bay war in der Vergangenheit nicht das Richtige für mich gewesen, und ich hatte vergessen, wie sehr ich es liebte. Doch dank dem Testament meiner Großmutter hatte ich noch eine Chance bekommen, diesen Ort wieder lieben zu lernen, und jetzt wollte ich ihn nicht wieder verlieren. Die Eintauchbude kam zur Abstimmung, und es gab kein eindeutiges Ergebnis. Zwei wollten das Spiel behalten, und zwei waren dagegen. Meine Stimme würde es entscheiden. Olivia wandte sich mir zu. Wendy, wir brauchen eine Entscheidung. Was sagst du? Bleiben oder gehen? Ich stimmte nicht nur über eine Eintauchbude ab, die Entscheidung würde mein ganzes Leben betreffen. Ich musste mich entscheiden, doch ich wusste nicht wie. Ich sah Olivia an und bemerkte den flehenden Ausdruck in ihrem Gesicht. Mein Herz schmerzte so sehr, dass mir der Gedanke kam, dass all der Kuchen einen Herzinfarkt ausgelöst haben könnte. Dann dachte ich an das, was Max mir geraten hatte, als ich mich zwischen den Farben hatte entscheiden müssen. Er hatte gesagt, ich sollte auf mein Herz hören. Ich schloss die Augen und schaltete mein Gehirn für einen Moment ab. Ich stimme für die Eintauchbude, sagte ich. Sie war schon immer Teil des Festivals, und so sollte es auch bleiben. Nach dem Meeting machten sich alle auf den Nachhauseweg. Ich ließ mich auf eines der Sofas sinken und fühlte mich vollkommen niedergeschlagen. Jetzt, wo ich das Hotel behalten wollte, hatte ich nicht die Möglichkeit dazu. Großmutters Testament verlangte, dass wir es verkauften. Olivia blieb in der Tür zur Bibliothek stehen. Danke für deine Hilfe, Wendy. Ich lächelte sie an. Dafür sind Freunde doch da. Olivia warf ihre roten Haare über ihre Schulter und seufzte. Am Anfang, als du zurückgekommen bist, bin ich dir keine sonderlich gute Freundin gewesen. Ich blickte zu ihr auf. Ich bin ein paar Jahre lang keine wirklich gute Freundin gewesen. Sie lächelte, beugte sich zu mir herunter und umarmte mich. Endlich hatte ich meine Freundin zurück. Ich hakte mich bei ihr unter, und wir gingen gemeinsam durch die Lobby. Die anderen waren noch auf dem Weg nach draußen und unterhielten sich noch immer darüber, wie sehr ihnen das Hotel gefiel. Olivia sah sich in der Lobby um. Es wird komisch sein, wenn es hier bald neue Eigentümer gibt. Das hingehört deiner Familie, und es fällt mir schwer, es anders zu sehen. Mir auch, der Kloss in meinem Hals nahm mir die Luft. Ich griff nach ein paar kleinen Gegenständen auf dem nächstgelegenen Regal und rückte sie zurecht, nur damit ich Olivia nicht weiter ansehen musste. Sie ging auf die Eingangstür zu und hatte eine Hand schon am Türgriff, als sie sich nochmal zu mir umdrehte. Ich werde dich vermissen, wenn du wieder weggehst, Wendy. Ich dich auch. Doch diesmal bleiben wir in Kontakt. Versprochen, sagte ich und meinte es auch so. Sie ging nach draußen und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Ich starrte ihr noch eine Weile nach, drehte mich dann jedoch um und ging zurück zu den Fenstern. Ich würde alle hier vermissen. Ich musste mir gerade eingestehen, dass in Sacramento niemand wirklich auf mich wartete. Hier in Blue Moon Bay hatte ich Freunde, die mich liebten. Auch Max war hier. Falls er zurückkommen würde, wie er gesagt hatte. Vielleicht würde er sich jedoch in Tokio in jemand anderen verlieben und dann dort bleiben, genau wie ihn es getan hatte. Es gab keine Garantien im Leben. Ich hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass Menschen einen jederzeit verlassen konnten. Plötzlich klopfte es draußen an der Eingangstür. Seltsam. Vielleicht war es ein neuer Gast, der nicht wusste, dass wir die Tür immer bis zehn Uhr abends offen ließen. Ich setzte ein höfliches Lächeln auf, ging zur Tür und öffnete sie. Mein Lächeln gefror, als ich die Frau sah, die davor stand. Hallo, Wendy, mein Schatz. Du siehst großartig aus. Mein Blutdruck schoss bedenklich in die Höhe und mir wurde schwindelig. Mom? Was machst du denn hier? Die Tür schwang auf, als meine Mutter in die Lobby trat, und ich konnte Olivia sehen, die noch draußen stand und mich anstarrte. Sie musste meine Mutter gesehen haben, da sie stumm mit den Lippen viel Glück formte, als die Türen langsam wieder zufielen. Bevor ich protestieren konnte, streckte meine Mutter ihre Arme nach mir aus und umarmte mich. Mir wurde übel. Sie hatte mich schon einmal genauso umarmt. Am Tag, an dem sie mich verlassen hatte. Es tut mir so leid um deine Großmutter, mein Schatz, sie trat einen Schritt zurück, sodass ich sie jetzt besser sehen konnte. Sie hatte dieselben dunklen Haare wie ich, doch ihre Augen waren braun und nicht smaragdgrün wie die meines Vaters. Sie hatte ihre Haare zu einem losen Dutt zusammengebunden und trug einen leuchtend bunten Rock, ein enges Tanktop und Sandalen, die mit Perlen bestickt waren, dazu einen Gürtel mit einer riesigen Schnalle, die mit Federn überladen war. Es überrascht mich, dich hier zu sehen, ich blinzelte und staunte, dass ich es überhaupt geschafft hatte, diese Worte herauszubringen. Was wollte sie hier? Ich trat zurück und wäre fast über die große Reisetasche gestolpert, die hinter mir lag. Meine Mutter hielt mich an einem Arm fest, was zwar verhinderte, dass ich viel, meine Laune jedoch in keiner Weise verbesserte. Ich blickte nach draußen, wo ich Brian und Max auf der Veranda sah. Lucky rannte über die Holzplanken, um ihren Frisbee zu fangen, und am liebsten wäre ich einfach zu ihr nach draußen gegangen. Meine Mutter beugte sich zu mir vor und blickte über meine Schultern ins Hotel. Sie richtete sich wieder auf und warf einen Blick durchs Fenster, bevor sie sagte, du hast hier wirklich viel bewirkt. Deine Großmutter hätte sich gefreut zu sehen, dass du den Laden übernimmst. Wir verkaufen das in. Oder hast du das vergessen, es fiel mir schwer, es auszusprechen. Ich fühlte mich furchtbar schlecht. Ich ging ein Stück von der Tür weg. Es musste viel gemacht werden, und wir sind mit der Arbeit noch nicht fertig, aber wir haben trotzdem schon Interessenten gefunden, die ein Angebot abgeben wollen. Meine Mutter schob ihre Finger in die Haare und kratzte sich am Kopf. Du musst schrecklich traurig sein, es zu verkaufen, Wendy. Du hast diesen Ort geliebt. Woher willst du das wissen? Die Worte kamen heraus, bevor ich sie hinunterschlucken konnte. Mein Gesicht wurde heiß, doch ich hielt ihrem Blick stand. Ah, ich verstehe, meine Mutter trat von einem Fuß auf den anderen. Du weißt, dass du irgendwann mit mir darüber reden musst, Wendy. Einfach so löst sich das nicht in Wohlgefallen auf. Warum bist du überhaupt hier, fragte ich und ballte meine Hände zu Fäusten. Sie blickte über ihre Schulter hinweg zu den anderen, die auf der Wiese standen. Ich will deiner Großmutter die letzte Ehre erweisen und meine Kinder sehen. Dein Vater und ich haben in Hawaii eine reizende Trauerfeier für Oma abgehalten. Wir haben sie in einem Garten voller wunderschöner, bunter Blumen und einem kleinen Hof mit einem Brunnen veranstaltet. Ich erinnere mich noch an das Plätschern des Wassers, den Geruch der Blumen und den wunderschönen Nachthimmel. Wir haben Laternen angezündet und sie dann mit ihren kleinen Flammen gen Himmel geschickt, es war wundervoll. Sie wollte keine Trauerfeier, Tränen, die ich nicht vergießen konnte und wollte, brannten mir in den Augen. Mein Herz schmerzte. Ich wollte nach draußen rennen und mich in die Sicherheit von Max' Armen retten. Meine Mutter trommelte mit ihren Fingern auf ihrer Hüfte. Ich bin sehr froh, dich zu sehen, Wendy. Wir müssen an unseren Problemen arbeiten, damit auch du dich eines Tages freuen kannst, mich zu sehen. Ich freue mich nicht, dich zu sehen, ich schüttelte den Kopf und kämpfte gegen die Tränen an. Du bist die ganze Zeit weggeblieben, warum konntest du nicht wegbleiben, bis ich wieder weg bin? Die Mine meiner Mutter gefror. Wir haben dich nie verletzen wollen. Das habt ihr aber, ich streckte meine Finger aus und versuchte, alles zurückzuhalten. Doch das hatte ich so lange getan, dass ich es nicht mehr länger tun konnte. Wie konntet ihr jemals glauben, dass gute Eltern ihre Kinder einfach so abschieben? Wenn ihr uns nicht gewollt habt, dann hättet ihr uns nie bekommen sollen. Ihr habt immer nur an euch gedacht, und als Brian und ich euch dann im Weg standen, habt ihr uns einfach verlassen. So war das nicht, Wendy, sie trat auf mich zu und legte eine Hand auf meinen Arm. Ich schüttelte sie ab, als meine Brust vor Schmerz zu explodieren drohte. Ich kann mich zu gut daran erinnern. Ihr hattet uns versprochen, dass wir im Hotel bleiben und endlich sesshaft werden würden. Dann wolltet ihr beide frei sein, und ihr habt uns einfach weggeworfen wie alten Müll. Ihr wart egoistisch, und ihr seid es heute noch. Wenn du nicht so egoistisch wärst, dann wärst du jetzt nicht hier. Ich stürmte an ihr vorbei, und Tränen brannten in meinen Augen, als ich durch die Hintertür hinausrannte. Max und Brian sahen mich besorgt an, doch ich rannte an ihnen vorbei die Treppen hinunter und auf das Meer zu. Die letzten Stufen sprang ich hinunter und beobachtete, wie die Wellen sich mit einem tiefen, lauten Grollen am Ufer brachen. Ich ging bis ans Wasser und blieb dort stehen, die Arme um meine Mitte geschlungen, heftig schluchzend. Warum hast du mich verlassen müssen, schrie ich in die Wellen, und meine Worte schienen in der Luft zu stehen, bevor sie im Getöse der Brandung untergingen. Doch ich hatte weder von meiner Mutter noch von meinem Vater gesprochen. Ich hatte nach der Frau gerufen, die ich zurückhaben wollte, die immer für mich da gewesen war. Ich wollte meine Großmutter zurück. Ich schluchzte noch heftiger. Sie hatte immer hartnäckig darauf bestanden, dass ich eine Mutter hatte und sie meine Großmutter war. Doch in vielerlei Hinsicht war sie auch meine Mutter gewesen. Meine Großmutter war bei fast jedem ersten Mal in meinem Leben da gewesen, meinem ersten Kuss, als ich das erste Mal verliebt war und als ich das erste Mal Liebeskummer gehabt hatte. Meine Großmutter war bei all den trivialen Dingen, die das Leben eines Teenagers ausmachten, für mich da gewesen. Ihre hausgemachte Aknecreme hatte meine Haut geklärt, sie hatte meine aufgeschürften Knie mit Pflastern verklebt, mein gebrochenes Herz getröstet und mir die Angst vor der Higgs-Schul genommen. Meine Großmutter war für mich da gewesen. Meine Mutter nicht. Doch ich hatte sie verlassen, genau wie meine Eltern mich verlassen hatten. Ich hatte nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass sie mich vermissen könnte und dass sie vielleicht genauso unter meiner Abwesenheit gelitten hatte, wie ich unter der meiner Eltern. Ich hatte gehen wollen, also war ich gegangen. Es tut mir leid, dass ich so egoistisch gewesen bin, Oma. Ich vermisse dich so sehr, presste ich schluchzend hervor. Alles war so schwierig geworden. Ich hatte mich wieder in Blue Moon Bay verliebt und dann auch noch in Max. Ich hatte mich in den Umstand verliebt, wieder Freunde zu haben, denen ich vertrauen konnte und die mich wirklich kannten. Ich hatte fast ganz vergessen, was mir an Sacramento so gut gefiel und das machte mir Angst, da ich dorthin zurückgehen würde. Wie konnte ich mich nicht darüber freuen, ein Angebot für mein Traumhaus abgeben zu können. Doch ich tat es nicht und war mir dessen bewusst. Wie konnte ich nur daran denken, alles aufzugeben, wofür ich so hart gearbeitet hatte. Doch Blue Moon Bay war mir wichtiger. Max bedeutete mir viel. Brian und das in, Olivia, Megan, ja sogar das Kürbisfestival und selbst die Eintauchbude bedeuteten mir so viel, dass es mit wehtat, darüber nachzudenken, all das zurückzulassen. Doch wenn wir das Angebot bekamen, musste ich gehen. Meine Brust schmerzte, doch plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich blickte auf und sah, wie Max die Treppe hinunter kam und dabei nach mir rief. Kapitel 13 Ich stand am Strand und rieb mir die Augen, während Max auf mich zukam. Sein süßer Hund trottete brav an seiner Seite. Als er vor mir stehen blieb, sagte er kein Wort, sondern nahm mich nur in seine Arme. Ich vergrub mein Gesicht an seinem Nacken, fühlte die Wärme seines Körpers und atmete seinen unwiderstehlichen Geruch ein. Seine Hände ruhten auf meinem Rücken, und ich fragte mich, wie es wohl wäre, ihn jeden Tag für den Rest meines Lebens bei mir zu haben. Bist du okay? fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht. Er ließ mich langsam los und nahm meine Hand, um mit mir am Strand entlang zu gehen. Wir liefen nahe am Wasser, und Lucky sprang fröhlich bellend immer wieder hinein und hinaus. Dann kam sie zu mir gerannt und bedeckte mich mit feuchten Küssen, was meine Stimmung ein wenig hob. Ich kickte eine große Muschel zurück ins Meer. Meine Mutter ist hier. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie ausgerechnet jetzt hierher zurückgekommen ist, wo ich ohnehin schon so viel um die Ohren habe. Er runzelte die Stirn. Freust du dich nicht, sie zu sehen? Nein, überhaupt nicht. Ich will keinen von beiden sehen. Er drückte mich fester an sich. Wirklich? Ich dachte, es würde dir guttun, sie jetzt zu sehen. Vermisst du sie denn nicht? Meine Brust schmerzte. Ich habe vor langer Zeit aufgehört, sie zu vermissen. Er blieb stehen, ließ sich in den Sand fallen und zog mich neben sich. Wir blickten hinaus auf das Meer, dann brachte er seinen Mund näher an mein Ohr. Willst du das zwischen euch nicht aus der Welt schaffen? Nein, ich krallte den trockenen Sand zwischen meine Finger, bevor ich ihn langsam aus meiner Hand rieseln ließ. Er runzelte die Stirn. Aber sie sind immer noch deine Eltern. Sie haben mich abgeschoben. Sie sind einfach gegangen und haben nicht ein einziges Mal zurückgeblickt. Sie sind nie zurückgekommen? Nicht ein einziges Mal? Aber jetzt ist sie hier. Jetzt war ich auch auf ihn wütend. Also, wenn wir Kinder hätten und das Reisefieber dich packen würde, würdest du dann einfach deine Kinder bei deiner Mutter absetzen und dich als guten Vater bezeichnen, fragte ich und kniff die Augen zu. Jetzt diskutierte ich mit ihm über seine Ansichten zur Erziehung unserer hypothetischen Kinder? Ich schien wirklich den Verstand zu verlieren. Sein Gesicht kam meinem immer näher. Ich wollte ihn küssen. Ich hätte ihn auch geküsst, wenn ich nicht so verwirrt und wütend gewesen wäre. Ich erinnerte mich daran, dass Max es auch nicht gewohnt war, an einem Ort zu bleiben, und dass er bald gehen würde. Genau wie sie es getan hatten. Ich sage nicht, dass das, was sie getan haben, richtig war, jebes, er strich mit einem Finger über meine Wange und hielt dann mein Kinn hoch. Sie haben dich verlassen. Das ist etwas, das ich weder dir noch unseren Kindern antun würde, wenn wir welche hätten. Es ist unleugbar, dass sie einen Fehler gemacht haben. Was ich nicht verstehe, ist, warum du ihnen nicht vergeben willst. Ich sah ihn an und atmete hörbar aus. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf deiner, Wendy. Immer. Doch ich denke, dass du ihnen vergeben solltest. Sonst wird es dich auffressen, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihnen jemals vergeben kann, alles in mir spannte sich an, und ich wollte die Gedanken an sie verdrängen, so wie ich es immer tat. Doch das war unmöglich, jetzt, wo sie so nah waren. Ich hob einen Stein auf und warf ihn ins Meer. Ich weiß nicht mal, wie sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich die Flugtickets nicht leisten können. Keine Ahnung, wie sie die Flüge bezahlt haben. Max drückte meine Schulter fester und wandte den Blick ab. Dann drehte er sich wieder zu mir um und sah mich mit gequältem Blick an. Es gibt da etwas, das ich dir erzählen muss. Ich runzelte die Stirn. Was denn? Er atmete tief ein. Ich dachte, ich hätte dir einen Gefallen getan. Das musst du verstehen. Am Tag nach unserer ersten Begegnung habe ich gehört, wie du mit deiner Mutter telefoniert hast. Du hast dich so traurig angehört, weil sie sich den Flug nicht leisten konnten, erfuhr sich mit einer Hand durch die Haare. Darum habe ich mit Brian gesprochen, der mir ihre Nummer gegeben hat. Um es kurz zu machen, ich habe die Tickets bezahlt. Ich erstarrte. Du hast ihre Tickets bezahlt? Deinetwegen sind sie jetzt hier? Ich wartete jedoch nicht darauf, dass er mir eine Antwort gab. Ich sprang auf und rannte den Strand runter, weiter und immer weiter. Ich versuchte, vor dem Gefühl davon zu laufen, dass Max mich hintergangen und meinen schlimmsten Albtraum wahrgemacht hatte. Am nächsten Morgen liefen Schuldgefühle und Reue wie zweischnappende Hummer in meinem Bauchamok. Nachdem ich mir die ganze Nacht darüber den Kopf zermatert hatte, warum Max meine Eltern hierher gebracht hatte, war ich doch zu dem Schluss gekommen, dass er es mit den besten Absichten getan hatte. Ich musste mich bei Max für meine Reaktion entschuldigen, und ich wollte es so schnell wie möglich tun. Eine Kluft zwischen uns zu spüren fühlte sich ungefähr so an, als ob mein Arm abgesägt worden war, und ich musste wissen, ob zwischen uns alles okay war. Falls er mir vergeben konnte. Ich bemerkte, dass ich heute fast bis elf Uhr geschlafen hatte, es ist unglaublich, was Schlafmangel und das einlullende Rauschen der Wellen bewirken konnten. Ich zog mich schnell an und eilte die Treppen hinunter, blieb jedoch am Eingang zur Lobby stehen. Ryan und Max mussten schon früh mit dem Streichen angefangen haben, da alle Wände in frischer Farbe strahlten. Das Arktisblau wirkte hell und fröhlich. Der ganze Raum war schön, strahlend und perfekt. Die Gemälde an den Wänden und die Blumen in den Vasen zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Die frischen Blumen, die Max gestern mitgebracht hatte, verströmten ihren Duft im ganzen Raum, und der Krimskrams, den meine Großmutter über die Jahre gesammelt hatte, war ordentlich in den Regalen aufgereiht. Ich kannte jedes einzelne Stück, und sie zu sehen holte Erinnerungen an meine Großmutter hervor. Ryan stand hinter dem Tresen. Er trug ein frisch gestärktes Hemd und eine Stoffhose und hatte ein breites Lächeln auf den Lippen. Die Gäste, die er gerade begrüßte, mussten Stammgäste sein, da er nach ihren Enkelinnen und dem Golf-Handicap fragte. Er konnte gut mit den Gästen umgehen, sehr viel besser als ich. Selbst als wir noch Kinder gewesen waren, war er gut darin gewesen und hatte auch immer ein viel besseres Trinkgeld bekommen. Wieder einmal fragte ich mich, warum Großmutter nicht ihm das Hotel vererbt hatte. Die Gäste verließen die Lobby, und ich ging zum Tresen hinüber, wo Brian mir einen Kaffee in die Hand drückte. Du musst ihn wahrscheinlich in der Mikrowelle aufwärmen. Ich bin zu müde, ich nippte an der lauwarmen Flüssigkeit. Nettes Hemd. Hast du plötzlich gelernt, wie man ein Bügeleisen benutzt oder dir eine schwerere Matratze zugelegt? Mom hat es für mich gebügelt. Sie hat auch die Lobby geputzt. Sie und Dad wollten wissen. Nein, ich hob eine Hand. Ich will das wirklich nicht hören, Brian. Okay? Ich habe noch nicht genug Kaffee getrunken, um mir irgendetwas über die beiden anzuhören. Er hob seine Tasse. Willst du meinen haben? Ich blitzte ihn an. Nein. Er stellte seine Tasse wieder ab. Ich versuche nur, dir zu helfen, Schwesterchen. Ich gehe ein bisschen im Büro arbeiten. Kannst du hier die Stellung halten? Er ließ den Blick durch die leere Lobby schweifen. Schwierig, doch ich werde es versuchen. Ich entschied mich, ihn zu ignorieren, und ging. Ich hatte Max bisher noch nicht gesehen, doch ich hatte nicht vor, Brian nach ihm zu fragen. Er hatte sich ohnehin schon zu viel in meine persönlichen Angelegenheiten eingemischt. Ich betrat das Büro, um nachzusehen, ob das offizielle Angebot der Tod SKYS schon gekommen war. Ich schaute im Fax nach, doch dort war nichts. Daher blätterte ich ein wenig im Buchungsbuch herum, um die Auslastung des Hotels zu checken. Falls die Tod SKYS vor Abgabe des Angebots doch noch mehr wissen wollten, brauchte ich diese Zahlen vielleicht. Ich arbeitete mich gerade durch Stapel von Papier, als mein Handy klingelte. Ich warf einen Blick auf das Display in der Hoffnung, dass es Max war. Doch nein, es war nur Janine. Hi, Janine, sagte ich und hoffte, dass sie gute Nachrichten für mich hatte. Sofort klapperte sie los, ohne meine Begrüßung abzuwarten. Ich bin so froh, dass du ans Handy gehst. Wir stecken schon wieder in einer Krise. Die Kunden, die an dem Haus drüben in Sycamore interessiert waren, haben kalte Füße bekommen, und Elizabeth kommt nicht mit ihnen zurecht. Sie waren die ganze Woche hier und haben mich verrückt gemacht, dass du so schnell wie möglich zurückkommen oder sie anrufen sollst. Ich stehe am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Sie klang tatsächlich so. Ich seufzte und fragte mich, ob ich jemals so gestresst war. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich fing an, auf und ab zu gehen. Es war frustrierend, dass Elizabeth überfordert war. Das sah ihr eigentlich gar nicht ähnlich, darum ging ich davon aus, dass die Scheidung ihr Übel zusetzen musste. Beruhige dich, Janine. Hör zu, ich habe dich gut ausgebildet. Du weißt, was zu tun ist, und kannst locker damit fertig werden. Ihre Stimme klang eine Oktave höher, als sie sagte, ich habe die Maklerprüfung doch noch gar nicht abgelegt. Ich weiß, sagte ich, um sie zu beruhigen. Das ist in Ordnung, da du ihnen das Haus ja nicht verkaufst. Du hilfst ihnen nur dabei, sich klar darüber zu werden, dass sie das Haus immer noch kaufen wollen. Elizabeth kann den Papierkram erledigen. Du arbeitest von Mensch zu Mensch, und darin bist du gut. Vertrau mir, ich weiß das. Ich kann nicht glauben, dass du bei alldem nicht in Panik ausbrichst. Ich dachte, du würdest dich auf den Rückweg machen, bevor ich überhaupt den ersten Satz beendet habe, sagte sie. Da steht eine saftige Kommission auf dem Spiel. Außerdem sagst du immer, dass eine kritische Situation mit einem der Klienten unsere volle Aufmerksamkeit verlangt. Das hatte ich tatsächlich gesagt. Doch früher war ich auch wie ein Uhrwerk jeden Morgen pünktlich um sechs Uhr aufgestanden. Ich ging zu den Fenstern und blickte auf die grüne Wiese und das Meer hinaus, das direkt dahinter lag. Diese Klienten werden volle und ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar deine. Du schaffst das, und wenn du jetzt lernst, mit solchen Dingen umzugehen, wird es in Zukunft sehr viel leichter für dich sein. Du meinst, sowas passiert oft? Vielleicht sollte ich doch deine Assistentin bleiben. Ich wandte mich vom Fenster ab und stolperte über einen Haufen Bücher, die jemand auf dem Boden abgelegt hatte. Ich bückte mich, hob sie auf und stellte sie in ein Regal. Alles wird gut werden. Entspann dich einfach und rede mit ihnen. Hebe all das hervor, was ihnen am Haus gefällt. Wenn du sie bis zum Notartermin von Elizabeth fernhältst, kann nichts schief gehen. Okay, sie stieß einen gequält klingenden Seufzer aus. Ich habe übrigens auch gehört, dass jemand ein Angebot für das Reihenhaus abgeben wird, das dir so gut gefällt. Wenn du es haben willst, musst du schnell handeln. Danke, Janine. Nein, ich danke dir. Ich fühle mich schon viel besser. Ich legte auf und war deprimiert darüber, dass jemand auf mein Reihenhaus bieten wollte. Ich liebte dieses Haus. Es war wunderbar und unglaublich gut ausgestattet. Doch ich brauchte erst ein Angebot für das in, bevor ich selbst eines abgeben konnte. Vielleicht war es eine gute Idee, die Todeskalpsilones anzurufen und nachzufragen, ob sie noch irgendetwas brauchten, um ihr Angebot zu schicken. Nein, das könnte womöglich verzweifelt wirken. Vielleicht war ihr Angebot ja während meines Telefonats mit Janine angekommen? Ich ging zum Fax und tatsächlich, das Angebot war da. Der Betrag, den ich verlangt hatte. Cash. Ich holte die Seiten aus dem Gerät und lass sie durch. Mrs. Todd SKYS Brief war nicht an mich adressiert, was etwas seltsam war, doch sie schrieb in recht enthusiastischem Ton, dass sie beinahe alles für den Kauf des Hotels in die Wege geleitet hatten. Mir blieb der Mund offen stehen, als ich den letzten Satz lass, dann blätterte ich um. Das Foto auf der nächsten Seite war furchtbar. Es war ein Hotel, das aussah, wie tausend andere auch, ohne jeglichen Charme. Nichts Besonderes. Ich blätterte zurück und lass den letzten Satz noch einmal, da ich hoffte, mich verlesen zu haben. Doch das hatte ich nicht. Die Tod SKYS planten, das Inn in Blue Moon Bay abzureißen, um an seiner Stelle ein Hotel, das zu einer Kette gehörte, hochzuziehen. Kapitel 14 Als ich Scottys Fischrestaurant betrat, begrüßte mich der wohlbekannte Duft von frischem Fisch und langsam gerösteten Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch wie ein alter Freund. Es war wahrscheinlich gut, dass ich den ganzen Tag über nicht viel gegessen hatte, da Scotty dafür bekannt war, nicht gerade sparsam mit Butter und Sahne umzugehen. Der Bürgermeister von Blue Moon Bay hatte sogar einmal einen Herzinfarkt erlitten, als er gerade das Spezial mit Krabben und Hummer mit Kartoffeln, Mais, ganzen Zwiebeln und einer ungesunden Menge Zerlasener Butter gegessen hatte. Eine zierliche Frau mit dunklen Augen kam auf mich zu, und ich lächelte sie an. Sie arbeitete schon länger hier, als ich denken konnte. Ich treffe mich hier mit jemandem und oh, da ist der, ich deutete auf Max, der in einer Nische saß und mir zuwinkte, während ich auf den Tisch zusteuerte. Max stand auf, und als er mich in seine Arme zog, bemerkte ich den Geruch von Salzwasser und Parfüm an seinem Hemd. Mein Herz fing an, schneller zu schlagen, als er mich festhielt. Ich hatte befürchtet, dass er wütend auf mich war, nachdem ich mich am Strand so aufgeführt hatte. Er war den ganzen Morgen über verschwunden gewesen, und ich hatte ihm mehrere SMS geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten. Ich hatte schon fast geglaubt, dass er aufgegeben hatte und nach Tokio geflogen war. Als ich endlich eine Nachricht von ihm bekommen hatte, in der stand, dass er sich hier mit mir zum Abendessen treffen wollte, war ich so erleichtert gewesen, dass ich wie ein verrückter Teenager in meinem Zimmer herumgewirbelt war. Vielleicht war das auch einer der Gründe gewesen, weswegen ich mich entschieden hatte, mir so schnell wie möglich alles von der Seele zu reden. Tut mir leid, wie ich gestern am Strand reagiert habe. Und dass ich dir heute so oft geschrieben habe. Normalerweise mache ich so etwas nicht, das musst du mir glauben. Er schmunzelte. Ich bin dir deswegen nicht böse, meine Schöne. Ich kann vollkommen verstehen, warum du so aufgebracht warst. Ich habe versucht, dir einen Gefallen zu tun, doch offensichtlich hätte ich das vorher mit dir absprechen sollen. Es tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Doch trotzdem, danke, ich atmete langsam aus, erleichtert, dass er nicht böse auf mich war und immer noch mit mir ausgehen wollte. Sollen wir uns setzen? Er ließ mich los, und wir setzten uns gegenüber an den Tisch. Max faltete seine Hände auf dem Tisch, und ich betrachtete all die eingeritzten Namen, Herzen und Sterne, die zahllose Gäste über die Jahre hinterlassen hatten. Schau, das ist von mir, und das ist von Megan, sagte ich lächelnd. Max betrachtete den Tisch und wackelte mit den Augenbrauen. Wir müssen einen Platz für unsere beiden Namen finden, wenn die Kellnerin nicht herschaut. Gute Idee, sagte ich lachend. Er sah umwerfend aus. Seine Haare waren ein wenig zerzaust, und seine Bräune nahm mit jedem Tag, den er hier verbrachte, zu. Wenn er lächelte, umspielten kleine Fältchen seine Augen. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, sah er immer noch besser aus. Ich hatte noch nie jemanden getroffen, dem es gelungen war, Schmetterlinge in meinem Bauch so zum Flattern zu bringen wie er. Jetzt, da ich mit Max hier zusammensaß, fühlte sich alles in meiner Welt richtig an. Wie gefällt dir Scotties? Bist du schon mal hier gewesen? Er schüttelte den Kopf. Nein, das ist mein erstes Mal. Die Deko ist wirklich nett. Ich sah mich in dem Lokal um. Es hatte sich nichts verändert. Dieselben alten Fischernetze hingen von der Denke, und gelegentlich blitzte einer der bunten Glasbälle in den Netzen auf. An den Wänden hing alles Mögliche und Unmögliche, von alten, gerahmten Bildern von Blue Moon Bay bis hin zu Trikots der örtlichen Higgs-Schul. Es war wunderbar kitschig und ausgefallen, und bis zu diesem Moment war ich mir nicht bewusst gewesen, wie sehr es mir schon immer gefallen hatte. Der Blick von unserem Fenster aus über das Meer und Marina war sensationell. Die Boote lagen in einer Reihe am Steg verteut und tanzten auf dem Wasser auf und ab. Ich erinnerte mich daran, wie ich mit Max in der Nacht, in der ich mir eingestanden hatte, dass ich mich in ihn verliebt hatte, zur Marina gegangen war. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, und ich konnte immer noch nicht fassen, dass ich überhaupt versucht hatte, gegen meine Gefühle anzukämpfen. Ich wollte nicht wie jemand wirken, der sich anklammerte, doch ich fragte mich, was er den ganzen Tag getrieben hatte, und während er schweigend die Speisekarte studierte, nahm meine Neugier überhand. Und was hast du heute so getrieben, fragte ich ihn. Er wartete, bis die Kellnerin uns unsere Getränke gebracht und die Bestellungen aufgenommen hatte. Als sie wieder gegangen war, sah er mich verschmitzt über den Tisch hinweg an und antwortete, ich habe ein Haus in Blue Moon Bay gemietet. Mir blieb der Mund offen stehen. Was? Warum das denn? Ich dachte, du wolltest nach Tokio gehen. Ich muss immer noch geschäftlich nach Japan fliegen, doch wenn ich zurückkomme, will ich hier bleiben. Aber du bist doch überhaupt nicht lange hier gewesen. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ist mein voller Ernst, er streckte sich über den Tisch und griff nach meiner Hand. Seine Augen strahlten, und das Lächeln auf seinem Gesicht war breit und glücklich. Ich habe dir doch gesagt, dass Blue Moon Bay mein Zuhause ist. Das habe ich wirklich so gemeint. Ich liebe diesen Ort, die Leute und die Aussicht, er deutete mit seiner Hand auf das Fenster, und ich blickte erneut hinaus auf das weite, glänzende Meer und den Himmel darüber. Woher willst du wissen, dass es dein Zuhause ist? fragte ich ernsthaft interessiert. Wo soll ich da anfangen? Er streichelte mit seinem Daumen über meinen Handrücken und schickte ein Kribbeln meinen Arm hinauf. Ich liebe es, dass es immer noch ein Kürbisfestival gibt und dass die Leute einander genug bedeuten, um Hallo zu sagen und zu fragen, wie es einem geht. Ich liebe diese geflickten Straßen und das kleine Ortszentrum mit dem Kopfsteinpflaster. Ich liebe es, beim Aufwachen die Brandung rauschen zu hören und das Salzwasser zu riechen. Ich liebe die Legende vom Kuss in der Bucht und dass die Leute daran glauben. Ich liebe den Mond, wenn er rund und voll über dem Meer hängt. Ich liebe alles an diesem Ort. Ich liebe all diese Dinge auch. Trotzdem ist es nicht mein Zuhause. Bevor er mir antworten konnte, brachte die Kellnerin unser Essen. Frische Garnelen und Fisch türmten sich auf den Tellern, der Krautsalat sah so cremig aus, dass er förmlich darum flehte, gegessen zu werden, und direkt daneben lag ein berggedämpftes Gemüse, das in geschmolzener Butter geschwenkt war. Ich begann zu essen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass ich später meinen Gürtel ein Loch weiterschnallen müsste. Nein, er zwei. Das Köstliche Essen und Max-Gesellschaft lenkten mich wenigstens vorübergehend von meinen Problemen ab. Doch als fast nichts mehr auf unseren Tellern übrig war, konnte ich sie nicht weiter ignorieren. Ich habe ein Fax bekommen von dem Paar, das das entkaufen will. Sie wollen es abreißen. Max hörte auf zu kauen und schluckte. Und du willst denen das Hotel verkaufen? Ja. Wir können uns glücklich schätzen, dieses Angebot überhaupt erhalten zu haben, da das Hotel noch nicht mal auf dem Markt war. Es ist nicht mal annähernd vorzeigefähig. Es wird furchtbar sein, wenn sie das Hotel abreißen, und Brian wird mich dafür hassen. Er liebt dich, meine Schöne. Das musst du wissen, sagte er, doch dann veränderte sich seine Mine. Er fuhr sich mit den Fingern durch sein dichtes, braunes Haar. Es erstaunt mich, dass du das Angebot annehmen willst, besonders, nachdem du weißt, dass die neuen Eigentümer das Hotel abreißen wollen. Du liebst dieses in, Wendy. Ich dachte, du hättest deine Meinung geändert und wolltest es behalten. Glaubst du nicht, dass sich deine Großmutter das auch gedacht hat? Plötzlich nahmen Tränen mir die Sicht. Ich hatte keine Ahnung, was sich meine Großmutter gedacht hatte. Ich kann das Hotel nicht behalten. Ich gehe zurück nach Sacramento. Er zog seine Stirn in Falten. Ich kann es nicht fassen. Ich hätte niemals gedacht, dass du das Hotel verkaufen wirst. Doch ganz gleich, was mit dem Hotel passiert, ich gehe nirgendwo hin. Wenn du in Sacramento bist, können wir uns immer noch sehen. Wir werden eine Lösung finden. Er versuchte immer, einen Weg zu finden. Das wollte ich auch, doch es war unmöglich. Tief im Inneren musste er das wissen. Max, Fernbeziehungen können auf Dauer nicht funktionieren. Warum nicht? Du bist oft lange unterwegs. Außerdem bin ich Maklerin. Das bedeutet, dass ich zu unmöglichen Zeiten arbeite. Wenn du beides rational betrachtest, dürfte dir klar werden, dass wir uns nie sehen werden. Wir werden uns auseinanderleben und… Du musst schon ein bisschen an mich glauben, meine Schöne. An uns. Ich bin mir sicher, dass es mit ein wenig Planung klappen wird. Darüber hinaus hast du mir für jemanden, der nicht gerne reist, von ziemlich vielen schönen Erinnerungen an deine Reisen erzählt. Ich musste kurz lachen. Damit hast du recht. Ich bin gerne mit meinen Eltern verreist. Nur nicht permanent. Ich zerknüllte die Serviette auf meinem Schoß, da ich Angst hatte, dass es mit uns nicht funktionieren würde. Gleichzeitig jedoch hatte ich Angst davor, überhaupt zu hoffen, dass es funktionieren könnte. Beides machte mir gleichermaßen Angst. Unsere Leben sind so verschieden, Max. Wir sind so verschieden. Er lächelte mich nur an. Ich denke, wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind beide ehrgeizig und wild entschlossen, nach unseren eigenen Regeln erfolgreich zu sein. Wir wären ein unglaubliches Team. Eine Fernbeziehung zu führen macht einen einsam, sagte ich leise. Gar keine Beziehung zu führen macht einen noch viel einsamer, konterte er. Du hast auf alles eine Antwort, ich lächelte. Sein Optimismus gefiel mir. Schließlich warf ich die Hände in die Höhe. Willst du den Rest noch essen? Er warf einen Blick auf eine besonders köstlich aussehende Garnele auf seinem Teller, spießte sie mit seiner Gabel auf und hob sie an meinen Mund. Sie gehört dir, meine Schöne. Ich nahm einen Bissen und genoss den köstlichen Geschmack und den Abend mit Max. Als ein Sonnenstrahl durch das Fenster fiel und sein Gesicht erhellte, traf es mich erneut, dieses Ich-kann-nicht-mehr-atmen-Vorglück-Gefühl. Ich war im siebten Himmel. Nachdem wir fertig gegessen haben. Hast du Lust auf einen Nachtisch? fragte er. Ich klopfte auf meinen vollen Bauch und schüttelte den Kopf. Wenn ich noch einen Bissen esse, muss ich die ganze nächste Woche in Yoga-Hosen-Ruhm laufen, sagte ich kichernd. Darum schlug er anstatt eines Nachttischs einen Spaziergang am Strand vor, und das war das beste Angebot, das mir an diesem Tag gemacht worden war. Vielleicht konnte es mich von dem Gedanken ablenken, dass ich mein geliebtes Familienhotel an diese Aasgeier verkaufen musste und dass bald das einzige Zuhause, das ich je gehabt hatte, aufhören würde zu existieren. Als ich am nächsten Morgen das Bayside Café betrat, lächelte mich die Barista an und hob zur Begrüßung die Hand. Ich erwiderte ihren Gruß. Es gab genügend freie Tische, und ich entdeckte Megan und Olivia, die bereits an einem auf mich warteten. Ich hielt überrascht inne. Ich hatte nicht gewusst, dass Olivia auch kommen würde, und fragte mich, ob noch jemand dazu stoßen würde, da auf dem Tisch bereits drei Kaffeebecher standen. Das sollte eigentlich ein Geschäftstreffen sein. Hatte Megan daraus ein Mädelstreffen gemacht? Falls ja, störte es mich nicht, auch wenn sich ein Kloss in meinem Hals bildete, als ich die beiden zusammensah. Als wir Teenager gewesen waren, hatten wir uns fast jeden Tag im Blue Moon Burgers getroffen. Ich hatte dieses Ritual vermisst und würde es auch wieder vermissen, wenn ich zurück in Sacramento war. Der Gedanke ließ mich stehen bleiben. Sie waren meine Freundinnen, doch würden sie auch immer noch mit mir befreundet sein wollen, nachdem ich das Hotel an diese Leute verkauft hatte? Keiner von beiden würde gerne mit ansehen wollen, wie es abgerissen wird, doch ich hatte ja keine andere Wahl. Ich hoffte, dass Brian und alle anderen verstehen konnten, dass mir keine andere Wahl blieb. Olivia nahm Blickkontakt mit mir auf und winkte. Dein Kaffee wird kalt. Ich ging zu ihrem Tisch und ließ mich auf den freien Stuhl fallen, bevor ich nach dem Becher griff, den mir Olivia zuschob. Megan zog die Augenbrauen hoch. Magst du das Schokoladenbrötchen mit mir teilen? Ich habe Olivia schon gefragt, doch sie hat mir nur den Stinkefinger gezeigt. Olivia seufzte. Diese Dinger sollten verboten sein. Das Zeug ist tödlich. Dann nehme ich was von dem tödlichen Zeug, bitte, sagte ich. Kann dich ja schlecht alleine sterben lassen. Megan schnitt das Brötchen mit einem Plastikmesser in zwei Hälften, und ich nahm mir ein Stück. Olivia verzog das Gesicht, als ich genussvoll hineinbiss, dann trank sie einen Schluck Kaffee. Wie geht's dir? Du siehst besser aus, als ich erwartet hätte, nachdem du deine Mutter gestern gesehen hast. Ich schluckte den Bissen herunter. Ja, es ist hart, sie im Hotel zu haben. Sie und mein Vater veranstalten heute eine Trauerfeier für meine Großmutter und wollen, dass Brian und ich daran teilnehmen. Olivia sah mich seltsam an. Aber ich dachte, dass deine Großmutter keine Trauerfeier wollte. Wollte sie auch nicht. Doch meine Eltern wollen trotzdem eine für sie abhalten. Megan kaute gedankenverloren auf ihrem Brötchen herum. Muss schön sein, deine Eltern wiederzusehen. Du musst sie vermisst haben. Ich sträubte mich. Sie machen mich irre. Komm schon, Wendy. Megan warf mir einen Blick zu, der sagte, dass ich sie nicht täuschen konnte. Vielleicht bist du böse auf deine Eltern, doch wir wissen, dass du sie liebst. Außerdem sind sie auf ihre hippiemäßige, flatterhafte Art echt cool. Ich bin mir sicher, dass die Trauerfeier zumindest interessant werden dürfte. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. Das kann man wohl sagen. Olivia seufzte. Wendy, ich weiß, dass sie dich verletzt haben. Doch du musst darüber hinwegkommen und ihnen vergeben. Ich nahm einen großen Schluck von meinem Kaffee. Alle sagen das ständig zu mir, doch ich weiß nicht, wie das gehen soll. Tuss einfach, sagte Olivia, während sie an dem Deckel ihres Kaffeebechers herumfingerte. Erinnerst du dich daran, wie ich dir erzählt habe, dass sich meine Eltern getrennt haben? Was ich dir noch nicht erzählt habe, ist, dass sie sich getrennt haben, weil meine Mutter ihre alte Higgs-Schulliebe übers Internet wiedergefunden hat. Sie hat meinen Vater für ihn verlassen. Mir klappte die Kinnlade herunter. Als wir jünger gewesen waren, waren Olivias Eltern so glücklich gewesen. Außerdem war ihre Mutter so nett. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie so etwas tun könnte. Aber deine Mutter hat deinen Vater geliebt. Das war offensichtlich. Sie senkte den Blick und betrachtete den Tisch. Ja, sie hat ihn geliebt. Sie liebt uns. Doch sie ist trotzdem gegangen. Das Schlimmste daran ist, dass ich diejenige gewesen bin, die ihr die Social-Media-Seite gezeigt hat, auf der sie ihn wiedergefunden hat. Ich war irgendwie der Katalysator, und das ist ziemlich beschissen. Sie hat mich verletzt, und glaub mir, ich bin wütend auf sie. Doch trotzdem liebe ich sie noch, und ich werde ihr vergeben. Ich verstehe nicht, warum sie sich so verhält, doch sie muss ihre Gründe haben. Genau wie meine Eltern ihre Gründe gehabt hatten, uns bei unserer Großmutter zu lassen. Konnte es so einfach sein, ihnen zu vergeben? Ich streckte meine Hand aus und berührte sanft ihren Arm. Sie betrachtete meine Hand, lächelte und legte dann ihre Hand auf meine. Ich werde mein Bestes geben. Mehr kann ich dir nicht versprechen, sagte ich. Sie lächelte mir zu. Das ist ein guter Anfang. Ich wechselte das Thema, indem ich fragte, bist du in letzter Zeit wieder mal mit Mr. Perfect auf dem Boot gewesen? Ja, und ob du's mir glaubst oder nicht, ich bin jedes Mal ein bisschen weniger nervös. Sie lächelte und drehte sich zu Megan um. Willst du wieder anfangen, mit jemandem auszugehen? Megan zog ein langes Gesicht und klaubte mit den Fingern Gebäckkrümel auf. So, wie ich mich gerade fühle, sollte ich bei einem Single-Fürs-Leben-Programm mitmachen. Wenigstens habe ich noch meine Arbeit. Wo wir gerade davon reden, ich habe deine Webseite fertig. Willst du sie sehen? Natürlich, ich wollte ihr sagen, dass es jetzt egal war, weil die neuen Eigentümer unser geliebtes Hotel abreißen wollten, doch ich brachte es nicht übers Herz, ihr davon zu erzählen, weil sie offensichtlich stolz auf ihre Arbeit war. Megan kramte in ihrer Tasche herum und zog den Laptop heraus, dann schaltete sie ihn ein. Sie drückte auf ein paar Tasten und schob ihn dann zu mir herüber. Ich starrte den Bildschirm an. Das Meer erstreckte sich über den Bildschirm, schimmernd und glitzernd unter einem großen Vollmond, der über dem Wasser hing. Ein Wal tauchte auf und sprang hoch in den Himmel. Sein Rücken streifte den unteren Rand des Mondes. Dann tauchte der Wal wieder in das Meer ein, und das Wasser, das er dabei aufspritzte, bildete die Worte Blue Moon Bay. Die Legende leben, die Worte verschwanden, und ein Paar erschien, das sich am Strand umarmte. Megan strahlte und spähte über den Rand ihres Laptops, während Olivia sich vorbeugte, um die ganze Szene nochmal zu sehen. Dann fragte Megan, ist das nicht großartig? Es war großartig, wie ein süßer, romantischer Film, in dem man noch dazu ein Zimmer in unserem Hotel buchen konnte. Die Webseite war weder geradlinig noch professionell, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Sie war fantasievoll und süß, und ich liebte sie. Ich hasste es, ihnen sagen zu müssen, dass das Hotel abgerissen werden sollte. Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass ich die Wahrheit sagen sollte, doch ich brachte es nicht übers Herzes zu tun. Sie sah gerade so glücklich aus. Stell sie online, sagte ich. Kapitel 15 Wir versammelten uns am Ende der Landzunge, an derselben Stelle, an dem sich die Liebenden von Blue Moon Bay verabschiedet und im Licht des blauen Mondes ihren Schwur gesprochen hatten. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Der Himmel war leuchtend blau, und keine einzige Wolke war zu sehen. Hinter uns erstreckte sich das Meer. Am Horizont schienen Meer und Himmel miteinander zu verschmelzen und erweckten den Eindruck unendlicher Weite. Unsere Eltern hatten für jeden von uns riesige Himmelslaternen mitgebracht, die wir später anzünden sollten. Die reinweißen Laternen lagen auf dem grünen Gras, und ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Sie hatten auch einen niedrigen Tisch aufgebaut, der voller Kuchen, Wein und Blumen stand. Lange Bänder aus rotem und gelbem Stoff wehten in der sanften Brise. Meine Mutter stand vor dem Tisch und zündete dutzende Duftkerzen an, während mein Vater anfing, einen langsamen Rhythmus zu trommeln. Das Trommeln klang leise, tief und klagend. Brian stand neben mir und neigte sich mir zu. Ziemlich bunt, nicht wahr? Ich warf ihm einen entnervten Blick zu. Unsere Eltern hatten darauf bestanden, dass auch wir uns in Rot und Gelb kleideten, und das passte mir gar nicht. Wir sehen aus, als wären wir einer Disco auf Zeitreise entflohen. Großmutter würde gleich nochmal sterben, wenn sie uns so sehen könnte. Du weißt, dass wir eigentlich schwarz tragen sollten, und sie wäre die erste gewesen, die darauf bestanden hätte. Brian betrachtete sein gelbes Hemd. Er hatte ein rotes Einstecktuch in die Brusttasche gesteckt, und unsere Mutter hatte rote und gelbe Stoffstreifen zu einem Gürtel geflochten. Ein bisschen grell ist das alles schon. Ich schätze, es ist gut, dass wir gestern Abend nichts getrunken haben. Sprich bitte nur für dich, murmelte ich. Brian lachte. Eigentlich hatte ich dabei an dich gedacht. Ich habe gestern Abend ordentlich was getrunken. Ich hatte keine Ahnung, dass du auch getrunken hast. Positiv betrachtet kann ich das zum Kürbisfestival nochmal anziehen. Ich betrachtete seinen Aufzug. Willst du als Clown arbeiten? Brian wedelte mit den bunten Blumen, die er in der Hand hielt, und hätte mich fast an der Nase getroffen. Es gelang mir nur mit Mühe, dem Drang zu widerstehen, ihm meinen Strauß ins Gesicht zu schleudern. Das war nicht nett, Wendy. Doch zu deiner Information, ich werde als Clown arbeiten. Megan hat mich dazu überredet. Sie hat mir erzählt, dass Olivia traurig ist, dass ein paar alte Traditionen auf der Strecke geblieben sind. Clowns sind schräg, flüsterte ich. Ich würde definitiv ein paar Fotos von ihm in dem Outfit machen, damit seine Kinder ihn später mal damit erpressen konnten. Unsere Mutter fing an, zum Rhythmus der Trommel zu summen. Es war auf eine seltsame Weise beruhigend und schön, dennoch wünschte ich mir, dass sie aufhören würden, damit wir die Trauerfeier, auf der sie bestanden hatten, zu Ende bringen konnten. Dann fing sie an, im Kreis zu gehen. Ich lehnte mich zu meinem Bruder, da er die einzige andere normale Person hier war. Was tut sie denn jetzt? fragte ich ihn. Brian antwortete fröhlich. Keine Ahnung. Lass sie einfach machen. Ich habe heute Morgen Olivia und Megan getroffen. Megan, er rückte seinen improvisierten Gürtel zurecht. Was gibt's Neues bei ihr? Sie scheint langsam endlich über den Typen aus dem Yachtclub weg zu sein. Doch das ist nicht der Grund, warum ich unsere Begegnung erwähnt habe. Es geht um Olivia. Sie hat mir erzählt, dass ihre Mutter ihren Vater betrogen hat und ausgezogen ist. Und weißt du, was sie mir noch erzählt hat? Nein, doch ich nehme an, dass du mir das sicher gleich sagen wirst. Sie hat gesagt, dass sie es ihrer Mutter vergeben will. Brian nickte. Das freut mich für sie. Sie hat gesagt, dass ich Mom und Dad auch vergeben soll. Brian lächelte. Das solltest du auch. Wird langsam Zeit. Ich starrte meine Mutter an, die gerade einen unfreiwillig komischen Tanz in der Nähe des Wassers aufführte. Ich weiß nicht wie. Sie hat uns einfach abgeschoben. Wir haben es überlebt. Vergib ihnen einfach, Wendy. Das ist weniger anstrengend, als ständig wütend auf sie zu sein. Ich atmete tief ein. So hast du es gemacht? Du hast ihnen einfach vergeben? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich meine, hast du vergessen, was sie uns angetan haben? Er runzelte die Stirn. Natürlich nicht. Doch sie sind meine Eltern, und ich liebe sie. Ich muss sie nicht verstehen, um sie zu lieben. Außerdem haben sie uns ja nicht einfach in einem Kinderheim oder sowas gelassen. Sie haben versucht, hier zu bleiben, doch sie sind einfach nicht mit diesem Lebensstil zurechtgekommen. Es ist dumm, auf etwas wütend zu sein, das vor so langer Zeit passiert ist. Ich konnte mich daran erinnern, dass sie es versucht hatten, vier Monate lang. Doch vielleicht war das schon schwierig für sie gewesen. Wer konnte das schon wissen? Ich wollte ihnen vergeben, doch es fiel mir schwer. Ich schloss meine Augen. Ich werde daran arbeiten, ihnen zu vergeben. Brian hob seine Hand und drückte meine Schulter. Das wäre wirklich gut. Es wäre gut. Ich trug diese Wut schon viel zu lange mit mir herum, und sie war eine schwere Last. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich genau das tun musste, ihnen einfach vergeben. Meine Mutter hörte zu tanzen auf und drehte sich zu uns um. Ich möchte eine Erinnerung an Großmutter mit euch teilen. Genau hier sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Sie trug ein leuchtend blaues Kleid und ging am Strand spazieren. In meinem ganzen Leben war sie die erste und einzige Person, die ich je in edlen Schuhen am Strand spazieren gehen gesehen habe. Ihre Haare waren perfekt, tiptop frisiert. Ich war so nervös, dass ich kaum ein Wort herausgebracht habe. Euer Vater hatte mich erst kurz zuvor gefragt, ob ich ihn heiraten wollte, und mich noch am selben Tag hierher gebracht, damit ich seine Mutter kennenlernte. Es war furchteinflößend, und in dem Moment, in dem ich sie gesehen hatte, war mir klar geworden, dass sie uns niemals ihren Segen geben würde. Sie war so gepflegt und hübsch, und ich stand da in meinem Trägerkleid, die Schuhe in der Hand und meine Haare zerzaust vom Wind. Euer Vater ist zu ihr gegangen und hat gesagt, Mom, das ist die Frau, die ich heiraten werde, und sie kam zu mir herüber und umarmte mich. Sie roch nach diesem Parfüm, das sie immer trug, nach Lavendel und Meereswasser und sagte, er ist ein guter Mann. Einer, auf den du dich verlassen kannst, und sie hatte Recht. Er ist ein guter Mann, und ich habe mich seitdem immer auf ihn verlassen können. Brian zupfte an seinem Blumenstrauß herum und ließ Blütenblätter zu Boden rieseln. Ich griff nach seiner Hand und warf ihm einen strengen Blick zu. Er starrte mich an und hörte sofort auf. Ich flüsterte ihm zu, weißt du, woran ich mich noch erinnere? Dass sie versprochen hat, zu meinem 16. Geburtstag zu kommen. Natürlich ist sie nicht da gewesen, und es fällt mir schwer, ihr das zu vergeben. Ich bin damals die ganze Nacht wach geblieben und habe gewartet, ich deutete auf das in Hinteruns. Genau da habe ich am Fenster gesessen und darauf gewartet, dass sie die Einfahrt hochkommt, doch das ist sie nicht. Brian machte SCHHHT und wandte sich wieder unserer Mutter zu, die immer noch redete. Als wir geheiratet haben, hat sie unsere Hochzeitstorte gebacken, weil sie es keinem anderen im Ort zugetraut hat. Ich beugte mich zu Brian vor. Oder was war, als sie angeblich zu unseren Schulabschlussfeiern kommen wollten? Das haben sie auch nicht geschafft. Das ist ziemlich unverzeihlich. Brian versetzte mir einen Knuff. Reg dich ab. Ich starrte ihn finster an. Oder was, als sie versprochen hat. Wenn du ihnen vergeben willst, dann musst du das alles vergeben. Und jetzt SCHHHT. Unser Vater warf uns einen eigenartigen Blick zu, und wir strafften uns und blickten geradeaus. Unsere Mutter legte ihre Hände aneinander. Oh, sie war so romantisch. Romantisch, das Wort schoss aus meinem Mund, bevor ich es verhindern konnte. Sprichst du von unserer Großmutter? Sie war alles andere als romantisch. Oh doch, das war sie, sagte sie und klang verlegen. Ich schüttelte hartnäckig den Kopf. Großmutter war nicht so, wie du sagst. Sie war die unromantischste Person auf Erden, und wenn du hier geblieben wärst, wüsstest du das auch. Brian zischte mir zu, wolltest du ihnen nicht vergeben? Der Zug ist abgefahren, als Mom Großmutter romantisch genannt hat. Also bitte. Wir reden hier von der Frau, die gesagt hat, dass ich entweder sterbenskrank oder vollkommen verrückt war, zu glauben, dass ich Ian McBride liebte. Am Ende hat sich gezeigt, dass sie Recht gehabt hatte. Ich war verrückt gewesen. Ian McBride war ein Wichtigtor, sagte Brian Milt. Jeder wusste das, nur du nicht. Ich wurde rot. Nimm das zurück. Ich hatte noch keinen guten Geschmack für Jungs entwickelt. Doch er ist meine erste Liebe gewesen, und wenn Großmutter romantisch gewesen wäre, dann hätte sie das verstanden. Unsere Mutter hob ihre Hände und ließ sie dann langsam wieder sinken. Wendy, bitte. Wir haben sie lange vor deiner Zeit gekannt. Außerdem waren wir Erwachsene, als wir mit ihr zu tun hatten, darum haben wir sie anders wahrgenommen als du. Ich verschränkte die Arme. Du meinst, dass sie dich nicht großziehen musste. Anstatt sich angegriffen zu fühlen, sah sie mich nachdenklich an. In gewisser Weise hat sie das. Ich habe vieles nicht gekonnt. Wusstest du, dass ich nie gekocht hatte, bevor ich ins Hotel gezogen bin? Ich blinzelte. Nein, das wusste ich nicht. Mom blickte zufrieden rein. Es ist wahr. Sie hat mir das Kochen beigebracht. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich versucht habe, Hühnchen zu frittieren. Am Ende war es außen verbrannt und in der Mitte roh. Es war grauenvoll. Du hast uns nie verbranntes Hühnchen serviert, das musste ich ihr zugehalten. Sie war immer eine gute Köchin gewesen. Aber nur, weil sie mir gezeigt hat, wie man richtig kocht. Sie hat immer gesagt, dass mein Hühnchen das Verkohlteste war, das sie jemals gesehen hatte. Sie war der eine Mensch, den ich niemals enttäuschen wollte. Ich trat einen Schritt vor. Doch Großmutter wollte keine Trauerfeier haben, und du ignorierst ihre Wünsche. Glaubst du nicht, dass sie das enttäuscht hätte? Sie schüttelte den Kopf. Trauerfeiern sind nicht für die, die von uns gegangen sind. Sie sind für die, die sie zurückgelassen haben. Ihr habt uns zurückgelassen, erwiderte ich. Hätten wir für euch beide auch eine Trauerfeier abhalten sollen? Das ist ja wohl nicht dasselbe, protestierte sie. Du kannst all das immer noch nicht hinter dir lassen, nicht wahr? Es ist dumm, immer noch wütend zu sein auf etwas, das vor so vielen Jahren passiert ist. Brian ist nicht mehr böse deswegen. Nicht wahr? Sag's ihr, Brian. Er wandte den Blick ab, dann atmete er tief ein. Ich denke, dass ihre Gefühle berechtigt sind, Mum. Meine Gefühle waren berechtigt? Ach nein. Die Mundwinkel meiner Mutter sanken, und ich starrte Brian an, als wäre er verrückt. Ich war mir ziemlich sicher, dass er verrückt war, denn die einzige andere Alternative wäre gewesen, dass irgendwelche Aliens von seinem Verstand Besitz ergriffen hatten. Ich zog meine Brauen hoch. Meine Gefühle sind berechtigt? Das habe ich aus einer Reality-TV-Show, seine Wangen wurden leuchtend rot, und seine Augen wurden glasig. Oh, nein. Er war den Tränen nahe. Mein Herz schmerzte in meiner Brust. Er hatte sich für mich eingesetzt, doch er hatte es nur aus Loyalität mir gegenüber getan. Er war nicht ehrlich gewesen. Er hatte mir schon gesagt, dass er es für dumm hielt, dass ich immer noch wütend auf sie war, doch es bedeutete mir viel, dass er sich trotzdem auf meine Seite gestellt hatte. Der zündete die Laternen an. Er gab offensichtlich sein Bestes, die Zeremonie zu retten oder zumindest nicht in einer Katastrophe enden zu lassen. Die Laternen stiegen in die Höhe, und mir stiegen Tränen in die Augen. Ich wollte ihnen wirklich vergeben, dass sie uns verlassen hatten, doch alles, woran ich denken konnte, waren die vielen Male gewesen, als ich sie gebraucht hatte und sie nicht für mich da gewesen waren. Wie Olivia gesagt hatte, sie mussten ihre Gründe gehabt haben oder was auch immer, doch ich konnte über diese Tatsachen nicht hinwegsehen. Warum sollte das, was sie getan hatten, weniger schlimm sein, nur weil sie ihre Gründe gehabt hatten? Wieso hatten sie das Recht, sich zu nehmen, was sie wollten, ihre Reisen und ihr nomadisches Leben, während mir keine Wahl blieb, wo ich lebte? Warum sollte ich ihnen vergeben, dass ich sie gebraucht hätte? Ich war die Jüngere, warum also sollte ich es sein, die Größe zeigte? Mom ging an den Rand des Wassers, und Dad folgte ihr. Ich konnte sie schluchzen hören. Brian ging ein paar Schritte in ihre Richtung und ließ mich allein stehen. Mom machte sich von Dad los und wirbelte immer noch weinend zu mir herum. Wie du willst, Wendy. Ich bleibe für immer hier, wenn das nötig ist, um eine Beziehung zu dir zu haben. Alles, was ich je gewollt habe, ist eine Beziehung zu dir zu haben. Wir werden ein Haus in Blue Moon Bay suchen und uns hier niederlassen. Hilft das? Ich öffnete meinen Mund, brachte jedoch kein Wort heraus. Das war der Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte, eine stabile und glückliche Familie. Doch irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Vor meinem inneren Auge sah ich das Gesicht meiner Großmutter mit einer tiefen Falte zwischen den Brauen, die immer erschien, wenn ihr etwas nicht gefiel. Doch leider hatte ich keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollte. Am nächsten Morgen wurden Brian und ich von einem zweiten Angebot für das Hotel überrascht, von einer anderen Firma, die das Angebot der Tod SKYS sogar noch überbot. Nach kurzer Überlegung entschieden wir uns, das zweite Angebot zu akzeptieren. Es brach mir das Herz, das Hotel zu verkaufen, doch das Testament zwang uns, das Angebot anzunehmen, da es weit über dem Marktpreis lag und zumindest noch eine kleine Chance bestand, dass die neuen Eigentümer das Hotel weiterführen und nicht abreißen wollten. Brian war melancholisch, und ich versuchte, nicht daran zu denken, dass wir das Hotel verlieren würden, da wir ohnehin nichts dagegen unternehmen konnten. Es war beschlossene Sache. Der eine Lichtblick an diesem Morgen war die neue Espressomaschine, die endlich geliefert wurde. Da ich so traurig war, versuchte ich nach jedem Stückchen Glück zu greifen, das ich finden konnte, bevor wir das Hotel für immer verlassen mussten. Ich stellte die Maschine auf den Tisch in die Lobby, damit die Gäste sie auch benutzen konnten. Doch in diesem Augenblick waren nur Max und ich in der Lobby. Wir diskutierten über die Vor- und Nachteile von Espresso gegenüber Filterkaffee, während wir darauf warteten, dass das heiße Wasser durch die frisch gemahlenen Bohnen gepresst wurde, die ich eben in die Maschine gefüllt hatte. Ich werde die Leute im Bayside Café vermissen, doch ich brauche morgens meine erste Tasse Kaffee so schnell wie möglich, erzählte ich ihm und versuchte zu ignorieren, was unausgesprochen im Raum hing. Ich hatte Max noch nichts von dem neuen Angebot erzählt, weil es sich dann nur realer anfühlen würde. Kaffee scheint ein Lebenselixier zu sein, hm? Das muss ich mir merken, Max lachte, und der Klang seiner Stimme wärmte mir das Herz. Ich umarmte ihn spontan und schnupperte einen Hauch seines verlockenden Aftershaves durch den köstlichen Duft des Capuccinus hindurch. Am Ende würde alles so kommen, wie es kommen sollte. Daran musste ich einfach glauben. Hinter uns stand ein gerade angekommener Gast bei Brian am Empfang und unterhielt sich mit ihm. Er war ein Stammgast und freute sich über die Renovierungsarbeiten. In diesem Moment schwärmte er über unsere neue Webseite und die Flyer und bezeichnete sie als genial und kreativ. Gut gemacht, Megan. Ich habe noch nie so etwas Interessantes und Wunderbares gesehen. Die Stimme des Mannes drang zu uns herüber, als Max den Espresso in meine Tasse goss. Können Sie mir den Namen des Webdesigners verraten? Mein Boss möchte unsere Seite neu gestalten und ich würde ihr gerne die Firma empfehlen, die sie beauftragt haben. Brian gab ihm Megans Visitenkarte und lobte sie in den höchsten Tönen. Ich lächelte Max an, doch es war ein bittersüßes Lächeln. In gewisser Weise war ich so glücklich wie schon lange nicht mehr, vielleicht wie noch nie. Doch die guten Dinge in meinem Leben wurden von einer dunklen Wolke überschattet, da wir das in verlieren sollten und damit die stärkste Erinnerung an meine Großmutter. Mit diesem traurigen Gedanken im Hinterkopf goss ich Milch und Zucker in meine Tasse und begann umzurühren. Die Türen zur Lobby öffneten sich, und ich erwartete, einen Gast zu sehen, doch stattdessen waren sie es, die Todeska Ypsilonis, die uns angelogen hatten, als sie behaupteten, das Hotel weiterführen zu wollen, damit sie das Grundstück allein wegen der Strandlage kaufen konnten. Ich setzte ein Lächeln auf. Als ich auf sie zuging, nahm ich mir vor, mich ihnen gegenüber professionell zu verhalten. Mrs. Totzki schritt, dicht gefolgt von ihrem Mann, auf ihren High Heels durch die Lobby. Miss Watts, ich freue mich, sie zu sehen. Ich habe ihnen ein paar Nachrichten hinterlassen, jedoch noch nichts von ihnen gehört. Ich hielt meine Tasse in einer Hand und zwang mich zu dem breitesten Lächeln, was beinahe schmerzhaft war. Ja, ich habe die Nachrichten und ihr Angebot erhalten. Gut zu wissen, ihr Lächeln sah genauso aufgesetzt aus wie meines, und ich fragte mich, ob auch sie mit den Zähnen knirschte. Wir haben uns entschlossen, sie in ihrem reizenden kleinen Hotel zu besuchen, da wir bezüglich des Angebots noch nichts von ihnen gehört haben. Sie haben sicher bemerkt, dass das Angebot mit ihrer Preisvorstellung übereinstimmt. Das weiß ich zu schätzen, doch wir haben uns dafür entschieden, ihr Angebot nicht anzunehmen, sagte ich emotionslos. Ohne den Blick von ihr abzuwenden, trank ich langsam einen Schluck von meinem Kaffee. Kleine Falten begannen, ihre Mundwinkel zu umspielen. Gibt es ein weiteres Angebot? Falls dem so ist, sind wir natürlich bereit, es zu überbieten. Wir haben uns einfach in dieses wunderschöne Hotel verliebt. Es hat einen besonderen Platz in unseren Herzen. Mein Magen zog sich zusammen, und es fiel mir schwer, das Lächeln aufrecht zu erhalten. Klar. Sie sah mich perplex an. Tut mir leid, wie war das? Mir tut es auch leid, ich wusste, dass sie nicht das gesagt hatte, was ich vorgab gehört zu haben, doch einen Versuch war es wert. Vielleicht würden sie einfach wieder gehen und uns allen eine unangenehme Szene ersparen. Ich wusste, dass ich das Geschäftliche nicht mit meinen Gefühlen vermischen sollte, doch hier ging es um das in meiner Großmutter, daher war beides ständig miteinander verflochten, und meine Geduld war schnell an ihre Grenzen gestoßen. Ich glaube, Sie sollten sich das nochmal überlegen, Mrs. Totsky's Stimme klang plötzlich schrill, und ihr Lächeln ähnelte mehr dem Grinsen eines Heiß. Wir können Ihnen noch einiges mehr bieten, und das werden wir auch. Wir wollen dieses Hotel wirklich haben. Nennen Sie uns Ihren Preis. Ich habe nicht vor, nachzuverhandeln, Mrs. Totsky, ich hob den Kaffee an meine Lippen und warf Max einen kurzen Blick zu. Er stand an die Wand gelehnt da und hatte einen Fuß über den anderen gelegt, ein stolzes Lächeln auf seinen vollen Lippen. Mrs. Totsky's Gesicht wurde blass. Das ist lächerlich. Wir haben Ihrem Preis zugestimmt, also haben wir einen Vertrag. Tut mir leid, dass Sie dieser Meinung sind, doch ich habe Ihr Angebot nicht angenommen. Ich habe das Recht, Angebote zu sichten und abzulehnen, wie es mir gefällt. Und ich habe mich entschlossen, Ihr Angebot abzulehnen. Sie werden dieses Hotel nicht bekommen, für kein Geld der Welt, und das ist mein letztes Wort. Ihre Wangen wurden rot, und sie schürzte ihre leuchtend rot geschminkten Lippen. Was für eine eigensinnige Person. Ich sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. Lieber eigensinnig als skrupellos. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen das Hotel abreißen und stattdessen ein neues bauen. Alle schwiegen. Das Pendel der alten Standuhr neben dem Empfang schwang hin und her, als ob es einem Tennismage zusah. Ryan lehnte sich über den Tresen, und Max stand noch am selben Ort, wo er zuvor gestanden hatte, nur wurde das Lächeln auf seinen Lippen mit jeder einzelnen Sekunde breiter. Das ist nicht wahr, brachte Mrs. Totzki heraus. Bedauerlicherweise offensichtlich doch, ich ging auf sie zu, und sie wich einen Schritt zurück. Ich habe die Pläne für ihr Hotel gesehen, nachdem sie sie mit dem Angebot mit gefaxt haben. Vielleicht hört es sich ja bekannt an, wenn ich sage, dass sie vorhatten, eine Monstrosität aus Beton hier hochzuziehen, mit viel zu vielen Fenstern auf der einen Seite und zu wenigen auf der anderen. Der Entwurf hatte keinen Charme und schon gar kein Herz. Ich werde nicht zulassen, dass sie unser Traditionshotel abreißen und durch einen Betonplatz ersetzen. Punktum. Mrs. Totzki wandte sich ihrem Mann zu, dessen Gesicht kreidebleich geworden war. Was hast du getan? Du hast ihr die Pläne gefaxt? Hast du den Verstand verloren, keifte sie, bevor sie sich mit verzweifelter Miene wieder zu mir umdrehte. Sie streckte mir in einer flehenden Geste ihre Hände entgegen. Wir können dieses Geschäft nicht verlieren. Es muss eine Summe geben, die sie akzeptieren können. Ich schüttelte den Kopf. Wir haben ihr Angebot abgelehnt. Bitte akzeptieren Sie das, Mrs. Totzki. Es gibt nichts, was sie tun oder sagen könnten, um meine Meinung zu ändern. Als Eigentümerin dieses Hotels habe ich das Recht, jedem Hausverbot zu erteilen, den ich nicht in meinem Etablissement haben möchte. Das tue ich hiermit. Es ist Zeit für sie zu gehen. Mrs. Totzki schnaubte vor Wut, warf ihre Handtasche über ihre Schulter und stürmte hinaus. Ihr Ehemann folgte ihr, und ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass er in großen Schwierigkeiten steckte. Brian lächelte mich von dem Tresen aus an. Nicht schlecht, Schwesterherz. Der Gast auf der anderen Seite des Tresens spielte mit seinem Zimmerschlüssel. Ich bin froh, dass das Hotel nicht verkauft wird. Wenn es nach mir ginge, wäre es schon längst zum Baudenkmal erklärt worden. Genau das sage ich auch immer, ich lächelte den Mann an, der mir zunickte, bevor er mit seinem Gepäck den Flur hinunterging. Als Max neben mich trat, legte er seinen Arm um meine Taille, und ich lehnte mich an ihn. Von der hinteren Terrasse drang Gelächter herein, und wenige Augenblicke später traten meine Eltern durch die Tür. Mom hielt einen Strauß Blumen in der Hand, die sie irgendwo gepflückt haben musste. Sie hatte auch ein paar der bunten Blüten in ihre Haare geflochten, und Dad lachte sie an. Sie hielten Händchen, immer noch verliebt nach all den Jahren. Sie hatten sich an genau demselben Strand getroffen, wo ich Max zum ersten Mal begegnet war. Vielleicht hatten sie sich sogar unter dem blauen Mond geküsst. Ein Kloss wuchs in meinem Hals. Alles, was mir wichtig war, war genau hier, und ich war zu blind gewesen, es früher zu erkennen. Max war hier. Brian war hier. Meine Freunde, meine Mutter und mein Vater waren hier, und dieses Mal hatten sie versprochen zu bleiben. Sogar das dumme alte Kürbisfestival gab es noch. Doch all diese Liebe ging von Großmutters Hotel aus. Wir waren die Tod-SKY es losgeworden, doch wir hatten keine Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, was die anderen Interessenten mit dem Hotel vorhatten. Ich schloss die Augen, um eine Bitte ans Universum auszusenden, damit mein Zuhause nicht abgerissen wurde und das Hotel weiter bestehen konnte. Kapitel 16 Vor einer Woche hatten wir das Angebot der beiden Lübner abgelehnt und das zweite angenommen. Die Übertragung lief wie geplant, und der Anwalt der Käufer war professionell und diskret, trotz meiner ständigen Nachfragen über die Pläne seines Klienten für das Hotel. Ich versuchte, mich zu beschäftigen, um mich abzulenken, da ich immer noch eine Heidenangst davor hatte, dass die neuen Käufer auch nur Projektentwickler waren. Max hatte ein Segelboot gemietet, und wir machten lange Segelausflüge in der Bucht. Seine Küsse waren eine warme Zuflucht, und wir kamen uns jeden Tag näher. Ich hatte den Hut meiner Großmutter in ihrem Schrank gefunden, wo er immer noch in seiner Verpackung gelegen hatte. Ich trug ihn während eines Spaziergangs am Strand, und anstatt es als schmerzhaft zu empfinden, fühlte es sich an, als wäre sie immer noch bei mir. Meine Eltern hatten sich wieder in Blue Moon Bay verliebt, darum verbrachten Brian und ich viel Zeit mit ihnen, um den Ort und die Umgebung zu erkunden. Es war schön, meine Mutter im Hotel zu haben, da sie so ziemlich die beste Köchin war, die ich kannte. Es fühlte sich an, als wären wir endlich eine Familie, die Familie, die wir eigentlich diese ganze Zeit hätten sein sollen. Meiner neuen Routine entsprechend hatte ich wieder einmal lange geschlafen, und ich war sogar noch etwas im Bett liegen geblieben, um den Wellen zu lauschen. Dann war ich in die Lobby hinuntergegangen und hatte mir einen Cappuccino gemacht. Brian war nicht am Empfang, und ich runzelte die Stirn, da ich mich fragte, wo er sein konnte. Ich schäumte die Milch unter der Düse auf und ging dann in Richtung des Speisesaals, wo allerdings auch niemand war. Was war hier los? Normalerweise frühstückten meine Mutter und mein Vater um diese Zeit hier, doch ihr Tisch war leer, und es sah nicht danach aus, als wäre heute jemand hier gewesen. Vielleicht waren sie zum Frühstücken in den Ort gefahren? Brian war süchtig nach den Pancakes im Diener, und meine Eltern mochten sie auch. Vielleicht waren sie ohne mich gegangen, weil ich lange geschlafen hatte. Ich schüttelte den Kopf und ging zurück in die Lobby. Dann bemerkte ich, dass auch Max und Lucky nicht da waren. Normalerweise waren die beiden zu dieser Zeit immer am Strand unterwegs, um die Energie zu nutzen, die sich nach einer guten Portion Schlaf angestaut hatte. Doch sie waren nicht da draußen. Niemand war da. Wo waren alle nur? Ich ging zur Tür der Veranda und späte nach draußen. Einige Gäste saßen in den Liegestühlen, doch Max war nicht unter ihnen. War er vielleicht mit meiner Familie zum Diener gefahren? Das war gut möglich, da er viel Zeit mit ihnen verbracht hatte. Es war nur seltsam, dass er mir keinerlei Nachricht hinterlassen hatte. Das Klingeln meines Handys riss mich aus meinen Gedanken. Vielleicht war es Max. Ich warf einen Blick auf das Display und sah Janines Namen. Mit finsterer Miene nahm ich den Anruf entgegen. Hi, Janine. Wendy, ich muss dir leider etwas Unangenehmes erzählen. Jemand hat ein Reihenhaus gekauft, sagte sie. Ich hielt einen Moment lang inne und wartete darauf, dass Enttäuschung und Bedauern in mir aufstiegen. Doch es geschah nicht. Mein Traumhaus war weg, doch das war okay. Meine Träume hatten sich verändert, und das Reihenhaus war nicht mehr Teil des neuen Plans. Ich wollte in Blue Moon Bay bleiben. Oh, na dann hatte jemand sehr viel Glück. Es ist ein großartiges Haus, ich ging zum Tisch hinüber und warf einen Blick in das Gästebuch, um zu sehen, ob heute Morgen jemand angereist war. Es hätte wirklich dein Haus werden sollen, doch ein Stück die Straße runter ist ein zweites Haus auf den Markt gekommen, das dem anderen sehr ähnlich ist, falls du Interesse hast. Vielleicht ist ja noch nicht alles verloren. Ich musste lächeln. Nein, es ist nicht alles verloren. Janine hörte sich erleichtert an. Heißt das, du kommst zurück? Ich strich mit dem Finger über die Seiten des Gästebuchs. Nein. Jetzt klang Janine entsetzt. Aber was ist mit deiner Karriere? Du bist so eine gute Maklerin. Dein Gesicht ist auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen. Du bist mein Vorbild. Was soll ich denn ohne dich machen? Im Leben geht es um mehr als nur Arbeit, Janine. Sie ist wichtig, aber sie ist nicht mehr meine Priorität. Ich hatte vor, mein Büro in Sacramento aufzugeben und hierher zurückzukommen, um in der Nähe meiner Familie und natürlich bei Max zu sein. Ich legte auf und meine Gedanken kehrten zu der Frage zurück, wohin alle an diesem Morgen verschwunden waren. Ich ging zu Max' Zimmer und hob meine Hand, um anzuklopfen, doch auf halber Höhe hielt ich inne, als ich ihn am Telefon reden hörte. Ja, Dad, ich weiß, dass du nicht glücklich darüber bist, dass ich mich aus dem Projekt zurückgezogen habe, doch ich konnte nicht anders. Ja, ich werde wie besprochen nach Japan fliegen. Ich fliege in ein oder zwei Tagen rüber. Ich weiß, dass du willst, dass ich das Geschäft dort übernehme. Ich kann auf jeden Fall alles vorbereiten und es in ein paar Monaten zum Laufen kriegen. Das ist kein Problem. Er flog nach Japan und wollte monatelang dort bleiben? Vielleicht sogar für immer, wie ihn es getan hatte? Nur, dass es dieses Mal schlimmer sein würde. Ich empfand so viel mehr für Max, als ich jemals für irgendjemand sonst empfunden hatte. Tränen schossen mir in die Augen. Meine schlimmsten Befürchtungen würden wahr werden. Zum zweiten Mal. Das war genau der Grund gewesen, weswegen ich mich nicht auf Max hatte einlassen wollen. Doch sein Vater musste zu viel Druck auf ihn ausgeübt haben. Jetzt war es beschlossene Sache. Für ihn zumindest. Ich hingegen war am Boden zerstört. Ich drehte mich um und rannte los. Meine Schritte auf dem Holzboden halten laut, doch das war mir egal. Ich rannte fast gegen das Geländer, und als ich auf dem Treppenabsatz war, hätte ich fast den Halt verloren. Eine Sekunde lang hatte ich eine grauenvolle Vision, in der ich die Stufen hinunter stürzte und hart auf dem Boden aufschlug. Das wäre quasi die Krönung des Tages gewesen. Ich hörte, wie Max seine Tür öffnete und meinen Namen rief, doch ich lief weiter. Mein Herz war in zahllose Splitter zerbrochen, und jeder einzelne jagte Schmerzen durch meinen ganzen Körper. Gerade, als ich mich daran gewöhnt hatte, ihn bei mir zu haben, musste er weggehen. Ich hatte mir sogar vorstellen können, dass wir wirklich eine Chance hatten, geradezu kitschig glücklich miteinander zu werden. Ich hatte gewusst, dass er geplant hatte, für eine Weile nach Tokio zu gehen, doch nicht, dass es monatelang sein würde. Das Risiko, sich in so langer Zeit auseinanderzuleben und andere kennenzulernen, war groß. Ich hätte es wissen müssen. Ich wusste, dass Menschen einen verließen. So war es nun einmal und ist es schon immer gewesen. Ich wusste das aus meinen eigenen schmerzhaften Erfahrungen. Ich erreichte die Tür zur Veranda und rammte meine große Zehe am Türrahmen an. Ich fluchte, während ich die Treppe hinunter stürmte und in Richtung Strand rannte. Meine Sicht verschwamm, und ich sah auf einmal doppelt, als meine Füße den Sand berührten. Ich rannte weiter und hielt erst kurz vor den Wellen an, die heute tobten und zischten. Wie passend! Ich stand dort und betrachtete den weißen Schaum, der über den Sand gespült wurde. Wendy, ich hörte Max' Stimme hinter mir, doch ich drehte mich nicht um. Ich überlegte, ob ich in einer höchst dramatischen Geste direkt in die Wellen rennen sollte, doch das Wasser, das meine Füße umspülte, war viel zu kalt, um dieser Idee nachzugeben. Für Lucky schien das Wasser nicht zu kalt zu sein, denn sie rannte vor mir in die Wellen und begann, fröhlich die Schaumkronen zu jagen. Max blieb neben mir stehen. Wendy, bitte sprich mit mir. Was ist los? Wie konntest du mir das antun, meine Stimme war scharf, doch so fühlte sich auch der Schmerz in meinem Herzen an. Wie konntest du das planen und mir nichts davon erzählen? Woher weißt du, er verstummte und hob seine Hände in einer beschwichtigenden Geste. Lass es mich erklären, bitte. Mein Vater hatte am Anfang mitbekommen, dass das Hotel verkauft werden sollte, und deswegen bin ich ursprünglich hierher gekommen. Doch ich habe das Projekt mit meinem Vater gestrichen, nachdem ich dich getroffen habe. Ich habe ihm gesagt, dass wir das in nicht kaufen können, weil ich gesehen habe, wie viel es dir und deiner Familie bedeutet. Mir blieb der Mund offen stehen, und mein ganzer Körper fühlte sich plötzlich taub an. Wovon redete Max da? Es ging nicht um Japan. Es hörte sich an, als ob er das Hotel hatte kaufen wollen. Das ergab keinen Sinn, nicht mal annähernd. Letzte Woche habt ihr dann das Angebot von den Tod SKY bekommen, und ich hatte keine andere Wahl, als es mit meiner Firma zu überbieten. Ich konnte nicht zulassen, dass ihr an diese Aasgeier verkauft, die es nur abreißen wollten. Ich hätte dir gesagt, dass das Angebot, das du angenommen hast, von mir war, doch ich wollte dir Zeit geben, deine Meinung über den Verkauf zu ändern. Ich habe nur darauf gewartet, dass du mir sagst, dass du es bereust, das Angebot angenommen zu haben, und ich hätte es zurückgezogen. Doch das hast du nicht. Ich war zu verwirrt und verletzt, um ruhig zu bleiben. Ich hatte das Bedürfnis, auf den nächstgelegenen Gegenstand einzuschlagen, doch da Max derjenige war, der mir am nächsten stand, unterdrückte ich dieses Verlangen. Du hast das Hotel gekauft? Wie konntest du mich so hintergehen? Wie konntest du mich anlügen? Du wusstest das nicht, er grub seine Hände in seine Haare, dann ließ er sie wieder sinken. Ich habe dir ursprünglich nicht erzählt, dass ich das Hotel kaufen wollte, weil ich dachte, dass du es nach der ganzen Arbeit, die du reingesteckt hast, behalten und mit Brian zusammenführen wolltest, genau wie es deine Großmutter gewollt hätte. Es wäre mir egal gewesen, dass unser Plan gewesen war, es zu kaufen, weil du es sowieso nicht verkaufen würdest. Doch dann kam das Angebot der Todeska Epsilonis, und ich konnte nicht anders. Meine Beine wurden weich, und es war ein Wunder, dass ich nicht zu Boden fiel. Dir du hast uns nur geholfen, das Hotel in Ordnung zu bringen, weil du es selbst kaufen wolltest. Dabei ging es nie um mich. Du hast nur das Endergebnis vor Augen gehabt, genau wie deine Eltern es dir beigebracht haben, ich konnte nicht anders, als ihn anzuschreien, denn der Schmerz war einfach zu groß. Max schüttelte den Kopf und trat nach einer heranströmenden Welle, was allerdings nicht viel brachte. Die Welle spülte einfach über seinen Fuß hinweg und floss zurück in die ansteigende Flut. Er knurrte und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Das ist nicht wahr. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Wendy? Ich habe immer mitgearbeitet, weil ich dir helfen wollte, und nicht, weil es mir das Leben erleichtert hätte, wenn ich das Hotel vollständig renoviert gekauft hätte. Ich habe mitgeholfen, um mit dir Zeit zu verbringen, und weil ich gehofft hatte, dass du erkennen würdest, wie schön das Hotel ist, und dich zu bleiben entschließen würdest. Ich atmete tief ein. Wenn ich verletzt war, fiel es mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich ging zu der Gedenktafel, die die Legende vom Kuss in der Bucht erzählte, und blieb dort stehen, während ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen und nachzudenken. Doch ich konnte nur daran denken, wie falsch diese Legende war und wie ähnlich ich diesem armseligen Mädchen in der Geschichte war. Nur, dass sie nie derart hintergangen worden war wie ich, und schon gar nicht von dem Mann, von dem ich geglaubt hatte, dass er die Legende wahr werden lassen konnte. Das Wasser war laut und rauschte in meinen Ohren, als es donnernd gegen das Ufer schlug. Max war mir gefolgt und blieb erneut neben mir stehen. Wendy, du bist unvernünftig. Ich starrte ihn wütend an. Ich bin unvernünftig? Ich habe nicht versucht, deine Firma zu kaufen, ohne es dir zu erzählen. Das ist ein Problem, das sich lösen lässt. Ich hätte es dir sagen sollen, habe es aber versäumt. Es tut mir leid. Es ist passiert und fertig. Warum kannst du es nicht einfach abhaken? Einfach abhaken? Er hatte hinter meinem Rücken mein Hotel gekauft. Ich drehte mich um und starrte ihn steinern an. Eigentlich bin ich sogar gut darin, Dinge abzuhacken. Schmerz zuckte über sein Gesicht. Es stach mir mitten ins Herz, doch es war zu spät, um die Worte zurückzunehmen, und zudem wollte ich das auch nicht. Sprichst du davon, mich abzuhacken? Er wandte sich kurz ab, bevor er mich wieder ansah. Das ist lächerlich. Wenn du das Hotel nicht verkaufen willst, wenn es dich so sehr verletzt, warum behältst du es dann nicht einfach? Meine Augen brannten. Der Wind wurde stärker und blies Sand und Kies gegen meine Unterschenkel und Füße. Ich schüttelte den Kopf. Ich kann es nicht behalten. Du willst es nicht, sagte er eindringlich. Ich hob die Hände, ließ sie jedoch sofort wieder fallen. Nein, ich kann nicht. Das Testament meiner Großmutter sieht nicht vor, dass wir das Hotel behalten. Wir müssen es verkaufen. Nun blieb ihm der Mund offen stehen. Er wich einen Schritt zurück, dann kam er wieder auf mich zu. Ich konnte sehen, wie sein Verstand ratterte. Wenn du mir das erzählt hättest. Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Ich kannte dich nicht gut genug, um dir das zu erzählen. Max richtete sich auf. Ach ja? Du hast mich nicht gut genug gekannt, um mir das zu erzählen? Du hast mir nicht genug vertraut, um es mir zu erzählen, und du vertraust mir auch jetzt nicht genug, um zu glauben, dass ich dir geholfen habe, weil ich es wollte, und nicht, weil ich selbst davon profitieren würde. Wow, Wendy. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich machte eine wütende Geste. Du hast mir auch nicht vertraut. Du hast mir nie erzählt, dass du das Angebot abgegeben hast. Er atmete hörbar aus. Ich habe es nicht für wichtig gehalten. Ich blickte auf die Gedenktafel. Ich wollte ihm glauben, doch wie konnte ich das jetzt noch tun? Wie konnte ich glauben, dass er mir um meinetwillen geholfen hatte und nicht nur, weil er das Hotel haben wollte? Wie konnte ich noch irgendetwas von dem, was er mir erzählte, glauben oder meinen Gefühlen für ihn trauen? Wie konnte ich überhaupt glauben, dass seine Gefühle für mich echt waren? Dieses Angebot hing zwischen uns wie eine giftige Wolke, die alles zwischen uns dunkel und falsch erschienen ließ. Es ist wichtig, Max. Es ist unglaublich wichtig. Du hättest es mir erzählen sollen. Er starrte mich an. Und du hättest mir vom Testament deiner Großmutter erzählen sollen. Ich fror im Wind und verschränkte die Arme. Das habe ich aber nicht. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Er beugte sich zu mir vor. Ich wollte zulassen, dass er seine Arme um mich legte und mich festhielt. Ich wollte mein Gesicht in seinem Hemd vergraben und sein Parfüm und die Seife, mit der er sich wusch, riechen. Doch das ging nicht. Schmerz und Zweifel zerrissen mich, und ich musste stark bleiben, um mich selbst zu schützen. Er hob seine Hände. Wir haben beide Dinge getan, die nicht richtig waren. Ich gebe zu, dass ich dir von meinem Angebot hätte erzählen sollen. Ich wünschte, ich hätte es getan. Ich wollte nicht, dass irgendetwas zwischen uns steht, und nachdem ich angefangen hatte, dir zu helfen, und mich in dich verliebt hatte, hatte ich Angst, dass das, was mich ursprünglich hierher gebracht hatte, was mich zu dir gebracht hatte, uns schaden könnte. Darum habe ich nichts gesagt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Bitte vertrau mir. Wenn du nicht kannst oder nicht willst, dann kann es zwischen uns nie funktionieren. Das musst du wissen. Ich wusste das. Ich wusste nur nicht, wie ich den Schmerz und die Verwirrung wieder loswerden sollte. Ich wusste nicht, wie ich ihm glauben konnte, dass er alles nur für mich getan hatte und nicht für sein Geschäft. Dir vertrauen? Meine Stimme klang heiser. Wo ich gerade herausgefunden habe, dass du für Monate nach Japan gehen wirst. Auch das hast du mir nie erzählt. Ich kickte eine Muschel zurück ins Wasser und beobachtete, wie sie sank, bis sie ganz verschwunden war. Er seufzte, während er auch aufs Wasser starrte. Wendy, das ist nur vorübergehend. Wie lange genau ich dort bleiben werde, steht noch nicht fest. Du wirst dich nie niederlassen. Du bist meinen Eltern zu ähnlich. Ich kickte ein paar mehr Muscheln ins Wasser und ein paar Kiesel hinterher. Sie verschwanden in der schäumenden Brandung, die meine Gefühle perfekt widerspiegelte. Mich für das, was deine Eltern getan haben, zu verurteilen, ist nicht fair. Es ist an der Zeit, dass du dich nicht gleich vernachlässigt fühlst, wenn jemand eine Weile weg muss. Normalerweise sprach er so nicht mit mir. Er klang wütend, und ich schämte mich, als ich seine Worte hörte. Ryan hatte mir gesagt, dass ich den Schmerz loslassen musste, und jetzt sagte Max mir praktisch das Gleiche. Sie hatten Recht. Ich hatte so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, mich wie ein Waisenkind zu fühlen, und ich wusste, dass es abgedroschen war. Doch das bedeutete nicht, dass ich wusste, wie ich den Schmerz loslassen sollte. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch er nahm mein Gesicht in seine Hände. Dieses Geschäft ist nur vorübergehend. Ich werde zurückkommen. Das hier ist mein Zuhause. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, und dich auch nicht. Siehst du das denn nicht? Kannst du nicht an mich glauben? Ich wollte ihm glauben. Doch alles, was ich sehen konnte, war, dass alles dem Ende zuging. Ein Schwall Wasser schlug gegen meine Beine. Ich drehte mich um und sah, wie Lucky in den Wellen herumsprang. In genau dem Moment, als ich mich zu ihr umdrehte, schüttelte sie sich und spritzte uns von oben bis unten nass. Großartig, zur Krönung des Ganzen roch ich jetzt auch noch wie ein nasser Hund. Ich weiß einfach nicht, wie wir darüber hinwegkommen sollen. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und blickte zum bewölkten Himmel auf, in der Hoffnung, dort eine Antwort zu finden. Doch ich konnte keine erkennen. Ich weiß nicht, wie ich den Schmerz loslassen kann. Er küsste mich. Sein Mund senkte sich auf meinen, warm und fest. Ich schloss meine Augen und ließ mich an ihn sinken. Er schlang seine Arme um mich, und ich ließ zu, dass er mich festhielt. Die Splitter meines Herzens stachen kleine Löcher in meiner Haut, und ich hatte das Gefühl, aus jedem Stich zu bluten. Er hielt inne und sah mir in die Augen. Beziehungen sind wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt Aufs und Abs, schnelle Wendungen und Abstürze. Du kannst nicht aufgeben, nur, weil du verletzt bist, Wendy. Du musst für uns kämpfen. Wenn ich dir etwas bedeute, wirst du kämpfen. Meine Kehle wurde trocken. Wir können nicht an uns arbeiten, wenn du nicht hier bist. Ich kann keine Fernbeziehung führen, und das habe ich dir auch die ganze Zeit über gesagt. Außerdem hast du mich angelogen. Ich weiß nicht, wie ich darüber hinwegkommen soll. Wir können das nicht aufarbeiten, und wir hätten von vornherein nichts miteinander anfangen sollen. Es tut mir leid. In seinen Augen flackerte Schmerz auf, und ich wandte mich von ihm ab, um die Stufen zum Hotel hinaufzusteigen. Lucky stieß ein langes und konnte den Phantomschmerz immer noch spüren. Doch so etwas wegen Max durchzustehen, wäre noch viel schlimmer. Ich liebte ihn und würde mich niemals davon erholen, wenn er mich im Stich lassen würde. Es war besser, das Ganze jetzt zu beenden und für eine Weile zu trauern, als monatelang herumzusitzen, in der Luft zu hängen und auf den schrecklichen Schmerz zu warten, der sicher kommen würde. Meine Füße trafen auf die alten Planken der Veranda. Das Äcker meines Herzens und meiner Füße heilte in meinen Ohren wieder. Ich hatte gerade den Mann, den ich liebte, stehen gelassen, und es fühlte sich wie ein schrecklicher Fehler an. Ich brauchte Ablenkung. Ich musste arbeiten. Die Lobby war immer noch verlassen und still. Wo um alles in der Welt steckte Brian? Ich ging zum Empfang und sah nach, ob er vielleicht hier gewesen war, als ich am Strand meine Beziehung gekillt hatte. Nichts. Mittlerweile sollte auch das Frühstück im Diener vorbei und Brian wieder zurück sein, wenn sie denn dorthin gegangen waren. Wo war er nur? Und wo waren meine Eltern? Heute sollten neue Gäste anreisen, und meine Mutter hatte versprochen, Muffins für sie zu backen, damit wir ihnen etwas Gebäck anbieten konnten, wie Großmutter es immer getan hatte. Ich ging in den Speisesaal. Er war immer noch leer. Ich versuchte, nicht durch die Fenster in Richtung Strand zu spähen, doch mein Blick wurde automatisch dorthin gezogen. Max warf gerade irgendetwas ins Wasser, und Lucky sprang hinterher. Ich wollte zu ihnen gehen, doch der Schmerz, von ihm hintergangen worden zu sein, war immer noch frisch und saß tief. Doch ich wusste immer noch nicht, wohin alle verschwunden waren. Ich blieb unten an der Treppe stehen und lauschte angestrengt. Doch aus Richtung unserer privaten Räume war nichts zu hören. Langsam wurde ich unruhig. Ich versuchte zwar, das Gefühl abzuschütteln, doch es wollte nicht verschwinden. War mitten in der Nacht eine Horde Außerirdischer mit ihrem UFO gekommen und hatte meine ganze Familie entführt? Hatten sie sich entschlossen, die Arbeit im Hotel zu schwänzen und einen Ausflug zu machen? Wenn ja, warum hatten sie mich nicht geweckt oder zumindest gefragt, ob ich mitkommen wollte? Ich schleppte mich die Treppe hinauf und presste mein Ohr an Brians Tür. Vielleicht hielt er einen Mittagsschlaf. Er war ein ziemlich lauter Schnarcher, doch in seinem Zimmer war alles still. Ich legte eine Hand auf die Klinke und öffnete die Tür. Sein Bett war zerwühlt, also musste er darin geschlafen haben, doch sonst gab es kein Lebenszeichen von meinem Bruder. Ich runzelte die Stirn und schloss die Tür wieder. Dann ging ich zu Großmutters Master Suite, die im Augenblick meine Eltern bewohnten. Ich klopfte ein paar Mal, doch niemand antwortete. Ich klopfte erneut. Meine Fingerknöchel trafen hart genug auf das Holz, dass es etwas wehtat, doch ich bekam immer noch keine Antwort. Frustriert öffnete ich die Tür einen Spalt weit und spähte ins Zimmer. Ganz anders, als Brians Zimmer war ihres makellos sauber, und das Bett war ordentlich gemacht. Als ich die Tür etwas weiter öffnete, bemerkte ich ein Blatt Papier, das an die Kissen auf dem Bett gelehnt stand. Was zum? Meine Knie hätten fast unter mir nachgegeben. Ich wollte diese Nachricht nicht lesen, doch ich musste wissen, was drin stand. Ich ging langsam durch den Raum, während ich mir die ganze Zeit über gut zuredete, dass auf dem Papier nur stehen würde, dass sie irgendein Weingut oder den Bauernmarkt besuchten. Doch als ich es aufhob und die wenigen Worte lass, die darauf standen, verschwanden meine Hoffnungen. Meine Eltern waren fort. Sie hatten mich wieder verlassen. Dieses Mal hatten sie noch nicht einmal den Schneid gehabt, uns zu sagen, dass sie gingen. Stattdessen hatten sie uns nur diese dämliche Nachricht hinterlassen, an die Kissen von Großmutters Bett gelehnt, geschrieben in der verschnörkelten Handschrift meiner Mutter. Ich zerknüllte das Blatt in meiner Hand und schleuderte es gegen die Wand. Tränen strömten über mein Gesicht, und ich schrie so laut ich konnte, bevor ich mir die Hände vor den Mund schlug. Falls einer der Gäste fragen würde, was passiert war, würde ich erzählen, dass ich angegriffen worden war, was in gewisser Weise auch stimmte. Meine Eltern waren fort. Sie hatten uns verlassen. Zum zweiten Mal. Kapitel 17. Ich konnte nicht fassen, wie wenige Klamotten ich nach Blue Moon Bay mitgebracht hatte. Wie war ich nur mit so wenig Auswahl ausgekommen? Ich starrte das mickrige Häufchen Schmuck auf dem Waschbeckenrand an. Als mein Blick auf den einzelnen Perido-Ohrring fiel, zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Ich erinnerte mich an die erste Nacht mit Max unten am Strand. Er hatte bemerkt, dass ich einen Ohrring verloren hatte, und ich konnte beinahe spüren, wie er mit seinen Fingern über meine Haut gestrichen hatte, als er meine Haare hinter mein Ohr geschoben hatte. Es war erst ein paar Stunden her, dass ich unsere Beziehung beendet hatte, und schon jetzt vermisste ich ihn so sehr, dass es wehtat. Ich erinnerte mich selbst daran, dass er mich enttäuscht hatte, indem er mir ein großes Geheimnis vorenthalten hatte. Doch er hatte seine Gründe gehabt. Und er hatte nichts davon gewusst, dass Großmutters Testament verlangte, dass Brian und ich das Hotel verkaufen mussten. Er hatte es nicht gewusst, weil ich es ihm nicht erzählt hatte. Ich hätte ihm vertrauen sollen, und er hätte mir auch vertrauen sollen. Wir hatten etwas, das so perfekt begonnen hatte, gehörig vermasselt. Ich wollte die Dinge zwischen uns in Ordnung bringen, doch ich wusste nicht, wie ich eine Beziehung reparieren konnte, die bereits zerbrochen war. Ich blickte auf die Kleider, die ausgebreitet auf meinem Bett lagen und darauf warteten, in den Koffer gepackt zu werden. Ich war den Tränen bedrohlich nahe, doch ich konnte sie zurückhalten. Nach allem, was passiert war, konnte ich keinen Tag länger in Blue Moon Bay bleiben. Diesmal waren es nicht die alten schmerzhaften Erinnerungen, die mich wegtrieben, sondern der neue, frische Schmerz. Ich schob vehement eine Schublade zu und trat gegen die Schranktür. Ich griff nach einem Stapel Unterwäsche und warf alles in den Koffer. Wieder drohten die Tränen, mich zu überwältigen, und diesmal konnte ich sie nicht zurückhalten. Es war so ein einfaches Vergnügen gewesen, mit Max am Strand spazieren zu gehen, doch es hatte mich jedes Mal mit Freude erfüllt. Als ich Großmutters Hut getragen hatte, war es fast so gewesen, als wäre sie mit uns spazieren gegangen, und ich wusste, sie wäre stolz auf den verantwortungsbewussten Mann gewesen, der aus dem kleinen Jungen geworden war, der vor langer Zeit einmal vom Balkon gesprungen war. Natürlich konnte Max Tokio nicht einfach absagen. Er hatte es seinem Vater versprochen, bevor wir uns begegnet waren und bevor er sich in Blue Moon Bay verliebt hatte. Max war nicht der Typ Mann, der Versprechen brach. Ich vermisste ihn schon nach so kurzer Zeit sehr. Ich musste nach Sacramento zurückkehren und mein Leben wieder auf die Reihe bringen. Ich musste dieses ganze Chaos hinter mir lassen und neu anfangen. Mein Koffer sah lächerlich klein aus, doch ich hatte nicht viel eingepackt, da mich die Nachricht vom Tod meiner Großmutter so geschockt hatte. Das war nur ein paar Wochen her, doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. So viel war inzwischen passiert. Mein Handy piepste und mein Herz machte einen Sprung. Max. Ich hob es auf und starrte auf den Bildschirm, doch es war nicht Max. Es war Janine. Ich strich über das Display und die Nachricht erschien, schön zu hören, dass du doch nach Hause kommst. Das andere Reihenhaus steht noch zum Verkauf. Am Ende machst du deine Träume doch noch wahr. Ich seufzte. Das Glücksgefühl, das mich eigentlich hätte überkommen sollen, wollte sich nicht einstellen. Ich antwortete ihr, dann legte ich mein Handy wieder beiseite und fing an, einen Pullover zusammenzulegen, doch ich hatte keine Lust mehr zu packen. Stattdessen ging ich zum Fenster hinüber und blickte auf das wunderbar glitzernde Wasser unter mir hinab. Wie konnte ein so wunderschöner Ort so viel Schmerz bringen? Jemand klopfte an meine Tür und öffnete, bevor ich antworten konnte. Brian tauchte im Türrahmen auf und hielt das große Gästebuch in Händen. Er öffnete den Mund, doch dann sah er meinen Koffer, der mit all meinen Sachen offen auf dem Bett lag. Was ist denn hier los? Er betrat das Zimmer, legte das Buch auf den Nachttisch und sah mich an. Warum ist dein Zeug in deinem Koffer? Hast du überhaupt jemals ausgepackt? Ich musste ihm die Wahrheit sagen. Ich schluckte. Nein, Brian. Ich packe, weil ich abreise. Ich gehe zurück nach Sacramento. Er starrte mich mit seinen grünen Augen an. Nein, du kannst nicht gehen. Ich weiß, die 30 Tage sind noch nicht um, ich hob mein Kinn und straffte meine Schultern. Doch was macht es schon, wenn das Hotel an eine Wohltätigkeitsorganisation geht? Vielleicht können wir so zumindest sicherstellen, dass es nicht abgerissen wird, anstatt Max' Firma tun zu lassen, was auch immer sie damit vorhaben. Max, er verzog das Gesicht und kam ein paar Schritte auf mich zu. Als er sprach, zitterten seine Stimme und seine Schultern. Was hat er mit dem Ganzen zu tun? Er ist derjenige, der das Hotel gekauft hat. Anscheinend ist er deswegen überhaupt erst hierher gekommen. Er behauptet, er wollte das Angebot zurückziehen, damit wir das Hotel behalten könnten, doch ich habe ihm von den Bedingungen aus dem Testament erzählt und dass wir es verkaufen müssen. Er rang seine Hände. Bist du völlig verrückt geworden, Wendy? Hast du zu viel Salzwasser geschluckt oder sowas in der Art? Du hast gesagt, dass du hier bleiben willst. Ich seufzte. Tränen standen in seinen Augen und auch ich war den Tränen nahe. Ich musste ihm den Rest erzählen, doch ich wollte nicht. Mom und Dad haben sich davon gemacht. Sie haben uns wieder angelogen. Sie sind auf und davon und haben nur einen blöden Brief hinterlassen. Diesmal hatten sie nicht mal den Schneid, sich persönlich von uns zu verabschieden. Sein Gesicht wurde bleich und er blinzelte ein paar Mal. Dann sagte er, das war fast zu erwarten gewesen. So sind sie nun einmal, Wendy. Sie können nicht anders, doch deswegen musst du nicht auch gehen. Ich ging auf den Koffer zu. Das langärmlige T-Shirt auf dem Bett war das, das ich bei dem ersten Segeltrieb mit Max getragen hatte. Max, der mich genauso enttäuscht hatte wie meine Eltern. Ich griff nach dem T-Shirt und warf es in den Koffer. Alles verschwamm vor meinen Augen. Alles, was ich jemals wollte, war eine Familie, die zusammenbleibt, doch alle gehen. Du selbst hast das vor langer Zeit gesagt. Man kann sich nur auf sich selbst verlassen. Auf niemanden sonst. Ich habe das jetzt erst begriffen, auch wenn du es schon gesagt hast, als ich acht Jahre alt war. Ich habe mich geirrt, sagte er so leise, dass man es kaum als flüstern bezeichnen konnte. Seine grünen Augen weiteten sich, und er sah wieder wie der verängstigte, verletzliche Junge aus, der vor vielen Jahren im Diener erfahren hatte, dass seine Eltern ihn gerade verlassen würden. Als sie uns an diesem Tag erzählt haben, dass sie uns verlassen würden, war es, als ob jemand mir das Herz aus der Brust gerissen hätte. Du hast Trost bei mir gesucht, doch ich war so verletzt gewesen, dass ich dich weggestoßen habe. Es tut mir so leid, sagte er, und die Adern an seinen Schläfen pochten. Tränen brannten in meinen Augen. Brian. Kannst du nicht sehen, wie sehr ich mich geirrt habe, auch in seinen Augen standen Tränen, und ich konnte sehen, wie verletzt er war. Ich wollte ihn in meine Arme nehmen, doch er ging zuerst auf mich zu. Großmutter hat uns niemals verlassen. Nicht für eine einzige Minute. Sie war immer da für uns bis zu dem Tag, an dem sie gestorben ist. Ich griff mit tränenüberströmtem Gesicht nach seinem Arm und nickte. Du hast recht. Sie hat uns nie verlassen. Du hast gesagt, dass alles, was du jemals wolltest, eine Familie ist, er spiel das letzte Wort förmlich aus und legte seine Hände um meine Arme. Du hast mich, Schwesterchen. Ich habe dich einmal enttäuscht, doch ich verspreche dir, dass ich das nie wieder tun werde. Ich werde immer für dich da sein. Es tut mir leid, dass ich dich damals weggestoßen habe. Es tut mir so leid. Ich vergebe dir, Brian. Nachdem ich diese Worte ausgesprochen hatte, schluchzte ich lange und heftig und zitterte am ganzen Körper. Ich weiß nicht, wen von uns es mehr erschreckt hatte, doch plötzlich spürte ich die Arme meines großen Bruders um mich. Ich hatte all den Schmerz so lange zurückgehalten. Jetzt, da ich ihm vergeben konnte, löste sich all meine Anspannung in heftigem Schluchzen auf. Er wiegte mich in seinen Armen und versicherte mir wie nur ein großer Bruder es konnte, dass er für mich da war und alles wieder gut werden würde. In seinen Armen weinte ich heftiger als je zuvor in meinem Leben. Und es fühlte sich gut an. Der Schmerz und die Trauer strömten aus mir heraus und ebten ab, bis nur noch ein taubes Gefühl übrig war. Brian hatte mich nicht verletzen wollen, und ich hoffte, dass er mich nie wieder verletzen würde. Doch ich vertraute darauf, dass er es nicht bewusst tun würde, falls es doch geschehen sollte. Ich dachte an Max und sein Geheimnis, und plötzlich wurde mir etwas bewusst. Ich war mir ziemlich sicher, dass meine Nase unappetitlich triefte, doch ich richtete mich auf und wischte mir über meine Wangen und Nase, bevor ich zu meinem Bruder aufblickte. Wir können Großmutters Hotel nicht verkaufen, Brian. Wir müssen es beschützen, so wie sie uns beschützt hat. Mir ist gerade etwas eingefallen, wie wir das Testament vielleicht umgehen können. Brians Handy klingelte und riss uns aus dem innigen Moment. Er warf einen Blick auf das Display. Es ist Mom. Sein angespannter Gesichtsausdruck brachte mich zum Lachen. Er hatte gute Gründe zu überlegen, ob er überhaupt ans Telefon gehen sollte, wenn man bedachte, wie viele Emotionen ich gerade losgetreten hatte. Geh ran. Ich bin okay. Den Koffer werde ich jetzt wohl besser wieder auspacken. Wir reden später weiter, er umarmte mich noch einmal, dann nahm er mit einem kurzen Hallo den Anruf an und verließ mein Zimmer. Ich seufzte und sah aus dem Fenster, dann blieb mein Blick am Gästebuch auf meinem Nachttisch hängen. Ich war verwirrt. Wie war es dahin gekommen? Ach ja. Brian hatte es mitgebracht. Ich nahm an, dass es das alte Gästebuch war, und ich lag richtig. Darauf lag ein kleineres Buch, das wie ein Tagebuch aussah. Ich griff nach dem zierlichen Buch, und als ich es aufschlug, stieg mir der Duft von Flieder in die Nase, der sofort Erinnerungen an meine Großmutter wach rief. Ein Brief fiel heraus und flatterte zu Boden. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben, doch ich hielt inne, als ich Großmutters Handschrift erkannte. Der Brief war an mich gerichtet. Der Brief war mit einem Datum versehen. Sie hatte ihn vor etwas über einem Monat geschrieben. Ich erinnerte mich, dass sie Brian einen Brief hinterlassen hatte, doch es war mir nie in den Sinn gekommen, dass sie auch mir einen geschrieben haben könnte. Ich wollte den Brief lesen, doch ich hatte zu viel Angst. Ich hatte meine Großmutter so sehr enttäuscht. Ich war gegangen und nie zurückgekommen, und das musste sie ziemlich verletzt haben. Doch ich war zu blind gewesen, um etwas anderes als meinen eigenen Schmerz zu sehen. Alles, was mir meine Großmutter in diesem Brief sagen würde, traf zu. Ich hatte falsch gelegen, so falsch, und ich hatte erst hierher zurückkommen müssen, um mir dessen bewusst zu werden. So wie ich Großmutter kannte, hatte sie es gewusst. Wahrscheinlich hatte sie all das hier arrangiert, damit ich einsehen würde, wie sehr ich Brian verletzt hatte, und es wieder in Ordnung bringen konnte. Sie hatte uns geliebt, und sie war der Mensch gewesen, den ich mehr geliebt hatte, als alle anderen, die ich je gekannt hatte. Mit dem Brief in der Hand ging ich in meinem Zimmer auf und ab. Mein Koffer lag immer noch auf meinem Bett, und ich würde all meine Kleider wieder auspacken, doch dazu hatte ich gerade nicht die Kraft. Mir war sogar egal, dass leuchtend rosa Unterwäsche auf der einen Seite aus meinem Koffer heraushing und im Luftstrom des Deckenventilators flatterte. Ich ging zum Fenster hinüber und blickte aufs Meer hinaus. Vom Fenster aus konnte ich den Strandabschnitt sehen, an dem Max und ich so gerne spazieren gegangen waren. Ich wünschte mir sehnlichst, dass Max hier wäre, um mich zu beruhigen und mir beizustehen, wenn ich den Brief lass. Er hätte meine Hand gehalten und mir gesagt, dass alles gut werden würde. Nur war Max jetzt nicht hier. Er hatte wahrscheinlich schon ausgecheckt und war auf dem Weg zum Flughafen, um nach Japan zu fliegen und wer weiß wie lange dort zu bleiben. Er würde so lange dort bleiben, dass ich nicht wusste, ob er mich noch lieben würde, wenn er zurückkam. Doch er würde zurückkommen. Er hatte mir gesagt, dass Blue Moon Bay sein Zuhause war, und ich glaubte ihm. Ich glaubte auch an ihn. Ich hätte darauf vertrauen sollen, dass er gute Gründe gehabt hatte, mir nichts von dem Angebot fürs Hotel zu erzählen. Ich vermisste ihn schrecklich und wollte ihn zurückhaben. Mit dem Brief in der Hand verließ ich mein Zimmer und ging hinunter an den Strand. Das Meer war ruhig, und die Wellen schwappten sanft an den Strand. Ich ging am Ufer entlang und starrte aufs Wasser. Das Papier in meiner Hand raschelte in der leichten Brise, und ich umschloss es fester, da ich immer noch nicht den Mut aufbringen konnte, den Brief zu lesen. Ich hielt an dem kleinen Denkmal am Fuße der Klippe an, zog meine Schuhe aus und starrte auf die Tafel, die zwischen den verwitterten Säulen angebracht war. Von der Bucht geküsst, lass ich und ließ meine Finger über die bronzenen Buchstaben gleiten. Ein Kuss, genau hier, unter dem blauen Mond besiegelt eine Liebe, die ewig wehrt. Ich schloss die Augen und konnte meine Großmutter sehen, die einen großen Hut auf ihren perfekt frisierten Haaren trug und mit Gartengeräten in der Hand dastand. Eine Welle von Schuldgefühlen durchströmte mich. Sie hatte uns immer alles geben, was sie konnte, die Leitung des Hotels, das Meer, ihre Weisheit und ihre Liebe. Das war genau der Ort, an dem sie mir zum ersten Mal von der Legende erzählt hatte. Sie hatte hier gestanden und auf das Meer hinausgeblickt, während sie die Legende auswendig vorgetragen hatte, gerade laut genug, dass ich sie trotz des Rauschens der Wellen hatte hören können. Ich hatte den großen Mond angestarrt, der über dem Meer am Himmel gehangen hatte, derselbe Vollmond wie auch in der Nacht, in der ich Max begegnet war. Nachdem ich als junges Mädchen die Legende gehört hatte, hatte ich immer gehofft, dass ich eines Tages genau hier von dem Mann geküsst werden würde, den ich für immer lieben sollte. Wieder raschelte das Papier. Ich musste all meine Kraft zusammenkratzen, bis ich endlich den Mut aufbrachte, den Brief zu lesen. Ich faltete die Seite auseinander und betrachtete Großmutters Handschrift so perfekt, dass es mir nie gelungen war, sie nachzuahmen. Meine geliebte Wendy. Ich weiß, dass du wütend auf mich bist, weil ich dich gezwungen habe zurückzukommen, und mache dir keinen Vorwurf daraus. Ich hoffe, du weißt, dass meine Gründe und Absichten gut sind und ich es nur getan habe, weil du etwas lernen musstest, das du in Sacramento nicht hättest finden können. Ich weiß, dass deine Eltern dich enttäuscht haben und dass sie dich wieder enttäuschen werden, wenn du ihnen eine zweite Chance gibst. Doch das heißt nicht, dass alle anderen das auch tun werden. Deine Eltern sind Menschen, die nicht an einem Ort bleiben können. Das entspricht nicht ihrer Natur. Ich wünschte mir, es wäre anders, und dass wir mehr Zeit miteinander hätten verbringen können. Ich kann auch deiner Mutter keinen Vorwurf machen, denn die Wahrheit ist, dass dein Vater schon immer eine Wandererseele war, genauso ruhelos wie die Wellen am Strand. Als er deine Mutter kennengelernt hat, wusste ich, dass ich ihn verloren hatte, doch ich wusste auch, dass ich ihn an eine Frau verloren hatte, die ihn immer als das Teuerste in ihrem Leben betrachten würde. Eine Münze hat immer zwei Seiten, und auch wenn ich es mir für dich gewünscht hätte, dass sie anders wären, bin ich gleichzeitig froh, dass dem nicht so war. Denn sie haben eine Liebe gefunden, von denen die meisten Menschen nur träumen können, und sie haben diese am Leben gehalten. Andauernde Liebe ist etwas Besonderes und Seltenes, auch wenn es Außenstehenden gegenüber nicht immer angenehm und gütig ist. Du bist nicht wie deine Eltern, Wendy. Dir gefällt es, neue Orte zu entdecken, doch du hast nicht diesen angeborenen Zwang, weiterzuziehen. Du hast nie über den Horizont hinausgeblickt oder dich gefragt, was hinter dem nächsten Hügel oder auf der anderen Seite des Meeres auf dich wartet. Du bist ganz anders als sie. Ich weiß, dass du vielleicht denkst, dass du wie sie bist, weil du Blue Moon Bay verlassen hast, doch du bist nicht einer Sache hinterher, sondern vor deinem Schmerz davongelaufen. Ich habe dich gezwungen zurückzukommen, und ich bin mir sicher, dass du es um Brians Willen getan hast. Nun hast du die Wahl. Du kannst wählen allein zu sein, dich weiterhin schützen, wie du es immer getan hast und glauben, dass dich jedermann enttäuschen wird. Oder du kannst die Leute so akzeptieren, wie sie sind, und deine Erwartungen an sie an das anpassen, was sie dir zu geben vermögen. Wie auch immer du dich entscheidest, miss ihre Liebe zu dir nicht an ihren Fehlern. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich weiß, du kennst die Legende von Blue Moon Bay bereits, doch ich möchte sie dir noch einmal erzählen, also habe Nachsicht mit mir. Ein Kuss, genau hier, unter dem blauen Mond besiegelt eine Liebe, die ewig wehrt. Lass mich dir die Geschichte zweier junger Leute erzählen, einer Tochter von Einheimischen und einem Sohn von Sommergästen, die sich an diesem Strand unsterblich ineinander verliebten. Als ihre Eltern die Beziehung entdeckten, verboten sie ihnen, einander zu sehen. Seine Eltern hielten das Arbeitermädchen für unter der Würde ihres Sohnes, und ihre Eltern befürchteten, dass der Skandal ihr Geschäft ruinieren könnte. Doch in der Nacht bevor die Familie nach Hause zurückkehren sollte, ließ der Sohn seiner Liebsten eine Nachricht zukommen, und sie trafen sich hier unter den Sternen. Er flehte sie an, ein Jahr zu warten, bis er 18 Jahre alt und zum Mann wurde, bis dahin könnten sie sich heimlich schreiben, und er wollte einen Weg finden, damit sie zusammen sein konnten. Das junge Mädchen wusste jedoch, dass ihre Eltern das niemals zulassen würden. Sie hatte ihren Eltern immer gehorcht und war nicht stark genug, sich deren Wünschen zu widersetzen, nicht einmal für die perfekte Liebe, die sie mit ihm teilte. Mit gebrochenen Herzen verabschiedeten sich die beiden genau an diesem Ort voneinander. Der blaue Mond hing groß und rund am Nachthimmel und schien über ihren letzten Kuss, als sie einander versprachen, sich immer zu lieben. Dann gelobten sie, dass sich alle, die sich genau an diesem Ort in der Bucht unter dem blauen Mond küßten, für immer lieben und sich niemals trennen würden, wie sie es tragischerweise tun mussten. Das Mädchen in dieser Geschichte war ich. Dein Dad hat seinen Vater niemals kennengelernt, doch er war meine erste und einzige Liebe. Er wollte, dass wir trotz der Distanz zusammenblieben, doch ich habe nicht geglaubt, dass das funktionieren könnte, darum habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er hat unsere Liebe nicht aufgegeben, ich war das, weil ich nicht bereit war, mich für das einzusetzen, woran ich glaubte. Nach all diesen Jahren denke ich noch immer an ihn und frage mich, was wäre wenn. Ich kann zwar nicht die Zeit zurückdrehen, doch ich kann dir die Weisheit meiner Erfahrung mitgeben. Verschließe dein Herz nicht. Und auch nicht deine Gedanken. Du brauchst nur den Mut, Liebe als das zu erkennen, was sie wirklich ist, selbst wenn sie anders erscheint, als du es erwartet hast. Du bist mir in vielerlei Hinsicht ähnlich. Doch das ist nicht immer gut. Ich habe mich von den Menschen zurückgezogen in dem Glauben, mein Herz zu beschützen, doch diese Sicherheit hatte ihren Preis. Zu viel Sicherheit macht dich einsam. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich jung war. Ich habe mich so sehr nach Liebe gesehnt, doch gleichzeitig geglaubt, dass sie sich bestimmten Konventionen anpassen müsste. Die Wahrheit ist, dass die beste Liebe oft dann erwacht, wenn das Leben ganz anders verläuft, als wir es eigentlich geplant haben. Liebe gibt es in verschiedenen Formen, manchmal unerwartet, wie wenn beispielsweise eine Großmutter plötzlich ihre jungen Enkelkinder großziehen muss und sich das als die größte Freude ihres Lebens herausstellt. In Liebe. Deine Großmutter. Tränen rannen über meine Wangen, eine nach der anderen. Ich hatte immer gedacht, dass meine Großmutter wütend auf meine Eltern gewesen war, weil sie ihre Kinder bei ihr abgeladen hatten. Ich hatte mich immer vernachlässigt gefühlt, doch das war ich nie gewesen. Zwei Menschen, die immer den Anker lichten mussten, hatten mich in einem sicheren Hafen untergebracht. Ich konnte nicht fassen, dass meine Großmutter das Mädchen aus der Legende war. Sie hatte ihr ganzes Leben damit verbracht, sich zu fragen, ob sie die falsche Entscheidung getroffen hatte. Sie hatte Angst davor gehabt, stärker zu kämpfen, genau wie ich, und sie hatte den Mann verloren, der ihr für immer treu gewesen wäre. Oh, Großmutter. Es tut mir so leid, dass ich gegangen und nicht zurückgekommen bin. Ich fiel auf die Knie und vergrub meine Finger im warmen Sand, als ein Spritzer Salzwasser auf mein Gesicht traf und sich mit meinen Tränen vermischte. Ich habe nie gesehen, dass ich hier bei dir ein Zuhause und eine Familie hatte. Ich hoffe, du verzeihst mir und weißt, wie sehr ich dich geliebt habe. Ich bin froh, dass du mich zurückgebracht hast. Ich gehöre hierher, und hier werde ich für immer bleiben. Ich musste Max finden und ihm sagen, dass ich einen Fehler gemacht hatte, dass ich bereit war, für uns zu kämpfen und ihn nie wieder loslassen würde. Er war wahrscheinlich schon am Flughafen. Ich musste mich beeilen. Kapitel 18 Adrenalin schoss durch meinen Körper, als ich aufsprang. Ich musste zum Flughafen, bevor Max abflog. Ich musste ihm sagen, dass ich ihn liebte und dass ich Angst gehabt hatte, zu viel Angst, um es überhaupt zu versuchen, doch dass ich jetzt bereit war. Max verließ mich nicht. Er war nicht im Begriff, den Anker zu lichten, um auf einen weit entfernten Horizont zuzusegeln. Er ging zur Arbeit und würde wieder nach Hause kommen. Er war kein Träumer oder Weltenbummler, zumindest nicht mehr, als ich es auch war. Ich hob meine Schuhe auf und hielt sie fest in der Hand, als ich auf die Treppe zur Rante, so schnell, dass der Sand unter meinen Füßen spritzte. Gerade, als ich am Fuß der Treppe angekommen war, kam Lucky mir entgegen galoppiert. Ihre goldenen Haare wehten im Wind, und die Zunge hing ihr aus dem Maul. Und hinter ihr war Max. Er blickte mit stürmischen blauen Augen auf mich herab, und ich blieb wie angewurzelt stehen. Ich hielt mich kurz an dem hölzernen Geländer fest, dann lief ich weiter. Ich beeilte mich, an Luckys Küssen vorbeizukommen, indem ich sie kurz streichelte, um dann eine Stufe über ihm stehen zu bleiben, damit wir auf einer Augenhöhe waren. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich wollte meine Arme um ihn werfen, spielte jedoch stattdessen nervös mit den Fingern und hoffte, dass er bereit war anzuhören, was ich zu sagen hatte. Ich wollte gerade zum Flughafen fahren, um dir zu sagen, wie leid es mir tut. Wenn du aus Japan zurückkommst, dann werde ich genau hier sein und auf dich warten, egal wie lange du weg bist. Wir können E-Mails schreiben, wir können telefonieren oder scypen, oder was auch immer es sonst noch gibt. Natürlich nur, wenn du immer noch willst. Ich hatte einfach Angst, doch jetzt habe ich keine mehr. Kannst du mir vergeben? Und was machst du überhaupt hier? Er neigte seinen Kopf und betrachtete mich mit einem intensiven Blick, der mich direkt in die Seele traf. Ich habe auch befürchtet, dass ich es vergeigt habe. Ich hätte dir sagen sollen, warum ich hierher gekommen bin, doch ich hatte Angst, dass das alles kaputt machen könnte. Sieht aus, als ob ich das auch so geschafft habe. Ich muss diese Geschäftsreise machen, doch ich konnte nicht fahren, ohne dir das Geschenk zu geben, das ich für dich gefunden habe. Ich blinzelte. Was ist es? Er gab mir eine kleine Schachtel. Mach es auf. Meine Finger zitterten, als ich den Deckel abnahm. Lucky schmiegte sich an meine Beine und leckte leise fiepend meine Hand. Ich tätschelte ihren Kopf, dann öffnete ich die Schachtel, in der ein kleiner Ohrring aus Peridot lag. Ich schnappte nach Luft und schlug mir die Hand vor den Mund. Oh, Max! Den hättest du nicht ersetzen müssen. Vielleicht habe ich den Ohrring im Meer verloren, du weißt schon, als mein hysterischer Zwilling aufgekreuzt ist. Er schmunzelte. Ich habe ihn gleich am nächsten Tag für dich besorgt, doch ich hatte Angst, dass ich dich verschrecken würde, wenn ich ihn dir zu früh gegeben hätte. Er lächelte und gab mir dann eine lange, rechteckige Schachtel. Nachdem dir der Ohrring zu gefallen scheint, das hier ist auch für dich. Noch ein Geschenk, ich biss mir auf die Lippe und öffnete die zweite Schachtel. In ihr lag ein wunderschöner Anhänger an einer Kette aus Platin. Es war ein perfekt runder, hellblauer Opal mit grünen Einschlüssen, die zu den Steinen in meinen Ohrringen passten. Ich lächelte ihn an und wusste sofort, was dieser Anhänger darstellen sollte. Ist das ein Vollmond? Er nickte. Ja, ein blauer Mond. Er legte mir die Kette um, dann küßte er sanft meinen Nacken, was kleine Schauer über meinen Rücken schickte. Der perfekte Moment, um das Mädchen zu küssen, mit dem ich für immer zusammenbleiben möchte. Dasselbe empfinde ich für dich, ich schlang meinen Arm um seinen Hals und blickte in seine wunderschönen blauen Augen. Liebe und Sehnsucht lagen in seinem Blick. Mehr Worte brauchten wir nicht. Er presste seinen Mund auf meinen und sagte damit alles. Es war der Kuss meines Lebens, auf den Stufen, die zu dem Ort in der Bucht führten, wo Träumer wahr wurden und Menschen sich für immer ineinander verliebten. Ich konnte das Rauschen der Wellen hören und das stetige Pochen von Max' Herz an meiner Brust spüren. Als wir kurz innehielten, um zu Atem zu kommen, ließ ich meine Arme in seinem Nacken ruhen. Wenn du immer noch willst, dass ich das in behalte, dann würde ich es gerne von dir zurückkaufen, nachdem die Übertragung abgeschlossen ist. Du weißt, dass das Testament uns zwingt, das Hotel zu verkaufen, doch es sagt nicht, dass wir es nicht zurückkaufen dürfen. Schlau gedacht, er lachte, und sein Atem fühlte sich warm an meiner Wange an. Ich verkaufe es dir unter einer Bedingung, ich möchte gerne das Restaurant behalten. Es steht sowieso leer. Tut mir leid, dass ich dir nie wirklich etwas über meine Firma erzählt habe. Mir gehört eine Restaurantkette, und normalerweise mieten wir die Gebäude. Mein Vater wollte das entkaufen, damit ich es von ihm mieten konnte, um ein gemeinsames Projekt zu haben. Er war nicht besonders glücklich, als ich einen Rückzieher gemacht habe. Ein Restaurant, ähm, ich presste meine Lippen auf seinen Mundwinkel und genoss das Gefühl meiner Lippen auf seiner Haut. Noch während ich ihn küsste, fragte ich, gibst du mir einen Rabatt, wenn ich bei dir essen gehe? Er lächelte und fing dann meinen Mund mit einem langen, warmen Kuss ein. Darüber können wir definitiv verhandeln. Ich seufzte. Meine Großmutter hätte dich geliebt. Ich bin mir sicher, dass sie mich geliebt hat, als sie mir damals gesagt hat, dass meine Arbeit an den Hecken großartig war. Er hielt mich in seinen Armen und betrachtete die verwitterten Säulen unter uns am Strand. Es würde mich ganz und gar nicht überraschen, wenn sie diejenige gewesen wäre, die mich zur selben Zeit hierher zurückgeschickt hat, als sie dich gezwungen hat, nach Hause zu kommen. Das würde mich auch nicht überraschen. Meine Großmutter hatte immer einen Plan in der Hinterhand, ich lachte, bevor ich ihn wieder und wieder küsste. Das Kürbisfestival war in vollem Gange. Örtliche Pop- und Rockbands spielten auf einer kleinen Bühne, und auch wenn sich ein paar Leute über die Änderungen beklagten, waren die meisten erfreut darüber. Die Eintauchbude funktionierte perfekt, und ich erkannte einen meiner Lehrer aus der Higgs-Schul, der auf dem Balken saß, die Füße im Wasser. Er rief den Zuschauern gut gelaunt zu, dass sie doch versuchen sollten, ihn ins kalte Meerwasser zu befördern. Ganz wie Brian versprochen hatte, lief er als Clown über das Festival und verteilte rosa Zuckerwatte an die Kinder. Großartige Leistung, Olivia. So viele Leute habe ich noch nie hier gesehen. Olivia sah hübsch aus in ihrem gelben Sommerkleidchen. Es war ein Haufen Arbeit, doch es hat sich gelohnt. Ich kann nicht glauben, dass Megan dich überredet hat, den Clown zu spielen. Die Kinder lieben dich. Alle lieben einen guten Clown, sagte Megan, während sie Brian ein Stück Zuckerwatte klaute. Max zeigte auf eine verdächtig Knarzende-Mini-Achterbahn. Wir müssen damit fahren. Ich hoffe, dass du brav die Beiträge für deine Lebensversicherung gezahlt hast, witzelte Brian. Ich habe gesehen, wie sie die aufgebaut haben, und ob du's glaubst oder nicht, am Ende waren ein paar Teile übrig. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich versetzte meinem Bruder einen Knuff in die Seite und schmiegte mich an Max, ignoriere ihn einfach. Er ist ein riesiger Angsthase, das war er schon immer. Wir haben es nie geschafft, ihn in eine Achterbahn zu bringen. Das ist nur, weil ich vernünftig bin, Brian klebte etwas Zuckerwatte auf Megans Nase. Da hast du vollkommen recht, Brian, sie kicherte, als sie noch mehr Zuckerwatte stibitzte und sich in den Mund schob. Oh, Wendy. Ich habe den Entwurf für die Werbetafel fertig, die du fürs Hotel wolltest. Soll ich morgen vorbeikommen und ihn dir zeigen? Hört sich gut an, ich nickte und nahm mir auch ein Stück Zuckerwatte. Ich wollte die Werbetafel direkt am Highway aufstellen, und dank Megans Kreativität war ich mir sicher, dass wir damit neue Gäste anlocken würden. Ich ging zu dem Spiel, das direkt neben dem Spiegelkabinett stand, während Max gerade sein Spiel daneben beendete. Gerade, als ich mein Geld einwerfen und spielen wollte, klingelte mein Handy, und ich hielt inne, um zu sehen, wer mich anrief. Es war Janine, darum nahm ich ab. Hi, Janine. Rate mal, wer seine Maklerlizenz hat, platzte sie heraus. Ich lächelte. Du? Ja. Dank dir habe ich die Prüfung mit einem super Ergebnis bestanden. Wann eröffnest du dein Büro da unten, damit ich dort hinziehen kann, um für dich zu arbeiten? Ich lachte. Irgendwann. Vielleicht bald. Im Moment versuche ich immer noch, mein In und meine Familie wieder auf die Beine zu bekommen. Prioritäten? Du weißt schon. Effizienz ist eine deiner Stärken, darum bin ich mir sicher, dass ich nicht ewig hier oben schuften muss. Ach, und weißt du was? Was? Die Leute, die dein Traumhaus gekauft haben, behaupten, dass es dort spukt und dass es ein schlechtes Fundament hat. Da bist du gerade nochmal davon gekommen. Ich lachte und hatte kaum aufgelegt, da klingelte mein Handy schon wieder. Ich warf einen Blick auf den Bildschirm, da ich annahm, dass Janine etwas vergessen hatte. Doch, nein. Es war meine Mutter. Ich stand da und starrte eine Weile auf mein Handy, bevor ich den Anruf annimm. Ich atmete tief durch. Hallo. Wendy, die Stimme meiner Mutter war brüchig, und sie klang, als wäre sie den Tränen nahe. Ich wollte eigentlich nur eine Nachricht hinterlassen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du abnehmen würdest. Ich liebe dich, Mum, sagte ich und meinte damit auch, dass ich ihr vergeben hatte. Sie schluchzte in den Hörer. Oh, Wendy. Es tut mir so leid, dass ich dich schon wieder enttäuscht habe. Ich wollte dort bleiben, weil du uns gebraucht hast, doch in Blue Moon Bay habe ich mich gefühlt, als müsste ich ersticken. Ich weiß nicht warum. Dein Vater ist nicht schuld daran. Sie liebte ihn so sehr, dass sie die ganze Schuld auf sich nehmen wollte, selbst wenn das bedeutete, dass ich wütend auf sie wäre. Ich dachte an Großmutters Brief, in dem sie geschrieben hatte, dass es meinen Vater schon immer in die Ferne gezogen hatte, schon lange bevor meine Mutter in sein Leben getreten war. Großmutter hatte ihn nicht verlieren wollen, doch sie hatte ihn gehen lassen, damit er seinen eigenen Weg gehen konnte. Sie hatte sich entschieden, die beiden glücklich sein zu lassen, egal was das für sie bedeutete. Ich kam zu dem Schluss, dass sie versucht hatte, uns die Freiheit zu schenken, indem sie uns zwang, das Hotel zu verkaufen. Doch eines hatte sie nicht gesehen, wie sehr wir das in liebten. Wahrscheinlich, weil wir es ihr nie gesagt hatten. Seufz. Wo seid ihr beiden, fragte ich. In einer Berghütte in der Nähe von Tahoe. Wir überlegen uns, ob wir für eine Weile hier bleiben. Ich wollte lachen. Bei den beiden konnte das alles Mögliche bedeuten. Es könnte eine Woche sein oder ein Jahr. Wer wusste schon, wohin der Wind sie treiben würde. Doch so waren die beiden, und jetzt konnte ich das auch akzeptieren. Mom, das ist okay. Ich verstehe dich. Vielleicht können wir euch ja zu Thanksgiving besuchen kommen. Sie atmete hörbar auf. Das wäre wunderbar, Wendy. Wirklich. Das denke ich auch, sagte ich und meinte es auch so. Neun Jahre waren eine lange Zeit, um jemanden zu ignorieren, und es dürfte nicht so weitergehen. Vielleicht würden sie und mein Vater nie die traditionellen Eltern werden, die ich mir immer gewünscht hatte, doch trotz all ihrer Macken waren sie meine Eltern. Ich liebe dich, Wendy. Richte Brian bitte aus, dass ich ihn auch liebe. Mach ich, ich entdeckte Max, der mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht auf mich zukam, die Hände hinter dem Rücken versteckt. Ich muss jetzt los, doch wir sprechen uns bald wieder. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du willst, Mom. Ich werde dich nicht mehr ignorieren. Das verspreche ich. Ich werde dich auch nicht ignorieren. Niemals. Wir verabschiedeten uns und legten auf. Max kam zu mir und lächelte verschmitzt. Schau, was ich für dich beim Darts gewonnen habe. Ich habe drei Ballons hintereinander erwischt. Er zog seine Hände hinter seinem Rücken hervor und hielt mir einen Glaswal entgegen, gefüllt mit einer klaren blauen Flüssigkeit. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich starrte voller Ehrfurcht auf den Wal. Das war der Preis, den ich immer hatte gewinnen wollen, und jetzt hatte Max ihn für mich gewonnen. Ich wollte es meiner Großmutter erzählen, doch mich überkam das starke Gefühl, dass sie das bereits wusste. Es fühlte sich an wie ein Zeichen von ihr, das mir sagen sollte, dass meine alten Wunden verheilt waren und dass sie glücklich für mich war. Oh, der ist wunderschön. Danke, ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um Max einen langen und langsamen Kuss zu geben. Ich liebe dich, sagte er leise, dann nahm er meine Hand und führte mich zu dem Fahrgeschäft, vor dem Brian und Megan solche Angst hatten. Er drehte sich zu mir um. Magst du Achterbahnen? Ich bin dabei, wenn du dabei bist, ich zog meine Augenbrauen hoch. Als Antwort legte er seinen Arm um meine Taille und führte mich zur Achterbahn, auf der wir dann mit Höchstgeschwindigkeit auf- und abfuhren, bis ich fürchtete, mich übergeben zu müssen. Doch mit viel Gelächter und Geschrei haben wir sie überlebt. Wir stiegen aus dem Wagen aus, und als unsere Füße wieder auf festem Boden standen, wurden wir von unseren Freunden umringt. Ein Gefühl des Friedens durchströmte mich. Ich blickte auf die Bucht hinaus, wo die Sonnenstrahlen wie Diamanten auf dem Wasser glitzerten. Ich hatte nicht nach Blue Moon Bay zurückkommen wollen, doch am Ende hatte meine Großmutter wie immer recht behalten. Ich war endlich zu Hause angekommen. Mein Leben ist vielleicht nicht so verlaufen, wie ich es geplant hatte, doch das bedeutete nicht, dass es nicht nach einem noch großartigeren Plan verlaufen war. Ich hatte als Kind von der Legende geträumt davon, dass ein Kuss an dem besonderen Ort in der Bucht, unter dem blauen Mond eine Liebe besiegeln würde, die ewig wehrt. Irgendwann im Laufe der Zeit hatte ich die Hoffnung aufgegeben, doch tief in meinem Inneren hatte ich immer daran geglaubt. Die Gefühle, die Max und ich füreinander hatten, gründeten auf aufrichtigen Emotionen und Vertrauen. Wir würden hart dafür arbeiten müssen, unsere Beziehung unser ganzes Leben lang zu pflegen. Doch ich würde immer wissen, dass das Schicksal unsere Liebe durch den einen Kuss im Mondlicht am Abend unserer ersten Begegnung gestärkt hatte. Und gemeinsam würden wir die Legende vom Kuss in der Bucht wahr werden lassen. Ende Wenn ihr eure Zeit gerne mit diesen Hauptfiguren verbracht habt, dann solltet ihr mit Sicherheit auch Olivia Geschichte lesen in das Schwesterschaftsversprechen, Serie, Blue Moon Bay, Buch 2. Sie haben sich das zweite Chance in, Serie, Blue Moon Bay, Buch 1, angehört. Copyright 2016 von Susan Hattler, Hörbuch Copyright 2024 von Susan Hattler Susanne Hattler ist eine Bestseller-Autorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und Fantasie grenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun.